Yeah, 5 to 1, baby, 1 to 5, und es ist genau 5 Minuten nach 8 hier an dieser 11.11.2015. Hello, 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 ich schmeiße ein bisschen Konfetti durch den Raum hier. Nee, es ist eine gute Zeit, wieder eine Bier aufzumachen. Nee, das machen wir auch nicht. Aber ihr seid eingetunt zu der Ammo Galaxy Frank Stoner Show an diesem Mittwochabend. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, denn wir sind, wir haben das Grill an und wir würden mal auch mal wieder eure Gehirn mal hier ein bisschen mal vorbraten, denn wir haben mal ganz, ganz heftige Themen an den Start wieder. Erstmal guten Abend Frank, schön, dass du auch hier bist. Ja, guten Abend Alex und guten Abend, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Und boah, Junge, was haben wir für eine Show hier heute am Start. Also wirklich einige interessante Themen hier. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Nachrichten vor allem, wir würden mal auch, haben wir schon angekündigt, bei uns in unserer Facebook-Seite vom Ammo Galaxy Frank Stoner Show und auch auf meiner private, dass heute würden wir mal ein bisschen über die Schweiz unterhalten. Ja, und es geht nicht nur um das Käse oder Lila Kuh, nicht weil es ist cool, Mann. Ja, wir werden so ein paar von den Klischees so mal beiseite schieben. Und die Schweiz hat immer so ein ganz sauberes Image, also eine saubere Schweiz und so. Und wenn man da so dahinter guckt, dann kommen da dann ein paar ganz seltsame und auch kultige Dinge so zum Vorschein. Das wird uns auch wieder reinführen in ein Thema, was wir eigentlich schon öfter in unseren Sendungen haben, so das große Thema alternative Geschichte und wie wirklich Weltgeschichte gelaufen ist. Und die Schweiz ist da so ein weiteres Steinchen, was man da einfügen kann. Auch so ein Bindeglied zwischen der Gegenwart und älteren Zeiten. Es geht halt letztens auch um Bloodlines, also Connections, die bis zurückgehen in die Antike. So interesting stuff. Interesting stuff, ja. Und da würdet ihr erstmal mal in Ohr da setzen. Ohr heißt auf Deutsch in Staunen da sitzen, wenn wir das vorlegen. Weil wir haben mal Orten, beziehungsweise Orte in die Schweiz, wo man dasselbe alles besichtigen kann und für sich selber angucken. Und da wird man dann plötzlich erstaunen, dass man an diesen Dingen immer vorbeigelaufen ist, ohne darauf irgendwie ein Auge zu verlieren, oder? Ja, und das kann uns dann das Auge eröffnen für andere Orte auch. Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur so ein Einstieg in ein Thema, das hört dann da nicht auf. Und vielleicht können wir das Thema Schweiz ja auch unter den Untertitel noch drunter setzen. Wurde die Schweiz von Tempelrittern gegründet? Ja. Das ist so eine Frage, der wir heute Abend auch mal nachgehen. Ja. Da spricht einiges dafür. Dann schauen wir uns ein bisschen an, wer die Tempelritter sind. Und ja, interessant. Genau. Und nicht nur das, eine andere Sache ist, ist, dass ich als Amerikaner möchte halt erwähnen, dass heute in Amerika ist Veterans Day. Das ist... Und Karneval, oder was? Hast du eine Connection? Das ist immer Hälfte, Hälfte. Naja. Nee, 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 das ist ein bisschen anders. Heute ist Veterans Day. Heute ist der Tag, wo alle gefallenen Soldaten und Veteranen aus dem Meer oder der Kriege, die heute, wie sagt man, anerkannt sein werden. Ich habe mal auch eine Meinung dazu, nachdem ich ein Video gepostet habe. Und das möchte ich mal gleich danach darüber sprechen. Das ist nicht ein langes Thema. Aber einfach mal meine Meinung als Amerikaner dazu geben, was für mich eigentlich wichtig ist. Vielleicht für die Deutschen und diejenigen, die uns zuhören, die sagen, naja... Nee, für die Schontosan, nicht nur für Amerikaner. Was will er uns mal davon erzählen, aber ich habe mal eine Meinung. Das ist auch nicht nur für Amerikaner wichtig, sondern wir haben das auch schon öfter auch hier thematisiert. Wir haben doch auch, das ist noch nicht so lange her, haben wir doch auch so gesprochen, so wie wird in verschiedenen Ländern die Vergangenheit bewältigt. Und dann haben wir darauf hingewiesen, auf die Statue hier von dem, na wie sag ich nochmal, der ukrainische Freiheitsheld dort, dessen Grab in München ist hier. Ach, da meinst du der Bandera? Genau, Stepan Bandera. Stepan Bandera, ja. Das haben wir als Beispiel genommen und dann noch das Beispiel gehabt von dem Denkmal für die Trümmerfrauen, wo sich dann gleich Leute aufregen, bis hin zu Japan, den, wie hieß der, Jutsukuni-Schrein. Genau. Wie die Japaner, als eine ganz andere Kultur und so. Die haben auch eben so ein altes Kriegervolk, den Samuels und so weiter. Für alle gefallenes Soldaten. Genau, wie die so dem Gedenken. Und deswegen finde ich das absolut richtig, weil ich habe mir schon an dem Abend, Alex, das war aber so, wir hatten da nicht mehr richtig Zeit, aber schon am Abend lag mir auch die Frage natürlich auf den Lippen, Mensch Alex, wie ist denn das in Amerika? Weißt du, wie wird dort mit den Veteranen umgegangen und welche, wie sieht das dort aus? Zumindest weiß man ja, da gibt es auch diese riesengroßen Militärfriedhöfe und es gibt überall so Monumente auch, während das in Deutschland. Das ist auch sehr interessant, weil die haben jetzt gerade mal ein neues Denkmal in Washington für diese Holomor oder Holomor. Das war doch der Völkermord an den Ukrainen. Der Völkermord an die Ukrainen, ja, ja, ja. Aber was hat das mit Amerika zu tun? Ja, die haben das jetzt in Washington, die haben das neben die fucking Vietnam-Veteranen-Denkmal mal da hingestellt, dass die Leute sollen mal an die sowjetische Mord, mal an die Ukraine, mal nicht vergessen jetzt. Aber es hat doch nichts mit Amerika zu tun. Ja, aber das ist jetzt in Washington, D.C. Oder sind auch, die haben die Schuld dran. Ich habe keine Ahnung. Frank, aber die haben ein Denkmal dafür gesetzt in Washington, D.C. Echt, das ist interessant, ja. Ja, ja, und das ist auch so ein Ding, dass ich versuche... Da müssen wir mal genau schauen, wozu überhaupt? Ich meine, mit welchen Begründungen haben die das gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist das auch wieder so, dass da so der Schuldfilm noch reinkommen will? Ey, you know something, wenn du... Wir haben darüber gesprochen, wenn du nimmst mal solche Organisationen wie the Ukrainian National Front or the Ukrainian Council Committee of America oder, you know, the Ukrainian National Association. Alles national, alles national. Und teilweise wie meine ehemaligen Leute, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe mal mit denen mal Freundschaften mittlerweile an Facebook gecancelt oder blockiert, weil die sind tatsächlich rechts. Die sind voll rechts. Und das kann ich nicht in meinem Freundeskreis haben. Das geht nicht. Naja, auf jeden Fall auch, was sehr, sehr wichtig ist, und, äh, denn Deutschland, äh, laut, äh, was ich gelesen habe, ähm, eine große Ereignis, beziehungsweise, äh, was heißt ein Ereignis? Große Trauer in Deutschland. Denn, ähm, ehemaliger, äh, Bundeskanzler Helmut Schmidt ist diese Woche verstorben im Alter von 96 Jahren alt. Ja, er konnte halt das Rauchen nicht sein lassen, weißt du. Ja, Frank, äh, also der Punkt ist, ist, dass verschiedene Randgruppen habe ich mal, äh, gesehen, äh, wenn ich sage Randgruppen, das geht auch, äh, von Ecke von Biker zu konservativen Leute und so weiter. Jeder spricht von einer der letzten, größten Politiker, äh, Deutschlands gewesen, die wirklich, ähm, ihre Meinung gesagt haben und wenn die auf den Tisch gekloppt haben, die haben das durchgebracht, was die gemeint haben, und, äh, was man sieht, überall gepostet, ist, dass in Memoir und Ruhe und Frieden Helmut Schmidt, dass, äh, er einen von den letzten Politiker fiel, das deutsche Volk und das Land da gewesen war, Frank. Und, okay, ich kenne mal ein paar von seinen Dingen. Der war bis 82, glaube ich, Bundeskanzler, ich bin 85 gekommen, als Helmut Kohl gerade in seiner, äh, Startphase war, ähm, und Helmut Schmidt habe ich nicht erlebt, aber, äh, ein bisschen geschichtliche Sachen, und was mal mit RAF damals passiert ist in Mogadischu und solche Dinge, ähm, das Ding ist, ist, dass für mich als Amerikaner, wie würde man das, was sind die Dinge, warum, äh, Helmut Schmidt, äh, so eine angesehen politische, äh, Figur, also, was ist, was liegt daran? Das ist für mich sehr interessant zu finden, was die deutsche Volk mal hinter diesem Mann, äh, so stark gefunden haben. Ja, eine sehr gute Frage, Alex, weil, äh, sein, sein politisches Wirken kann es ja nicht sein, ja, also, echt, ey, ganz ehrlich, ich, 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 mich hat das heute auch, ähm, fast schon ein bisschen schockiert, so, also, auch heute in Facebook eben, und, und überhaupt so diese öffentliche Meinung, wahrzunehmen, wie, wie viele Leute genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, so sind, und das sind traurig, und ich vermisse ihn schon jetzt, und ich denke mir immer nur, warum, ja, warum, ich mein, wer war Helmut Schmidt, ja, hat der jetzt irgendwas, irgendwas Gutes bewirkt, jetzt, jetzt für Deutschland, ich mein, okay, jetzt sind vielleicht die einen oder anderen Hörer von euch, äh, wollen es nicht hören, aber ich mein, es ist, es ist mir egal, also, wir sagen so unsere Sicht der Dinge hier, ja, in dieser Show, und, äh, Helmut Schmidt, also, für mich ist, ist, ist Helmut Schmidt einfach auch nur ein, ein BRD-Parteibonze gewesen, ein, ein, ein kalter Krieger, ein, ein Bohemian-Grover, äh, ein, ein, ein Typ, der, 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 zumindest in seiner Kanzlerschaft, kann ich nicht erkennen, wo der, wo der, wo der für das Volk, oder, oder für die Menschen, oder, oder so stand, ja, und, ähm, warum der dann so beliebt ist, naja, weil er halt in den letzten 20 Jahren da, so, 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 diese bequeme Rolle auch des Altkanzlers, des Elder Statesman, so ausgefüllt hat, ja, da hat er dann halt viele schöne Bonbons mal so von sich gegeben, in Talkshows, und der ist ja auch cool, ja, mit dem Rauchen auch, weißt du, so unangepasst und so, und manchmal auch mit der Fuck-You-Einstellung, ich zünde mir jetzt trotzdem eine Kippe an, weil, euer ganzen Regulierungswut ist ja eh nur albern, ja klar, das fand ich auch cool, so, aber, aber, aber letzten Endes darf man sich nicht von so Äußerlichkeiten blenden lassen, so, da muss mal gucken, was, was hat der Mann, äh, was hat der für eine Karriere gemacht, da, und, äh, da, da muss man noch nicht mal so, so richtig in, 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 in tiefe Recherche reingehen, es reicht tatsächlich schon, wenn wir Tante Vicky dort mal, äh, konsultieren, so, um, 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 dann mal so einfach nur mal, mal ein paar Dinge so über Helmut Schmidt mal rauszufinden, so. Also, 74 bis 82 war er Kanzler, ja, und, äh, das erste, was wahrscheinlich die meisten Leute sich erinnern, mit Helmut Schmidt, das war der deutsche Herbst, 77, RAF-Terror, äh, Bader-Meinhof, ähm, Schleier-Entfahrung, genau, 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 das, wobei es war, Bader-Meinhof war da schon eingesessen, aber die wollte man eben rauspressen, dann die, bis hin zur, zur, zur Entführung der Landshut, der Lufthansa-Maschine, Bogatischu und GSG 9 und so weiter, und, äh, da sagt man immer, ja, da war er so eiskalt, so ein toller Krisenmanager, und, äh, ich meine, okay, mag sein, aber, äh, ähm, was, was ich auch mich eben gut erinnern kann, ist, ist, äh, das war, das ist auch genau die Zeit, dieser deutsche Herbst, ja, ist genau die Zeit, wo, wo dann, wo dann einfach der Staat extrem aufgerüstet hat, ja, wo dann auf einmal, auf einmal, ähm, alles, was, was, was Bespitzelungen geht, äh, Rasterfahndung, ja, ist eh so ein Begriff, so, so mit Haare wie ich und so, ist immer ganz nervös, ja, Rasterfahndung, ja. Oh, echt? Nein, 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 Quatsch, nein, nein, das Raster, ah, okay, verstehe, ja, am Computer halt so, 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 so grob, massenweise Daten, ja, ja, alles Dinge, die wir, heute, ja, klar, heute, heute regen wir uns ja gar nicht mehr auf drüber, das ist völlig normal, aber damals, äh, kam das eben neu, ja, all, all diese Dinge, also, Polizeiapparate aufbauen, Innenministerium, GSG 9, Sondereinsätze und so weiter, das ist alles so, ja, auch in dem seine Zeit gefallen, ja, so der, der, der starke Staat, ja, äh, dann, dann war, war Helmut Schmidt, der auch ein Atomlobbyist, ja, und in seiner Zeit ist es auch gewesen, dass man, dass man in Gorleben, was heute noch ein, noch ein Standort ist, in Niedersachsen, wo es immer wieder Probleme gibt, das ist da, wo, ja, ja, diese Atommüllablagerung von Frankreich und so. Genau, das geht schon auf, auf, auf die Zeit von Helmut Schmidt zurück, er wollte damals sogar in Gorleben noch viel größere Dinge bauen, eine, ja, eine Wiederaufarbeitungsanlage und diese ganze Atomenergie-Wahnsinn, der dann in den 70ern so, so ganz groß war, so, jetzt war auch dann die, 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 die Nachzeit nach der, dieser Ölkrise in den 70ern und da waren alle so Halbjahr Atomenergie und, und, und so, so Technikbesessener auch und so, ja, ähm, äh, ja, und er war halt einfach dort, dort Lobbyist und hat diese Dinge auch, auch durchgepeitscht, da, dann, ähm, was haben wir noch, wir haben den Europapolitiker Helmut Schmidt, ja, der Europapolitiker, der mit seinem, mit seinem Kumpel Valéry Giscard d'Estaing, das sage ich so gerne, weil ich, ja, Alex, ich bin da so Frankreich viel, ich bin da so Frankreich-Fan, ne, darf ich es nochmal sagen, Valéry Giscard d'Estaing und, äh, die beiden haben zusammen den Europäischen Rat gegründet und, unter, unter den beiden, also sie haben so richtig Zug reingebracht in diese, diese europäische Unionsgeschichte, Einführung des europäischen Währungssystems, was der Vorstieg für die Euro war. Genau, das war damals noch dieser EQ, könnt ihr euch noch erinnern, ECQ, EQ, ich sag's, ich sag's, wie Giscard das denkt, EQ, kannst du EQ sagen, egal. Also Euro, das ist Euro-Einführung, das ist so der Vorläufer, das ist, das ist ja auch, auch unser Helmut Schmidt, ja, aber er hat in Europa nicht Halt gemacht, ich meine, Helmut Schmidt war auch, war auch ein großer Globalisierer, ja, Globalisierung, das hat, das ist so, das ist einer, wie Helmut Schmidt vorangetrieben hat, der zusammen mit seinem Kumpel Desdeng, zusammen haben, haben sie gegründet, die G7, Weltwirtschaftsgipfel. Das wurden die ganzen Leute mal demonstriert. Ja, wo wir den letzten Sommer noch drüber geredet haben, ganz genau. In Bayern. Ja, genau. Eine Woche vor der Bilderberg. Wer hat's erfunden? Helmut Schmidt. Ja, und das, das ist auch, kann man auch sagen, Dankeschön für, das hat uns auch viel gebracht als, als Volk, ja, dieses G7, Dankeschön, ja. Aber das ist auch noch nicht alles, ich meine, aber auch kalter Krieger in seine Zeit, also er galt ja, er galt ja in seiner Zeit auch unter Politikern so als, als, als geradezu als Nuklearstratege, ja. Einer, einer der, der, der ganz viel davon hell mit, mit Atomwaffen irgendwie die, die, die bösen Sowjets da in Schach zu halten. In seine Zeit ist dieser NATO-Doppelbeschluss gefallen und, wo man gesagt hat, jetzt eben lauter neue Pershing-Raketen in Deutschland stationieren. Ach so? Damals sind Millionen von Leuten auf die, in Friedensdemos auf die Straße gegangen, Ostermärsche 1980 vielleicht oder so, um diese Zeit, ja, das, das war riesig und, und, und Schmidt war derjenige, der, der diesen, diesen NATO-Doppelbeschluss nicht nur irgendwie Folge geleistet hat, weil er von Amerika Druck kommt, ja. Nein, der hat diese Dinge sogar vorangetrieben, ja, also der war, der wollte diese Atomwaffen unbedingt in Deutschland haben, so auch, auch, letztens ist es auch das eins von den Dingen, über die dann seine Karriere dann gestolpert ist, weil dann irgendwann in seiner eigenen Partei die Leute es nicht mehr wollten, so. Der hat es dann immer durchgepusht, ja. Der war ein kalter Krieger, der Schmidt. Ja, sagen wir mal, ähm, ich hab mal vorher mal einen Chat, äh, kurz mal reingeblickt, da, und jemand hat gesagt, der war mal doch Mitglieder von Bilderberg Group, ist das ja stimmt? Ja, 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 Bilderberg, das ist ja noch, haha, ja, klar, auf jeden Fall, der war Bilderberger. Wir müssen uns nur mal angucken, und selbst das, Leute, ihr braucht noch nicht mal, ihr braucht noch nicht mal tief recherchieren, ja, das kann man noch in Ruhe machen, so. Es reicht schon, wenn er einfach nur mal bei der Tante Vicky, äh, auf der deutschen Wikipedia Helmut Schmidt seinen Eintrag anschaut, dann stößt er auch, da gibt's einen eigenen Absatz, einen eigenen Unterpunkt, nur Freunde, Freunde von Helmut Schmidt, hier zieht er das rein, wäre ein wahnsinnig Kumpel. Valéry Giscard du Steng, haben wir schon erwähnt, aber das ist zum Beispiel einer seiner engsten Buddies, äh, war ein gewisser Eric Warburg. Warburg-Family. Na, die kennen wir doch. Ach, das sind doch Big Bankers, ne? Ja. Die Warburgs, von denen haben wir da schon öfter gesprochen. Das sind die Typen hier, hier, die bei der FED am Start sind, ja, damals schon Jekyll Island waren die Warburgs. Die Warburgs gehen zurück auf die deutschen Banker. Warburg, ja, ja. Wir haben's euch erzählt, bevor sie Warburg hießen, hießen sie Del Banco. Ja, Del Banco, genau. Das sind die venezianische Banker, die venezianische Banker. Und auch da war nicht der Anfang, ja, irgendwann früher hießen sie nochmal anders. Ja, aber diese Warburg Del Banco, das ist einer seiner engsten Kumpels gewesen, dieser Eric M. Warburg aus diesem Warburg-Clan, ja, der, der, by the way, auch dann diese Atlantikbrücke mit aufgebaut hat, ja. Atlantikbrücke, diesen, diesen, diesen Think Tank oder, naja, Think Tank ist ein Meer noch. Das ist so ein Netz, wo europäische Eliten im Sinne der Amerikaner erzogen werden und dann auch gefördert werden. Eliten in Politik, Eliten in Wirtschaft, Eliten in Medien und so weiter. Atlantikbrücke, ja. Und der, der war, der Schmidt war nicht nur Mitglied in der Atlantikbrücke. Der hat da an höchster Stelle mitgearbeitet. Den, der, dem, diese Eliten dort wie Warburg, das waren dem seine engsten Freunde, ja. Genauso hier Paul Volker, kennt ihr vielleicht auch noch, Paul Volker. Der war, der war Direktor vom American Council on Germany. Zieh dir das rein. Glaubst du, das war, das war gut jetzt für Deutschland, der, die Vorschläge des American Council for Germany. Das war so eine, so eine, so eine Untergruppe von dem Council on Foreign Relations. Gegründet von Rockefeller. Ja. Und ich meine, und da war der, das sind die, die, die Connections, die der, dieser Helmut Schmidt hatte. Das waren, das waren seine Best Buddies. Paul Volker, ja. Trilaterale Kommission war, der hat er vorher gestanden, dieser Volker. Der war US-Notenbank-Chef, ja. Ein weiterer enger Buddy von, von Helmut Schmidt ist, äh, John McCloy gewesen. Präsident von der Weltbank, auch mal Direktor vom Council on Foreign Relations, aber auch mal Vorstandsvorsitzender von Chase Manhattan Bank, Wall Street, also Atlantikbrücke, war da auch immer irgendwann Chef, ja. Und, äh, wenn ihr meint, das war schon genug, dann zieht euch den nächsten Namen noch rein hier. Äh, Henry Kissinger. Ach, nö. Ja, der, das war der Typ hier, wenn wir haben. Unser Onkel, der wir mal alle ins Gefängnis setzen wollen, wegen mal Kriegsverbrechen. Der Typ, der, der, der wirklich Kriege vom Zaun gebrochen hatte. Ich weiß noch, ob er in die Petrodollar in Schwung gebracht hat und sowas. Also, das heißt, der Samuel Schmidt in allen, all, der hat mal natürlich mit den Elitenfamilien zusammengearbeitet. Der hat eben, der hat mit denen nicht nur gearbeitet, der war eng befreundet mit dem. Wir reden von einer lebenslangen Freundschaft, äh, der Kissinger und der Schmidt, das war nicht nur, weil die halt dann in ihrer politischen Zeit auch miteinander zu tun hatten und mit dem einen kannst du vielleicht ein bisschen besser ist, mit dem anderen, nee, wir reden ja wirklich von Freundschaften, die lebenslängig gehen, äh. Und ich meine bitte solche Freunde hast, äh, also Kissinger, hallo. Ja, ich meine, da brauche mal jetzt hier, glaube ich, bei uns dann Hörer nicht viel sagen. Das ist, wo bei diesen, bei diesen Friedenaktivisten, da wo John McCain, wo die mal ihm, äh, Henry Kissinger, dieses, äh, Medaille verliehen haben für seine guten Tate in der Regierung, wo diese Aktivisten wurden mal von John McCain als, äh, Lowlife Scum genannt. Ja, das ist genau, ganz genau. Das ist, das sind die Buddies vom Helmut Schmidt. Und ich glaube, ich meine, ich müsste ziemlich unterstellen, ja. Aber ich glaube, im Grunde um dieselbe Einstellung hat er uns auch gegenüber gehabt. Ich meine, der war auch in Bohemian Grove, ja. Bohemian Grove, ja. Also das ist auch kein Scheiß, hat er selber in seinen Memoiren, äh, Helmut Schmidt, in einem von seinen Memoiren, ich weiß nicht, gibt's mehr Bücher, ich hab's auch, das Buch nicht gelesen, aber, aber das, äh, das ist dort drin, äh, hat er das ja selber erwähnt, wie er auch mal in, in, in Bohemian Grove war. Und Bohemian Grove kennt ihr auch. Naja, klar, da brauchen wir gar nicht großartig. Ich meine, da, da laufen wirklich so, 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 okulte, okulte Geschichten ab. Da war der dabei. Weißt du? Ja, Helmut Schmidt, ja, das ist ja, ein weiterer Kumpel war, 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 war Anwar Asadat. Ja. Anwar Asadat ist die ehemalige Ministerpräsident, Präsidentminister oder, 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 oder Diktator von Ägypten. Ja, du sagst das Gute. Der hat sich vielleicht Präsident genannt, aber im Grunde genommen war er ein Militärdiktator. Wie es heute auch ist in Ägypten. Ja, ich kann mich mal noch erinnern an diesen Typ. 70er Jahre. Hier reden wir nicht von Leuten, mit denen er eine Beziehung hat, hier reden wir von Freundschaften. So steht es auch extra in Wikipedia. Freundschaften, nicht jetzt Staatsbeziehungen. Also klar, dass du da mit allen möglichen auch Gangstertypen zu tun hast, wenn du jetzt mal Minister bist oder so. Nee, wir reden hier von Freundschaften. Und dann auch interessant, dann auch in seiner ganzen Zeit nach der Kanzlerschaft, wo er sich alles engagiert hat. Und jetzt zuletzt, das ist auch eine interessante Sache, zuletzt bei einer Veranstaltung, Gruppe, das nennt sich, oder Projekt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das nennt sich Weltethos. Weltethos. Und für mich sieht es aus wie so eine Art NWO-Ethik, Globalisierungsethik. Das ist gegründet worden von einem Schweizer Theologen, wir passen da, wir werden später noch, kommen wir auf die Schweizer. Haha, die Schweizer Theologe hat das gegründet, Hans Küng, hat seinen Sitz in Tübingen, in Deutschland. Und diese, dieser Weltethos, das ist, das versucht sozusagen, ein Weltethos wollen die definieren. und das ist auch sowas, wo halt dann alle Religionen irgendwie dann unter einen großen Hut gesteckt werden und dann, dass es da keine Differenzierung mehr gibt, alles so, so ein Einheitsbrei, so eine, so eine NWO-Ethik oder so, 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 so was. Hans Küng, der ist Theologe. Ich meine, selbst wenn du weiterguckst, weil es dann auch wieder eben Buddies sind, Hans Küng, der war schon, der war schon, der ist schon aufgefallen im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das war Anfang der 60er Jahre. Das Zweite Vatikanische Konzil und dort ging es darum, ich bin ja kein Katholik und ich bin auch kein Christen, deswegen kann ich da relativ locker über diese Dinge sprechen so. Aber das, dort wurde sozusagen die katholische Kirche modernisiert, reformatiert oder so ähnlich. Ja. der Moderne angepasst und für viele konservative Katholiken ist dort endgültig so der, die katholische Kirche vor die Hunde gegangen. Und manche, manche sprechen dann sogar, dass da seit diesem Vatikanischen Konzil so wirklich dann der Pakt mit dem Teufel auch eingegangen wurde. Weil man eben, weil man eben einfach so die, 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 die Seele, das sagen so die, manche Kritiker von dem, die, die, die Seele dieses, der katholischen Kirche geraubt hat. Die man sich einfach auch auf diesem Altar der Moderne dann so halt verbrannt hat. Und jetzt ist es ja halt auch nur noch Schablone so. Und der, ein Schritt weiter ist dann eben dieses Weltethos. Ja, da kann dann auch die katholische Kirche mitmachen, aber dann, dann hat die de facto nichts mehr zu sagen. Das sind diese ganzen Kirchen, egal ob dann Hindus oder, oder Muslims, das wird alles unter einen, unter einen Hut dann gepackt und dann können wir alle zusammen Kumbaya singen oder so. Und da keine Vielfalt mehr. Ja, da haben wir mal letzte Woche, da haben wir mal ein bisschen letzte Woche darüber gesprochen, wo diese Bild von der Papst, wo der der Hand geküsst hat. Der Papst hat der Hand geküsst. Von, von wem war das? Rockefeller, nein, Rothschild. Der fucking Rothschild-Clan. Und ich frage mich, was, der Papst beugt sich und küsst mal der Hand von dem fucking Rothschild? Was soll das denn? Nochmal alles mal andersrum, oder? Ja, aber nochmal anderesrum, mal ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Ich würde aber seinen Ring auch nicht küssen, seid ihr ganz ehrlich. Lass mal stecken. Da gehe ich lieber nicht. Ja, Helmut Schmidt, weißt du, was soll man sagen? Und ich meine, da könnte man jetzt immer noch weitergehen. Das ist jetzt nur, wirklich, ich habe da nicht viel Zeit investiert. Da guckt ihr nur mal auf Wikipedia. Wenn wir weiter recherchieren würden zu Helmut Schmidt, dann würden wir da noch bestimmt tiefer reinkommen. Aber allein schon die ganzen Verbindungen, die wir ja genannt haben, ey, da kann ich einfach, ich kann es nicht verstehen. Warum bei uns aufgeträgte Leute da sagen, ey, Helmut Schmidt, der war der letzte Politiker fürs Volk, der war ehrlich, das war so ein toller Staatsmann. what? Ey, what? Was ist denn mit euch los? Das haut mich mal jetzt persönlich weg, weil ich kann das mal jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Weil das, was wir gerade mal durchgegangen sind, und ich habe das selber in Wikipedia gesehen, ich frage mich mal, wo ist der Haken? Tja, wo ist der Haken? Die Leute brauchen einfach diese Vaterfiguren, das ist das Traurige. Ich finde es wirklich manchmal traurig, weil, um was es geht, also was wirklich auch so ein Kern ist von unserer Sendung, oder so, so ein Antrieb, den wir auch haben, ist ja, Leute, macht euch frei, vertraut ihr selbst, denk selber nach, fühl mal selber, du hast ein Herz, du hast da eine Seele drin, ein Spirit, du brauchst keine Autoritäten, die dir sagen, was richtig und was falsch ist. Wir brauchen diese großen Staatsmänner nicht, wir brauchen keine Gurus und all diese Geschichten. Ich meine, wenn wir freie Menschen sind, ich meine, brauchen wir das nicht. Aber scheinbar ist es so, dass viele in Deutschland, wahrscheinlich ist es überhaupt auf der Welt so, aber jetzt geht es halt hier um Helmut Schmidt und wie eben die deutsche Öffentlichkeit reagiert heute, deswegen, scheinbar ist es so, dass in Deutschland da ganz viele diese Projektionsfläche brauchen, weißt du, ah, der gute Vater, der irgendwie uns führt, so weißt du, aber ich meine, was ist das für ein Denken so, ja, von dem müssen wir uns freimachen, so, wir brauchen nicht diese Führer, das heißt nicht, dass man Leute respektiert und auch von Leuten was lernen kann, wenn einem einer was erklärt und vielleicht auch jemand sagt, hey komm, ich zeige euch jetzt mal den Weg, dann kannst du auch mitgehen, davon rede ich ja gar nicht. Aber dieses Projizieren auf einen Helmut Schmidt, wo du ganz schnell rausfinden kannst, dass der genau der gleiche Typ ist wie die anderen auch und dort wird was rein projiziert, ah, der war aber so väterlich, weißt du, der war so gut und der war so anders als die Politiker, die wir heute haben, aber hey, Alex, letzten Endes ist es nur das guter Bulle, schlechter Bulle, böser Bulle Spiel, das ist nichts anderes und der Schmidt ist halt der gute Bulle, dem kannst du vertrauen und so, der war halt noch echt, aber ich meine, du brauchst wirklich nur bei Wikipedia gucken und dann siehst du da dieselben Geschichten aufkommen wie bei allen anderen auch, vielleicht sogar noch schlimmer, weil der eben tatsächlich sogar noch, nicht nur bei diesen Dingen wie Atlantikbrücke mitgemacht hat, sondern dort, also in höherer Position war, das war ein mächtiger Mann, dieser Schmidt, der hat mächtige Freunde gehabt, wirklich Freunde, auch nicht nur ein bisschen Freunde. Well, you know something, das ist interessant, weil wir haben schon mehr oder mal darüber gesprochen, dass alle diese Leute unter anderem so wie Nixon und alle Leute, die Präsident geworden sind, alle, die dort in Bohemian Grove aufgetaucht sind oder in Bilderberg Group dort zu erscheinen gekommen sind, sind irgendwie alle in mächtige Positionen gekommen, oder? Ja, die sind in mächtige Positionen gekommen, beziehungsweise waren eben schon vormächtig, das sind halt Kreise, so Elitenkreise, und ich meine, der Schmidt selber kommt jetzt nicht aus so einer elitären Familie, also der ist auch einfach ganz bürgerlich geboren, hat das junge Mann noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft, und du kommst sozusagen, hat er schon eine wahnsinns Karriere gemacht, aber in diese allerhöchsten Bloodlines rein kommst du natürlich nicht, aber du kommst eben auf so ein Level in der Pyramide schon ziemlich weit oben, wenn du so dort enge Beziehungen hast, diesen Geschichten Bohemian Grove, trilaterale Kommission, Bilderberg, also dort schon an hoher Stelle, also ich würde mal sagen, von den Nicht-Bloodliners ist der schon ganz schön weit hochgekommen, der Schmidt, und davor kann man natürlich dann Respekt haben oder sowas, das war bestimmt kein Volkforsten so, klar, aber wir sollten uns da nicht täuschen lassen, das ist ja kein, keiner, der dem Volk oder dem Menschen oder dem Leben hier auf der Erde gedient hätte, das ist für mich ziemlich heftig, das ist wirklich traurig, dass wir immer diese Führerfiguren brauchen, das war echt, you know, this is interessant, kill your idols kann ich da nur sagen, ja, aber you know something, this is interessant, dass du das sagst, weil wir haben für mehrere Shows, ich glaube, das ist drei, vier Stück hier gewesen, wo wir deine Kinder beziehungsweise deinen Söhnemann mit seinen Schulkinder, mit seinen Klassenkameraden, die sind an ihrer freien Tagsstadt wandern gegangen ins Kino und die haben diese Film Minions angeguckt und ich habe diese Film gestern angeguckt und hast du das denn angeguckt? Ja, ich habe die angeguckt, ich habe die geliehen und ich musste das mal einfach mal anschauen und natürlich durch die Aktionen von diesen Minions teilweise, ich musste mich mal richtig lachen, weil ich fand das lustig, aber wenn du mal zwischen die Seilen liest, ey, das ist eine Film, die gar nichts für Kinder ist, ne? Ja, das programmiert Kinder auf negative Weise. Ja, das ist definitiv eine Brainwashing, vor allem die Name, die das Film produziert hat, die Illumination Enterprise. Ja, ja, super genau. Illumination Enterprise. Illumination Enterprise proudly presents for your flow life's government. Und das Witzige dabei ist, dass der Film, wenn das anfängt, die sagen, Minions gab das immer, eine Volk, die einfach auf der Suche war nach der richtigen Führer. Und witzigerweise ist das, allein dieser Satz sagt alles. Allein dieser Satz sagt alles. ist, ne? Und das ist, die Tatsache ist, ist, dass man spricht über einfach wir Menschen, dass wir mal scharfer geworden sind und wir auf der Suche sind nach derjenige, der mal uns den Weg zeigt. Ja, und der Führer muss aber eben sein, ein böser Führer sein, sein, ein dunkler Hirte, der eben nicht die Menschen führt, zu den Leuten zu berauben. Das ist alles okay, das ist gut. Und so wird das dargestellt in die Firma. Die totale Umkehrung so, ja? Ja. Ja, genau. Ich meine, wir haben irgendwann nochmal in der Sendung, das war im Sommer, da haben wir da mal intensiver diesen Film mal vorgestellt und könnt ihr vielleicht mal im Archiv noch kramen, ob ihr das noch findet irgendwo. Ich weiß, das ist aus dem Kopf heraus nicht mehr. Aber hier, wo ich gesagt habe, jetzt vorhin Kill Your Idols, muss ich vielleicht nur dazu sagen heute, das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Also jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern das ist wie, ja wie es auch Teil beim Rock'n'Roll ist, Kill Your Idols im Sinne von, im Kopf, mach dich frei davon. Ich meine, mach dein eigenes Zeug. Und diese Projektion im Kopf, da das Idol, das ist gut und das ist mein Vorbild, das musst du irgendwann mal wegnehmen. Als Kind, ich habe ja selber Kinder und klar, Kinder brauchen diese Führung und ich nehme die Verantwortung voll an. Ich bin Vater und ich führe dann auch meine Kinder. Und ich mache dann auch nicht immer das, was die vielleicht gerade in dem Augenblick wollen. Das ist einfach Vater oder überhaupt Familie als Eltern. Das ist klar. Aber wenn die erwachsen werden, dann würde es mich freuen, wenn sie soweit wären, dass sie dann eben ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist genau, was du dann als Teenager auch irgendwann machen musst, eben rebellieren. Das ist auch eben, was so eine Energie ist vom Rock'n'Roll. Und das ist, was ich meine mit Kill Your Idols. Also ab einem gewissen Punkt musst du dann dich da loslösen und dann einfach mal deinen eigenen Weg gehen. Weil jeder Mensch hat einen Kopf zum Denken und jeder Mensch hat, was noch viel wichtiger ist, ein Herz. Das ist ein beseeltes Wesen. Und folg deinem Herzen, dann machst du schon das Richtige. Und dann brauchst du keinen Guru mehr und dann brauchst du keinen Führer mehr und dann brauchst du keinen Richter oder Lehrer oder Professor oder Experte oder was auch immer. Überall hast du diese autoritären Pyramidenstrukturen und die brauchst du dann nicht mehr. Während bei der Familie, das unterscheidet uns jetzt vielleicht, also ich bin jetzt kein anti-autoritärer Erzieher, bei der Familie ist es ganz anders. Da ist es ganz klar, die Kinder musst du so eine führende Hand geben. Aber als erwachsener Mensch, gut, da könnte man je drüber streiten, vielleicht gibt es viele erwachsene Menschen, die das halt auch brauchen, so einen Führer oder so. Mag sein, vielleicht gilt es auch nicht für jedermann, das wäre jetzt noch eine ganz grundsätzliche Diskussion, über die wir hier sprechen könnten. Wir sind ja von Dostoyevskin schon mal angesprochen. Aber aus meiner Sicht, Leute, die jetzt auch hier zuhören, von was wir reden, für uns geht es darum, doch freie, aufrechte Menschen zu sein. Ja, so wie mein Kollege oder ein Freund von mir, dieses schwedische Gitarrist Matthias Ecklund, sehr, sehr, sehr bekannt unter die Guitarreros, so wie er mal gesagt hat, allein mal an die Musik ranzugehen, ist, dass jeder muss seine eigene Schnurrbart für sich wachsen lassen, deine eigene Design. Ja, ja. Man muss mal sagen, go your own way. Es ist alles Rockenroll, das ist genau dieses Ding. Das ist so die Idee, wo man sagt, oder wo viele Rockerl sagen, und wir sind ja Musiksender auch, Rock'n'Roll macht dich frei, es sprengt halt Ketten, so dieses, ey, du musst es jetzt nicht mehr so machen, wie die Vorbilder, oder gerade weil es auch eben eine Teenager-Musik war anfangs eben, wie auch dieses Aufbegehren gegen den Lifestyle von den Eltern, komm, wir machen es mal anders so. Ja, das ist, und die Punker haben es halt dann noch mehr auf den Punkt gebracht, Punkrock damals, und dann eben kill your idols, in diesem Sinne meine ich das. Und by the way, das ist nicht sehr viel anders, als was auch große Lehrer, also wirklich Lehrer, die für die Menschen da sind, auch schon immer gesagt haben, so auch in Indien oder sowas, ich meine, irgendwann musst du dich verabschieden von diesen ganzen Gugu-Gedanken, und du wirst eben diese Idols also auch mal dann loswerden, so Osho hat sehr oft in dieser Richtung zum Beispiel auch gesprochen, kill your idols, also auch das Idol-Worship, irgendwann brauchst du da auch nicht mehr irgendwas anbeten, oder irgendwelche, wir brauchen auch gar kein Tempel mehr, einen Priester und all diese Dinge, sondern wirklich, alles was wichtig ist, ist in dir selbst. Be your own idol. Glaub an dich selbst, vertrau dir selbst, und fühl dich selbst und dadurch merkst du ja dann, dass du dann schon in Verbindung kommst mit allen anderen und dann kommt man in, ja, dann harmoniert man, dann schwingt man mit den anderen zusammen, das ist um was es geht, und nicht, dass man irgendjemandem hinterher rennt, der sagt, hier müssen wir jetzt alle lang gehen, und dann im Hintergrund, siehst du dann bei Helmut Schmidt, ich meine, wem dient der denn, Atlantikbrücke, venezianischen Bankern, Warburg, also hallo, wenn der uns dann sagt, ja Leute, wir gehen jetzt hier lang, wir machen jetzt hier Globalisierung, Europa, der hat da alles die Grundlagen gelegt, dann verstehe ich einfach nicht, wieso heute viele aufgeklärte Leute auch so auf Facebook da dem Schmidt hinterher trauern. Also wenn du, persönlich kennst du noch was anderes, aber wenn es dein Opa war oder so, aber ich kann das einfach kaum verstehen. Sehr interessant, auf jeden Fall, ich bin, jetzt muss ich mal Chatschauen, ob alle schimpfen. Nee, 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 also viele Leute haben auch mal das zum großen Teil zugestimmt, die haben gesagt, hey, der war Bilderberger und der war mal bei Bohemian Grove gewesen und, 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 und es scheint, dass die Leute tatsächlich auch wissen, was teilweise seine Hintergrund waren. Na, ich dachte, da gibt es mal immer so diese Ausgleich, you know what I mean? Jeder Politiker hat irgendwelche Scheiße am Backen und andererseits hat er auch mal was Gutes getan und ich dachte, dass da mal eventuell ein Ausgleich ist und es scheint in diesem Moment, dass er eher mehr für das Globalisierung was getan hat mit weniger Hintergedanken und was hier in Deutschland passiert, als das, diese Globalisierung hervoranzutreiben. Ja, der hat anderen Herren gedient, ja. Und das hat er gut gemacht, deswegen ist er auch so unglaublich hoch gestiegen, weil seine Plattlein hat das nicht zu verdanken. Zumindest weiß ich das nicht mehr, ich mag es einerseits, das mag er auch sein, so tief habe ich es noch nicht recherchiert. Aber hey, wo wir schon dabei sind, da können wir vielleicht das gleich auch reinbringen, was ich eh heute auch mal noch erwähnen wollte. Weil wir schon dabei sind, so diese Autoritäten oder Figuren, auf die wir da irgendwas rein projizieren, weil das auch wirklich Teil ist unserer Sendung, diese Mythen immer wegzunehmen, sogar und uns selber zu stärken. Deswegen, mir ist die Woche auch, habe ich auch was gesehen, auch via Facebook, von Eckart Tolle. Kennt ihr Eckart Tolle? Nee, nee. Eckart Tolle ist ein Guru, ein spiritueller Lehrer. Okay. Und der ist geboren in Deutschland, ursprünglich hieß er eigentlich Ulrich, Ulrich Tolle, aber dann hat er sich wahrscheinlich auf Meister Eckart, so ein mittelalterlicher Mystiker aus Deutschland, hat sich wahrscheinlich auf dem berufen und nennt sich dann jetzt Eckart Tolle. Und er ist geboren in Deutschland, aber schon als Kind nach, mit seiner Familie nach Kanada ausgewandert und ist jetzt Kanadier und er lehrt auch in Englisch und so. Und ja, Eckart Tolle hat sich jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen, aber ziemlich zeitnah, in einer von seinen Lectures, die er so gibt, der ist groß, der hat viele Anhänger, der schreibt Bücher, das ist ein Bestseller, das ist ein reicher Mann auch, der hat bestimmt Millionen von Anhängern weltweit, Eckart Tolle, auch in Deutschland sehr bekannt, viele Follower, also viele, viele Freude. Und auch, wer jetzt von euch Eckart Tolle Fan ist, auch nicht persönlich nehmen, weil ich sehe das jetzt auch ein bisschen kritisch, ich web den jetzt hier rein, so im Moment. Eckart Tolle, also der hat sich eben jetzt vor kurzem Zeit nahe zu dem Thema Refugee Crisis, wie er es nennt, also die große Krise, die jetzt in Europa ist, was in aller Munde ist. Dazu hat er sich geäußert und ich habe zuerst, und auf Facebook hat das jemand so verlinkt, ich habe mich zuerst gefreut, und habe mir gedacht, hey cool, weißt du, das ist auch einer von den Gurus mal was zu dem Thema sagt, was halt was Weltliches, was alle hier beschäftigt und so, finde ich gut, ja wow, höre ich mir das so an, und also ich muss sagen, dass ich, er hat mich sehr enttäuscht, er hat mich sehr, sehr enttäuscht, was er gesagt hat, ich muss sogar sagen, es hat mich, und vielleicht kommt es auch hier rüber, weil ich spreche ehrlich zu euch, es hat mich in gewisser Hinsicht sogar erzürnt. Okay. Hast du ein paar Zitaten von ihm? Ja, Zitate ist schwierig, das Filmchen ging zwar nur eine Viertelstunde, aber es ist auch, aber gut, es ist persönlich so, also ich finde es halt auch unglaublich langweilig, dem zuzuhören, ich muss mir das echt dreimal anhören, damit ich das dann wirklich irgendwie, was hat er gesagt, weil der redet so langsam, es ist so ein Google Talk, naja, aber was er so sagt ist, wir müssen dem begegnen, und das benutzt er die ganze Zeit, Tolerance and Compassion, die ganze Zeit, Tolerance and Compassion, das ist das Einzige, was wir dem jetzt bringen können, und da geht es schon los, was mich einfach nervt, weil das sind schon diese Worte, wir haben es ja hier schon gehabt, und die meisten von euch werden es auch wissen, was Tolerance eigentlich heißt, das ist ein lateinisches Wort, Tolerare, und das ist kein angenehmes Wort, das heißt was ertragen, das heißt was notdürftig, noch irgendwie gerade hinnehmen, es ist kein gutes Wort, und das nächste Wort Compassion, ist auch so ein Ding, da habe ich mich schon in meiner Zeit, als ich in Indien war, ist mir das schon klar geworden, weil das eben so der typische Guru Talk ist, so Compassion, das ist auch, was heißt denn eigentlich Compassion, Alex, englisches Wort? Compassion ist Mitgefühl zu haben, oder Mitleid, oder tiefsinnig mal irgendwas mal zu mitnehmen. Das ist ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Alex, das ist im Englischen, die englische Sprache, hat ja viele von ihren, das ist rein sprachlich gesehen, von diesen alten germanischen Wurzeln, sag ich jetzt mal, aber viele von diesen alten Wurzeln abgeschnitten, deswegen hast du im Englischen, viel, viel mehr lateinische Worte, also lateinisch basierende Worte, als im Deutschen, und im Englischen gibt es eben das Wort Compassion, und Compassion heißt Mitleid, Passion ist das Leid, da gibt es ja alles Passion, bei den Christen ist es immer Passion, Leiden, das ist, um was es geht, und Compassion ist dann Mitleid, Mitleiden, und Mitleid ist auch kein gutes Wort, Mitleid ist auch nichts Gutes, Mitleid ist, wenn ich jetzt sage, hey, Selbstmitleid, versinkt man nicht in Selbstmitleid, dann weiß jeder, was gemeint ist, das ist kein so gutes Wort, Mitleid ist nichts, was man braucht auf dieser Welt, das ist, Mitleid ist was Leid verstärkt, wenn einer Mitleid hat, dann wird noch mehr Leid, das ist Doppelkleid, das ist nichts, wenn man sagt, ich leide mit dir, das ist keine Heilung, das verstärkt das Leid noch, was es braucht, und von was glaube ich auch dann die Inder wahrscheinlich in Sanskrit reden, und was in unserer deutschen Sprache eben auch möglich ist, ist eben nicht Mitleid, sondern Mitgefühl, Mitgefühl ist was ganz anderes, Mitgefühl ist eben, da ist immer wieder bei dem, was man vorhin hat, wenn du offen bist, wenn du mit deinem eigenen Herzen in Kontakt bist, fühlst du auch die anderen lebendigen Wesen, du fühlst die, du kannst fühlen, ob jemand gerade in Euphorie ist, du kannst fühlen, ob jemand in Schmerz hat oder in Trauer ist, dann kannst du auch dann dementsprechend dich auch einfühlen und auch helfen und heilen und solche Dinge, Mitgefühl ist ein starkes Wort, Mitleid ist ein negatives Wort, Mitleid ist nicht, was wir brauchen heute, wir brauchen keine Toleranz und auch kein Mitleid, das sind die falschen Dinge so, und dann, davon redet er aber die ganze Zeit und dann von Integration natürlich, und was für mich einfach so auffällt, ist, der ist so ein erfolgreicher Guru, und bestimmt wird er auch, dass er seine Stärken haben, in seinen spirituellen Wirken oder so, mag er sein, aber offensichtlich hat der Mann überhaupt keine Ahnung von diesen weltlichen Dingen, er kennt nicht die wirkliche Bedeutung von Worten wie Toleranz und Compassion, das weiß er einfach nicht, er weiß nicht, was Integration ist, er redet dann auch so, er hat dann auch so ein komisches Geschichtsbild, was er dann auch so anführt, er sagt dann so, er sagt dann so irgendwie, Syrien, Irak und Afghanistan, das sind ja auch ältere Kulturen als Europa, und da denke ich mir auch, also das ist auch so ein Weltbild, Geschichtsbild, das ist doch völlig überkommen, ich meine, also wir wissen, im Syrien, im Irak gibt es alte Kulturen, sprechen wir auch drüber, Babylon, das ist hochspannend natürlich, da sprechen wir immer wieder drüber, aber ist das wirklich wahr, sind das ältere Kulturen als Europa, ich meine, denk mal an beispielsweise Himmelsscheibe von Nebra, das ist die älteste Darstellung des Himmels auf der ganzen Welt, denken wir an die großen Steinkreise in England, und hier halt in Mitteleuropa, hat man die nicht aus Stein gebaut, sondern aus Holz, haben wir euch mal berichtet, in Dresden wurde so ein riesen Ding gefunden, das sind alles Kalender, die haben kosmische Ausrichtungen, das sind über Generationen, haben die Leute damals den Himmel beobachtet, das alte druidische Wissen und so weiter, das ist ein völlig antiquiertes Weltbild zu glauben, dass früher hier die Leute mit Fell und Keule durch den Wald gerannt sind, dass irgendwelche Primitiven, während dann da schon die Hochkulturen waren, das stimmt so einfach nicht. Da merkt man auch, der Mann ist überhaupt nicht up to date, also das ist irgendwie Schulwissen, was er früher in der Schule gelernt hat, was da zum Vorschein kommt, das ist einfach peinlich. Genauso geht es dann weiter, dann redet er über das Mittelalter und sagt, ja im Mittelalter war der Islam weiterentwickelt als das christliche Europa und ich meine in der Tat, im Mittelalter hatte der Islam eine Blütezeit. Naja natürlich, Mathematik, Mathematik, auch Architektur, kann man da anschauen, großartig, ich liebe auch so orientalische Architektur, Wissenschaften auch, Poesie, feine Künste, die ganzen Gedichte hier von den, von den Sufis auch, Sufitum, Mystik, eine Zeit, wo das alles auch erlaubt war und wo das relativ locker war, auch in der, in der arabischen, islamischen Welt, dass es auch viele verschiedene Strömungen gab. Und ja, das war im Mittelalter, das in der Tat, aber kann man sagen, das war weiterentwickelt, irgendwie, ich meine in Europa im Mittelalter, da gab es auch großartige Zeiten, aber eben auch da. Leonardo da Vinci. Ja, das ist aber nicht mehr im Mittelalter, sondern später, aber wir reden zum Beispiel von den großen Kathedralen, ja, heute später. Von der Architektur hier. wir sprechen nachher noch von den, von den Tempelrittern und so weiter und was da zum Vorschein kommt, ist halt auch einfach ein, ein Geschichtsbild, was total antiquiert ist, der weiß nicht mehr, als was er in der Schule gelernt hat. Das ist einfach nur peinlich. Und dann vergleicht er das Ganze auch noch, er sagt so, was jetzt da passiert, ist eine Art schicksalshafte Herausforderung für Europa. Also die irgendwie, wie von Gott geschickt kommt oder vom großen Geist, an der wir lernen können. Und er sagt, die letzte große Herausforderung für Europa war dann schon Griechenland und so. Und dann denke ich mir, hä, Griechenland und das, was jetzt passiert. Ich meine, das sind so unterschiedliche Sachen so. Und dann geht das sogar noch so weiter, dass er sagt, es gibt da manche Länder und Gegenden in Europa, die haben noch das gleiche Mindset wie das, wie Mittelalter. Er sagt nicht genau, wen er meint. Ich schätze mal jetzt wahrscheinlich Osteuropa, die halt dann total Nein sagen zu Flüchtlingen, die sagen, wir nehmen niemanden auf. Den wirft er vor, die wären doch wie Mittelalter. Während wir Deutsche da schon ganz hoch in der Gunst sind von Eckart Tolle, also wir, wir zeigen, weil wir so viel Tolerance und Compassion haben, zeigen wir schon ein erhöhtes Bewusstsein. Und der sagt dann echt so, wer halt nicht Tolerance und Compassion zeigt, hat eben ein niedriges Bewusstsein. Oh echt? Hat er mittlerweile, hat er mittlerweile, Bullshit. Ja, aber hat er mittlerweile mal die Nachrichten von heute gehört, was mal in Deutschland und Österreich abgeht? Das ist das Ding. Ja, das ist fucking geil. Warum klärt er nicht, ich meine, weißt du, warum klärt er nicht auf, über was passiert? Ich meine, das ist wieder das gleiche Bild. Weißt du, wir haben ja den großen Guru und so und ich meine, wenn er wirklich den Anspruch hat, wenn er wirklich den Anspruch hat zu sagen, ich bin als Guru, als Lehrer da, um das Bewusstsein der Menschen zu heben, um dazu helfen, dass es steigt, also zur Heilung beizutragen, für den Menschen, dann soll er doch mal aufklärend wirken. Da muss man doch auch auf die Kräfte zeigen, die im Moment destruktiv am Wirken sind. Weißt du, das ist ungefähr so, wenn du, wenn dann, wenn es ein Kind gibt, was die ganze Zeit in Kreisen ist, vielleicht in irgendeiner kaputten Familie, wenn ein Kind die ganze Zeit misshandelt und missbraucht wird, dann brauchst du nicht zu dem Kind gehen und dem irgendwas über Ethik beibringen. Da musst du als allererstes dafür sorgen, dass die Zustände sich ändern und dass das Kind am nächsten Tag nicht wieder irgendwie missbraucht wird. Das ist, um was es geht. Und das wäre die Aufgabe von wirklichen Lehrern heute, darauf hinzuweisen. Und diese Sonntagspredigten von Tolerance und Compassion, da hätte er lieber geschwiegen. Für den trifft wirklich dieser Spruch zu, hier aus dem Lateinischen, Vorsicht, jetzt haue ich ein lateinisches Zitat raus. Ich bin gespannt, ob ich das versauere. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Si takuisis philosophus mansissis. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Äußer dich lieber nicht zu dem Thema. Wenn der so ignorant ist und so wenig Ahnung hat über die weltlichen Dinge, keine Ahnung hat über die Kräfte, die geradezu die Entwicklung vom Bewusstsein deckeln, permanent drauf haben den Daumen, damit sich die Menschen nicht entwickeln, sondern die Menschen sogar noch niedriger drücken in diesen Minion-Film, in diesen Low-Life-Scum-Film. Da muss man hin. Wenn es dir wirklich wichtig ist, um das Bewusstsein der Menschen, dann weist doch mal da drauf hin. Und nicht dann hier Tolerance und Compassion. Da kann er sich auch gleich einreihen in den, wie hieß es vorher, diesen Weltethos da von diesem Schweizer Theologen. Das ist dann eine schöne... Wo unser Herr Schmidt mal als hoher Politiker gesessen hat und Aktivist. Aber interessant, Frank, ich habe mal, gerade wenn du darüber sprichst, ich habe mal jetzt heute in verschiedenen Nachrichten gesehen und ich korrigiere mich mal fast, dass ich das falsch verstanden habe. Hast du das mal mitgekriegt, dass jetzt irgendwie die Leute, die hier als Flüchtlinge auftauchen, dass die dürfen ihre Familien nicht mehr Ruhe bringen und jetzt gibt es mal eine ganze große Menge von Leuten, die versuchen mal nach Griechenland wieder zurückzukommen, sodass die nicht ausgewiesen werden würden oder sowas. Und die versuchen alle mal jetzt auf diese Insel Kors wieder zurückzugehen und sowas. Das ist immer bizarrer. Ja, das ging darum, dass ich habe mal irgendwie auch was gesehen, dass Deutschland reicht die Hände zu Österreich jetzt und dass die gemeinsam dieses Problem irgendwie angehen wollen und so weiter. Und jetzt, der wird mal Abschiebungen von Leuten, die keine Familien hier sind und ihre Familien zurückgelassen haben in Syrien und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie so eine Strömung von Menschen, die mittlerweile jetzt selber mal zurück abgehauen sind oder sowas. Hast du das mal mitgekriegt? Das ist heute mal so viele verschiedene Dinge. Nee, nicht so wirklich. Also was ich so in der letzten Zeit mitbekommen habe, ist, dass es ja um die Frage geht, Familie Nachzug. Also dass Leute aus Syrien, die jetzt schon hier sind, da geht es um die Frage, dürfen die ihre Familien hinterher holen, die ja in Syrien da noch irgendwo sind oder irgendwo zwischen Syrien und Mitteleuropa. Ja, siehst du? Und das, was ich gehört habe, ist, dass wir jetzt heute übergeflogen, dass die haben jetzt irgendwie ein Gesetz herausgebracht, dass das jetzt nicht geht. Und deswegen, viele von denen hauen jetzt zurück nach Griechenland, soll es die nicht ausgewiesen werden oder sowas? So ist es nicht, Alex. Also im Gegenteil. Also die Kanzlerin hat ja ganz deutlich jetzt gesagt, die syrische Flüchtlinge dürfen ihre Familie nachholen. Das hat sie ganz klar gesagt. Und da hat er dann ihr Parteisoldat, dieser Altmaier, dieser Altmaier, der ist dann auch gleich nach vorne geprescht und hat gesagt, die Diskussion darum ist beendet. Und so, das ist jetzt der Stand. Und es gibt natürlich so Kreise, diese Parteien, CDU und so, ich meine, da kracht es natürlich intern. Leute, wahrscheinlich repräsentiert es dann dieser De Maizière, der kritisiert es, der möchte da, weil er ist Innenminister, der sieht halt dann vielleicht noch direkter die Probleme, die daraus entstehen. Was heißt es denn überhaupt, wenn die Merkel sagt, die Syrer dürfen ihre Familienmitglieder nachholen? Da reden wir im, ich meine, wir reden von arabischen Familien. Das sind große Familien. Das ist auch einfach mal ganz normal. Ich war öfter in der arabischen Welt. Das sind halt andere Länder. Die haben nicht Vater, Mutter, Kind. Das sind Clans. Das ist in arabischen Ländern und so in vielen Ländern auf der Welt so. Wo einfach Clan-Strukturen noch viel größer sind. Das heißt, die Familien sind groß. Das ist anders als in Deutschland. Die haben eine andere Geburtenrate auch. Und Familie hört da nicht auf bei den Kindern. Da geht es auch um Oma und Opa und Onkel und Tante. Und ich meine, es sind immer mal konservativ. Sag mal, auf jeden Flüchtling, wenn er seine Familie herholt, kommen da nochmal fünf, sechs Leute. Und jetzt ist es ja so, es gilt nur für die Syrer. Es gilt also jetzt nicht für aranische Flüchtlinge oder sonst wo. Es gilt nur für die Syrer. Aber jetzt ist es ja so, Alex, du hast es ja auch erzählt, dass immer mehr so Storys auch hochkommen, wie syrische Pässe in Massen und das Volk gebracht werden. Das ist vielleicht fast schon so ähnlich wie früher so als Traveller, als alter Reisender, da konntest du dir eigentlich in den meisten Städten der Welt konntest du dir einen Studentenausweis einfach auf der Straße kaufen. Habe ich in Kairo, habe ich mir einen gekauft oder in Bangkok oder in Delhi, das ist völlig egal. Egal ob du Student bist oder nicht, egal wie alt du bist. Du kaufst dir so einen Studentenausweis, den kriegst du offen auf den Markt und mit dem Studentenausweis kannst du dann halt bei den Zehenswürdigkeiten, da zahlst du dann nur die Hälfte oder sowas, wenn du eine Pyramie anguckst. Das lohnt sich. Das Zeug ist zum Teil ganz schön teuer auf der Welt. Und so hat man den Eindruck, dass syrische Pässe jetzt halt verhökert werden. Weil die Immigranten natürlich wissen, mit einem syrischen Pass bekommst du definitiv Aufenthaltsrecht in Deutschland und sogar noch das Recht auf Familienzuzug. Das heißt, im Moment wissen wir gar nicht, wie viele Syrer eigentlich eigentlich hier sind oder welche, die mit syrischen Pass hier sind. Wie viele sind echte Syrer im Land? Wissen wir nicht. Wie viele sind zusätzlich noch, die als Syrer gelten, weil sie einen Pass haben, obwohl sie gar keine Syrer sind. Es gibt Syrer, die sprechen ein paar Stunden. Das ist die Sprache aus Pakistan. Es gibt Syrer, die sprechen nur ein paar Stunden. Ja, ja, was ist das? Elfter, Elfter, Karnevalszeit. Der große Narrentanz auf dem Narrenschiff. Genau, I guess so. Und okay, ich meine jetzt, rechne mal hoch, lass es 500.000 sein, 600.000. Ich meine, dann müsstest du das dann konservativ gesehen, multipliziere das mal nur mal mit 5 oder so. Dann kommst du da auf Zahlen und das geht alles zeitnah. Also der Zug von den Familien, der soll zeitnah erfolgen. Da werden die Probleme, vor der wir stehen, so infrastrukturell, die werden noch viel größer. Das ist ja jetzt schon so. Die Leute haben gar keine richtigen Unterkünfte. Der Winter steht vor der Tür. Jetzt hol noch mal zwei, drei Millionen noch dazu. Ja, oder lass es anderthalb. Diese Zahlen sind sowieso alle schwierig. Aber ihr versteht die Logik dahinter. Ja, ja, klar. Ja, da sind wir doch noch weniger darauf vorbereitet. Da müssten wir jetzt so eine Großstadt wie Berlin aus dem Boden stampfen. Und ich meine, wie soll das gehen? Wie realistisch ist das denn? Und ey, das Krasse eigentlich daran ist doch, egal wie man jetzt dazu steht, also ob du jetzt sagst, okay, aber aus humanistischen Gründen müssen wir es doch machen. Ich meine, lass die Flüchtlinge ihre Familien zusammenbringen. Also wenn du das so siehst oder ob du da dagegen bist. Was doch das Schockierende daran ist, Alex, wie werden denn da die Entscheidungen eigentlich getroffen? Ja, das ist die Frage. Da gibt es keine Frage. Keiner fragt mich, keiner fragt mich, keiner fragt dich, keiner fragt jemand anderes. Das wird einfach gemacht. Und wir reden ja hier von weitreichenden Entscheidungen. Also wie gesagt, egal wie du dazu stehst, Fakt ist doch, dass diese Frage, Zuzug von Familienmitgliedern, von syrischen Kriegsflüchtlingen, eine weitreichende Frage ist. Und es ist einfach für mich ja nichts Neues, aber trotzdem immer wieder doch erschreckend, dass Leute immer noch glauben, wir hätten sowas wie Demokratie in Deutschland. Wir haben doch noch nicht mal, guck doch mal an, wie das dort läuft. Die Merkel bestimmt das. Und ihr Parteisoldat Altmaier bügelt alles nieder, der Minister für besondere Aufgaben. Und selbst in der Regierung wird nicht wirklich drüber diskutiert. Die Regierung diskutiert auch und die Merkel entscheidet das. Und dann noch eine Instanz drunter, das Parlament, die diskutieren da gar nicht mehr drüber. Solche weitreichenden Entscheidungen werden in Deutschland nicht im Parlament diskutiert. Sodass man erst mal sagt, lass uns mal wirklich mal, nehmen wir uns doch die Zeit, wenigstens eine Woche lang oder sowas, mal in Ruhe zu erwägen, so was sind die Pro- und Kontra-Argumente und dann mal drüber sich austauschen und das alles mal angucken. Das passiert nicht mehr. Wir haben überhaupt keine gelebte Demokratie mehr. Und ganz unten, das Volk, also uns fragt überhaupt keiner mehr. Das Parlament wird da nicht gefragt. Es wird noch nicht mal die Regierung gefragt. Es kommt von oben und dann von oben nach unten werden einfach Befehle weitergegeben so und die werden umgesetzt. Weißt du, wie man das nennt, Alex? Ich nenne das Führerprinzip. Ja, Diktatorship. Genau, es ist Führerprinzip. So hat auch ein Hitler oder im Faschismus wird es so regiert. Und da sagt man ja, die Faschisten sagen ja, Führerprinzip, feine Sache, weil das ist effektiv. Wenn du den richtigen Mann an der Spitze hast, eben so ein Duce, ein Führer, auch wieder dasselbe Ding wie da irgendein Übermensch. Weißt du, das ist genau das Gleiche, was wir vorher über den Schmidt gesprochen haben. Die Leute wollen da sowas haben, so Faschisten, die wollen da so einen Oberführer haben. Und wenn der dann gut ist oder vielleicht von Gott geleitet, kannst du sagen, so wie früher die Könige, Gottes Gnaden. Wenn der von Gott geleitet ist oder von der Vorsehung, wie es beim Hitler war oder so, ja, der entscheidet dann und dann geht es von oben nach unten einfach runter. Und Widerspruch gibt es nicht. Es gibt keine Diskussion darüber. Das ist was, was wir jetzt sehen. Ja, aber das sehen wir nicht nur bei dieser Krise, das sieht man auch mal bei TTIP und CETA. Ja, genau. Das ist auch große Dinge. Gibt es keine Diskussion. Es gibt ja auch nichts, da ist es auch so, es gibt ja nichts zu diskutieren. Es gibt auch keine Grundlage der Diskussion, weil wir ja keine Daten haben. Weil die dürfen ja auch hochrangige Parlamentarier ja nicht einsehen. Das ist eine Geheimverhandlung. Das gibt es auch zu diskutieren, weil du nicht weißt, was da verhandelt wird. So läuft es ab. Das ist Führerprinzip. Also ich finde das hart. Ich rede hier in der Sendung eigentlich nicht so viel über Tagespolitik. Aber da muss ich echt sagen, das ist mir in den letzten Tagen aufgefallen. Und wenn man anschaut, also diese Merkel, die, ich glaube, man kann es echt so aussprechen. Also die zerstört die Rechtsstaatlichkeit. Ganz bewusst. Es sind auch permanente Rechtsbrüche. Permanente. Also jeden Tag wird Recht gebrochen. Europäisches Recht, deutsches Recht, die fegt einfach als Nummer eins da oben, so als Duce, fegt die alles andere hinweg. Ja. Und ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie, ob sie dann auch nur jemand anders dient. Das habe ich jetzt ja gar nicht angesprochen. Ja. Also aus unserer Sicht, aus Deutschland steht die oben. Ob sie dann jemand anders dient, halte ich für wahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht ist sie auch tatsächlich nur so, so wie es hier, hier die, die, die Leute vom, vom Kompaktmagazin, der Elsässer, die haben echt einen guten, ähm, guten Term geprägt. Die haben gesagt, das ist eine manchurische Kanzlerin. Den fände ich richtig gut, eine manchurische Kanzlerin. Manchurier, ja. Nein, du kennst den Film Manchurian Candidate, ja. Ja. Aber die Filme, ich kenne die Filme, aber das ist schon lange her. Da geht es um jemanden Fernsteuer mit Mind Control und sowas und du bringst den in eine Position bei Manchurian Candidate, war es eben ein Kandidat für eine Präsidentschaft in irgendeinem, in irgendeinem Drittweltland oder sowas und wenn sie den dann, dann dort reingebracht haben, ab danach, ähm, greift dann ja MKUltra und der macht halt nur noch das, äh, was der Mann am Joyful sagt. So ähnlich wie bei Barack Obama. Ja, ja. Manchurian Candidate. Und so sieht es fast ein bisschen bei der Merkel aus, weil in der Tat, also, ich, was, was, was ist da nur los so mit der Frau? Ich meine, die scheint wie, wie fremdgesteuert. Na, die Taten, aber so oder so, für uns ist es das Führerprinzip. Von oben kommen einfach diese Entscheidungen, weitreichend und wir haben keine Diskussion, nix, die sagt einfach, so wird es gemacht, fertig ist. Aber die Tatsache ist es, dass sie verliert, äh, mächtig an Popularität in Deutschland jetzt langsam, ne? Naja, aber ich, 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 ich weiß gar nicht, wann planmäßig diese nächsten Wahlen wären und ich, Wahlen ändern eh nichts, aber, aber ich meine, es geht ja jetzt um, 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 um jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Ja, ich meine, die, die, die reißt ja hier, die, die Rechtsstaatlichen und auch die Demokratischen, obwohl ich ja jetzt schon lange nicht mehr Demokratie glaube, aber, aber was da noch übrig ist, ja, das, das reißt die jetzt ein. Ich habe eine Frage, ist der, jemals eine Situation in Deutschland, äh, in, in die Bundesrepublikgeschichte stattgefunden, so wie damals in Amerika mit, äh, dass die, dass die, dass er einen Impeachment, ja, 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 Helmut Schmidt zum Beispiel. Echt? Ja, naja, klar. Helmut Schmidt wurde rausgeschmissen? So ist seine Karriere geändert, da ist er sechs Jahre Kanzler gewesen, ne, das heißt in seiner zweiten Wahlperiode war er dann nur zwei Jahre am Start und dann gab es ein, ein konstruktives Misstrauensvotum, ne. Oh, echt? Ja, Okay. Abgewählt worden, ne, auch eher nicht so ehrvoll, also es war auch nicht begeistert davon. und da ist dann dann direkt danach dann Helmut Kohl gekommen. Okay, das wusste ich nicht, aber das, das geht wieder auf seine Aktie, warum der so beliebt ist von den Deutschen. die Leute alles wie das. Die haben ihm abgewählt, aber jetzt ist er ganz traurig, alle sind ganz traurig. Ja, genau so ist es. Interessant, also wow. Naja, meinst du, dass das könnte zu sowas mal kommen, mal mit Merkel? Nein, weil ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube auch, dass 1934 das deutsche Parlament Hitler auch nicht mehr hätte abwählen können. Also das Parlament existiert doch, also es existiert, die treffen sich da, aber die diskutieren doch gar nicht mehr die entscheidenden Themen. Die sind völlig entmachtet und sie merken es gar nicht selber. Das ist vielleicht wirklich vergleichbar auch mit der Situation, so diese Transformation, Weimarer Republik dann hin zu dem Hitlerstaat, diese Entmachtung auch des Parlaments und die machen das einfach mit. Also ich meine, hier werden die größten Entscheidungen werden getroffen und Gesetze werden gebrochen, ohne dass irgendwie diese, wie man es in Amerika sagen würde, so diese Checks and Balances sein Staat ausmachen. Das funktioniert ja einfach nicht mehr. Ich meine, von unserer Regierung werden Gesetze gebrochen und es kommt aber eben keine Staatsanwaltschaft, kein Richter, keine freie Justiz, die wir auch nicht haben, die jetzt da reingrescht und sagt, stopp. Also das geht nicht. Wir haben eine Verfassung oder das Grundgesetz, also wie auch immer ihr das nennen wollt, da werden Gesetze, an die muss sich der Staat erhalten. Die Merkel bügelt die einfach weg. Und das ist auch nichts Neues jetzt. Das ist ein Führungsstil von der Merkel, den man schon in den letzten Jahren sehen konnte. Aber jetzt kommt das halt alles dramatisch zur Geltung, also wie in so einem großen Finale. Das ist, ihr Werk läuft schon eine Weile. Erinnert euch zurück vielleicht an die, an die, diese ganze Euro-Krise, Finanzkrise, Griechenland und so weiter. Auch da, da hat er die Merkel Gesetze massivs gebrochen. Ich meine, es gab den Maastricht-Vertrag, wo sowas geregelt wurde, wie kein Staat darf die Schulden von einem anderen Staat übernehmen. Das ist ein Vertrag, der gilt. Das ist ein wichtiger Vertrag. Und da hat sich einfach drüber hinweggesetzt. Genauso wie, du bist ja noch andere Regeln, ich will jetzt auch keine Juristen und so, da könnte man doch viel mehr aufführen. Also Leute, die Juristen, die sich noch besser auskennen, die können da viel mehr Beispiele anführen. Aber es war auch so, hier die Europäische Zentralbank, die dürfen eigentlich keine Staatsanleihen kaufen. Aber das machen die die ganze Zeit, weil nur so konnten sie auch Griechenland und andere von diesen Wackelkandidaten überhaupt stützen. Das sind permanente Rechtsbrüche. Einfach so, zack. Und noch ein Beispiel kann man anführen hier, was unter Merkel war, die Energiewende. Oder hieß das so hier in Deutschland? Ich glaube, man hat es Energiewende genannt. Wo das so nach Fukushima, hier die Nuklearkatastrophe in Japan. Wo alle den mal gesagt haben, dann ist das ein unbedingter Ausstieg aus diäton. Genau, da war so eine Stimmung dann auch da im Volk. Und ja, Atom. Wir haben das vielleicht nicht so sehr bemerkt, weil die meisten von uns, also ich ja auch, sind auch kritisch gegenüber dieser Atomenergie. Deswegen haben wir da vielleicht nicht das große Augenmerk draufgelegt. Aber auch diese Energiewende, wie die vonstatten ging, da wurden auch eben Verträge, bestehendes Recht wurde einfach gebrochen. Ja. Im Federstrich, in einem Federstrich vom Führer. Also von oben. Einfach zack und weg. Wir machen das so. Und wie war das da bei der Energiekrise, da hat sich diese Merkel ja auch so seltsam geäußert. Da hat sie doch irgendwas gesagt damals wie, da hat sie sowas gesagt, also bei diesem Fukushima, nach Fukushima. Also ein paar Wochen oder Monate danach. Da hat sie dann danach, irgendwann hat sie so einen Satz von sich gegeben, wie, es hat sich in mir was verändert. in ihrer Sicht auf die Atomkraft. Es hat sich in mir was verändert. Und zack, machen wir 80 Millionen Deutsche machen Energiewende, weil sich in Frau Merkel was verändert hat. Das ist keine Demokratie. Also so kann man nicht zur Entscheidungsfindung kommen, bloß weil sich in ihr was verändert hat. Und zack, jetzt machen wir es ganz anders. Und alles, was vorhin Verträgen war, so ist es, es gilt einfach nicht. Das ist was, was die Merkel schon die ganze Zeit macht. Die zerstört rechtsstaatliche Strukturen. Und jetzt ist es halt, die Entscheidung, wir haben immer noch eine größere Tragweite. Egal, wie ihr das politisch seht, das ist egal. Aber das ist doch, die Art von Entscheidungsfindung ist doch, das ist doch, für mich ist das so eine Führermentalität. Tja, da kannst du mal sehen, das ist mal sehr, sehr naheliegend an die amerikanische Regierung, wie das funktioniert, ja. Ja, in der Tat, Alex, wir sehen das ja überall. Also ich meine, auch Amerika hat auch viel mehr diese Idee gehabt mit Checks und Balances und Staatssenat und Kongress. Aber wir sehen auch immer mehr, in Amerika sehen wir das bestimmt schon, wenn man zurückgeht in der Geschichte, seit dem Sezessionskrieg, wie einfach Washington als zentrale Hauptstadt und dann dort der Präsident immer mehr Macht anzieht. Also jetzt, ob der dann wirklich so mächtig ist, ist wieder die andere Frage, genauso bei der Merkel. Ob die dann nicht eben gesteuert werden, ob das nicht mit Manchurien-Kanzler und Präsidenten sind oder halt eingebunden, wie Helmut Schmidt, wie wir es vorgelesen haben und so. Na, das würden wir mal heute eventuell herausfinden. Wir würden mal das heute eventuell herausfinden, wenn wir mal über unser Thema mal in die Schweiz mal hereinsteigen. Weil das ist, das ist dann sehr, sehr interessant, weil das begreift sich mal das auch mal, die Oberfläche ein bisschen, wo das mal alles hingeht. Oh ja. Aber lass uns das nochmal zusammenfassen, was wir so in der ersten guten Stunde jetzt hier hatten. Ich meine, wir haben drei Beispiele von Autoritäten. Wir haben Helmut Schmidt und Angela Merkel als so Führungsautoritäten, denen wir folgen und da wird auch rein projiziert, Mutter, Mama Merkel und dieser so. Das ist alles nur Bullshit. Die projizieren da was rein. So, weißt du? Ey, als freier Mensch, brauchst du nicht denen, dass die dir sagen, was richtig ist und was falsch? Wir können das selber machen. Und die gleichen, dieses gleiche Problem haben wir aber auch durchaus aus meiner Sicht so in der spirituellen Welt. Da ist dann so einer, da gibt es halt Gurus und dem wird blind gefolgt, was der sagt, das gilt. Auch wenn es der größte Bullshit ist und du erkennst, der hat aber überhaupt keine Ahnung. Muss ja auch nicht jeder, aber dann soll er halt schweigen, weißt du? Dann soll er halt seine Philosophie weiter lernen. Aber ich meine, der äußert sich da zu den weltlichen Dingen und zeigt, hat überhaupt keine Ahnung, der hat ihn nie recherchiert. Und immer sehen wir dieses gleiche Prinzip, da ist halt so ein Ober-Motz, zu dem wir halt folgen. Ob das dann der König ist, der Präsident oder früher war es der Gottkönig, der Pharao. Oder der Scarlet Overkill. Ja, genau. Es ist immer das Gleiche. Die Minions folgen ihrem Führer. Du hast immer einen, es gab eben Zeiten, wo dann auch das Spirituelle und das Weltliche in einem Macht war. Dann hast du den Priesterkönig gehabt, den Gottkönig, der aber von der Ziggurat oder von der Pyramide herab so gesagt hat, was Sache ist. Das ist genau das Gleiche. Und heute haben wir immer noch diese Figuren und ich kann euch nur aufrufen, Leute, macht euch frei davon. Weißt du? Das heißt nicht, dass wir die jetzt als Feind sehen müssen, aber wir brauchen die einfach nicht. Macht euch frei. Vertrauen wir uns selber so. Das ist, um was es doch heute geht. Tja, ganz schön interessante Sache, Frank, ganz schön interessante Sache. Haben wir uns fast in Rage geredet. Na? Haben wir uns fast in Rage geredet. Na ja, ey, nun, also. Das habe ich eigentlich bewegt letzte Woche. Naja, klar, das kann ich mir mal vor dir nachvollziehen. Und ich denke, das bewegt mal genauso unsere Hörer, das zu hören. Und ich denke, mal ein bisschen Emotion muss dabei sein, weil wenigstens unsere Leute wissen, wie wir drauf sind. Das ist halt echt. Und ich meine, okay, wenn jetzt da der eine oder andere sich vielleicht ein bisschen drüber ärgert, weil es vielleicht an, vielleicht an, an seinem Symbol, ähm, Idol auch ein bisschen rumgekratzt hat. Hey, so. Ich meine, so ist es nun mal. Ja. Tja. Dann, da muss man nachfragen, ob man nicht zu sehr an diesen Idolen halt festhält, wenn man das nicht verdrängt. Well, that's, that's the way it goes, man. Und auf jeden Fall, wir haben mal dieses, denkst du mal, ähm, das mit Helmut Schmidt jetzt abgedeckt. Ich denke, dass wir machen mal kurz mal eine Musikpause und dann kommen wir zu, äh, dazu und, äh, äh, gleich zurück, Frank, und dann greifen wir mal zu diesen neuen Ereignissen. Naja, nicht so ganz neu, aber, was die Schweiz eventuell mal mit alles, äh, hier zu tun hat. Und ich denke, das, das wird interessant, weil ich weiß, dass wir auch mal ein paar Hörer haben aus der Schweiz heute und die haben gesagt, okay, die sind gespannt selber aus Schweizer, ob die irgendwas Neues mal über ihr Land lernen. Na, und wenn die herausfinden, dass die, die DNA wahrscheinlich tragen von einer gewissen menschlichen Stammung, äh, da würden dann erstmal, ja, erstmal die Augen mal ganz breit aufgemacht wurden. Naja, das ist freaky stuff, ja. Absolutly. So, 21.10 Uhr ist das an die 11.11. 2015, Mittwochabend, hier in Good Old Seatown. Ich mache Alex und Frank Stoner an den Start hier auf Radio Emergency. Wir machen mal eine kurze Musikpause und kommen gleich zurück und dann geht's los mal mit Schwizaria. Schwizaria, echt? Ja, achso, ich dachte jetzt, ich dachte, jetzt war ich kurz auf meinen eigenen Schlauch gestanden, dachte ich schon, du kündigst eine Band an, die Schwizaria. Nein. Also irgendwie, der Band auf Tricksburg ist tief im Kram. Nein, was ich habe am Standort. Es gibt ja gute Bands aus der Schweiz, Krokus zum Beispiel können wir spielen. Krokus, Gotthard, Gotthard, you know, das sind auch mehr oder, mein Gott, zocker viele Musiker immer jetzt mittlerweile, die ehemalige Schlagzeuge von Scorpions und auch in der Schweiz und ich frage mich, wieso, wieso? Aber dazu kommen wir mal gleich. Erstmal ein bisschen Music from Morrissey and the Smiths from the Queen is Dead Album Here is Big Mouth Strikes again und das hast du hier in die Amok Alex und Frank Stoner Show gehört. So, schön, dass ihr an Bord seid, mein Don't Touch That Dial will be right back for you. Stay tuned. Ein alter Klassiker from the Luftschmidt Aerosmith right there von der gleichnamigen Album from Toys in the Attic davor Little Nazareth with the Changing Times was wir natürlich erleben heutzutage und die Musikpartie haben wir angefangen mit the Smiths and Morrissey from the Queen is Dead Album and Big Mouth Strikes Again. Schön, dass ihr an Bord seid. Es ist 21.23 Uhr an dieser 11.11.2015 und die Amok Alex und Frank Stoner Show hier auf Radio Emergency. Willkommen an Bord, everybody. Yeah, und boah, guck mal den Chat, Alex. Das ist wirklich, wirklich großartig. Es sind so viele, so viele Leute im Chat und einer hat es auch irgendwo gerade geschrieben so vorhin, es ist seit der, seit der Kollaboration, das ist kein blödes Wort, seit der Zusammenarbeit mit dem Kulturstudio, so viel mehr Leute auch hier am Starten. Das freut uns. Also wir grüßen hier wirklich alle neuen Hörer, aber auch natürlich alle Stammhörer, alle alten Hörer und das ist großartig, dass ihr dabei seid und das fühlt sich gut an, das motiviert und gibt uns auf jeden Fall auch Schub und guck mal die Leute im Chat hier. Vielen Dank dafür, wir haben meine Full House und wir können auch mal die Leute grüßen, die jetzt gerade im Chat sind. Das ist auch ein bisschen so ein Kommen und Gehen. Manchmal gibt es auch, manche Leute haben auch ein bisschen Probleme mit der Software hier im Chat und manchmal fliegt man da noch raus. Es geht uns auch manchmal so. Es hat alles nur seine Action. Es ist Zeit für unsere Technik eine größere Server zu bekommen. Ja, das ist mir die Frage mit dem Geld, Alex. Was soll es alles zahlen? Deggel hat sie gehört. Hier Grüße, hauen wir mal raus an alle, die jetzt im Chat sind. Chief Barituz, Dehes, Deggel, El Grande, Ela vom Stamme, der Pack, Emi, Frei, Heinzel, Hua, JinxOne, L34D, Linux, Jodele, MrDNA, Need2Know, Rocco, Sophie, Soundy, Swiser, Teja, Tobi de Schabanac, Templer, Tomcat, und, Und da kommen immer mehr noch Leute hier rein. Die gibt es sogar noch. Swiser ist auch mal jetzt an Bord und der Q2 ist wieder da. Good stuff, dass ihr an Bord seid. Schön, wirklich. Das tut uns gut. Ja, super geil, super geil. Jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Wir würden gerne hier ein bisschen unterhalten über ein Nachbarland von Deutschland. Es geht um die Schweiz und wir wollen mal erstmal ein bisschen Geschichte über die Schweiz mal hier vorbringen, was die Schweiz ist und wie alles zustande kam. Und da wird ihr dann mal langsam merken, wo wir in dieses Gespräch bitte ein bisschen weiter hineingehen. Ein paar interessante Sachen, die viele Leute wahrscheinlich nicht vermutet haben über die Schweiz. Und Frankie, ich würde das dir überleiten, jetzt im Moment den Einstieg mal zu greifen. Ja, mal gucken, wie wir reinkommen, das Thema. Es gibt viel zu sagen, es gibt ganz viele Informationen und wie es halt immer so ist in den Kaninchenbau, mal gucken, wie man reinkommt und dann gibt es immer ganz viele Kreuze, mal sehen, wo wir am Ende rauskommen. Aber ganz allgemein, ich meine, wenn wir so die Schweiz anschauen, dann fällt uns doch sofort auf, dass die irgendwie doch so eine Sonderstellung einnehmen, oder? Ich meine, es gibt diese berühmte Schweizer Neutralität und in all den großen Kriegen, die in den letzten Jahrhunderten in Mitteleuropa getobt haben, die Schweiz war irgendwie immer außen vor. Dieses Ding mit der Neutralität, jetzt mal in Anführungszeichen, das ist doch schon das Erste, was uns auffällt. Irgendwie ist doch die Schweiz anders als alle anderen europäischen Länder, oder? Andererseits müssen wir auch mal dazu sagen, dass Schweiz ist ein Geldland, die ganz großen Banken und so weiter und so fort. Und witzigerweise ist es, wenn man das betrachtet, wie viele Kriege in Europa stattgefunden haben, ist, dass die Schweiz es niemals angegriffen haben, obwohl die die meisten Geld gehabt haben in Europa. Ja, das ist sehr interessant. Und warum die nicht überfallen wurden, um das Geld herauszunehmen, sodass derjenige Inversionsland daraus einen finanziellen Vorteil bekommt. Ja, richtig. Und das Ding mit der Schweizer Neutralität, das können wir vielleicht gleich am Anfang schon ein bisschen bashen, denn es ist jetzt für die meisten von euch wahrscheinlich auch nichts Neues, dass natürlich die Schweizer Banken in den Kriegen keineswegs neutral waren, sondern in diesen Kriegen auch eben weiterhin die Bankiers auch für die Kriegsführenden waren, also auch zum Teil von Gegnern. Also die Schweiz war halt immer der Bankier für alle. Und das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen wie im Monopoly oder irgendwie überhaupt im Geldspiel am Ende gewinnt immer die Bank. Es gibt verschiedene Mitspieler, die spielen so gegeneinander, aber die beste Position hat immer die Bank. Ich meine ein kleines Beispiel damals, dass wenn wir über Shell Oil sprechen, damals allein zum Zweiten Weltkrieg das ist Shell Oil ist von Rockefeller Family. Shell ist eigentlich ein britisches Königshaus. Royal Dutch Shell heißt das eigentlich. Royal Dutch Shell ist von die holländischen und britischen Königshause sind eigentlich verwoben. Natürlich sind die dann auch verwoben in der Ölindustrie jetzt heutzutage auch eben mit diesen Rockefeller Klassen. das Ding war ist, dass zu Zweiter Weltkrieg Zeit Adolf Hitler für seine Messerschmitts hat eine bestimmte Mischung von Petrol gebraucht. So ein Additiv. Ja so ein Additiv und Shell Oil war die einzige der das mal zur Verfügung gestellt hat und die Rockefellers haben das an die Schweiz verkauft und die Schweiz hat das weiter an Adolf Hitler gegeben wobei du siehst hier wenn wir reden über Neutralität dass die waren eine Mittelmann zu Vermittlungen von verschiedenen Sachen und man fragt sich okay wie kommt das mal denn in dieses Spiel hier Richtig ich finde du hast jetzt schon was gesagt was ganz wichtig ist Mittelmann oder nehmen wir das Wort Strohmann die Schweiz ist wie ein Strohmann die steht wie als Vermittler für noch ganz andere Kräfte die da im Spiel sind und darauf wollen wir heute so ein bisschen hinweisen und ich habe es noch vorhin schon gesagt das Thema hat so einen Untertitel wie wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet das ist jetzt mal so eine These die wir jetzt mal raus haben von der von der starten wir dann mal so und erstmal man muss mal wissen wer die Tempelritter überhaupt waren genau das muss man auf jeden Fall mal sagen wir machen jetzt keine tiefe Einführung weil das Thema Tempelritter das ist eines der großen europäischen Mysterien da gibt es wirklich so viele Bücher auch drüber aber jetzt nur mal so ganz grob der Templerorden das ist im Mittelalter ein Ritterorden gewesen und gleichzeitig ein Mönchsorden und damit was ganz besonderes ein Tempelritter war Mönch das heißt er hat ein Gelübde abgelegt Keuschheit keine Familie und so weiter und gleichzeitig war es ein Ritterorden das waren also Kämpfer die haben also nicht nur gebetet und gearbeitet sondern die haben gekämpft das waren Ritter das waren Elitekämpfer du konntest auch nur Mitglied im Tempelritter werden wenn du wenn du adelige Herkunft hast also wenn du schon den Ritter bist die haben jetzt nicht irgendwelche Leute genommen was bei andererseits mal die Tempelritter die waren auch die sogenannte Elite die das Schatz von das sogenannte Christus schützen sollte und das ganze Geheimnis es geht schon eben zurück auf ihre Gründung die wurden gegründet im frühen 12. Jahrhundert 1116 ist so eine Zahl die mir jetzt im Kopf rumgeistert ich weiß nicht ob sie genau stimmt aber so in den Dreh rum das war die Zeit wo es mit den Kreuzzügen schon losging richtig und offiziell wurden die gegründet in Jerusalem als und die Auftrag den sie sich gegeben haben war Pilger zu schützen christliche Pilger die nach Jerusalem pilgern um dort zu beten so an der Grabeskirche die wollten die Templer schützen vor Übergriffen von Räubern oder Kriegszeit vor den Muslimanen oder wie auch immer so und am Anfang war das auch nur eine Handvoll Leute es waren nur sechs sieben Ritter die alle aus aus dem kommen was heute Frankreich ist also fränkische Ritter Gottfried vom Bouillon ist der wichtigste den man da nennen muss und ja sie heißen Tempelritter weil sie eben in Jerusalem gegründet wurden und weil sie dann dann sofort und das ist das Interessante am Tempelorden sofort von allerhöchster Stelle protegiert wurden und schon in Jerusalem dann einen exquisiten Platz bekommen haben um ihr erstes Gebäude zu bauen wo sie halt ihr Hauptquartier hatten nämlich direkt am Tempelberg oder sogar obendrauf aber ich glaube obendrauf nicht das weiß ich jetzt nicht genau ich glaube eher am Tempelberg aber obendrauf wüsste ich jetzt nicht obendrauf nicht weil da gab es mal so diese Gerüchte noch dass wo die zurückgegangen sind und haben unter den Tempelberg gegraben um die Schätze rauszuholen das kommt dann zu also die haben auf jeden Fall da am Tempelberg von Jerusalem residiert und ihr wisst das ist ein Hotspot wir haben es auch schon ein paar mal behandelt diese Tempel ist absolut heiß und in der Tat es gibt dort ich denke es ist mehr als Gerüchte halt berichte dass von Anfang an also wie von Anfang an gleich nach der Gründung mit die ersten Aktivitäten der Tempelritter war eben unter dem Tempelberg dort ein bisschen zu graben wir haben euch das ja mal erzählt der Tempelberg ist auch unterhöhlt da gibt es ganz viele Gänge und die die älzen weit zurückgehen und heute ist es ja absolut Hotspot und wer dort wenn dort so einer von den den unterirdischen Gängen dort aufgemacht wird dann gibt es gleich Intifada also das ist absolut tabu damit gibt es keine wissenschaftliche Forschung oder sowas und ja die Tempelritter haben sich eben dort bedient und was ob und was sie gefunden haben weiß man natürlich nicht ja das ist nie rausgekommen da gibt es verschiedene Mutmaßungen manche sagen dass der Tempelberg war ja laut der der hebräischen Tradition auch der Ort wo die Bundeslade aufbewahrt wurde genau wo was von Gott gegeben wurde und und manche mit die zehn Zehn Geboten genau die da drin waren und die Bundeslade ist so ein ganz besonderer heiliger Gegenstand der soll eben dort aufbewahrt worden sein und die Frage ist ob es dann nicht andere Artefakte gab die zurückgehen in die Zeit des Alten Testaments eben zu diesen ganzen Geschichten von Moses du hast selber diese Zehn Geote genannt vielleicht diese Steintafeln oder aber es können auch jede Menge andere Dinge gewesen sein wir reden hier von vielleicht altes Seekarten altes Kartenmaterial überhaupt alte überhaupt Berichte also geistiges Wissen über Ereignisse aus der Zeit von Moses oder aus weit zurückreichend in der Antike lauter solche Dinge was sie wirklich dort gefunden haben wissen wir nicht sie waren auch ja nicht die Ersten die dort sich ein bisschen ungebeten dort bedient haben sondern schon die Römer haben ja schon in der Zeit so 80, 90 nach Christus haben die ja dort schon diesen Tempel eben niedergemacht und die haben da auch schon 90 ordentlich bedient also als allzu viel Gold werden sie vielleicht dann nicht mehr gefunden haben sondern weil das haben schon die Römer dann mitgenommen das ist eine andere Geschichte kann man auch erzählen super spannend aber ja sowas mit den Tempel und die sind dann innerhalb von kürzester Zeit sind sie sehr sehr mächtig geworden am Anfang waren es echt nur 6-7 Leute aber die hatten von Anfang an eine super Connection nach oben die waren protegiert sie waren nur dem Papst Rechenschaft schuldig niemand anders das heißt egal wo in Europa sie haben dann sehr schnell viele durch Spenden durch Schenkungen und so weiter ganz viele Länder reingekommen ich glaube die haben auch ihre eigene Münzen gehabt für Tempelritter die haben auch eine gewisse Münze dass wenn die das zum Kaufen oder irgendwas zum Handeln benutzt haben das war so eine sehr sehr wertvolle Münze wenn du eine Ritter Münze gekriegt hast da kommen wir noch mehr dazu so dieses ganze Finanzwesen von den von den Templern sie wurden sehr schnell groß überall in Europa und innerhalb von von wirklich wenigen Jahren Jahrzehnten sind sie dann vielleicht mit die mächtigste Organisation Europa geworden und man muss sich das so vorstellen das ist wie ein wie ein Staat ohne ohne Land also die hatten zwar schon ihre Basen überall aber sie hatten kein Reich jetzt in dem Sinne aber sie sind und das gilt bis zum heutigen Tag sie sind sie sind ein Souverän sie sind nur dem Papst Rechenschaft schuldig und sonst niemanden das heißt in Frankreich wenn die in Paris ihren Tempel hatten dann waren die nicht dem französischen König Rechenschaft schuldig der konnte nicht Gericht halten über die was wir auf unserem Grundstück machen ist unser Ding so da sind wir nur dem Papst Rechenschaft schuldig aber dann weil die so mächtig geworden sind Frank deswegen ist das der König damals mal in Frankreich hat mal Angst von denen gehabt und am Freitag der 13. war das die Geschichte vom Heuwagen aber lass uns sie sind also super groß geworden haben in ganz Europa so ein Netzwerk gehabt wie gesagt die hatten kein Land an sich vielleicht könnte man auch nennen dann später zumindest Malta oder so diese kleine Insel aber im Grunde hatten sie Basen ein Netz von Basen Tempels und Borgen und sowas ganz genau über die Hafenanlagen also es ist eine Seemacht das ist ganz wichtig das auch zu verstehen die Tempel sind eine Seemacht das ist keine Landmacht die hatten kein Land aber sie hatten ein Netz und das hat sich hingezogen über das ganze christliche Land also zur Darmeng Zeit Kreuzzüge von Jerusalem also Palästina bis boah was weiß ich Nordeuropa England Schottland Skandinavien also ganz ganz Europa überall waren die Templer und dann haben die haben die Templer angefangen hier hier als als erste so eine Art vorkapitalistisches Bankensystem zu entwickeln sie waren die ersten die ein bargeldloses Zahlungssystem entwickelt haben und das war eine Revolution sowas die Idee von einem Scheck ein Scheck das ist das erste Mal von den Templern gekommen die Templer waren Banker die Idee war auch für die Templer gut durchführbar du konntest also wenn du als Händler sagen wir mal du bist Händler aus London oder aus Amsterdam und du wolltest dann gerne mal runterfahren nach was heute Libanon ist um dort Handel zu treiben aber dann ist es halt eine gefährliche Reise gewesen eine weitere Reise da können Räuber kommen da kann ein Schiff sinken und so weiter was die Templer den Geschäftsleuten ermöglicht haben die haben gesagt du kannst in London zahlst du uns Gold ein mit wegen hier 500 Gramm haben die nicht gemessen aber was auch immer so kriegst du eine gewisse Menge Gold zahlst du dort ein in London und dafür kriegst du einen Scheck und mit dem Scheck konntest du dann irgendwo anders in Europa bei den Templer Bastionen wieder mit dem Scheck konntest du dein Gold wieder abholen gegen eine kleine Gebühr natürlich und das hat natürlich enormen Machtzuwachs auch gebracht weil das war natürlich für die Kaufleute genau was du willst und so kann man sagen dass die Templer am Anfang schon standen von dem von diesem Banker System die Templer waren auch die Einzigen das waren ja Christen für die aber das christliche Zinsverbot nicht galt im Mittelalter da war ja das Gebot der Kirche Christen dürfen keine Zinsen verlangen deswegen sagt man auch dass dann die eben viele Juden dann dieses Geld wechseln weil das Christen durften das nicht aber die Templer schon das waren die Einzigen die das durften das haben die auch gemacht und so sind die im Banking richtig groß geworden interessant wäre natürlich auch schon die Frage woher haben die auf einmal diese ganzen Banking Ideen und da möchte ich auch jetzt schon eine kleine Connection bringen zu Venedig die Templer waren über lange Zeit vielleicht sogar von Anfang an vielleicht so genau weiß ich es nicht aber über lange Zeit waren die Templer eng verbunden auch mit Venedig und wieder haben wir diesen Gedanken Seemacht es geht nicht so sehr um Land es geht um Seemacht es geht auch um Seerecht es geht um Seehandel und die Templer das kann man tatsächlich sagen waren in gewisser Hinsicht der militärische Arm von Venedig ob das von Anfang an so schon geplant war von Venedig weiß ich nicht aber da gibt es enge Verbindungen und von den Venezianern von diesen lombardischen Bankern haben die Templer eben auch den Drill in die Richtung bekommen also eben Finanzmacht zu werden und das ist was die Templer innerhalb von kürzester Zeit geworden sind Finanzmacht Banker Seemacht und gleichzeitig aber eben noch militärische Macht weil sie waren Elitekämpfer es waren alles super ausgebildet dadurch dass sie auch gleichzeitig Mönche waren und Gelübde abgelegt haben waren die auch bereit für ihre Sache zu sterben die Berichte sind zahlreich von Schlachten wo die auch wirklich Todesverachten oder Lebensmüde in die Kämpfe gegangen sind man könnte den als Söldner sehen fast ah ne nicht so richtig ja ich meine der Orn hat sich schon kaufen lassen natürlich so von Venedig aber die ein Tempelritter ist kein Söldner weil er ganz im Gegenteil ein Söldner kämpft er für Geld der Tempelritter kämpft für Gott der ist ein Mönch er ist ein Mönch und jederzeit bereit auch zu sterben also so eine Elite eine militärische Elite eine militärische Elite und eine Banker Elite und eine Seemacht das sind vielleicht so die wichtigsten Dinge so von den Templern die waren eben Seemacht muss man heute auch noch dazu sagen die waren auch sehr führend damals im Mittelalter was auch Schiffsbau angeht die hatten die größte Flotte sie hatten die besten Schiffe es gibt da es gibt da früher waren es Gerüchte aber mittlerweile würde ich das auch als Fakt sehen die Templer sind nach Amerika gefahren ja ja klar also wir brauchen nur die Pinte die Nina und die Santa Maria die drei Schiffe von Christopher Columbus sehen und da siehst du allein an die Segeln dass die diese diese Malteser Kreuz beziehungsweise die Templer Kreuz gehabt haben auf ihre Schiffe das ist das ist auch ein ganz heißes Ding ja ja aber das ist das ist ich wollte aber mal einfach das nur erwähnen in der Tat da müssen genau das ist echt die Frage für wen hat eigentlich damals dieser Christoph Columbus oder Columbo laut unserer Geschichte für wen hat er denn eigentlich laut unserer Geschichtsbücher in Amerika war das für die Königin von Spanien gewesen Isabella aber er hat keine Spanien der ist mal von Venezien der ist von Italien mal losgelaufen nicht von Spanien der hat das gehört eigentlich kam er von dort und vor allem ist er für alle alle gut sichtbar hat er eben das Templerkreuz auf seinem ja ja klar interessanterweise zu einer Zeit wo es den Templerorden schon seit über 200 Jahren schon nicht mehr gegeben hat in your face das ist es wer hat wirklich Anspruch auch auf Amerika das ist schon fast mir ein bisschen vorausgehalten aber das ist wichtig Fakt ist aber auch schon dass damals als die Templer wirklich noch offen also bevor sie dann da offiziell vernichtet wurden dass die da auch schon nach Amerika gefahren sind also zu Zeiten vom Mittelalter es gibt in Amerika gibt es archäologische Fundorte die wo eindeutig solche Dinge zu sehen sind also so Tempelritter das ist einer das ist so ein Grabstein auch da ist ein Ritter mit Schwert das hat nichts mit Indianern zu tun mit Schwert und du siehst sogar das Kreuz und die Rüstung und hellen Eisen alles und ja interessant auch hier wo wir schon von Seefahrt sprechen die Templer haben ja auch hier La Rochelle gegründet diesen großen Hafen am Atlantik so La Rochelle riesen Atlantikhafen das war damals einer der größten Militärhäfen überhaupt und wie es im zweiten Weltkrieg immer noch so war wir kennen alle das Brot hier haben wir gesehen den Film von Petersen Buch von Buchholz glaube ich hieß der da war auch La Rochelle ganz wichtig und das war eben damals auch schon die Templer haben La Rochelle gegründet ganz ehrlich ich erwähne es mit dem Film weil ich mir auch manchmal so denke ob der Autor von dem Film nicht auch das eine oder andere weiß von dem was wir sagen und das halt auch bewusst reingebracht hat diese Connection hier Templer hin zu Wehrmacht sind auch immer noch dieselben Symbole so Kreuz und so aber die haben La Rochelle gegründet und das ist auch schon so ein Ding La Rochelle ist ein Atlantikhafen und du konntest damals als La Rochelle gegründet wurde konntest du ja nicht mit dem Boot von La Rochelle über den ins heilige Land fahren weil das was heute Gibraltar ist diese Meerenge von Gibraltar die war in maurischer Hand also da konntest du nicht mit irgendwelchen Kriegsschiffen da durchfahren das ging nicht da stellt sich eh schon die Frage warum haben die diesen riesen Atlantikhafen gebaut und ja es gibt mehr als nur Gerüchte also es sieht wirklich so aus dass die Templer damals schon Connection hatten nach Amerika wo man sich eben auffragt vielleicht verrennen wir uns jetzt so tief weil wir kommen dann auch wieder raus aber letztens gehört es alles zusammen wo man sich auffragt vielleicht hatten die eben auch Kartenmaterial was denen darauf hingewiesen hat dass es da dieses Amerika gibt was die natürlich die anderen nicht gesagt haben das geht auch mal zurück mal an die älteste Landkarte die man jemals so festgeschrieben worden ist das kam damals mal aus dem aus dem Nahosten oder meinst du wahrscheinlich die Piri Reis die Piri Reis die Piri Reis genau das ist von den Osmanen Osmanen ja ja aber das ist ja dann auch später das ist ja dann der Piri Reis das ist ja auch dann so 15. Jahrhundert das war dann in der Zeit nachdem dann die Osmanen Konstantinopel eingenommen haben weil Konstantinopel eben früher Büzans das ist ja der Hauptstadt von Rom gewesen die haben halt eben auch wohl noch viel von diesem antiken Wissen gehabt eben auch noch es geht bis in Bibliothek von Alexandria ja ja klar diese Piri Reis Karte die basiert wohl auch eben auf älteren Kartenmaterial aber die Frage ist ob die Templer nicht schon wirklich wir reden so um 1200 nicht auch schon ja das ist 13. Jahrhundert ja und das ist auch sehr gut möglich dass die schon nicht einfach eine Blindfahrt gemacht haben hier im Atlantik wir fangen einfach mal los sondern dass die schon wussten dass da was gibt ja wenn du überlegst 100 Jahre später dass die Piri Reis Karte oder 150 Jahre später die Piri Reis Karte da der musste mal irgendwelche Informationen von irgendwo gehabt haben ja ja und die Templer haben eben das ist eben vermute man eben auch durch ihre Aktionen im Orient eben gerade in Jerusalem vielleicht auch so Zugang zu so Kartenmaterial bekommen ja und so konnten so haben die sich Amerika Geschichte halt schon im Mittelalter für sich klar gemacht und dass dann der Kolumbus 200 Jahre später auf seiner Santa Maria und den anderen zwei Boten dann das Tatzenkreuz das Templerkreuz drauf hatte ist nur so wie ja uns schickt jetzt zwar die spanische Königin aber wir machen nur offiziell was schon längst was schon längst seit 200 Jahren gilt das ist Templerland denn die Templer sind schon seit 200 Jahren dort in Connection auch mit den Venezianern mit den Venezianern und man hat das nur nicht öffentlich gemacht das war geheimes Wissen hey wir wissen was was ihr nicht müsst und wir sagen es euch auch nicht das gibt ja einen riesen Vorteil in Amerika war es ist ein reicher Kontinent und wir kannst gut Handel treiben und Gold und Silber hat man vielleicht schon 200 Jahre lang geholt vor Kolumbus gab es immer wieder schon Schiffe von Templern und Venezianern wie gesagt die waren eng zusammen die da die Amerika Connection hatten ja also sie waren eben große große Seefahrer das ist wichtig das ist eine Seemacht gewesen diese Templer na die sind so mächtig geworden dass der König von Frankreich dann am 13. Freitag der 13. aufgerufen hat dass alle Templer Ritter umzubringen ja genau die Geschichte geht dann so dass eben der französische König es war dann Philipp der Schöne hieß der und gemeinsam mit dem Papst Clemens der Zweite die haben dann zusammen so einen Komplott geschmiedet ja und da warum die offizielle Geschichtsschreibung ist halt in der Tat die Templer sind denen zu mächtig geworden und die französischen Könige wollten auch waren auch auf so einem Expansionstrip die Templer hatten immer noch viel Einfluss in Südfrankreich das geht auch zurück auf diese Katar Kreuzzüge und so und der König von Frankreich wollte die halt aus dem Weg haben und gleichzeitig natürlich war der der Tempel in Paris war mit der wichtigste in Europa und da hat man dann auch gedacht dass da auch ordentlich dann Schätze sind weil es war ein Banker das war ein Banker richtig reich und ja das wollte der sich gerne einverleiben und dann der Papst hatte dann wohl auch seine eigenen Gründe dafür warum die dem zu mächtig geworden sind und ja offiziell war es eben dann so dass die sich verschworen haben und dann zu einem ein Datum festgelegt haben also wirklich schon gut geplante Operation wo dann in ganz Europa oder zumindest in dem Herrschaftsbereich des Papstes das hat die Ränder noch ein bisschen ausgefranst sollten dann an einem zum gleichen Tag zur gleichen in den frühen Morgenstunden alle Tempel in Europa sollten dann gestürmt werden alles beschlagnahmen und alle verhaften es hat natürlich nicht überall gleich geklappt weil es gab dann Länder auch christliche Länder wo die Tempel auch stark waren wo das nicht passiert ist Portugal zum Beispiel oder in Teilen von Spanien da wurden die jetzt dann nicht verfolgt aber eben in Frankreich also wirklich Mitteleuropa so lief das dann und ja wenn wir da schon sind da gibt es diese diese krasse Legende vom Heuwagen diese berühmte Legende vom Heuwagen nach der sollen in der Nacht bevor diese Verhaftungen gekommen sind soll die Tempel schon davon gewusst haben was auch eh wahrscheinlich ist ich meine wenn die Böcke so eine Einfluss ja mächtig also dann hatten die auch ihre Spitzel überall wir haben schon über die venezianischen das war die Meister der Bespitzelung das haben die bestimmt schon mitbekommen und hatten aber so ist jetzt das eine Narrativ hatten aber wohl erkannt okay sie können sich dem nicht mehr entziehen also konnten nicht alle fliehen aber lassen es dann wenigstens die wirklich wichtigen Dinge vorher rausschaffen ja genau und dann wir Tempelführer auch Jacques de Molay der Großmeister ist dann auch bereit sich dann auch zu opfern oder so Hauptsache das wichtige Zeug fällt nicht in die Hände von diesem Philipp und da gibt es die Legende vom Heuwagen nach der er in der Nacht vor dieser Aktion dann eben den Tempel von Paris ein oder mehrere Heuwagen verlassen haben mit den ganzen Schätzen und wir reden eben auch da wir wissen nicht was also materielle Schätze auf jeden Fall die waren steinreich Gold und so aber auch da reden wir eben von immateriellen Schätzen auch da reden wir eben von dem was vielleicht seine Ursprünge hatte in diesem Jerusalemer Tempelberg genau also wir reden vielleicht eben von Kartenmaterial von Artefakten aus mosaischer Zeit Schriftstücke Schriftstücke die vielleicht auch ein ganz anderes Licht werfen auf die antike Geschichte auch auf die Religion auf Jesus lauter solche Dinge damit ganz viel Gemut machst hey auch da boah da gibt es Bücher drüber endlos so und diese Heuwagenlegende heißt halt dass die das über Nacht rausgeschafft haben aus dem Tempel von Paris und dieser Heuwagen von denen hat man dann nie mehr wieder was gehört wo die gewesen sind manche sagen die sind direkt einfach nach Westen gezogen nach La Rochelle und haben alle Schätze dann auf Schiffe verladen und die Schiffe sind dann in den See gestochen und man hat nie mehr wieder von ihnen gehört das ist ja so ein Link wir haben doch mal Alex wenn du dich erinnerst wir haben doch mal über die über Oak Island gesprochen ja wenn du dich erinnerst diese bergwürdige Schatzinsel wo die Leute pleite gegangen sind durch die Ausgaben weil das wird vermutet dass die haben teilweise ihre Schätze dort vergraben ja und das sind Leute die immer noch heutzutage die am am Graben sind und suchen dieses Zeug genau Oak Island wenn ihr es noch nicht gehört habt das könnt ihr euch auch mal raussuchen so eine Schatzinsel wo auf unglaublich geschickte Weise bergbautechnisch also mit Fallen mit irgendwas vergraben wurde und mittlerweile sind sie glaube ich schon bei 100 Metern da haben wir noch nichts gefunden und das ist mit Flutungskanälen und so weiter und manche Leute sagen das haben vielleicht die Templer gebaut weil die eben zum einen Schiff Seefahrer waren und nicht nur Seefahrer haben wir vorhin noch nicht erwähnt sie hatten überhaupt das waren so Technikfreaks also die waren in ihrer Zeit halt technisch mit am besten die hatten auch Bergbauspezialisten und solche Sachen das ist auch so eine Sache was auch wieder diese Amerika-Connection ist viele sagen die Templer waren deshalb so gut im Bergbau weil die in Amerika haben die schon seit 1200 haben die schon Goldminen abgebaut Gold und Silber 200 Jahre vor Kolumbus soll die dort schon gewesen sein und deswegen war das denen wohl auch wichtig Bergbau eben um an schöne Gold und Silber zu kommen was sie dann wieder mit den Venezianern zusammen dann wo sie dann immer mehr Dominanz dann aufgebaut haben als Banker und auch andere dann verdrängt haben und dann irgendwann so eine Art Monopolstellung so in Europa entwickelt haben ja ich glaube mal was sehr sehr interessant ist und so ruckst du nach uns in die Schweiz mal mit die Templer ist bevor diese Freitag der 13. stattgefunden hat durch diese französische König man muss mal auch dazu erklären ist dass die Tempelritter ihr letzter Kreuzzug hat damals in Jahr 1291 stattgefunden haben Schlacht von Akon Schlacht von Akon was heutzutage Israel ist ja Akon ist Israel oder? ja ja ich habe das mal nachgeguckt das ist jetzt mal Israel gewesen und das krasse dabei ist ist Akon ist am 18. Mai 1291 gefallen und das krasse dabei ist ist das zweieinhalb Monate später na und jetzt wenn man das kalkuliert und wir reden jetzt von Zeiten wo keine Fahrzeuge gab es und sowas dass der Ritt von Jerusalem beziehungsweise Israel bis nach Europa circa zweieinhalb Monate später wobei ich glaube die sind da nicht geritten Akon war die letzte Hochburg die letzte Burg die letzte Stronghold sozusagen von den Kreuzrittern den Tempelrittern von christlichen Rittern überhaupt im heiligen Land das war das allerletzte Jerusalem ist schon vorher gefallen Akon war das allerletzte dass das gefallen ist ja ich glaube nicht die sind mit dem Pferd nach Hause geritten weil dann hätten sie durch die ganzen feindlichen Linien reiten müssen aber sie sind mit dem Boot gefahren das war Seefahrt ok die haben gesagt zweieinhalb Monate danach und zweieinhalb Monate danach am 1. August 1291 ist die Schweiz gegründet worden haha der Rüttlich Spur diese Geschichte so mit Wilhelm Tell und so am 1. August 1291 ist die Schweiz gegründet worden zweieinhalb Monate später nachdem Akon am 18. Mai 1291 gefallen ist ja so sieht es aus das ist eine ganz entscheidende Timeline die wir hier vorfinden jetzt muss man auch dazu sagen über diese frühe Geschichte der Schweiz also diese Zeit 1291 der Rüttlich Schwur Wilhelm Tell und der Eidbund also dieses Treffen an dem einen See dort in der Schweiz das ist das ist alles auch schwierig jetzt historisch so genau festzulegen das ist viel viel Mythen auch sagen auch die Schweizer selber so genau weiß man es nicht das ist da ist Geschichte und Mythen überlagern sich da also gerade mit den Zeiten haut es nicht ganz hin 1291 ist offiziell der Tag wie die Schweizer sagen das ist ihr Gründungstag aber auch Schweizer Historiker sagen es es könnte auch durchaus 15 Jahre später gewesen sein und das könnte zum Beispiel auch wenn du von 1291 ein paar Jahre hochziehst es könnte auch 1307 gewesen sein und 1307 das ist wiederum genau die Zeit Schwarzer Freitag wo eben all die Templer verhaftet wurden beides ist möglich wie es genau ist wissen wir nicht also beides ist möglich manche sagen eben auch diese ganze Geschichte der Rüttlich-Schwur und so das war eben dann vielleicht 137 und diese Heuwagen-Geschichte also die Schätze werden aus Paris rausgebracht die sind dann eben in die Schweizer Berge gegangen was auch jetzt nicht so weit weg ist so von Frankreich und durchaus eine mögliche Fluchtroute wäre sei es drum wie jetzt da genau die Geschichte ist wissen wir nicht aber was wir auf jeden Fall sicher sagen können ist die Schweiz wurde gegründet mit dem Ende der Kreuzfahrerjahre das ist mal die Templer Kreuzfahrer die Geschichte war vorbei und die wussten auch die können es jetzt nicht wieder erobern oder so das war so ein stetiger militärischer Niedergang und nach Akon das war klar du kannst jetzt da nicht wieder neues Kreuzfahrerher aufstellen das war vorbei also die Ära ist vorbei und definitiv direkt danach wurde die Schweiz gegründet das ist sicher zu sagen ein Jahr hin oder her welche Variante wir da wählen würden ist egal und das Interessante an die ganze Geschichte ist dass wenn du durch verschiedene Städte in die Schweiz durchgehst überall an die Häuser und verschiedene da gibt es natürlich Burge oder Burgen sagt man eine Burg eine Burg ein Castle eine Burg eine Burg die die Templer gehört hat weil du siehst die Insignia von ihrer Kreuze überall und das 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 sind richtig abgefahren aber ich weiß es nicht ob ich mal jetzt zu schnell vielleicht kommt man schon zu schnell ich lass uns noch mal kurz in dieser Frühzeit der Schweiz bleiben weil das ist auch wollte ich unbedingt erwähnen es ist ja so die in der Schweiz die Leute die dort gelebt haben das waren Helvetia oder auch Alemannen sagt man Helvetica deswegen ist das die Helvetische Alemannen also im Grunde haben wir auch so relativ einfache Leute also das waren Berge also das waren im Grunde auch Bauern die dort oben gelebt haben und die haben sich das ist so der Gründungsmythos der Schweiz die haben einen Bund geschlossen eine Eidgenossenschaft gegründet um sich dann gemeinsam gegen gegen eindringende Machthaber zu wehren die die halt dieses Land dort oben auch haben wollten ja und interessanterweise kommen jetzt hier wieder welche ins Spiel die wir auch schon intensiver hier in unserer Show besprochen haben nämlich die Habsburger ja genau ja da sind sie wieder ja 1291 da war diese berühmte diese berühmte Schlacht am Moorgarten hieß das und dort haben eben die die Schweizer und das ist so ein Mythos weil im Grunde die Schweizer waren eben einfache Bauern die hatten jetzt gar keine richtigen Waffen und sowas die haben Bauern Waffen gehabt also so aus den den Werkzeugen was sie am Acker hatten Waffen gemacht mit die Sense und dann irgendwie so die die waren im Grunde eine einfache Armee die Habsburger das waren halt dann Ritter und die hatten die Hightech aus ihrer Zeit Kriegswaffen also auch Geschütze oder sowas Katapulte Schießpulver gab es noch nicht das war der Unterschied und es ist ja eben so der Mythos die glorreichen Schweizer haben die halt vertrieben diese ganzen Ritter aus den Bergen vertrieben aber es gibt heute noch in manchen Kantonen eben so Legenden wenn die über diese Zeit reden dass da die helvetischen Bauern eben Hilfe bekommen hätten von so ominösen weißen Rittern die weißen Ritter sind zur Hilfe gekommen und haben denen entscheidende Hilfe gegeben um diese Habsburger Armee loszuwerden und ich meine da naja gut weiße Ritter die Templer sind immer in weiß aufgetreten man braucht mal nur die Schweizer Fahne anzugucken oh yeah das geht darum ist dass die Schweizer Fahne solange das das Land existiert ist eine inwörtete Zeichen ein vereinfachter Kreuz von das was die Tempelritter getragen haben weil du hast eine weiße Kreuz auf einer roten Hintergrund und die Tempelritter war genau umgekehrt eine rote Kreuz auf einer weißen Hintergrund und somit ist diese Zeichen immer noch aktuell und bezieht sich mal das auf die Tempelritter die dann dort in die Schweiz niedergelassen haben sehr richtig das ist ein ganz wichtiger Hinweis wir müssen uns diese Flaggen anschauen das gilt nicht nur für die Schweiz es gilt überall Flaggen können einem ganz viel sagen und Herrschaften und in der Tat diese Schweizer Flagge ist schon ein deutlicher Hinweis darauf auf diese Templer Collection by the way Alex wo wir schon bei Flaggen sind sollten wir dann vielleicht auch mal die englische Flagge erwähnen nicht der Union Jack weil der Union Jack ist ja von UK United Kingdom nur die St. George Flagge die auf die englischen Fußballfans und so wehen wie sieht denn die aus die ist nur weißer Untergrund und ein rotes Kreuz das ist die Flagge von St. George die englische Flagge St. George sind wir auch schon Georg Ritter Drachentöter das ist genau das Gleiche wir haben das auch schon mal ausgeführt in dieser langen Sendung wo wir viel über Venedig gesprochen haben vielleicht könnt ihr euch das nochmal anhören wenn ihr wollt ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben das ist Nummer 32 Ausgabe Nummer 32 da haben wir lange über Venedig gesprochen und da haben wir ausgeführt wie so diese lombardischen Banker sich ausgebreitet haben Schweiz Norddeutschland und dann aber auch eben Holland und England City of London und das ist genau dieselbe Connection eben diese Templer die sind natürlich nicht nur in ein Land geflohen sondern die sind untergetaucht und in mehreren Ländern haben die dann Zuflucht gefunden wir wissen es zum Beispiel auch in Spanien Portugal waren die Templer auch nach dieser 1307 Geschichte noch stark wir wissen andererseits sind die eben auch viel nach England geflogen Schottland da kommt dann später dann dieser ganze schottische Freimaurer diese ganzen Geschichten her es kommt auch Schottland weil die Templer haben dort ein Refugio gefunden es ist auch der der Wechsel hier in diese City of London rein und dort kommt diese St. George Flagge her das ist auch direkt das ist Templer Connection und City of London habt ihr da euch mal das Wappen angeschaut der Code of Arms oder einfach Logo kann man heute sagen City of London das ist es auch das genau auch wieder dieses rote Kreuz auf weißem Grund das ist die Connection ja aber das ist das ist hier eine Sache das viele Leute mal nicht verstanden haben und einfach mal die sehen diese Kreuz diese diese Maltese Kreuz was die was die Ritter getragen haben na was sehr sehr interessant ist was keiner das betrachtet hat ist dass diese Kreuz wenn du die zusammenfaltest in ein dreidimensionales Bild was bildet die was bildet die kann jemand das sagen also ich weiß es wäre einfach naja ich ich stelle mal die Frage wir müssen uns vorstellen wir hätten das aus Papier also so diese Maltese Kreuz wir würden das jetzt basteln es war in Weihnachtszeit wir basteln wir haben so also wir basteln uns so ein rotes Maltese Kreuz so aus Pappe so ja und jetzt das haben wir so vor uns liegen als Pappe und jetzt falten wir das so zusammen so nach oben so genau was kriegen wir dann wir kriegen eine Pyramide eine Pyramide vielleicht nur Zufall wir kriegen eine Pyramide weil wenn du das siehst der Maltese Kreuz das sind das sind vier Punkte die gehen in Dreizack beziehungsweise in Dreieck in der Mitte na und mit die kleine untere Seite ausgeschnitten wenn du diese vier Teile zusammenstellst das bildet sich eine Pyramide siehst du der Huhr hat es schon geschrieben wahrscheinlich bevor wir es gesagt haben ja sehr gut ja hast du das Quiz gewonnen wenn wir jetzt irgendwelche Promo-Artikel hätten dann würden wir sie raushauen hier auf jeden Fall und das ist jetzt okay jetzt können wir sagen es fällt ja so Zufall aber das Interessante ist und das wird der Tenor auch von dem was wir jetzt hier reden und vielleicht können wir langsam diese Connection aufmachen die Tempelritter wir haben es ja schon gesagt die waren interessiert an diesen noch älteren Sachen die haben rumgegraben dort und es ist so sowohl die Templer als auch dann später die Freimaurer die sich ja wieder auf die Templer beziehen all dieses ganze Logentum Freimaurer und vorher auch vielleicht noch die Rosenkreuze all die beziehen sich ja auf diese Templer und was die alle gemein haben das ist auch diese Faszination von 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 wirklich antiker Esoterik von ägyptischer Esoterik von ägyptischen Kulten so die die vielleicht das ist jetzt auch wirklich schwer jetzt wirklich 100% so zu belegen aber das ist was was die Templer auf jeden Fall mindestens mal inspiriert hat mental sie haben sich ja ständig damit beschäftigt mit diesen Geschichten und die Frage ist ob eben ob eben es nicht sogar noch weiter geht und wir bei den bei den Templern den Ausdruck haben von einer von diesen antiken Bloodlines dass die Templer also direkt gegründet wurden von diesen Bloodlines in eben einer anderen Zeit sie laufen jetzt nicht mehr rum weil die mussten mal Elite sein die mussten mal Elite sein damals und deswegen der musste mal und von Anfang an Protection Vatikan also Kirche Papst und über allen anderen Königen allen anderen Souveränen allen Kaisern noch nicht mal der Kaiser konnte denen irgendwas sagen die haben ihr eigenes Ding gemacht und die Frage ist eben ob das nicht ein Ausdruck ist von so einer alten Bloodline einer alten ägyptischen Bloodline die zurück geht auf Zeiten von Amun Ra-Priestern Pharaonen Gottkönigen diese totalen Diktaturen möchtest du schon fast sagen und das ist auch so Teil von dieser These eben dass sich diese Clans diese Clans dass die irgendwann abgetaucht sind aus der Geschichte ägyptisches Reich ist irgendwann untergegangen die die Bibel spricht auch davon so der Pharao und seine Armeen versanken im Meer ist doch da diese Story wo das rote Meer so aufgeht und so und dann versanken die da drin das könnte aber auch so ein Symbol sein für das das Meer der Völker also die sind untergetaucht die sind in in eine in eine Diaspora gegangen ägyptisches Wort dafür ist Golut by the way Golut ja und Golut das ist dieses G was überall bei den Freimauern auftaucht ja genau uns erzählt man das steht für Gnosis oder Gott oder sowas aber das ist ja aber es könnte auch für Golut stehen das ist das alte für Diaspora und zwar nicht die Diaspora der Juden sondern die Diaspora dieser Priesterkönige dieser pharaonischen das ist die die Amon Ra nennt sich das die Priester der Amon Ra nennt sich das und Amon Ra übersetzt das waren die Priester des Pharaons und Amon Ra übersetzt heißt einfach Money People Geld Menschen das ist interessant Geld das ist wirklich Hot Stuff Leute das ist die Frage ob das ist was wir hier sehen diese Connection die Connection Frank da können wir mal ein bisschen weiter nehmen wir haben heute was mal in diese Schweizer Zeitung mal gesehen da kommen wir noch zu das ist immer noch nicht tief genug Alex lass uns mal über den Namen auch reden Schweiz Schweiz es kommt eigentlich aus dem Französischen weil Französisch war früher also auch zu Zeiten der Tempelritter eben die Sprache die man spricht so und Schweiz ist Swiss Swiss und es gibt Leute die sagen Swiss ist etymologisch hat das zu tun mit Sir Dieses die Schwestern von Isis die Schwestern Isis Swiss Sir Dieses Schwitzerland Schwesternland Schwesterland genau das ist das ist was manche Leute sagen manche Leute sagen das ist das ist die die Connection aber das ist das gleiche mit Paris Paris Paraises 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 by the way wo wir schon bei Isis sind es gibt natürlich ach ne jetzt eigentlich hervor Entschuldigung komm mal zurück auf diesen Namen Sir de Isis Paraises das ist auch auf jeden Fall aber Frank das ist die Thema das ist denn wieder eine Zeichnung Zeichnung dafür was wir darüber gesprochen haben über dieses Buch was Barbara G. Walker geschrieben hat das Encyclopedia die Frauen das geheime wissende Frauen die geheime wissende Frauen wo Frauen tatsächlich zu der Zeit mal als Götter gesehen waren und dieser materialische glaube ich heißt das auf Deutsch wo sie der Führer der Familie gewesen war und sowas man spricht auch darüber weil das ist dieser weibliche Account in der Tat und diese weibliche Linie die ist immer um was es geht das ist auch das interessante wir reden ja oft darüber wie das männliche das weibliche dominiert aber in den entscheidenden Bloodlines scheint es so zu sein dass die Mutterlinie entscheidend ist wie bei den Hebräern by the way ich meine du brauchst mal nur die Klabotten zu sehen dass die mal damals gesagt hast das war sehr 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 weiblich mal angestanden auch heute noch die Priester in den komischen Gewändern und so in der Tat und es ist ja auch heute noch so bei den Juden da geht es auch es geht um die Mutter du bist jüdisch also du bist von deinem Rabbi als jüdisch anerkannt wenn du eine jüdische Mutter hast ja egal was dann der Vater ist egal wenn du eine jüdische Mutter hast bist du jüdisch also bist du 100% und da sind wir wieder bei diesem weiblichen das ist um was es dort geht da geht es eben auch um Genetik oh jetzt ist es wieder ganz heiß so warte mal ich höre mal kurz mal an die Mikrofon oder an den Lautsprecher ob ich höre mal irgendwelche Gehirn knistern da draußen ich glaube dass wir haben die Leute gefasst Frank aber ziehen wir noch mal so ein paar jetzt wo wir schon so wirklich rausgehauen haben um was es uns eigentlich hier auch geht schauen wir mal ob wir noch so ein paar Verbindungen finden zwischen Templern und Schweiz wir haben ja euch erzählt die Templer haben das Bankwesen erfunden in Europa bargeldloser Zahlungsverkehr Schecks und da sehen wir heute an das ist ganz offensichtlich der Finanzplatz Schweiz ist einer der wichtigsten wenn nicht die wichtigste wenn nicht der wichtigste und zwar seit langer Zeit also alle Leute die Geld haben die eine unglaubliche Souveränität haben alle Leute in dieser Welt die Geld haben haben irgendwo einen Platz in die Schweiz das war früher buchstäblich das Schweizer Nummernkonto so und da reden wir eben auch von den Schurken aller Welt also auch von den Diktatoren so über die Generationen hinweg jeder hatte da so seine Connection in die Schweiz man könnte dann fast sogar sagen von der Schweiz aus wurde so diese Welt dominiert also so weit könnte man gehen dazu sehen wir heute auch wie die Schweiz ja auch ein Zentrum der internationalen Diplomatie ist Genf diese Stadt Genf ist es zu Hause von so vielen internationalen Organisationen es ist einer der UNO Hauptstädten NGOs also diese Non-Government Organisations nicht Regierungsorganisationen das klingt auch mal so schön aber dahinter verbirgt sich nichts anderes als Netzwerke internationale Netzwerke die von Eliten gemacht werden um Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung also das sind so dermaßen viele die Welt WHO Welthandelsorganisationen und so weiter die alle dort in Genf ihr Zuhause haben ja ich meine um nur ein kleines Beispiel um zu geben in wie weit das geht das muss man mal vorstellen ist das diese Zeichen der Ritterkreuz und auch mal dieses sogenannte W weil was die Freimaurer und die Tempelritter das ist eine Verbindung mit denen zusammen na und diese Zeichnungen was du siehst du kannst mal an jeder Hubschrauber jeder Panzer in Afghanistan in Irak von der US-Militär von der israelischen Militär und alles drum und dran alle ihre Fahrzeuge Flugzeuge und sowas haben dieselbe Zeichen wie diese was die Tempelritter und die Freimauern haben und das kannst du das ist eindeutig zu sehen ja da geht es um diesen Winkel also das was auch so Amerikaner so auf der auf der Uniform drauf haben genau diese W es ist eine W-Zeichen es ist eine W-Zeichen und das sind solche Dinge wo man sagt okay was hat die Schweiz tatsächlich für einen Einfluss was geschieht in der Welt heutzutage und das ist das ist ziemlich ziemlich interessante Sache ich habe jetzt einfach mal auf blöd nebenbei so Wikipedia aufgemacht nur mal Genf eingetippt und dann siehst du da hat ja internationale Organisationen die in Genf sind und nur mal so ein paar zu nennen also Vereinte Nationen Völkerbund eben auch schon historisch Völkerbund das ist ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen so nach dem Ersten Weltkrieg gegründet Welthandelsorganisationen WTO Handelentwicklung internationale Arbeitsorganisationen Weltgesundheitsorganisationen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen internationale Organisationen der Normungen lasst es euch sagen endlos viel Elektrotechnical Commission geistiges Eigentum Fernmeldeunion Meteorologie das ist auch ganz wichtig hier guck mal europäische Organisation für Kernforschung das ist CERN CERN da haben wir auch schon mal intensiver drüber gesprochen was CERN bedeutet allein dieses CERN das ist auch in Genf hier Weltorganisation für geistiges Eigentum naja geistiges Eigentum europäisches Rundfunkunion selbst die freaking Pathfinder hier Weltpathfinderorganisation Fairlight Fieselschweif international Rotkreuz und Rot-Halbmond-Bewegung ja das ist auch ein Ding Rotes Kreuz ein Riesenthema für sich das ist auch so eine NGO die kommt natürlich in dem Gewand her wie das immer bei diesen Ritterorden ist Barmherzigkeit ja wir sind gegründet wir schützen die Pilger wir bauen Krankenhäuser und so Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter und so weiter über auf den Krankenbägen ist das drauf aber hier Rotes Kreuz das ist wenn du guckst dann entdeckst du diese selben Elitärnetze dahinter die da drin stecken das ist ja der letzte ist auch mal interessant Internationale Organisation für Migration ja das ist im Moment ganz interessant ja ich behaupte das ist mal im Moment ganz interessant aber auch nicht zu unterschätzen diese beiden Dinge hier Lutherischer Weltbund und auch Ökumenischer Rat der Kirchen das führt uns wieder zu dem den wir vorher erwähnt haben ja dieser Typ mit dem der Helmut Schmidt so gut auch war hieß er Hans Küng ja und sein Weltethos also auch das dieses über die Welt dominieren das ist eine eine globale Herrschaft das ist was was dort so zum Ausdruck kommt ja und da gibt es noch mehr krasse Sachen bei Genf ich habe da mal mal rum recherchiert was alles kommt da gibt es muss ich mal suchen wo ich das gerade finde ja genau hier in Genf ist auch beheimatet der Ordo Supremus Militares Templi Hiro Silimitani das ist der größte internationale Templerorden so nennen sie sich auch selber Templer sind nicht geschützt Alex ich meine auch wir zwei wir könnten jetzt eine Band gründen und sagen was weiß ich Shucks Revenge oder sowas Templer Sound ist ja nicht geschütztes Wort deswegen gibt es viele Gruppen die sich so nennen vielleicht auch einfach nur irgendwelche nicht wirklich eine Connection dazu haben aber dieser Orden der sagt wir sind der größte internationale Templerorden die haben einen Special Consultative Consultative Status bei der UNO also haben dort extra einen Platz auch um zumindest Rat geben dabei sein und die sind ganz stolz auf ihre Homepage das heben die sogar vor registriert in Genf das ist nur wieder weiteres Beispiel also heute die Headquarters von den von den Templern die sich heute als solche bezeichnen natürlich auch in Genf zu Hause ja das ist jetzt das ist eben die Frage ich meine ist das alles Zufall ja well Zufall das ist jetzt die nächste Frage in die Orts Spiers glaube ich heißt das Spiers in der Schweiz in der Nähe von Bern da gibt es doch dieses Burg diese Templer Burg oh ja und auch ihre Tempel nahe dort und das ich glaube das Interessante an der ganzen Geschichte ist was dort zu sehen ist allein in dieser Burg und in die verschiedenen Städte in Schweiz was keiner man läuft jeden Tag daran vorbei und man sieht das nicht zum Beispiel in dieser Tempel in dieser Burg in Spiers in der Nähe von Bern du hast wie sagt man Obelisks Obelisken ja Obelisken stehen überall und interessanterweise du kommst mal in diese Burg herein und da steht eine Obelisk auf die linke Seite bei den Eingang und diese Obelisk steht auf zwei Kugeln was als die vier Erd beziehungsweise die wie sagt die Wahrzeichen Wasser Feuer Erde Elemente Elemente und Wind bezeichnen na und obendrauf ist wie eine Samen obendrauf die haben das okay das Obelisk ist das Fallus Symbol und natürlich das obere Keystone je nachdem wie das geschnitten ist bezeichnet das war auf das Beschneidung der beschnittene Fallus aber denn die haben welche die eine Kugel obendrauf sind was eine Zeichnung auf das Welt Beherrschung ist aber gleichzeitig eine Samen drauf wo man sagt das ist wo wir hier stammen das ist der Samen wo der Mensch her kam Symbol unsere Genetik ist ein Wechsel des Imperiums gewesen aus einer anderen Region aus Ägypten ist es erstmal nach Rom gegangen und aus Rom dann via Venedig dann in die Schweiz wir reden von derselben Herrschaft sozusagen die einfach nur ihre Hauptquartiere so ein bisschen wechselt so im Laufe der Jahrhunderte und dieser Obelisk ist offensichtlich wenn du mal zurückschaust das ist ein Zeichen das Gott Osiris und wo diese Obelisk steht das Wasser Fontan darunter ist ein Zeichen für die Götten Isis weil Wasser war ihr Zeichen gewesen und das Witzige dabei ist dass wenn du in dieses Burg Eingang gehst der ist eine Tafel und da steht da Namen von den Baronen die diese Burg unter ihrer Leitung gehabt haben so jetzt wenn du mal nimmst dass wenn die Schweiz tatsächlich im 1. August in 1291 gegründet worden ist diese Burg wurde geleitet von einer sogenannten von Strattenberg bis 1338 kommt hin oder Ja kommt gut hin kommt gut hin und da gibt seine Zeichen unter anderem gehe ich davon aus U.A. heißt das unter anderem da gibt es mal einen Namen hier Mini Sänger Heinrich der dritte Okay und dann von 1338 bis 1506 hast du die Familie von Bubenberg unter anderem Adrian von Bubenburg gehabt als Baron und dann von 1516 bis 1878 der Baron von dieses Burg und Tempel war war von Erlach von Erlach unter anderem Franz Ludwig von Erlach Die haben schon dieses Tempelzeichen im Familienwappen drin Ja genau im Familienwappen und nicht nur das Zeichen von was wir kennen als die Freimaurer mit dieser W sondern auch mal mit diesem Stern von David an einem blauen Hintergrund und unter diese verschiedenen Familien und das ist hier bezeichnet dass in dieser Kirche das Ding ist voll gemauert egal wo du guckst da ist eine Zeichen überall vom Templer auf die kleinste Stelle bis auf die Gittern was an die Fenstern stehen und Freimaurer und das witzige das interessante dabei ist dass jeder erste August oder jedes Jahr in August treffen sich die Freimaurer dort und die sammeln sich in August um die Geburtstag von Osiris und Isis in die Kirche zu feiern Das ist das schöne christliche Geschichte und das witzige dabei ist dass wenn du guckst mal in diese Tempel hinein und da dieser abgerundete Tempel weil das ist eine Zeichen für Templer wo die gebeten haben und ihre Sachen ausgeführt haben wenn du guckst genau dahinter auf der Orgel ist das selbe Zeichen wie auf der Dollar Bill das Dreieck mit der Auge in der Mitte und die Sonnenstrahlen die rauskommen genau dieselbe Zeichen und wenn wir reden von 1291 Alter hier come on give me a fucking break und überleg doch mal was auf die Dollar Zeichen ist wenn das nicht ein Zeichen dafür ist und dann es geht einen Schritt weiter die haben einen abgesperrten Sicherheitsraum dort wo man rangegangen ist mit einer Taschenlampe und der hat dort reingeschienen und auf diese Plag oder diese Kopfstein was die da drin haben weißt du was da drin ist der Baphomet nein der Zeichen vom Skull and Bones vom Yale University wo George Bush und alle diese fucking Typen mal dort in dieser geheim Organisation mal zusammen waren das ist vielleicht sogar der Baphomet also der Baphomet ist ja was als man die Templer dann so so verfolgt hat da war einer der Vorwürfe die man ihn gemacht hat ein ganz fieses Zeug vorgeworfen Sodomie und so weil reiner Männerbund und so weiter aber unter anderem hat man ihn eben vorgeworfen sie würden eine eine Art Idol also eine Götze anbeten die Baphomet hieß und Baphomet in den in den Originalakten von den Templern ist auch die Rede von Kaput Kaput das ist Lateinisch für Kopf also ein Skull ein Tutenkopf deswegen da ist auch eine Connection das ist kein Zufall also wenn du sagst Skull and Bones das ist könnte das ist wirklich diese Dinge sind es ihr versteht schon das ist ja aber das könnte genau dasselbe sein also das Skull and Bones Schädel ist Baphomet Frank du jeder look ich erzähle keine Scheiße jeder von euch kann dort in die Schweiz Marna Spears zu dieser Templer Burg hingehen und das Ding besuchen und du wirst das sehen und den Rest von dieser Seite ist eine zugesperrte Tour wo keine Zutritt hat und es wird gesagt dass hinter dieser Tour äh wurde Blutrituale gehalten ob bestimmt nur früher oder heute nicht mehr oder Frank man weiß nicht weil es geht darum ist das die haben es wird gesagt ist das die haben die damals mal bei die 30 jährigen Kriege und sowas dass die viele Kinder mal dort abgeschleppt haben und angeblich mal Blutrituale benutzt haben und sogar die Schweizer haben mal ihre eigene Kinder das wird gesagt ob das offiziell ist oder nicht das kann ich nicht sagen aber es wird erzählt dass bei diesen Sachen ist das so wenn du guckst mal heutzutage wenn du guckst mal heutzutage was da alles abläuft mit die ganzen Politiker in den USA und alles drum und dran und in England was mit die Pädophilen genau so ist es wie und da sind wir wieder bei England bei Strict auf London wie undirekt kann das davon mal liegen und das ist eben nichts Neues es geht lange zurück diese blutigen Kulte auch das ist genau das von Winiberin Frank das steht hier dass unter anderem die Schweizer haben eine lange Geschichte von Kindemissbrauch da gibt es mal einen Namen das die Schweizer gehabt haben bis 1989 die Verdienstkinder die Verdinkinder oh das ist auch wirklich eine Horrorgeschichte an sich die Verdinkinder hießen die Verdinkinder das ist ein komisches Schweizer Terminus Verdinkinder das Wort ist schon so fies da werden also Kinder zu Dingen gemacht Verdinkinder das ist im Grunde wurden in der Schweiz und es geht bis ins 20. Jahrhundert es leben heute noch Leute 1989 angeblich ist das wenn du das mal erstmal aufgehört hast es gibt heute Menschen die da noch berichten können die das selber erlebt haben also Verdinkinder Kinder aus armen Familien Kinder die nicht ernährt werden konnten auch Bevölkerungsexplosion diese Kinder hat man im Rahmen von einer Pflege oder sowas in eine andere Familie gesteckt so dass die sich soll eine andere Familie sich darum kümmern das ist so die Idee dahinter der Faktor ist es aber so gewesen dass diese Kinder einfach nur billige Arbeitssklaven waren die gar keine Pflege bekommen haben sondern Bauern konnten sich im 20. Jahrhundert gab es noch Märkte da konnten sich die Bauern Kinder offen auf dem Markt kaufen wie auf dem Sklavenmarkt die Zähne angeguckt und mal ein bisschen reingepiekst ja okay der passt und zack hast du den gekauft offiziell warst du dann dem sein Ohrheim das waren alles entmündigte Menschen und die sind dann als Sklaven da mitgegangen zum Teil auch in Gegenden was heute Baden-Württemberg ist also das ging weit das war ein Riesensystem von Menschenhandel Sklavenhandel bis in wirklich in erschreckend 1989 steht hier die Verdinkinder und ich meine da reden wir auch ganz viel die natürlich auch boah da könnte man so weitergehen die richtig düsteren Dinge rein also sexueller Missbrauch ritueller Missbrauch jetzt wenn ich mal hier über Blutrituale damals und jetzt heutzutage mit dieser ganze Freimauer und sowas und das was die Tempelritter betrifft also so fast kann das mal gar nicht liegen wenn das mal auch hier bewiesen unter Punkten bis 1989 war das aktuell mit den Verdinkindern das ist auch ganz klar das ist alles belegt und Fakt so das weiß man heute das ist jetzt keine Geschichten wie gesagt es gibt heute noch Menschen die leben die können davon erzählen wie das denen das Kind ergangen ist dieses ganze System von Verdingkindern das ging lange das ging über Jahrhunderte hinweg und das ist richtig düster richtig düster was ich da abgetan naja letztendlich mal so wie diese Leute die die Geschichte über diese Sache schreiben von der Schweiz zum Beispiel da gibt es mal hier auch eine eine Inschrift über die Tür wenn man reingeht das steht IHS über die Tür na und die haben das mal interpretiert als ISIS Horus und Satan Set 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 ist sozusagen das ägyptische aus dem dann später dann andere Satan gemacht haben ja Horus ISIS Set ja H-I-S krass krass IHS also ISIS ja ja in Hoxigno sagt man heißt es dann also in diesem Zeichen also so christlich aber hey wo wir schon bei so Dingen sind es gibt in der Schweiz eine Stadt die heißt Sittan aber auf Französisch heißt sie Sion Sion ja Sion geschrieben mit S aber S und Z sind sowieso austauschbar wenn du wenn du dir die Herkunft von Schriften anschaust S und S das ist das gleiche so by the way wo wir schon drauf sind das ist ja auch interessant diese Buchstaben sind direkt phonetisch S ist das Geräusch der Schlange deswegen sieht auch das S auch so aus wie eine Schlange so sind Schriften entstanden weil tatsächlich auch unser Alphabet schweifen wir vielleicht ein bisschen ab aber vielleicht auch nicht auch unser Alphabet wie wir das heute kennen geht direkt zurück auf ihre ägyptische Hieroglyphen ja ja klar Alpha Alep Alep war die Q und 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 B das sind ägyptische Worte so aus den Hieroglyphen haben sich auch unser Alphabet entwickelt über Phönizia und so weiter also interessant diese Stadt Sion Sion ja für was steht Sion Sion das ist wie dasselbe ja also genau da geht es dann eben um um dieses Sion um den Berg Sion wir reden hier von wirklich dann auch wieder die Connection hin altes Testament und für was steht Sion manche Leute sagen Sion das ist Sed Isis Osiris Nephtis und da sind wir genau in diesem ägyptischen Panthenon wieder diese ägyptische Götterwelt so das ist für was Sion steht ey zieht euch das mal rein ich meine nur mal wenn wir das mal ein bisschen sacken lassen ich meine wir haben jeder von euch der hier zuhört weiß so viel auch über Zionismus und all diese Dinge wie sie sich da in den letzten Jahrhunderten oder in der Moderne so verbreiten was wenn das stimmt wenn Sion Sion direkt ein ein Code ist ein Anagramm ist für sag mal Anagramm weiß ich nicht also so eine Abkürzung für Sed Isis Osiris Nephtis da hast du direkt die Connection eben in die Antike rein ja Sion by the way ist so witzig ich hab so auf der Recherche hab ich da mal Sion eben diese Stadt auf Wikipedia getippt und das erste was mir aufgefallen ist ist so da stand der der aktuelle Stadtpräsident so heißen die glaube ich also Bürgermeister der heißt Maurer ja super Maurer also brauchen wir mehr darüber zu diskutieren dass die Schweiz ist eigentlich mal Freimaurer und Templerland mit dem Namen Maurer deswegen waren die niemals in Krieg gewesen weil die sind die Leute die das mal alles steuern ich hab eh das mit dem Maurer auch nur weil ich darauf hinweisen will es sind tatsächlich aber eben dort Familien die über Jahrhunderte immer freig die immer noch immer noch also es ist vielleicht kein Zufall dass der Maurer heißt nein immer noch der gibt's mal auch Planherrschaft pass auf der gibt's mal einer 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 Richter der heißt Jean-Pierre Vicard in Emmental der gibt's mal der gibt's mal einer einer Hochsicherheitstracht äh Gefängnis in Emmental wo die Schweizer Käse hier kommt na und diese Gefängnis da gibt's zwei Gebäuden und der Typ der diese Recherche teilweise gemacht hat in die Schweiz wurde dort vor ein Jahr weggesperrt der wurde weggesperrt die andere Gebäude wenn du dort drin bist da kommst du nicht mehr raus und jetzt das Ding ist ist dass der sein Richter damals der ihn verurteilt hat vor ein Jahr hieß Jean-Pierre Vicard und nicht zu verleggen mit Jean-Luc Picard nein nein Vicard und dann wurde über eine Vicard Alphornet damals gesprochen die Frauen verbrannt hat das waren diese der französische Name dafür ich weiß es nicht ob ich das richtig mal herausbringe Vicard Alphornet Frauen die haben Frauen verbrannt und dann du guckst mal Vicard Alphornet der Richter Jean-Pierre Vicard also Inquisition da you go und du siehst dass allein diese Elite Familien kommen mal von diesen Sachen an die Kontrolle nie mehr raus und das sind diese Elite Blutlinien wo du hier schon gerade die Hexenverbrennung ansprichst das ist auch auch so ein Ding die Schweiz hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt bei der Hexenverfolgung und das ist das hier was ich gerade gesagt habe ich glaube sowohl die erste aber ganz sicher also ganz sicher bin ich mir dass die letzte Hexe die je in Europa verbrannt wurde das war in der Schweiz das war die Anna Göldi 1782 die letzte Hexe verbrannt by the way das ist auch danach fängt auch wieder ein großer Wechsel an in Europa wenn ihr so die Timeline im Kopf habt 1782 letzte Hexe verbrannt und noch im selben Jahrzehnt hattest du dann die Französische Revolution da startet dann wieder so eine ganz neue Ära für Europa es geht dann nicht um Frankreich wieder was Neues es folgt direkt aufeinander so und die haben die haben eine große Rolle gespielt in der Hexenverbrennung der berühmte Hexenhammer dieses ein schreckliches Buch das Maleus Maleficarum das war so die Anleitung so wie man Hexen foltert und quält das war wirklich ein perverses Buch ein krankes Werk dieser Hexenhammer der wurde geschrieben von zwei Elsässern Heinrich Kramer und Jakob Spengler und da muss man auch sagen Elsass das ist eine Connection zur Schweiz also die Elsässer sind sozusagen kreuzen mich wenn ich jetzt falsch das ist so eine Art Exil-Schweizer also die haben Connection eben zu den Schweizer das kannst du heute noch an der Sprache hören das ist auch so ein Ding die Elsässer sind nie wirklich Franzosen gewesen auch nie wirklich Deutsche und von dort kommt auch dieser Hexen diese Hexenwahn und dort auch das ist jetzt kein Zufall es wurde nirgends wurden so viele Hexen also Frauen als Hexen verbrannt wie in der Schweiz gerade in diesem in diesem reformatorischen kalvinistischen Umfeld also das war wo es so richtig krass abging am schlimmsten war gar nicht die katholische Kirche das deutet man es heute mal gerne hin Papst und Inquisition aber die die wildesten Hexenverfolger waren die protestantischen Kirchen das waren die die Reformatoren das waren unter Zeiten von Kalwin und so weiter Kalwin natürlich auch Schweiz wo kommt das alles her wenn wir das fast jetzt schon aufmachen dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen auf die Connection zu Venedig wir haben damals drüber gesprochen in der Ausgabe 32 welche Rolle auch Venedig spielt bei der bei überhaupt dieser ganzen Reformationsbewegung die in Europa ausgelöst wurde um eben Europa zu spalten zu schwächen in Religionskriege zu verwickeln und stellvertretend waren eben Venezianer und eben auch Schweiz die Schweiz gilt bis heute und ist ganz stolz darauf auf ihre Tradition von religiöser Freiheit so nennt man das dann dort durften eben auch all diese Reformatoren wirken und die sind angeschoben finanziert worden letzten Endes von Venedig da ist auch wieder diese Connection und dann wenn wir schon bei den Religionskriegen sind dann sind wir eben beim 30er ja über 100.000 Schweizer Söldner haben erstmal Attacke an Europa gemacht und die haben mal alles ausgebeutet und zig wie viele Menschen mal umgebracht und witzigerweise ist das auch mal zu beweisen Frank das ist auch schriftlich dargestellt dass die Schweizer Söldner unterwegs waren in Europa damals die haben geplundert die haben die Leute mal umgebracht und so weiter und was ist passiert die sind am 1. August zurück in die Schweiz gekommen die haben mal ihre Horner getütet die ganze Bergleute sind runter von den Bergen gekommen und die haben gefeiert über die ganze Zeuge und alles was die geplundert haben und weißt du was 1. August ist seine Nationalfeiertag in der Schweiz da sind die halt damals zurückgekommen weil damals war doch jeder war irgendwo noch Bauer und das ist halt die Erntezeit und da musstest du dann hin in die Erntezeit ist halt wirklich da ist der Bauer nach Hause gekommen und danach ging es wieder in die nächste Plündersaison genau und zwischen 1. August und Ende Oktober war in Europa immer Frieden aber nach Oktober die sind wieder nach Europa gegangen und die haben gesagt okay lass uns mal unsere Taschen wieder vollstopfen und nie sind diese Kriege in der Schweiz stattgefunden nein es gibt dieses Wort aus dem 30 jährigen Krieg der Krieg ernährt den Krieg Wallenstein hat das gesagt der Krieg ernährt den Krieg genau das war die Idee diese Schweizer Söldner die waren über Jahrhunderte gefürchtet weil die eben sehr sehr gute Kämpfer waren die waren exzellent auch hier wieder die Connection zu Templar wir reden von militärischen Schweizer Söldner waren über Jahrhunderte die besten Kämpfer die du in Europa bekommen konntest die sind 500 übrig geblieben die berühmten Schweizer Pikeniere und Musketiere die waren gefürchtet und sie im 30er Krieg wie sie auch Wallenstein eben formuliert hat wie bezahle ich meine Söldner ja der Krieg ernährt den Krieg die Söldner sollen sich ihre Beute selber machen die sollen sich ihren Sollt erbeuten und so ist das Land und die Zwiebevölkerung in diesem 30er Krieg unglaublich gelitten ganze Landstriche wurden entleert von Menschen Deutschland schon viele schlimme Zeiten erlebt aber ich glaube kein Krieg hat so einen schlimmen Impact gehabt wie der 30er Krieg wie weit das heute mal zu Tage ausbreitet deswegen hat jeder Schweizer zu Hause eine M16 oder irgendwelche Kanonen mal der in seinen Dings steht ja auch von 1. August bis Ende Oktober da war kein Krieg weil das war die Erntedank Festzeit oder das Oktober Festzeit wie auch immer das man nennen will was haben die gemacht die haben ihre Waffen genommen die haben die eingeölt und die haben die irgendwo unter das Bett oder sowas weggesteckt und im Oktober haben die wieder rausgeholt und das Idee ist mal bis zu heutiger Datum dass jede Schweizer seine eigene Waffe hat und so weiter falls dass die mal wieder zusammen kommen müssen dass dann man die jede ist bewaffnet und man kann die wieder aufrufen auf jeden Fall nehme ich das auch wieder als ein deutlichen Hinweis darauf Schweizer Templar Connection dieser Militarismus diese militärische Elite über Jahrhunderte hinweg und du sagst es völlig richtig bis in unsere jetzige Zeit rein da gibt es 500 übrig von diese Elite Soldaten und wo sind die wem schützen die du meinst die Schweizer Garde das ist Schweizer Sold nur Schweizer nur Schweizer dürfen den Wer war vorher der Verteidiger des Papstes die Templer das ist tatsächlich so bis vor wenigen Jahren das ist wirklich erst wahrscheinlich innerhalb der letzten zehn Jahre hatte die Schweizer eine absolute Wehrpflicht das heißt du konntest als Mann nicht den Wehrdienst verweigern es gab nur Wehrdienst oder Gefängnis es gab keinen Zivildienst glaube ich jetzt erst in den letzten Jahren gibt es überhaupt erst die Möglichkeit der Schweizer zu sagen ich mache Zivildienst gibt es glaube ich erst ein paar Jahre so und jeder Schweizer hat also über viele Generationen Wehrdienst geleistet und am Ende seiner Wehrpflicht dann auch eine Waffe mitbekommen nach Hause die hat ihm dann gehört und die sind auch immer wieder dann als Reservisten einbezogen worden also tatsächlich kann man sagen es gibt glaube ich in der westlichen Welt gibt es kein Land vielleicht mit Ausnahme von Israel aber es ist ein Spezialfall aber es gibt kein Land was eine so hohe Pro-Kopf-Bewaffnung hat wie die Schweiz auch nicht die USA es gibt kein Land was mehr unter Waffen ist also wo auch die Zivilbevölkerung wirklich Waffen hat und den Umgang mit der Waffe auch kennt bis in unsere jetzige Zeit rein gerade so oft das ist vielleicht in den Städten nicht so auffällig aber in den Dörfern auf dem Land in der Innerschweiz in den Bergen oben das ist wirklich so habe ich auch selber schon gesehen es ist wirklich die Leute haben dort auch ein ganz starkes Selbstbewusstsein die schubst keiner rum dort oben das sind viele Dinge das man auch mal verstehen muss ist das so krass wie das ist und ich habe mal gesagt ich habe mal vorher Speers genannt wo diese Burg von den Templern steht und die Freimauer diese Kirche wo die mal dort am 1. August immer oder in August die Geburtstag von Orisis und Isis und Isis mal dort feiern interessanterweise ist das in anderen Städten so wie Thun direkt am die Ahrfluss wir haben heutzutage Internet wo man kommunizieren kann damals gab es sowas natürlich nicht aber da gab es mal immer geheime Symbole wo man gesehen hat okay das sind meine Leute und so weiter und so fort zum Beispiel unter anderem in der Stadt Thun am Ahrfluss gibt es Häuser mit Sonnenheroglyphen an verschiedene Häuser da gibt es das Zeichen das Templer so wie die Freimauer diese Dreieck hat absolut keine Bausubstanz oder was auch immer keine tragende Funktion meinst du keine tragende Funktion zum Beispiel du hast mal acht Fenster acht Fenster und zwei Dreieck hängen inzwischen zwei wo das ein Zeichen war wo Leute wussten okay Sonnenheroglyphen diese Dreieckfreimauer dass wenn die dort gemeldet haben und durch ihre Geheimsprache können dort sich sammeln arrangieren und regroupieren und so weiter und so fort und Thun am Ahrfluss wenn du über die Brücken gehst da stehen mal Zeichen von den Templern auf die Brücke zwei Obelisks jeder mit 33 Steine gebaut durchgezählt das Keystone oben drauf und das Ganze bezieht sich auf die Pharaon wieder komme ich mal zurück zu Ägypten denn in der Bibel steht alle Pharaon haben sich mit ihrer Armee ins Meer zurückgezogen und was wird davon übersetzt in das Meer des Menschen zurückgezogen die See der Völker so undercover gegangen vielleicht so ähnlich wie dasselbe Bild hat er Mao Zedong benutzt der hat doch auch gesagt wie war es von Mao Zedong der hat doch irgendwas gesagt wie der Revolutionär taucht ab ins Volk wie der Fisch in den Ozean das ist genau dieses Bild so ist auch der Pharao und seine Armee sozusagen abgetaucht in die Diaspora gegangen nach Europa gegangen raus aus Ägypten weg von dort die Macht hat sich verschoben und haben dort ihr Machtzentrum neu wieder geschaffen das ist so die vielleicht die These da da gibt es ja vielleicht kann man das jetzt ja auch mal erwähnen diese Doku oder ja ja The Pharaoh Show haben wir noch gar nicht erwähnt nein es gibt auf YouTube eine Doku die Pharaon Show heißt die und auch auf Englisch aber es ist im Original in Deutsch gemacht The Pharaoh Show von einem gewissen Dr. John Ross Südafrikaner der in der Schweiz lebt und also bei der Doku ich muss sagen es ist ein bisschen schwierig mit dem Genre Ross also ich muss ganz ehrlich sagen macht euch ein Ereignisbild schaut euch das an wenn ihr so nicht gemacht habt da da kommen unglaublich viele Informationen das ist ein sehr gebildeter Mann das ist ein Mann der hat ziemlich viel weiß und gleichzeitig aber das ist jetzt echt nur mein persönlicher Eindruck in vielen weiß ich nicht kratzt er auch an seiner Glaubwürdigkeit weil er doch den Eindruck macht dass er echt auf so einer persönlichen Vendetta auch ist und sehr emotional auch involviert und bei manchen weiß ich nicht ob das da nicht irgendwie einfach Übertreibungen sind es ist wirklich schwierig aber die Doku ist absolut interessant aber ich sage aus meiner Sicht sage ich ich kann ihm auch so nicht alles glauben aber es ist trotzdem sehenswert und da kommen viele wobei andererseits du sagst es ja auf eine persönliche Vendetta durch ich meine du musst mal überlegen da gab es mal die Situation wo er vor ein Jahr weggesperrt worden ist nur weil der mal Informationen gesammelt hat über diese ganze Geschichte naja das sagt er ich meine wie die ganze Geschichte das wissen wir ja nicht das wissen wir nicht du hast da irgendwas auch erwähnt über seinen Sohn ja also er hat auch seinen Sohn er selber sagt sein Sohn wurde eben entführt von diesem Pharaonen Nazistaat und ja wer weiß was da wirklich die Story dahinter ist irgendwie mit Jugendämtern und so und da passieren auch viele Dinge die nicht in Ordnung sind aber was ich sagen will für mich geht er sehr er ist in so einem Kampf weißt du er ist in so einem Kampfmodus und naja wie sag ich ich sehe es ein bisschen ambivalent sagen wir so aber es ist auf jeden Fall interessant der Mann hat echt einige interessante Informationen auch am Start und er bringt eben diese Story auch dass du das eben an so vielen Bauwerken siehst diese ganze Zierrate das ist so aufgekommen eigentlich bei uns in der Zeit der Renaissance und dann auch Barock diese ganze okkulte Symbolik die tatsächlich ja sehr viel mit Ägypten zu tun hat ich meine wenn wir reden von Obelisten und so die tauchen halt überall auf allerdings tauchen die tatsächlich überall in Europa auf naja guck mal in Deutschland wenn du durch eine Stadt der Wim hat gerade geschrieben geh mal nach Aachen Karl der Große oh ja na vor der Tour zur Kirche zu Rechten des Innenhofs sieht man eine Dreieck mit Auge ja es ist wirklich in ganz an ganz vielen Bauwerken wenn du echt mal die Augen aufmachst und du läufst durch deutsche Städte also gerade welche die viel Bausubstanz sagen wir mal aus Barockzeiten dann siehst du das überall in einer Stadt wie Bamberg ich habe mal in Bamberg gelebt und da siehst du das überall und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen ja guck da sehe ich jetzt hier die Sonnenhyroglyph am Haus da wohnen die Pharaonen weil es ist fast überall so aber die Frage ist ja tatsächlich berechtigt warum kam denn auf einmal das alles so in Mode und überall nimmt man das so in die Kunst rein diese esoterischen ägyptischen diese ganze Symbolik ich meine wo kommt das überhaupt her warum haben das Leute gemacht so und da ist dann eben schon wieder diese diese Connection hin in die in die Geheimgesellschaften weil das eben deren Thema ist weil das ist das sind die die Zeichen halt von von diesen Bloodlines damit zeigen sie sich aus wir sind hier wir dominieren so Frank meine Frage ist es das wollen wir mal tatsächlich die Kanonenkugel schießen ja genau lassen wir noch genau das ist so der an gewissen Punkten war es mir einfach auch zu viel ich meine es hören auch Schweizer zu und ich meine ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen jeder Schweizer ist da irgendwie dieser Pharaon-Geschichte ich kenne so viele Schweizer die auch super Leute das ist ja sowieso immer so ich meine das wisst ihr je wenn wir über Amerika reden und hier amerikanisches Regime kritisieren kritisieren wir nicht unsere Brüder und Schwestern die da einfach wenn wir über Israel reden dann kritisieren wir auch nicht jetzt unsere Brüder und Schwestern die da auch halt einfach leben wollen wir reden immer so über diese Machtstrukturen okay und jetzt in der Schweiz dasselbe es hat nichts zu tun dass wir jetzt sagen alle Schweizer sind da irgendwie da drin oder so oder so so General mit dem Hammer draufhauen also aber der der Jean Ross geht schon ziemlich weit also er hat schon echt auch ein ich würde sogar fast sagen so eine Art Hass gegen die Schweizer und das ist eben wo ich nicht mitgehe weißt du also das empfinde ich so nicht aber er hat schon echt ein Problem mit den Schweizer wo ich mich da auch frage warum bist du denn überhaupt noch da ich meine wenn es echt nicht passt für dich dort und das kann ich verstehen weil ganz ehrlich ich war auch ein paar in der Schweiz und ich hab mich da auch irgendwie immer ein bisschen komisch gefühlt also es ist einfach ich passte nicht so richtig hin am schlimmsten war es in Genf Genf gehört echt zu den Städten auf der Welt wo ich gar nicht hin kann das ist wirklich gar nicht Genf und Venedig das hat ja schon in jüngeren Jahren wo ich von all den Dingen die ja was ich heute erzählen nichts wusste so wenn ich dort schon so einen Tritt in den Arsch bekomme von diesen Städten das geht gar nicht so war ich ein paar Mal gewesen weil ich hab mir dort die Autosalon mitgemacht als ich für Clifford Electronics noch gearbeitet habe ich hab mir natürlich als Fahrzeugalarmhersteller war ich in Genf ein paar Mal in die Autosalon gewesen also ich hab in die Schweiz sehr gute Erfahrungen gehabt ich war in Luzern gewesen ich war in Turgi gewesen in Zürich Neuchatel oh Gott aber interessanterweise Frank das muss ich mal jetzt gerade darüber auch erwähnen ist das hat man sich irgendwann mal die Gedanken darüber gemacht warum Schweiz hat mal drei vier Sprachen ja das ist auch interessant weil die sind so zentral in die europäische Land mal gefunden ist das egal in welche Richtung die gehen Französisch Deutsch Italienisch die können alles mal mal hineinnehmen ja ja man fragt sich warum sprechen die vier Sprachen dort ja das ist auch interessant die Lage schon allein ja verbinden eben so dieses diese es sind wieder so diese Verbindung diese Brücken die übernational sind ja genau auch dieses Spirit von der Schweiz die ganze Zeit das ist das jetzt ist das so der Jean Ross der geht schon so weit der sagt dass so diese also er projiziert das wirklich auch auf die Schweiz an sich so also das geht mir eben persönlich zu weit muss ich ganz ehrlich sagen und er sagt halt hier nicht zuletzt durch dieses durch dieses just nocte primär primär heißt das so das Recht der ersten Nacht das kennt ihr vielleicht auch das ist auch tatsächlich interessant das Recht der ersten Nacht das ist was sich die die Aristokraten früher gegeben haben wenn du deine Leibeigenen hattest und deine Leibeigenen heiraten du hattest immer als Herr hattest du das Recht am Tag vor der Hochzeit diese Frau ähm zu zu vögeln das war das Recht der ersten Nacht bevor die du bist derjenige der Herr entjungfert wenn er wollte äh hat das Recht dazu konnte die die Frauen entjungfern bevor die heiraten durften das war sein Recht und ähm ja das ist als Baron meinst du als Templer Baron als als jede Art von von Landlord also als Baron Graf Herzog äh Werhalter da gab's da gab's mal dieses dieses ähm wie sagt man ähm ähm Ebenen na erste Ebene waren diese äh Baronen und diese und und die normalen Leute waren auf die dritte Ebene und das war so dass ähm wenn man geheiratet hat so wie ich das verstanden hat musste man seine Frau dorthin bringen so dass diese Landgutbesitzer oder Baronen äh sie zur Verfügung gehabt hätten äh so dass die das sogenannte Farrohens äh Samen weitergeben können also just prime noctem heißt es das recht auf die erste nacht und das hatte eben jeder Herr aus der aristokratie über seine Leibeigen und in der Tat Jean Ross geht so weiter dass er sagt das ist das Ziel war dadurch so eine Art die genetik weiterzureichen die genetik zu verteilen so und ich muss sagen über den Gedanken das habe ich so noch nie gehabt aber tatsächlich ist es so interessant wenn du überhaupt dieses just prime noctem ansiehst was sich eben nur diese aristokratischen Familien rausnehmen um dadurch sowohl symbolisch so hey wir ficken euch einfach also so krass formuliert sorry aber das ist was was so gezeigt wird als auch dann vielleicht rein praktisch um eben diese bloodlines noch mehr zu verbreiten und ja der Jean Ross geht eben so weit dass er sagt dass das in der Schweiz ganz krass ist und eben dieses tatsächlich dort ein genetischer Unterschied ist zwischen den Schweizer und den anderen Europäern so weit geht er und da hab ich dann echt so ein bisschen gedacht naja ich weiß das ist ganz schön weil ich kenne viele Schweizer und ich bereite euch vor gleich kommt die Kanonen Kugel vielleicht können wir mal den Link hier in den Chat reinstellen Alex das machen ich hab das auch mal so in die Suchmaschine eingegeben um Informationen jenseits von diesem Rost zu bekommen also zum Thema ich hab einfach mal irgend sowas eingegeben wie Schweiz und Pharaonen gehen oder sowas und ich war schockiert was mir dann kommt wir haben es mal reingesetzt das ist ein Link zu einer Schweizer Zeitung die heißt 20min.ch 20 Minuten genau das ist ein ganz bekanntes Blatt also im Grunde ein Boulevardblatt in der Schweiz also eine Tageszeitung Systempresse und Leute im Chat können sie jetzt mal anklicken und alle anderen dieses zu hören bekommen heißt da stößt man auf da kommt als erstes ein Bild von dieser Totenmaske von Tutankhamun die ich übrigens erst vor drei Wochen angeschaut habe mit Dresden Dresden ist gerade Tutankhamun Ausstellung da kommt das Bild von Tutankhamun und die Überschrift lautet jeder zweite Schweizer hat die Pharao DNA ich hab das gesehen die wäre what das hat eben nichts mehr mit diesem Jean Ross zu tun wenn man an den Artikel so ein bisschen verfolgt hier dann berichten die da halt eher auf süffisante Art das ist ja hier im Mainstream Presse lustig guck mal was unsere hier Wissenschaftler entdeckt haben die haben entdeckt dass es es geht um die DNA des Königs Tutankhamun und sie haben jetzt festgestellt wie heißt das hier das Geninstitut IGNER in Zürich die haben festgestellt dass die DNA von Tutankhamun da gibt es eine eine Untergruppe in dieser Genetik und diese Untergruppe die ist auch in der Schweiz stark verbreitet und Zitat hier von diesem Genforscher Roman Scholz aus Zürich Zitat ungefähr 50% der männlichen Schweizer gehören ebenfalls zu dieser Gruppe und haben damit einen gemeinsamen Stammvater mit dem Pharao und dann führt noch weiter aus dieser Vorfahre der Vorfahre der Schweizer und gleichzeitig der Vorfahre von Tutankhamun der hat vor etwa 9500 Jahren in der Kaukasusregion gelebt so und was habe ich gesagt ja wait a second warum steht das wenn wir mal irgendwelche Dokumente ausfüllen jetzt was habe ich damals gesagt warum steht da für weiß Mensch wenn du eine weiße Person bist dass du nicht dass du anglo-sachsisch bist oder sowas you're fucking Caucasian so da ist das Kaukasus Caucasian heißt das du kommst aus den Kaukasus und ausgehende Kaukasus das ist ja hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle das ist ja auch eine ganz heiße Region wiederum dieses Kaukasus mit diesen Ländern ganz besondere Länder Armenien ja Armenien hat mit den Arian zu tun und dann Aserbaidschan gleich daneben Aser, Asien die Asen und so Frank was habe ich gesagt ausgehende von dort soll dann der Vorfahre von den Schweizer Frank als ich mal meine DNA Test gemacht habe weil ich bin wo ich gefunden habe dass wir eine Ritter Ritterwappen hatten als ich mal ein bisschen Familienforschung gemacht habe die haben mir geschrieben das steht da drin das ist deine DNA geht bis Aserbaidschan hinein I don't know I don't know hast du Ansprüche auf irgendwie Herrschaft Alex das sind dir das gehen will das nicht so ausdrücken Frank als ich mal diese Quiz bei Facebook genommen haben die haben gesagt ich werde mal die nächste Bundeskanzler sein Frank so irgendwas liegt in der Luft wenn es Facebook schon prophezeit hat Alex hat das Fahrrad am nächsten Tag kamen diese Dings wo die gesagt haben das Angie schon dreht zurück und ich habe gesagt komisch ich habe noch keine Anrufe vom Bundestag gekriegt Gottkönig Alexis I don't know Frank I have no fucking idea aber es ist schon krass das haut mir die Socken weg mich hat es auch wirklich ungehauen als ich den Link angeklickt habe ich mir auch das gibt es und auch jetzt ich meine was machen wir daraus ich schau es selber so ich meine das heißt jetzt nicht dass irgendwie wie sagt ich kenne ja viele Schweizer so auch für die Schweizer selber interessante Connection du kannst mittlerweile bietet hier der Artikel auch an natürlich wird aus einem Geschäft gemacht wenn du jetzt wissen willst als Schweizer ob du zu den 50% gehörst als Mann der dieses Pharo-Gen trägt kannst du natürlich auch gegen eine kleine Gebühr von ein paar hundert Franken kannst du einen Test machen dann sagen sie dir auch ob du Pharo-Gen hast kannst du natürlich dann vielleicht bei der Balz oder bei Frauen Weibchensuche dann auch gewinnbringend einsetzen weißt du Pharo-Gen das ist ein Bonus naja Frank I mean come on man das ist ziemlich interessant aber hier ist noch einer Hammerding lass uns mal kurz mal was die Schweiz betrifft und das KKK oh fuck das ist auch zu krass wait a second wait a second da gibt es eine Organisation da gibt es mal diesen Spruch die Schweiz hat die KKK in dem Parlament haben die das so wie hieß das nochmal hast du das aufgeschrieben ich habe es nicht mehr gekannt nein ich habe das nicht mehr es ist so ähnlich wie so wie dieser französische Ausdruck Justiz Liberté und Justiz drei Schlagworte ich glaube es ist Konsens Konsens und wir haben doch ein paar Schweizer Hörer die müssen mal Kommunikation oder so wir brauchen mal ein bisschen Hilfe diese KKK in dem Schweizer Parlament wie heißt das das wäre sehr interessant zu wissen aber dann gehen wir weiter nach Amerika und wir haben die sogenannte Ku Klux Klan tja ok was hat jetzt der Ku Klux Klan mit den Schweizer zu tun das ist aber wirklich arg warte mal wir nehmen diese drei Worte in Kontext ok weil das angeblich stammt aus der aus der Schweiz so Ku ohne den H ist klar was das bedeutet ist eine Kuh die Kuh genau das Glucks oder Glock Glock ist das Glocke die Glocke die Glocke die Glocke weil lass uns mal wenn wir gucken mal die Schweizer an jeder weiß dass die Milkenkuh sogar eine Glocke auf ihrem Hals hat die lila Kuh die rumläuft und sowas sodass die wissen können hey da ist meine Kuh was treibt sie und sowas so die Kuh Glock Klan heißt nichts anderes als die Kuh Glocken Klan ganz genau so und was wollte die Kuh Glock Klan machen die haben ihre Glocke auf die Schwarzen auf die Juden und alle diese Leute mal hereingesetzt zu viel machen so sieht es aus und interessant ist hier ich schaue ich auch meinen Chat rein ich kann leider nicht alles verfolgen was ich schreibe aber hier die Ela vom Stamme der Pack hat jetzt gerade was geschrieben sie dachte sich schon die ganze Zeit dass sich die Templer und die KKK Typen sich ziemlich ähnlich sehen ja ganz genau guck doch mal an was die für Klamotten an haben da haben wieder weiße Roben gut die Kuklux Klan haben noch die Maske drüber gezogen aber du hast diese weißen Roben du hast das rote Kreuz schaut euch mal das Wappen vom Kuklux Klan tippt es ein wenn ihr es nicht habt tippt doch mal ein Kuklux Klan Coat of arms auf Englisch Wappen oder Logo auch nur und dann surprise surprise dann siehst du wieder das Schweizer Kreuz dort auftauchen im Wappen von Kuklux Klan es ist wieder dieselbe Verbindung dieses Schweizer Kreuz als ein Hinweis auf dieses Templer Kreuz tatsächlich KKK die beziehen sich auch darauf oh absolut und also das ist ich weiß das ist wahrscheinlich mal für euch alle die gehirn brennen langsam durch denke ich mal die zellen aber es ging Frank und mir auch nichts anderes als wir das gesehen haben das hat mich völlig weggehauen es ist auch noch nicht alles wir können noch ein paar Dinge dazu beitragen hier eins bevor ich das vergesse weil wir hatten vorher schon mal von von Baphomet gesprochen ich erinnere euch Baphomet war also dieses Idol dieser Schädel den den die Tempelritter vermeintlich angebetet haben und der vielleicht hin zu Skull and Bones führt Baphomet dieser Jean Ross von der Pharaonschau ich hab euch ja gesagt der Mann hat viele Infos die auch echt interessant sind so er sagt und er gibt jetzt zum Beispiel auch eine Definition was eigentlich Baphomet ist und er leitet das ab auf die alte ägyptische Sprache Baphomet Bar Bar ist die Seele es gibt sowieso bei den Ägyptern gibt es Bar und Kar also beides ist die Seele Bar ist glaube ich die Seele im Jenseits die Seele im Jenseits und Kar ist die Seele jetzt hier inkarniert by the way deswegen gibt es auch das in ganz vielen Ländernamen taucht das auf Kar Kanada Amerika Kansas Kalifornia das andere ist als in Amerika auch da das nehme ich schon Hinweise darauf eben auch bei den Ortsnamen schon dass eben da diese alte Templer Connection wenn nicht sogar tatsächlich die Connection Emission zurückgeht wirklich in die alte Zeiten dass eben schon die Ägypter die Pharaonen schon Amerika die Kaba und dann gib mal die Name Allah dazu Kabala ja ja Allah und Kabala Kabala ja ganz also siehst du wo das hier alles kommt ja und das zeigt eben auch schon oder deutet in die Richtung dass auch schon Amerika eben eben schon zu pharaonischer Zeit auch schon da gab es schon Kontakte dahin ja und wir haben auch irgendwann schon mal über verbotene Archäologien Amerika gesprochen ja natürlich dass es da tatsächlich auch Gerüchte gibt von so seltsamen Funden mit Hieroglyphen drauf und so weiter und so weiter ist auch ein Riesenthema wobei auch schwierig weil auch viele Fälschungen dabei sind auch darüber haben gesprochen aber hey diese Collection okay kommen wir jetzt zurück zu Baphomet also Bar die Seele dann Par soll so viel heißen wie Ankommen Vieh Fliegen Me oder auch Meru ist Pyramide und wenn du aus diesen Säulen kannst du dann zusammen eben dieses Bar Fo Me zusammen basteln und könnte man dann so frei übersetzen so macht es das schon raus ich selber kann kein hieroglyphisch die Seele kommt fliegend in der Pyramide also es geht um die Inkarnation des Menschen die fliegt in die Pyramide rein und dann wirst du geboren also so auch eine extrem okkulte Bedeutung dahinter die eben auf das Ägyptische zeigt das ist das Entscheidende die Tempel haben also was angebetet was ägyptischen Ursprungs ist auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt das verstehen kann also ich bin jetzt nicht eingeweiht in diese Geheimnisse Frank guck mal wie oft haben wir über die Pyramide gesprochen jetzt im Moment jetzt die ägyptische Organisation für Antiquitäten und Antiquiarien und sowas ich weiß jetzt nicht ob du das mal mitgekriegt hast dass die machen jetzt Thermal Scanning von die Pyramide von Gysi ja hab ich gehört das Thermal Scanning um zu sehen ob die irgendwelche versteckte Zugänge oder Gänge finden können und das Witzige dabei ist dass obwohl die eine thermale Messung gemacht haben was dabei rausgekommen ist ist dass die thermale Zeichnungen von das Pyramid hat den völlig weggehauen weil das was auf der Erde der Basis von der ist normalerweise die wo die Sonnenstrahlen abkriegt und so weiter und das ist komplett anderes das ist alles kühl oben an die Spitze das ist die heißeste Punkt sehr interessant das ist ein großes Thema mal wir haben über die Pyramide auch mal über Resonanz Karma und die Möglichkeit mal dass dass mal irgendwelche wie war das Punkte sind wo man mit Telepathie sich unterhalten kann so channeling channeling und sowas und wir haben darüber gesprochen dass die Pyramide selbst als Resonanz Karma sind dass die mal gewisse Ertönungen von Chanting und irgendwelche Sachen das die benutzt haben das die benutzt haben also you know es geht alles darum es ist schon interessant da gehen wir mal dann schon wieder in Alien Shit das ist das nächste ding was auch die schweiz was besonderes machte also auch in der heutigen zeit die die schweiz ist auch also da gibt es ganz viele so 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 geheime geheimnisse leute sprechen so auch von von black projects von schwarzen projekten so es gibt gerüchte das ist natürlich dann eben alles schwierig aber das ist schon lange kursieren diese dinge hartnäckig dass in der schweiz eben in den bergen auch große unterirdische anlagen gibt in den bergen drin die in verbindung gebracht werden mit UFO phänomen die in verbindung gebracht werden eben mit irgendeiner seltsamen high tech und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe einmal in meinem leben UFOs gesehen und das war in der schweiz da war ich in zürich mitten in der stadt das kann ich vielleicht mal erzählen das passt auch hier rein so da gibt es ganz viele solche berichte und tatsächlich ich habe in zürich auch meine einzige ufo sichtung gehabt kann man kurz erzählen das war in zürich auf einem dach von einem gebäude wo ich zur absteige war für ein paar tage und oben hatten sie so eine dachterrasse und da waren mehrere leute abends ich war noch nicht alleine es war so im sommer abends vielleicht 19 20 uhr oder so und da konnte man auf einmal habe ich es halt gesehen am Horizont vier fünf bunte leuchtende lichter so die die in so einer art formation am himmel waren und sich das phänomen war auch lange zu sehen also nicht so ein augenblick so es ging bestimmt über eine halbe stunde das haben auch alle anderen auch gesehen also nicht nur ich nicht dass Frank stoner war da irgendwo mit dem schweizer ganja so am trippen nein völlig nüchtern andere haben es auch gesehen sind auch Leute ausgeflippt da war so eine Frau die total Panik gehabt dann davor bist du sicher dass das war nicht der schweizer kräutli kräutli nein was bestimmt nicht haben wir alle gesehen und es war auch aus meiner Sicht es ist ein UFO heißt erstmal unbekanntes Flugobjekt ich sage jetzt nicht dass das irgendwelche Aliens waren ich habe auch nichts gesehen was wie eine fliegende Untertaste aussieht sondern ich sage Licht am Himmel UFO Sicht und tauchen ganz viele Dinge auf sowas habe ich dort auch gesehen die anderen um mich rum haben es auch gesehen konnte man eine halbe Stunde beobachten hat sich auch manchmal die Formation ein bisschen geändert manchmal hat man das Eindruck gehabt es würde näher kommen dann wieder weiter weg und das hat auf jeden Fall nichts zu tun gehabt mit Flugzeugen oder Hubschraubern oder sonst wie das ging eine ganze Weile so wie gesagt da hat es Leute die hat das richtig ausgefreakt so boah fuck UFO auf jeden Fall gibt es viel von dieser Geheimniskrämerei viele Gerüchte über Black Project in den Schweizer Bergen das hält sich auch schon hartnäckig es geht auch zurück in Zeiten Zweiter Weltkrieg dass es auch schon solche Dinger gab und so was haben wir noch nochmal einmal die ganz grundsätzliche nur so stichpunktartig so die Laien ziehen von der wir hier reden Templerschatz den die Templer wo auch vielleicht in Jerusalem bekommen haben Grundstock für das Bankwesen genau und dann sind es eben lombardische Banker die mit den Templern zusammen das durchgezogen haben aus Venetien Venedig Templer ist eine Connection da gibt es auch eine Connection zu den Katarern und Waldensern das haben wir auch noch gar nicht erwähnt Katarer Waldenser das führt uns jetzt wieder in die Zeit vor der Schweiz also hin zu in die Templer Zeit Katarer und Waldenser waren so die das waren Gruppen die haben den katholischen Glauben abgelehnt das waren im Grunde die Vorläufer von Reformation Kirchenspaltung Abspaltung also was Neues machen die hatten auch schon Connection zu den Templern und ihr erinnert euch wie die Venezianer diese Reformation angeschoben haben also das ist so die Line die gehören auch rein das geht aber weiterhin dann auch zu Jesuiten Jesuiten ist zwar wieder die katholische Seite aber die Jesuiten wurden auch von den Venezianern gegründet genau das ist was unser Papst ist die Templer waren die Verteidiger von den Katholiken dann waren es die Jesuiten Schweizer Garde lässt sich da auch direkt einordnen und das geht dann noch weiter dann eben East India Company die von den lombardischen Bankern angeschoben wird dann weiter aus der East India Company direkt raus entwickelt hat sich das Komitee der 300 da sind wir schon in der Neuzeit angekommen bei den geheimen Gesellschaften und daraus folgend dann Council on Foreign Relations NATO das ist so die Line dieser rote Faden und all diese Dinge sind miteinander verwoben und verbunden das ist was was hier zum Vorschein kommt die Schweiz steht da im Zentrum davon von all diesen Dingen interessant wir hatten auch es gibt Leute die sagen förmlich der geflügelte Löwe hat die Templer finanziert und der geflügelte Löwe was ist das haben wir schon mal gehabt das ist Venedig Venedig ist der geflügelte Löwe Venedig wobei England mittlerweile hat auch mal die Löwe aus Wappel überall wo der Löwe auftaucht hast du die Spuren von Venedig und da ist eben auch die Frage gibt es doch Venedig Löwen sind da immer mal Löwen rumgerannt nee das ist eben noch weiter zurück eben in den Nahen Osten das sind diese Bloodlines die ich dann nach Zweistromland führe in Babylon und so und der geflügelte Löwe finanziert die Templer finanziert die Schweiz jetzt bin ich da im Zuge meiner Recherchen auch auf was ganz Bezahres gestoßen das könnt ihr vielleicht auch googeln wenn ihr wollt das Monument Brunswick heißt das das Brunswick Monument das steht in Genf in Genf und das ist ein bizarrer okkulter okkultes Monument und die Story geht das wurde das wurde im Auftrag gegeben von Herzog Karl dem Zweiten von Braunschweig Braunschweig das war ein Herzog und zwar noch kein so lange her 1900 war das war ein Herzog in Braunschweig und der hat dann so dekadent regiert dass sie in Braunschweig dann vertrieben haben und der muss dann ins Exil gehen und ist in die Schweiz gegangen und das führt uns wieder hin Heinrich der Löwe ja das führt uns wieder hin ich meine diese Braunschweiger Herzöge das sind Nachfahren von den Welfen die Welfen wiederum haben auch den italienischen Familienzweig die Gelfi und da sind wir wieder bei Venedig und das ist der Grund wie eben dieses ganze Löwenbild nach Deutschland kam Heinrich der Löwe in Braunschweig ein anderer von den Welfen weil Braunschweig ist Brunswick in Englisch ja genau Brunswick ein anderer von den Welfen hat Bayern gegründet deswegen hat Bayern diesen Löwen und das ist ja und es gibt das Zuinso Family ja genau und geht hin nach England aber jetzt dieses Brunswick Monument da hat sich eben dieser Karl der Zweite der 19. Jahrhundert der da so ganz exaltierten Lebensstil gehabt hat so Geld verprasst hat der hat dann in Genf seine Partys und okkulten Dinge so weiter gefeiert und als er dann als es dann ans Sterben ging da hat er dann vorher schon eine Stiftung ins Leben gerufen die sollte ihm ein Monument dort bauen mit seinem Sarg der so in der Luft hängen schweben sollte und ganz so haben sie es nicht geschafft aber sie haben dann eben so ein Teil gebaut ihr könnt euch das mal angucken ihr müsst da Fotos sehen dieses Brunswick Monument das ist wirklich spooky da ist eben auch überall diese geflügelten Löwen so diese diese Schimären und überall Löwen so und das ist was dieses Ding dort hilft steht heute in der Schweiz kann man sich anschauen in Genf auch nur so so ein kleines Ding ich fand das ziemlich ziemlich interessant deswegen bringe ich das mal weiter und wo wir schon bei so komischen Monumenten sind habe ich noch ein anderes gefunden und wer weiß wie viel es gibt by the way das ist auch liebe Schweizer natürlich findet man solche Dinge nicht nur in der Schweiz ist klar also es ist so okkulte Monumente finden wir auch in ganz Europa so aber heute reden wir über die Schweiz und hast mir das andere noch eingefallen das ist auch richtig derb hier in Bern gibt es den Kindlifresserbrunnen das müsst ihr euch mal reinziehen der Kindlifresserbrunnen Kinderfresser aus dem 16. Jahrhundert ist das also schon historisch und das ist auch ein übles Bild ihr müsst euch das mal angucken also da kannst du deinen Kindern darfst du da gar nicht vorbeigehen so das ist halt echt so eine bösartige Art Riese so der der gerade so so ein Kind sich ins Maul schiebt so ein nacktes kleines Kleinkind so und anders haben wir uns unter dem Arm dann frisst du die Kinder das ist richtig ja und ich meine ich weiß nicht was da was da alles für Assoziationen drin sind also auch hin zu den Verdingkindern und diesen Geschichten aber manche manche erkennen darin auch eine Connection eben so eine okkulte Connection hin zu zu Kronos also mal wieder griechische Mythologie Kronos weil das hat sich mal immer alles gewandert erstmal fing das an mal in Ägypten dann ging das mal irgendwie zu Griechenland denn die Römer haben das das alles mal umgebaut und und restrukturiert für ihre Gefolge und so weiter weil die haben auch zum Beispiel diese doppelköpfige Adler gehabt und sowas als Wappen und sowas Löwen waren auch mal ganz groß in Rom gewesen so die haben diese Sachen auch mal adaptiert in ihrer Kultur und Kronos das ist echt mythologisch auch interessant ich meine Kronos war eben einer von den Göttern der hat seine Kinder gefressen der Gott frisst seine Kinder und in der lateinischen Version ist dann Kronos heißt dann Saturn das ist der Gott Saturn wo wir wieder dann bei Saturn mal zu erkultige Dings dann sind wir da wieder ganz schnell bei den Saturn Kulten Saturnalien Saturn Death Cult wir können mal ein bisschen gehen zu zu Saturn ist auch der Saturday der Saturn Tag ist es der Samstag das ist der der Sabbatag also ich meine wie das diese komischen seltsamen alten Connections so wie wir immer sagen wir schmeißen mal die Punkte dort raus und du verbindest die alle zusammen um deine eigene Bild zu schmeißen aber schon mal das ist der Hammer es hört halt auch nicht auf hier hier noch zu diesem Kindlifresserbrunnen das ist so da gibt es dann auch noch so Legenden der Volksmund in Bern spricht davon dass dieser Kindlifresserbrunnen dass diese Figur dort einen Judenhut trägt einen Judenhut und das soll das soll eine Anspielung sein auf einen berühmten Ritualmord den es in Bern gegeben haben soll Jahrhunderte vor diesem Brunnen nämlich 1294 auch interessante Zeit wieder so in dieser heißen Zeit 1291 ist das Templatings und dann haben wir vorher über diese Geheimdings in der Kirche gesagt wo wir dieses Blutritual angeblich stattgefunden haben okay go ahead ja da gibt es eben diese Legende in Bern dass 1294 soll ein Kind namens Rudolf von Bern das soll dort von den Juden in einem Ritualmord irgendwie halt getötet worden sein und dann auf ganz krasse Art und Weise so und das hat dann eben nachdem das damals war wir wissen nicht ob das stimmt aber es gibt diese Legenden und dann war direkt im Anschluss darauf gab es dann eben in Genf dann auch Pogrome und Enteignungen von Juden und ganz viele Juden wurden dann auch umgebracht und man hat denen alles weggenommen und die wurden angeklagt wegen diesem vermeintlichen Ritualmord an Rudolf von Bern ich sag vermeintlich weil es gibt natürlich keine Beweise oder ob das nicht eben sozusagen auch wieder nur so wie es es öfter gab in Europa so eine anti-jüdische Projektion war so die Juden fressen kleine Kinder oder sowas jedenfalls gibt es diesen Mythos in Bern diesen Rudolf von Bern und angeblich waren er dann jahrhundertelang am Grab von diesem Kind sind da noch Wunder geschehen und Leute sind da hingepilgert so wie seine Märtyrerfigur geworden dieser kleine Junge der Rudolf von Bern den dort eben angeblich Juden in einem Ritualmord niedergemacht hat und darauf soll wohl auch dieser Kindlich-Fresserbrunnen noch anspielen ich meine auch das ist ein krass das Ding ich kann mir nicht vorstellen dass sowas in Deutschland stehen würde so ein so ein Denkmal ja komisches Zeug ich weiß es nicht gibt es mal mal eine eine Denkmal an diese diese Typ die Rattenfänger von Hameln gibt es mal in Hameln ein bestimmtes Denkmal geben schätze ich ja aber das ist auch so eine Denkmal der Rattenfänger von Hameln das ist ja eine andere der hat ja nicht gefressen aber der hat mal irgendwie Kinder ausgelockt aus der Stadt ja aber erst nachdem als Racheaktion nachdem ihn ja die Bürger von Hameln verarscht haben weil zuerst hat er die Stadt von der Rattenplage befreit und dann haben die ihm seinen Lohn verweigert dann zeige ich euch mal meine wirkliche Macht als Spielmann nach meiner Pfeife tanzen alle nicht nur die Ratten sondern auch die Kinder weil ihr mich so verarscht habt hier bei Schweiz noch ein anderes Ding was auch interessant ist ihr kennt doch bestimmt das Buch Frankenstein ja Mary Shelley hat das geschrieben ja Mary Shelley und das ist auch die meisten Leute glauben das ist ja irgendeine billige Horrorgeschichte oder sowas aber das ist es überhaupt nicht wer es noch nicht gelesen hat kann ich nur empfehlen lese mal Frankenstein das ist die Original von Mary Shelley das Original genau Mary Shelley Frankenstein oder der neue Prometheus so ist der Untertitel von dem Buch Frankenstein oder der neue Prometheus das ist ein hochinteressantes Buch spannend auch also es ist schon diese Frankenstein Geschichte aber es ist viel mehr das ist eine große Literatur Mary Shelley die war eine war eine Intellektuelle war zusammen mit anderen englischen Intellektuellen und Literaten dort in der Schweiz am Genfer See dort haben die so ihre Zeit verbracht als Upper Class und dann war das in einem Jahr ich bringe es mir genau in 18 noch was in dem Jahr ist irgendwo auf der Welt so ein großer Vulkan ausgebrochen und das ging halt dann als das Jahr ein ohne Sommer ah das war das war Java Java gewesen ja das kann gut sein Krakatau oder Java was Krakatau oder Pinatobu ja genau das war Java gewesen weil das ist die was wo diese die ganze Welt hat das gespürt war durch diesen und so gab es dann diesen dieses Jahr ohne Sommer das muss eben dann ein Sommer gewesen sein der saukalt war und nur Regen die ganze Zeit schlecht ist und dort haben dann diese englischen Intellektuellen sich halt die Zeit vertrieben und Kurzgeschichten geschrieben oder Geschichten geschrieben und Mary Shelley ist mit dieser Frankenstein Story gekommen und die Frankenstein Story die spielt eben zum Teil in Genf und zum Teil in Ingolstadt und da geht es eben um einen Schweizer Frankenstein das ist eine Genfer Familie die jetzt die Story in dem Buch der Frankenstein eine Genfer Familie die den Menschen neu erfindet und zwar durch Wissenschaft durch durch die durch Aufklärung und Wissenschaft und das ist was dahinter steht ist dieses Bild von menschlicher Hybris also ja genau das was heute auch ist Wissenschaft die da anfängt so mit mit Genetik irgendwie Menschen neu zu machen Transhumanism oder du hast mal von dieser komischen Firma gesprochen die auch irgendwie Genogen die in der Reihen züchten und so weiter der Spirit das genau der Spirit den hat Mary Shelley damals schon aufgegriffen das ist das ist was sich hinter dem Frankenstein verbirgt hinter dieser ganzen Geschichte und super interessant ist natürlich dass sie diese Familie Frankenstein in Genf besiedelt so so das Bild die Allegorie die sie da aufzeigt ist also dass diese diese man kann schon sagen diese Illuminaten diese Geheimgesellschaften den Menschen neu machen und das sie als Künstlerin empfindet das auch eben als als Hybris als total Überheblichkeit du kannst den Menschen nicht neu machen aber das ist der Anspruch den die haben den Menschen neu zu machen so entfernt auch von der Natur also diese totale Frehverlei wenn ich jetzt Christen wäre würde ich sagen diese höchste aller Gotteslästerungen der Mensch macht jetzt den Menschen der Mensch verdrängt Gott oder so als den Schöpfer ich bin jetzt kein Christ aber tauschen wir Gott und Natur dann sehe ich es auch so also der Mensch drängt die Natur weg und macht sich selbst zum Herrn und zum Schöpfer vielleicht auch ein Thema was durchaus auch unsere letzte Woche betrifft wo wir über die Hebammen geredet haben und so genau diesen Unterschied zwischen Weiblichkeit und eben der männliche wissenschaftliche klinische Geist oder sowas kommt dann auch zum Vorschein sehr interessant auch also das auch Mary Shelley hat sich da diese Inspirationen geholt und die haben bestimmt auch Dinge gewusst die damals nicht jeder gewusst hat sicherlich die Geheimgesellschaften damals war halt die Hochzeit auch von Freimaurerei und so und das waren englische Upper Class People die wussten halt Bescheid deswegen waren die da auch in Genf unten und da haben die diese diese Infos auch erfahren ganz schön krass by the way weil ich auch schon gesagt habe Illuminaten ich möchte nur mal darauf hinweisen diese Illuminatenorden die bayerischen Illuminaten die wurden da gegründet von Adam Weisshaupt in welcher Stadt? Ingolstadt ja Ingolstadt Mary Shelley Frankenstein die wussten das schon die wusste ganz genau diese Connection Illuminaten nennen sie Illuminaten oder gib ihnen einen anderen Namen wir reden von diesen von diesen Eliten wir reden von diesen Logen diesen Orden wie du auch immer das bezeichnen magst Shelley wusste das ganz genau deswegen hat er auch bewusst diese Schauplätze gewählt Genf und Ingolstadt und das Erschaffen des neuen Menschen der neue Prometheus Prometheus war der der den Menschen das Licht gebracht hat genau das ist der eigentlich mal diese Weichader für die Menschen gehabt hat dass das gut in den Menschen gesehen hat ja ja ganz schön ganz schön interessant heute was wir mal es ist der Hammer es geht es geht noch weiter was man noch auch bei der Schweiz sehen wir mal was banales wieder zu bringen ist uns schon mal aufgefallen das Schweizer Taschenmesser das berühmte Schweizer Taschenmesser ich hab zwei jeder von uns hat so ein Ding oder irgendwann mal gehabt legendär das Schweizer Taschenmesser ja was ist es denn anderes es ist eine Klinge die Klinge ist das selbe Symbol wie die Klinge vom Schwert das ist das Schwert das ist das Symbol das Schweizer Taschenmesser da kannst du es auch erkennen das ist die Klinge so und was auch so ein Ding ist für was die Schweiz steht das sind was es heute auch gibt das sind all diese besonderen Schulen Pädagogik psychiatrische Anstalten internationale Internate wo es also darum geht so Leute irgendwie zu bearbeiten das ist tatsächlich die Schweiz gilt auch als zum einen sehr streng in Pädagogik da könnte man auch nochmal diese Verdingtkinder erwähnen in dem Zusammenhang wie man Kinder da behandelt hat aber dann eben auch das ist wo wo die Eliten ihre ihre Kinder hinbringen um sie zu erziehen das ist auch wo die Eliten ihre Familienmitglieder hinbringen die da vielleicht ein bisschen ausscheren aus mit denen vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist und die verschwinden dann in irgendwelchen Privatkliniken da oben in den Bergen selbst in Filmen gesehen so James Bond oder so Privatlinien in den Bergen und diese Dinge gibt es halt wirklich dafür steht auch die Schweiz psychiatrische Veranstaltung wobei muss ich mal auch sagen wobei ich muss mal auch sagen in der Schweiz gibt es mal auch eine GCMAF Unternehmen die Menschen auf die Natur Art und Weise von Krebs behandelt werden na so oder so ist wieder klar wir können ja nicht alle Schweizer irgendwie vorteilen nein nein das ist schon richtig das sind Leute wie du und ich die da auch wohnen aber interessant sind auch auch eben ja international ist es halt so also da gibt es eine eine Upper Class die ist eine internationale Upper Class und die hat sich nun mal die Schweiz als eine ihrer Zentren auf dieser Welt ausgebildungen und wir sehen das halt an ganz vielen Dingen auftauchen und wenn du jetzt halt Schweizer bist wäre es vielleicht sogar eher die Frage vielleicht selber okay lass uns doch mal selber nachgucken und vielleicht können wir das ja auch uns daraus irgendwie ein bisschen emanzipieren Frank wenn wir reden über diese ganze Geschichte ich meine das ist irgendwie dann klar warum eine Unternehmen so wie CERN in die Schweiz existiert dass die versuchen mal hier eine Stargate oder sowas zu eröffnen oder irgendwas aber witzigerweise interessant ist es dass diese Leute sind so überzeugt von ihrem Okkultismus dass das funktionieren wird sowas das ist die nächste Dinge dass die die sind bereit mal sich selber und alle anderen in Gefahr zu stellen um zu sehen ob diese Prophezeiung oder was weiß ich mal funktioniert oder nicht obwohl die haben im Grunde genommen kein Clue darüber das ist das Ding was mir mal Angst macht weißt du weißt du wie das sind manche Leute die so drauf sind nehmen wir die Zionisten zum Beispiel die haben gesagt das ist denen scheißegal ob das mal ihr eigenes Volk oder sowas mal zerstört wird Hauptsache ist es dass die Prophezeiung irgendwie arrangiert wird dass das zustande kommt und wenn du fragst dich mal okay wie sicher sind die dass das mal tatsächlich funktionieren wird oder ist das nicht nur eine Einbildung oder durch Erzählungen was weiß ich von Familienstammen und sowas die haben gesagt so muss das mal hingehen und das ist das ist dann wieder dasselbe wo ich mal sage ist das nicht die gleiche mal Spruch was die benutzen wo man sagt okay wenn du mal Märtyrer bist Selbstmordattentäter du kommst mal in den Himmel und kriegst du mal was weiß ich 17 Jungfrauen und bla 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 ist das sowas so bescheuert dass die auch irgendwelche Gedanken so machen also weit weit geholt ist das ne ja es wissen bestimmt nicht alle die die jetzt hier mit diesen Blutlines irgendwie so verbunden sind nicht nicht alle wissen alles also viele von denen wissen auch gar nichts und haben vielleicht aber nur das Potenzial weil irgendwann werden sie vielleicht eingeweiht in diese Informationen so was halt echt zum Vorstellen kommt ist diese Eliten nennen wir sie halt Pharaon heute also nächstes Mal würde es wieder anders warten so Pharaon oder diese Amun-Ra Connections die über Jahrtausende hinweg gehen diese Eliten die haben gar kein Interesse an uns Menschen so wir sind wirklich für die Untermensch also Lowlife Scum wir sind für die wir stehen da drunter so und die die erhöhen sich über wir sind die Kühe mit den Glocken wir sind die Kühe mit den Glocken also das ist aus deren Selbstverständnis sind wir wirklich haben wir eigentlich so viel wert das ist auch ein sehr rassistisches Weltbild was da bei denen zum Vorschein kommt und aus ihrer Sicht sind wir sind wir nur Sklaven und Diener und sie selber haben eben auch schon da haben wir auch schon mal intensiv drüber gesprochen über die Breakaway Civilization sie selber haben schon parallel zu unserer Gesellschaft eine eigene Welt wo Technologien am Start sind die mit uns nicht geteilt werden und wie lange das schon geht das ist natürlich dann auch die große Frage wir haben als wir über die Breakaway Civilization geredet haben haben wir vor allem jetzt so die modernen Aspekte beurteilt also in den letzten 100 Jahren oder vor allem auch die Zeiten ab dem zweiten Weltkrieg und dann haben wir das ganze Ufo Phänomen darüber haben wir viel gesprochen aber jetzt dieses Thema heute und deswegen haben wir da so viel Raum eingeräumt das führt eben auch hin dass diese Art Breakaway Civilization diese parallele Welt die nichts zu tun hat mit irgendwelchen Nationen oder sowas dass die vielleicht schon viel viel länger existiert und dort ist halt einer von den Schnittstellen wo sich diese Breakaway Civilization und die Welt die wir kennen berührt und von dort aus kommen dann eben die Kommandos und von dort aus wird die Welt regiert kannst du sozusagen sagen es gibt natürlich mehrere Orte auf denen man ähnliches sagen könnte City of London haben wir schon erwähnt du siehst dann auch dieselben Symboliken wieder Rotes Kreuz und so weiter und ich weiß jetzt nicht ob man sagen kann welcher Ort der mächtigste ist City of London Genf Venedig in neuerer Zeit dann auch Washington DC aber die hängen alle zusammen das sind dieselben Leute wir brauchen nur Washington DC anzugucken und wenn du machst mal ein Arealbild davon das siehst du schon die Obelix der allergrößte Obelisk der größte Phallus ja aber nicht nur das wenn du guckst das an genauso wie die Pentagon und alles drum und dran das ist alles auf diese Bezeichnungen hinaus mal das das Stern von David diese Phallus Cam David sie betreffen ja ja und das ist alles die mal zurück auf diese hieroglyphische Sachen mal zurück geht und dann wieder zu diesen Göttern so wie die Osiris und Isis und so weiter die Statue of Liberty lass uns mal die Statue of Liberty die Franzosen haben das gebaut in Auftrag von Wien die Schweizer ja und zwar von Freimaurern die Schweizer die haben das Ding finanziert die haben das in Auftrag gegeben für in Frankreich das als Geschenk für die Amerikaner zu machen und wer ist diese Frau die sich verbirgt unter diese Kleid das ist doch die Isis das ist Isis ja und das wurde mal dann auch habe ich mal gesehen ja Isis ist wir haben darüber gesprochen Isis ist die Zeichnung für was Fruchtbarkeit Schwangerschaft Sex und so weiter und so fort jetzt guck mal die neue Babylon an so wie man das nennt und so wie viele Insider und Leute die soische Forschungen machen die nennen Amerika das neue Babylon wo laut biblische Geschichte der neue Babylon wird irgendwann fallen und es scheint es dass mal kurz davor ist aber wenn die sagen dass Isis mal die Göttin von Sex ist und das und alles drum und dran du brauchst mal nur die Porno Industrie anzugucken 65% die Porno Sachen kommen aus USA und das sind die Pruder Armys jetzt wieder oder dargestellte Pruder Armys und da findet man die Verbindung mal wieder das ist das krasse genau so ist es ich hatte jetzt auch gerade noch irgendeinen Gedanken über ISIS was die was die Freiheitsstatue betrifft weil da da geht das wieder ich hab mal nur über Pornografie und Sex und sowas was sie das alles bedeutet oder wolltest du mal hinaus auf Shiva oder sowas mal mit Zern genau weil du bei Washington warst genau nochmal kurz auf dieses Ding was dir in der Pharaon Show so viel erzählt wo vielleicht viele Hörer sich eben auch denken wenn die es mal gesehen haben wo sie auch denken naja komm bei jedem Gebäude aus einer gewissen Zeit hast du diese Symbolik aber deswegen kann man vielleicht jetzt nicht sagen guck in dem Haus da wohnen irgendwelche Pharaonen hey selbst in dem Haus wo ich wohne hier in Chemnitz da ist auch so eine gewisse okkulte Symbolik drauf das Haus ist 100 Jahre alt ich hab das nicht gebaut und ich wohne nur zur Miete so guck da wohnt ihr Pharaonen aber ich wohne nur zur Miete so ganz viele Häuser in Deutschland und Europa haben diesen Style aber was tatsächlich wo ich schon nachdenke ich glaube auch mittlerweile so allein dass wir überall diese Symboliken haben seit Zeiten des Barock kommt es auf oder vielleicht schon eine Renaissance seitdem kam dieses Logenwesen auf diese Freimaurer und überall spiegelt sich diese esoterische Welt spiegelt sich halt in der Architektur wieder die Architektur spiegelt es einfach nur wieder deswegen hast du das auch in ganz vielen Gebäuden an Fassaden aber es gibt dann auch eben manche Städte auf der Welt wo das den gesamten Städtebauern gibt der gesamte Grundriss Washington ist eben ein super Beispiel das kennt ihr bestimmt auch wenn man sich Luftbilder anschaut von Washington dann siehst du dort klare Symboliken drin also wie die Straßen angeordnet sind ein weiteres super Beispiel hier aus Europa wäre Karlsruhe Karlsruhe wo auch dann auch nicht zufällig der das höchste deutsche Gerichtseinsatz hat und das ist auch von Anfang an eine reine Freimaurerstadt gewesen also da war es ja wie hieß der nochmal auch eben so ein Herzog der dort Karlsruhe angelegt hat und von vornherein mit diesem Grundriss also dass diese Dinge auch zum Vorschein kommen so hat es eben Einzug gefunden in die Architektur und erst haben eben so die Herrscher so gebaut und irgendwann hat dann das Bürgertum halt nachgezogen das ist dann irgendwann auch einfach nur eine Mode geworden dass du halt so dein Haus baust dass du da noch so vielleicht so ein Obelisk mit reinbaust oder das was der Jean Ross als der Sonnenhieroglyphe tituliert irgendwann ist es halt einfach Mode gewesen und dann haben eben die Bürgerhäuser auch so gebaut weil ich wohne jetzt da nicht in der geschlossen oder so und deswegen ist es so weit verbreitet in Europa aber eben in der ursächlich kommt es tatsächlich von dort Ja das hätte man andererseits ich sage dass das die Unwahrscheinlichkeit dass das eventuell als eine Symbolik für die Menschen die tatsächlich mal Mitglieder waren zu diesem Geheimbund um zu wissen wo die ihre Kontakt so weil wie dieser Ross gesagt hat der hat auch gleichzeitig gesagt ist dass diese Zeichen waren für die Leute die mal auf den unterwegs waren um zu wissen wo die sich wieder sammeln beheben können Ja aber das Geheben nicht aber gut ich meine vielleicht du täuscht mich auch also ich habe ja auch wie gesagt ich war dann auch schockiert dass sie da diesen Bericht findet 20 Minsee mit dem 50% der Schweiz am des Fahrrohen gehen aber das führt mir zu weit weil wie gesagt es sind so viele Häuser ich selber wohne in so einem Haus ich sehe einfach wie diese Mode sich dann verbreitet hat und so hat man halt dann gebaut in einer gewissen Zeit ich meine im Jugendstil hat man wieder andere Symbole dann verwendet aber tatsächlich Interessant ist zu verstehen das waren die die Herrscherhäuser die angefangen haben so zu bauen und das ist eben dieser freimaurische Geist der dort zum Vorschein kommt und dieser freimaurische Geist machen die ja kein Hehl draus sagen die ja selber der bezieht sich eben eben zurück auf die auf die Antike und da geht es in das Ägypten rein und auf einmal hast du das halt über in Europa Wow Frank 23 Uhr 32 ist das mittlerweile wir haben aber echt ein Flash wir brauchen jetzt unbedingt eine Pause wir können danach ein bisschen Musik wir haben noch zwei drei wirklich interessante News so am Start vielleicht können wir die dann nach der Musikpause na du hast eine und ich wollte unbedingt mal meine Äußerung mal zu Veterans Day in Amerika mal machen und das finde ich mal unheimlich wichtig aber erstmal machen wir mal ein bisschen Musik und wir werden ein bisschen Schäden in der Reine und das ist ein ganz besonderer Titel weil diese Album das die Police gemacht hat die haben tatsächlich dann als Tour die haben das Ding mal unter der Sphinx gespielt mal in die Pyramide als Live Konzert super geil und deswegen ist dass der Titel auch mal so sehr geil in diese Richtung gegangen Shadows in the Rain Here they are The Police und das hast du hier in die Amok Alex & Frank Stoner Show gehört 23 Uhr 33 Don't touch that dial wir kommen mal gleich zurück wir haben noch mehr Stuff für euch am Start Stay tuned Schöner Krooner Style Mr. Nick Cave in the Bad Seeds where the wild roses grow davor The Police with Shadows in the Rain und ihr seid eingetunt zu Radio Emergency um 23 Uhr 43 Punktgenau auf der Rock'n'Roll Uhr an dieser 11.11.2015 Amok, Alex und Frank Stoner am Start Frank wir haben mal eine Geschichte zu diesem Lied was gerade Nick Cave Nick Cave in the Bad Seeds gespielt und das haben wir ganz bewusst gemacht das führt uns hier in den kleinen News-Blog den wir jetzt noch haben in 20 Minuten Nick Cave Sohn Nick Caves Sohn ist im Juli ums Leben gekommen ich hab das gar nicht mitbekommen am 14. Juli ist der in der Nähe von Brighton Südengland da wo diese weißen Klippen sind da ist der viele Klippen runtergefallen ich hatte das nicht mitbekommen ich war da zu der Zeit gerade im Urlaub aber eigentlich ist das so auch eins von meinen Steckenpferden du bist da so die große Laurel Canyon Saga und Nick Cave können wir auf jeden Fall Nick Caves Sohn können wir da einreihen in diese endlos lange Liste von Leuten die auf unnatürliche Art und Weise gestorben sind rund um dieses Rock'n'Roll Business und das ist im Juli schon passiert aber jetzt ist der Bericht rausgekommen von den Behörden der den Tod aufklären sollte und ja folgendes wird uns jetzt gesagt also was es gelegen hat er soll wohl der junge Arthur heißt er Arthur Cave 15 Jahre alt Teenager soll wohl mit seinem Kumpel LSD genommen haben und die haben halt vorher noch nie LSD genommen und die hatten wohl das wollten damit rum experimentieren und das ganze fußt eigentlich ausschließlich auf dem auf dem Bericht von dem anderen Jungen also der erzählt das der erzählt die haben sich da schon vorbereitet die haben im Internet recherchiert über LSD und so weiter und die Wirkung und wie man es dosieren soll und die wollten halt wie halt Kids sind neugierig experimentieren damit und da denke ich mir auch hätten sie mal lieber ihren Vater gefragt hätte er besser Hilfe geben können hier beim Trippen naja egal also so geht das und die hätten es dann genommen eben in und ja waren dort eben in der Nähe von diesen weißen Klippen wo sie sich dann ihre Trips eingeworfen haben und dann soll wohl der eine von den beiden halt dann dann ist es halt richtig losgegangen eingefahren Halluzination und wie auch immer dann wird die Story auch wilder und die Kinder haben sich dann wohl getrennt voneinander waren da nicht mehr zusammen und dann der der Sohn von der Cave der ja der ist dann halt dann da von den Klippen runtergefallen und ja kann sein das einzige was mir was mir ich hab das hier aus der Welt Welt ist das heute in der Zeitung gestanden und das einzige was mich was mich da so ein bisschen irritiert an der Geschichte weil es klingt ja insgesamt glaubwürdig also so oder so würde ich jetzt niemanden raten bei bei LSD-Experimenten dann da in so einer gefährlichen Umgebung zu sein das ist schon klar man kann sich da wehtun das sollte man vielleicht nicht machen aber was halt so komisch ist hier ist ganz unten steht dann ganz unten steht dann aber im bei der Obduktion wurden keine Spuren von LSD in Arthurs Körper gefunden und das finde ich dann wieder komisch ich meine ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus Alex aber ich meine die Obduktion hat man gleich nach dem Tod gemacht und müsste man dann nicht wenn man das macht da Spuren von von diesen Substanzen ja man kann doch Drogen nachweisen im Körper oder kann man das bei LSD nicht nein doch 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 weil es geht darum ist das zum Beispiel allein mit Cannabis man kann das mal bis zu sieben Tage in Blut nach Forschung beziehungsweise auch mit den Haaren viel länger noch mit Haaren und sowas kannst du mal auch jahrelang weiß ich nicht aber wie lange die Haare sind bei dir nicht so bei mir schon naja aber es geht darum ist dass man kann auch feststellen ob du Kokain oder Heroin und wenn wir mal schon in dieser Liga von Drogen sprechen natürlich wäre der irgendwelche Residu von LSD übrig geblieben da gibt es mal ein Gerücht dass man könnte mal mit Vitamin C seine Körper spülen wenn das mal mit Cannabis zu tun hat mit den Tests anstehen ja genau aber mit Chemikalien denke ich mal dass das komplett anders ist weil LSD beeinflusst andere Rezeptoren als was Cannabis ist auf jeden Fall ein anderes Kanal das ist völlig klar ich weiß es nicht also ich bin da kein Experte bei sowas ich fand halt nur das hat mich halt irgendwie irritiert dass dann da ganz unten steht die berichten hier ja der Obduktionsbericht und es ist jetzt klar was mit dem Jungen passiert ist und so und dann erzählen sie halt so diese Story und am Ende kommt aber dann steht dann aber irgendwelche Drogenspuren wurden keine gefunden in dem Körper und da frage ich mich ich weiß jetzt nicht geht das dann so schnell weg oder ist dann der ganze Story irgendwas nicht ganz in Ordnung weil letzten Endes so wie jetzt die Story ist basiert das ausschließlich auf dem was der andere Junge halt erzählt hat ich weiß es kann so sein es kann auch nicht sein ist letztens vielleicht auch gar nicht so wichtig so oder so können wir den Fall halt einreihen wieder in ja einer da wieder auf unnatürliche Weise da in dem Rock'n'Roll Circus in Abgang genommen hat ja wobei andererseits ist das steht hier ist dass Nick Cave und seine Frau die haben beide das Gerichtsaal bereits verlassen als die genaue Verletzungen ihres Sohnes dargestellt wurden also was die genaue Verletzungen ich gehe davon aus ist dass man sicherlich mal Heimatomen zu Kopf ja wenn du auf den Klippen runterfliegst dann bist du halt zerschmettert unten am Boden also im Detail muss man das halt auch nicht sehen also kann ich ja schon verstehen dass dann vielleicht die Eltern da gar keinen Bock mehr hatten so wollten halt ja weiß ich nicht wie auch immer die Story ist finde ich eine interessante Nachricht weil wir sind auch Rock'n'Roller und schauen halt da auch immer und Nick Cave großartiger Musiker so tja aber auch da eben tragische Geschichte es ist einfach unglaublich weil man schaut wie wie viele wie viele Musiker also solche Erfahrungen machen und ich meine weißt du das ist klar Dinge passieren Shit happens aber es passiert eigentlich nicht so oft aber in in diesen Rock'n'Roll Musikerkreisen ist es einfach unglaublich wie hoch da die Quote ist ja da hat mir ein weiterer Fall ja krass tragisch natürlich ja natürlich ja die letzte Punkt den letzten Punkt den ich mal heute Abend machen musste als Amerikaner heute ist Veterans Day in Amerika das ist der Tag in Amerika wo alle gefallenen Soldaten und Leute die gedient haben im Militärbereich angesehen werden und honoriert werden und bedankt für ihr Service für das Freiheit für die amerikanische Bevölkerung und 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 ich habe eine Video gefunden drei Bruder na und die haben so so eine Prank Video die machen solche Prank Videos aber die haben mal dann tatsächlich eine Video gedreht über eine obdachlose und arbeitslose Veteran der auf die Straßen von New York gesessen hat und bettelt für Kleingeld und der erzählt die Leute natürlich auch dass heute war ein sehr schwieriger Tag für ihn und der hat tierischer Hunger ob jemand mit ihm ein bisschen Kleingeld geben kann und diese Leute sind einfach mal an ihm vorbeigelaufen ohne was zu tun und dann was die gemacht haben ist dass die haben der kleinere Bruder von denen genau neben ihm hingesetzt auch mit einem Schild wo der Stand drauf dass er ist ein obdachloses Kind und hat keine Familie und ist hungrig und die Leute sind an ihm vorbeigegangen die haben ihn mal gedruckt die haben ihm Hände geschüttelt 20 Dollar in seine Becher und Kleingeld und so weiter und so fort und als die an den Veteran vorbeigegangen sind der hat gesagt Entschuldigung vielleicht haben sie mal ein bisschen extra Geld für mich auch ich habe sehr tierisch Hunger und so weiter und so fort und die Reaktion zu einer eine Polizisten ist an ihm vorbeigegangen und sie hat ihm erstmal paar mal gescheuert und hat gesagt du bist ein erwachsener Mann warum suchst du nicht einen Job so wie eine normale Person und so weiter und so fort und wie kannst du mal so der arme Kind neben dir hat kein Dach über seinen Kopf und so weiter und so fort und dann ist der eine Typ an ihm vorbeigelaufen und er hat ihm mal Geld gegeben der kleine junge Geld in seine Becher und als der an diesen Veteran vorbeigegangen ist und der Veteran hat ihm tatsächlich mal so quasi gebettelt und er hat gesagt excuse me sir ich bin auch sehr hungrig ich habe mal heute die letzten paar Tage nichts zu essen gehabt und ich würde mich mal freuen er sagt ich bin ein Veteran ich habe mal unser Land serviert oder gedient gedient in Englisch heißt das I served our country und der Typ guckt ihn an und er sagt du hey guck mal ich muss mal für einen Job arbeiten für mein Geld und sowas du kannst mal auch irgendwo an die Tür stehen und er sagt oh du hast dein Land gedient well hier lass mich dich gedienen und er hat sein Essen der in seiner Hand gehabt hat hat das ihm auf den fucking Kopf geschmissen und der ist von ihm weggegangen und der Typ stand da in Tränen und was hat er gemacht der ist aufgestanden er ist zu der Kindrube gegangen der hat gesagt pass auf meine Sachen auf der hat mal zwei oder drei Koffer bei sich gehabt der ist in der Pizzaladen gegangen und er hat mal eine Scheibe Pizza gekauft für diese Kid und plötzlich rennen die beide Bruder die das gefilmt haben rüber zu und die sagen hey warte mal was machst du da der hat gesagt der kleine Junge der hat nichts gegessen ich wollte ihm eine sagt nee nee wir machen mal jetzt ein Bild ein Film hier um die Leute zu zeigen tatsächlich was der Unterschied ist wie Menschen drauf sind und die Tatsache ist dass der Junge ist dann aufgestanden die haben das Geld mal für der Veteran gesammelt und die Jungs haben ihm nochmal 200 Dollar und der Typ stand in Tränen in Tränen verstehst du und ich frage mich Happy fucking Veterans Day da ist ein Veteran der kein Dach über seinen Kopf hat der keine nichts zu fressen hat hat keinen Job und die Leute schlagen auf ihm zu oder die beschimpfen ihn nur weil jemand anderes der obdachlos ist ob das Kind ist oder das spielt keine Rolle und ich sage meinen großen Respekt an die Leute die freiwillig und unfreiwillig die amerikanischen menschen nicht die regierung die amerikanischen menschen gedient haben sodass die ihre freiheit haben können und das ist die dankeschön dass die amerikanischen leute an diese veteran zurückgeben und ich frage mich wie happy dieser veteran ist an veterans day das sollte man vor allem den ganzen jungen männern zeigen die sagen army da kann ich karriere machen und ich bin jung und stark und kräftig mir kann keiner was den sollte man zeigen guck mal du gibst deine ganze kraft deine Lebensenergie gibst du gibst du hier den großen Kriegstreiber machst es für die und schau doch mal was passiert ein paar jahren wenn du da nicht mehr die kraft hast wenn du psychisch auch nicht mehr in Ordnung bist wenn du nicht mehr dienen kannst dann spuck dich das System hinten aus und lässt sich fallen wie eine eiskartoffel guckst dir an der Typ hat auch gedacht er wird mein Held und schauen an woher es steht wir brauchen gar nichts vorzumachen Frank guck mal was mal mit die Vietnam als die von Vietnam zurück gekommen sind die leute haben auf den gespuckt die haben gesagt ihr seid baby killers und alles drum und dran und wie hieß das so schön post dramatic stress disorder das ist diese verschönerung so man sagt okay post dramatic stress disorder es hört sich nicht so schlimm an wie nach den erster Welt krieg das hieß einfach fucking shell shark das ist brutal das klingt ist noch nicht mal physikalisch oder mental in der 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 zustand wo er einen normalen job halten kann weil der noch unter dieses shell shark steht und was kriegt er noch eine fucking dritte in die eier und weißt du was mir am meisten traurig macht frank wir brauchen uns gar nicht vorzumachen du siehst wie viele Freunde und ehemalige schulkollegen nicht habe meinst du dass ein von meiner ehemaligen schulkollegen oder die alle die dort mal hier politik muss geändert werden in amerika meinst du dass die einen fucking kommentar dazu gemacht haben dass das unfair ist oder sagt man dass ich schäme mich von meinen Leuten dass wir unsere veteranen so behandeln nein kein fucking kommentar nichts zero null und dafür haben die die fucking sack in die Hose denn noch an ihrer seite mal zu sagen happy veterans day and thanks for serving us and fighting for our freedom come on man give me a fucking break das kotzt mich an und deswegen musste ich mal sagen ist dass ich musste das erklären warum ich kriege das nicht zu sagen happy veterans day über meinen lippen heute weil wenn ich sehe dass so veteranen behandelt werden von unsere eigenen leute normale menschen die auf die straße laufen dass dieser typ noch mal ein paar gescheuert kriegt und sagst mal steh auf und geh mal einen job das ist für mich kein happy veterans day ganz ehrlich Alex ich finde das seltsam dass das in amerika so ist es gibt in amerika so viele soldaten so dass sich da der staat nicht um diese leute danach kümmert das finde ich ganz erstaunt ich meine hier in deutschland ist das nichts anderes du hast mal leute hier die noch nicht mal klarkommen weil die unter 500 euro im monat für rente kriegen das ist aber asylsuchende und so weiter und so fort und die 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 schreit dass die kein geld haben und so was und unsere sozial bedingungen würden immer schlimmer aber diese leute die leben besser als die eigene volk ja das ist die andere so ich bin kein ausländer feindlich und ich bin mal der meinung ist dass man wenn jemand tatsächlich irgendwie wegen krieg vertrieben wird man muss man die leute irgendwie unter die arme und versuchen jedem zu helfen wie das möglich ist weil jemand der gegeben hat ist niemals arm davon geworden oder jemand der irgendwann jemand was gegeben hat ist niemals davon arm geworden vielleicht hast du mal nicht das dicke oder sowas aber wenn du jemand eine 10 Euro scheinst hast mal immer noch was in die Kühlschrank gehabt mal zu fressen verstehst so und das sind solche Dinge das ich mal einfach als Amerikaner das ich frage ich muss mal das so fragen welches andere Land oder kennst du ein Land die mal ihre Veteranen die für das Land gekämpft hat die so in Stich gelassen würden ja das ist was ich sage mich wundere dass das in Amerika so krass ist kennst du ein andere Land würde Deutschland das mal zu ihrer Militär machen ne ich glaube nicht ja und vor allem weil der Staat ein Interesse daran hat deswegen gibt es ja auch und das ist in Deutschland sogar eine starke Tradition diese Tradition von Beamten und der Berufssoldat um den sich der Staat eben ein Leben lang kümmert auch wenn der alt ist kriegt seine fette Pension und das macht man ja damit man sich der hundertprozentigen Loyalität von dieser Kaste auch gewiss ist das ist was ich vorhin gemeint habe das müssen doch die jungen Männer in Amerika sehen wenn die Veteranen so behandelt werden was sollte dich motivieren diesen Beruf zu ergreifen hier ist ja eher so eine Tradition der Staat hat immer auch oder versucht zumindest diese Veteranen gut zu behandeln damit er dann auch keinen Nachwuchsmangel hat damit das auch eine Perspektive ist für junge Leute das heißt der Staat hat ein Interesse daran hier die Leute da auch einigermaßen fit zu halten das war schon früher bei den Römern so wenn du 20 Jahre in der Legion warst hast du ein Stück Land bekommen jeder Legionär zur Abfindung damit du danach nicht als Räuber dein Leben verdingen musst dein Kriegshandwerk weiter lernst sondern danach hat man denen ein Stück Land geben hier kannst du dich ansiedeln davon kannst du leben dann und das hat man schon immer so gemacht damit du die Leute motivierst das auch zu machen warum sich das Amerika leisten kann seine Veteranen massenweise ist ja kein Einzelfall das sind auch nichts Neues ich weiß es nicht wie viele Millionen mittlerweile mal aufdachlos sind und auf die Straße wohnen da wundert man sich dass sich dann überhaupt noch Leute finden die diesen Dienst verletzten gestörten vielleicht versehrten Obdachlosen so soll ich wirklich überraschen und es ist nichts Neues gibt den Film Rambo und ich meine das ist fast ein Synonym geworden für diesen amerikanischen Militarismus der Superkämpfer aber wenn ihr euch den ersten Film anguckt dann ist es vor allem ein sozialkritischer Film weil der Typ macht nichts der sucht einen alten Kumpel von damals um das aufzuarbeiten die ganzen Traumata die der in seinem Kopf hat in seinen Bildern eine ehemalige Elite Soldat so ist der Plot von Rambo und der gerät dann irgendwo im Country in der Provinz an die Sheriffs die ihre Macht ausspielen und das ist genau das gleiche Thema der Veteran der zu Hause einfach nicht mehr ankommt der auch nicht mehr in dem zivilen Leben ankommt der das Kriegshandwerk gelernt hat und dort in dem Fall Rambo ein Superkämpfer einer der Besten überhaupt aber all diese Fähigkeiten sind im zivilen Leben nicht gefragt im Gegenteil da musst du die möglichst weghalten und das ist natürlich ein Riesenthema by the way das ist auch ein Thema mit dem wir uns in Deutschland auch konfrontiert sehen weil wir haben ja auch Leute die jetzt zu uns kommen die eben auch diese Kriegserfahrung haben und das ist dann echt eine Frage Leute die die wirklich intensiv Krieg gekämpft haben auch also die auch aktiv dabei waren die also auch gewisse Schwellen schon überschritten haben wie kriegst du die überhaupt wieder zurück jetzt auch mental so in so ein ziviles Leben so Frank du siehst teilweise ist das was abgeht an die Bahnhöfer die drehen schon mittlerweile durch und die greifen schon mal unsere eigene Staatsleute an beziehungsweise Polizisten und sowas you know das ist für den also die Grenze von ob man jemand ob da eine menschliche Grenze ist wo man sagt okay Menschen töten oder nicht töten da gibt es diese Gedanken nicht mehr weil wenn du mal in so einem Land bist wo überall wo du mal hinläufst liegen nur Leichen und so weiter und so fort da wirst du irgendwann traumatisiert wo eine tote Mensch für dich bedeutet gar nichts mehr genau da müsste jeder einzelne von dem muss man sich um kümmern dass man dem wieder reintegriert in die Zivilgesellschaft und das macht in Amerika macht man das nicht mit den Veteranen und hier macht man das mit den Leuten die kommen gleich noch weniger wir wüssten auch gar nicht wer das machen soll dafür haben wir gar nicht die ausgebildeten Leute in diesen Zahlen aber so sind einfach Menschen also wenn du einmal in so einer Verrohung warst was so Hardcore Kriege sind und Syrien da ist es nochmal krasser wie barbarisch das zum Teil abläuft wenn du einmal diese Verrohung hast wie kannst du da dann wieder zurückgehen und kannst du dann die Bilder im Kopf abschalten und dann bist du auf einmal wieder hier Familienvater machst du deinen Job als Automechaniker was weiß ich das geht nicht so einfach nein das ist das haben wir auch schon öfter angesprochen du kannst diese Dinge nicht ablegen das ist was man auch Kramer nennt weißt du das kannst du ja sagen Frank ich habe auch gesprochen als ich mal älter geworden bin ich habe mal festgelegt und es ist mir bewusst geworden an wie zeitnah Dinge sind wo ich gesagt habe mein weißt du hier bin ich mal 55 Jahre alt und ich denke so hey letztes Jahr im Januar war ich mal oder Oktober war ich mal bei meinem 35 jährigen Klassentreffen und dann ist das mir mal klar geworden ist das wenn ich zurückdenke mein Vater hat das zweite Weltkrieg als Kind erlebt na und 1960 war ich geboren in den USA das ist wo er da das ist was 20 Jahre nachdem 25 Jahre nachdem der Krieg zu Ende war na 45 der Krieg ging zu Ende 1960 20 Jahre später na 15 Jahre später ey alter du musst mir mal vorstellen wie zeitnah die geschehen von dem zweiten Weltkrieg ihm nahegelegen haben weil wenn ich sitze da nach 35 Jahren mit meinen Klassenkameraden das ist als wenn das gestern gewesen war und so sind auch für die Menschen diese traumatischen Bilder und die kriegen die nie mehr weg und deswegen siehst du diese Veteranen die mittlerweile 90 Jahre alt sind oder sowas warum die sitzen der teilweise und die können immer noch nicht eine ruhige Schlafnacht kriegen oder die die wachen auf und fangen an zu weinen oder sowas weil das alles mal als wenn das mal für den gestern gewesen war ja aber es ist halt leider so wie da gibt es halt eine neue Generation von jungen Männern die sich denken weißt du was Armee ist super da kriege ich ja genau ich kriege Knarre in die Hand ich kriege ein bisschen Kohle ich bin ein Held ich hab was zu sagen ich hab Macht oder irgendwas und träumen sich da irgendwie ihre Heldenstory zusammen und sehen einfach nicht was da am Ende wartet wie sehr die einfach doch nur missbraucht werden da eine ganze Kraft und Energie missbraucht wird das ist so schade mir tut es wirklich für jeden jeden jungen Mann leid also auch jetzt hier Leute die da hab ich auch hier in Ostdeutschland einige kennengelernt in den letzten Jahren also so junge Männer die sich dann da verpflichten für die Bundeswehr um dann da irgendwo am Hindukusch unsere Freiheit zu verteidigen und ich meine und das ist jetzt mit Sicherheit die Bundeswehreinsätze in Afghanistan sind so nicht zu vergleichen mit was was die eine amerikanische GI in Vietnam erlebt hat oder es ist nochmal ein ganz anderer Combat viel intensiver viel krasser oder gar was jetzt hier in Syrien im Bürgerkrieg abläuft aber selbst so viele von denen die dann aus Afghanistan zurückgekommen sind so Bundeswehrleute sind einige gekommen die dann danach auch irgendwie so einen Schlag mitbekommen haben psychischer das ist mir tut es um jeden leid wenn die da jung sind und die wenn du jung bist dann glaubst du halt dir kann nichts dir kann niemand was du hast diese ganze Lebenskraft in dir dein Körper strotzt vor Kraft also gerade bei uns Männern ist das dann oft so das ist so viel Power so weißt du aber ey boah ein bisschen ein bisschen Klugheit oder Weisheit würde man da dem einen oder anderen jungen Kerl mal mitgeben so ey guck dir mal an was daraus werden kann so willst du das wirklich setz doch deine Kraft für was anderes ein super ist so wie Kraft das lauf doch nicht denen hinterher so ja tja ja ich glaube das ist mal ein ganz vernünftiges Schlusswort wir sind im Grunde haben wieder jetzt am Schluss dahin gekommen wo wir angefangen haben heute mit der Sendung wo wir gesprochen haben eben über diese Autoritäten so und das ist genau was man den jungen Leuten so raten würde ey vertrau dir selbst du brauchst keinen Führer der sagt hier gegen die geht's das sind die Bösen wir sind die Guten und diese ganzen Mist ich meine wenn du auf dich selber hörst dann hast du keinerlei Impuls zu sagen weißt du was ich geh jetzt in irgendein Land so Afghanistan bekämpf jetzt dort irgendwie das Böse wer sollte das machen das macht niemand es ist immer nur die die den den anderen nachrennen und wenn wir schon beim Islam sind so bei den ganzen Dschihadis das ist auch nicht anders das sind alles junge Leute die dann irgendwelchen Prediger nachrennen das ist ja derselbe Mechanismus ich meine machen wir uns frei davon absolut vertrau dir selber glaub an dich selbst und dann brauchst du da niemanden hinterherrennen und dann dann kannst du den Weg im Leben gehen der für dich der richtige ist und der kann auch voller Abenteuer sein und so und ich bin da auch ein sehr offener Mensch also es gibt so viele verschiedene Lebenswege keiner muss so das machen was ich mache oder so ich spreche in der Sendung auch echt oder auch in meinem Leben wirklich mit allen möglichen Typen da sind Leute die sind ganz anders drauf als ich die arbeiten musst du sich in Banken oder letzte Woche habe ich gesprochen auch von Hooligans auch da kenne ich Leute ich würde niemals jemandem raten mach das aber das führt jetzt wieder auf Abwägen weil bei den Hooligans ist eben auch das Problem viele von denen haben all diese Kraft in sich drin aber wissen gar nicht was sie mit dieser Kraft sinnvoll machen sollen das ist das Problem erkenne dich selber und nütze doch mal diese Power die du hast so so sieht es aus nicht sich da einspannen lassen für Interessen von anderen das ist grundsätzlich halt um was es geht also um das alles mal zusammen auf einer auf einer Sache mal zu ziehen jetzt wie sagt man Bilanz zu ziehen ich glaube das letzte Titel was hier zum Abschied passt eigentlich ganz gut genau was Frank und ich mal versuchen mal hier euch weiter zu verbreiten und das spielen wir gleich ab und ich sage euch gleich wer das ist aber als erstes möchte ich mal bei allen Hörern bedanken und alle die im Chat sind die bei uns heute waren für unsere Sendung also absolut großartig na vielen 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 Dank von meiner Seite Frank das ist wirklich auch wie ein Rush ich meine jetzt sind wir vier Stunden hier vier Stunden sind schon lang und wir haben so viel Infos reingepackt so viel Zeug mir raucht auch selber die Birne Leute weißt du aber dass ihr da dabei bleibt jetzt auch bis zum Ende der Sendung allein das daraus ziehen wir wirklich Motivation das ist großartig und da ziehe ich auch den Hut weil ich weiß vier Stunden sind lang aber ich weiß nicht wie es euch geht bei uns verfliegt es oft wie es geht ganz schnell durch so und ja danke danke an euch danke an an euch Hörer besucht uns mal auf unserer Facebook Seite falls ihr auf Facebook seid Facebook Amok Alex Frank Stoner Show ihr könnt im Archiv nachgucken wo wir die Sendung seit einem Jahr ungefähr machen wir das jetzt haben wir die hochgeladen seit Januar glaube ich auf mixcloud.com slash Frank Engelmeier dort könnt ihr die alten Sendungen anhören oder besucht uns auch auf dem YouTube natürlich auf dem Kanal vom Kulturstudio absolut wir müssen mal nochmal bei den Jungs vom Kulturstudio bedanken mal für die Unterstützung das ist super geil viel technischen Support geben also auch unsere Sendungen auf YouTube hochladen und ja dort könnt ihr uns auch dann immer finden auf dem Kulturstudio Kanal auf YouTube auf jeden Fall und man darf auch nicht vergessen das nächste Mittwoch sind wir beide wieder am Start für euch mit neuen Themen und somit wünschen wir euch mal eine restliche erfolgreiche Woche ein schönes Wochenende und wir würden uns wieder freuen wenn ihr am nächsten Mittwoch dabei seid wenn es heißt hier auf Radio Emergency die Amok Alex und Frank Stoner Show von meinerseits bis dahin und Frank und ich verlassen euch mal mit einem Titel und eine Message von den Hausmartens die Hausmartens Yes and the song is called Caravan of Love so peace to your mind and here is the message das wir mal verbreiten wollen und check out the text und ich denke dass ihr wird verstehen wo wir hinaus wollen bis dahin Amok Alex over and out Frank Stoner over and out und bis nächste Woche Leute hau rein und ciao pharaon nazistaat und ja wer weiß was da wirklich die story dahinter ist irgendwie mit Jugendämtern und so und da passieren auch viele Dinge die nicht in Ordnung sind aber was ich sagen will ist für mich geht er sehr er ist in so einem Kampf weißt du er ist in so einem Kampfmodus und naja wie sag ich ich sehe es ein bisschen ambivalent sagen wir so aber es ist auf jeden Fall interessant der Mann hat echt einige interessante Informationen auch am Start und er bringt eben diese diese Story auch dass du das eben an so vielen Bauwerken siehst diese diese ganze Zierrate das ist so aufgekommen eigentlich bei uns in der Zeit der Renaissance und dann auch Barock diese ganzen diese ganze okulte Symbolik die tatsächlich ja sehr viel mit Ägypten zu tun hat ich meine wenn wir reden von von Obelisten und so und die tauchen halt überall auf allerdings tauchen die tatsächlich überall in Europa auf naja ja guck mal in Deutschland wenn du durch eine Stadt der Wim hat gerade geschrieben geh mal nach Aachen Karl der Große oh ja na vor der Tour zur Kirche äh zur Rechten des Innenhofs sieht man eine Dreieck mit Auge ja es ist wirklich in ganz an ganz vielen Bauwerken wenn du wenn du echt mal die Augen auf aufmachst und du läufst durch deutsche Städte also gerade welche die viel Bausubstanz sagen wir mal aus Barockzeiten dann siehst du das überall in einer Stadt wie Bamberg ich hab mal in Bamberg gelebt eine Weile siehst du das überall und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen ja guck da seh ich jetzt hier die Sonnenhieroglyphe am Haus da wohnen die Pharaonen weil es ist fast überall so aber die Frage ist ja tatsächlich berechtigt warum kam denn auf einmal das alles so in Mode und überall nimmt man das so in die Kunst rein also diese esoterischen ägyptischen ähm diese ganze Symbolik ich mein was wo kommt das überhaupt her warum haben das Leute gemacht so ja und da ist dann eben schon wieder diese Connection hin in die in die Geheimgesellschaften weil das eben deren Thema ist weil das ist das sind die die Zeichen halt von von diesen Bloodlines damit zeigen sie sich aus wir sind hier wir dominieren so Frank meine Frage ist das wollen wir mal tatsächlich die Kanonenkugel schießen ja ähm genau lass mal noch genau das ist so der der an gewissen Punkten was man einfach auch zu viel ich mein es hören auch Schweizer zu und ich mein ich geh jetzt nicht so weit zu sagen weißt du jeder Schweizer ist da irgendwie hier dieser Pharaon Geschichte und ich kenn ich kenn so viele Schweizer die auch super Leute ja ja klar logisch das ist ja sowieso mal so ich mein das wisst ihr je wenn wir über Amerika reden und und hier amerikanisches Regime kritisieren kritisieren wir nicht den den unsere Brüder und Schwestern die da einfach ne wenn wir über Israel reden dann reden wir kritisieren wir auch nicht jetzt unsere Brüder und Schwestern die da auch halt einfach leben wollen wir reden immer so über diese Machtstrukturen okay und jetzt sind wir in der Schweiz dasselbe das hat nichts zu tun dass wir jetzt sagen alle Schweizer sind da irgendwie da drin oder so oder so so General mit dem Hammer draufhauen also ähm aber der der Jean Ross geht schon ziemlich weit also er hat schon echt auch ein ein ja ich würde sogar fast sagen so eine Art Hass gegen die Schweizer und das ist eben wo ich nicht mitgehe weißt du also das empfinde ich so nicht aber er hat schon echt ein Problem mit den Schweizer wo ich mich da auch frage warum bist du dann überhaupt noch da ich meine wenn es echt nicht passt für dich dort und das kann ich verstehen weil ganz ehrlich war auch ein paar mehr in der Schweiz und ich hab mich da auch irgendwie immer ein bisschen komisch gefühlt äh es ist einfach ich passte nicht so richtig hin am schlimmsten war es in Genf Genf gehört echt zu den Städten auf der Welt wo ich gar nicht hin kann das ist wirklich gar nicht Genf und Venedig das hatte schon in den jüngeren Jahren wo ich von all den Dingen die ja sie heute erzählen nichts wusste so ja in Genf wo ich dort schon so einen dritten Arsch bekomme von diesen Städten echt in Genf war ich ein paar Mal gewesen weil ich hab mal dort äh äh die Autosalon mitgemacht dass ich für Clifford Electronics noch gearbeitet habe ich hab mal natürlich als äh äh Fahrzeug Alarmhersteller war ich in Genf ein paar Mal in die Autosalon gewesen also ich hab in die Schweiz äh sehr gute Erfahrungen gehabt na ich war in Luzern gewesen ich war in Turgi gewesen in Zürich Neuchatel äh oh Gott aber interessanterweise Frank das muss ich mal jetzt gerade darüber auch äh erwähnen ist das hat man sich irgendwann mal die Gedanken darüber gemacht warum Schweiz hat man drei vier Sprachen ja das ist auch interessant ja weil die sind so zentral in die europäische Land mal gefunden ist das egal in welche Richtung die gehen Französisch Deutsch Italienisch die können alles mal mal hineinnehmen ne ja ja man fragt sich warum sprechen die vier Sprachen dort ja das ist auch interessant die Lage schon allein ja verbinden eben so dieses diese es sind wieder so diese Verbindung diese Brücken die die übernational sind ja 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 genau auch diese spirit von der Schweiz die ganze Zeit das ist das ja jetzt ist das so der Genre Ross der geht schon so weit der sagt dass so diese also er projiziert das wirklich auch auf die Schweiz an sich so also das geht mir eben persönlich zu weit muss ich ganz ehrlich sagen äh und er sagt halt hier hier nicht zuletzt durch dieses durch dieses just nocte prime prime heißt das so das Recht der ersten Nacht das kennt ihr vielleicht auch das ist auch tatsächlich interessant das Recht der ersten Nacht das ist äh was sich die die Aristokraten früher gegeben haben wenn du deine Leib eigenen hattest und deine Leib eigenen heiraten du hattest immer als Herr hattest du das Recht am Tag vor der Hochzeit diese Frau ähm ähm zu zu vögeln das war das Recht der ersten Nacht die bevor die du bist derjenige der Herr entjungfert wenn er wollte äh hat das Recht dazu konnte die die Frauen entjungfern bevor die heiraten durften das war sein Recht und ähm ja das ist als Baron meinst du als Templer Baron als als jede Art von von Landlord also als Baron Graf Herzog äh Werhalter da gab's da gab's mal dieses dieses ähm wie sagt man ähm ähm Ebenen na erste Ebene waren diese äh Baronen und diese und und die normalen Leute waren auf die dritte Ebene und das war so dass ähm wenn man geheiratet hat so wie ich das verstanden hat musste man seine Frau dorthin bringen so dass diese Landgutbesitzer oder Baronen äh sie zur Verfügung gehabt hätten äh so dass die das sogenannte Pharaon äh Samen weitergeben können also just primär noctem heißt das ja das Recht auf die erste Nacht und das hatte eben eben jeder äh Herr aus der Aristokratie über seine Leibeigen und in der Tat äh Jean Ross geht so weit dass er sagt das ist das Ziel war dadurch so eine Art die 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 zu verteilen so und ich muss sagen ja so über den Gedanken habe ich das habe ich so noch nie gehabt aber aber tatsächlich ist es so interessant wenn du überhaupt dieses just prime noctem ansiehst was sich eben nur diese aristokratischen Familien rausnehmen um um dadurch ähm ähm sowohl symbolisch so hey aber das ist was da was so gezeigt wird als auch dann vielleicht rein praktisch um eben diese diese Bloodlines noch mehr zu zu verbreiten ja und ähm ja der Jean Ross geht eben so weit dass er sagt dass das halt ähm in der Schweiz ganz krass ist und und eben dieses äh tatsächlich dort eine 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 genetische Unterschied ist zwischen zwischen den Schweizer und den anderen Europäern so weit geht er und da habe ich dann echt so ein bisschen gedacht naja ich weiß das ist natürlich ganz schön weil ich kenne viele Schweizer und so ja und ähm ich bereite euch vor ja genau gleich gleich kommt die Kanonen gleich kommt die Kanonenkugel vielleicht können wir mal den Link hier hier in den Chat reinstellen Alex ja das machen wir aber ich habe dann dann halt so das auch mal so in die Suchmaschine eingegeben dann um auch da Informationen jenseits von diesem Ross zu bekommen also zum Thema ich habe einfach mal irgend sowas eingegeben wie Schweiz und Pharaonen gehen oder sowas ja und äh also ich war schockiert was mir dann kommt wir haben es mal reingesetzt das ist ein Link zu einer Schweizer Zeitung die heißt 20min.ch das ist 20 Minuten genau das ist ein ganz bekanntes Blatt also im Grunde ein Boulevardblatt in der Schweiz also Tageszeitung Systempresse und ähm Leute im Chat können sie jetzt mal anklicken und äh alle anderen dieses zu hören bekommen heißt da stößt man auf da kommt als erstes ein Bild von von dieser Totenmaske von Tutankhamun die ich übrigens das vor drei Wochen angeschaut und mit Dresden by the way Dresden ist gerade Thun-Dichamun-Ausstellung ja egal und da kommt das Bild von Tutankhamun und die Überschrift lautet jeder zweite Schweizer hat die Pharao-DNA und ich hab das gesehen die mir what das gibt's das steht das hat eben nichts mehr mit diesem Jean Ross zu tun nein gar nicht das ist Schweizer Zeitung und wenn man dann den Artikel so ein bisschen verfolgt hier äh dann berichten die da halt eher auf süffisante Art das ist ja hier Mainstream-Presse und die sagen ha ha lustig guck mal was unsere hier Wissenschaftler entdeckt haben die haben entdeckt dass es die es geht um die DNA des des Königs Tutankhamun und und sie haben jetzt festgestellt die sagen so wie heißt das hier die das Geninstitut IGNER in Zürich die haben festgestellt dass die DNA von Tutankhamun da gibt es eine eine Untergruppe in dieser Genetik und diese Untergruppe die ist auch in der Schweiz stark verbreitet und Zitat hier von diesem Genforscher Roman Scholz aus Zürich Zitat ungefähr 50% der männlichen Schweizer gehören ebenfalls zu dieser Gruppe und haben damit einen gemeinsamen Stammvater mit dem Pharao und dann führt noch weiter aus dieser Vorfahre der Vorfahre der Schweizer und gleichzeitig der Vorfahre von Tutankhamun der hat vor etwa 9500 Jahren in der Kaukasus Region gelebt so und was habe ich gesagt wait a second warum steht das wenn wir mal irgendwelche Dokumente ausfüllen jetzt was habe ich damals gesagt warum steht da für Weißmensch wenn du eine weise Person bist dass du nicht dass du anglo-sachsisch bist oder sowas you're fucking Caucasian so da ist das der Kaukasus Caucasian heißt dass du kommst aus den Kaukasus und ausgehende Kaukasus das ist ja hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle das ist ja auch eine ganz heiße Region wiederum dieses Kaukasus mit diesen Ländern ganz besondere Länder Armenien ja Armenien hat mit den Arian zu tun ja dann Aserbaidschan gleich daneben Asien Frank Frank was habe ich dir gesagt guck mal als ich mal meine DNA Test gemacht habe weil ich bin nur bis zum Estonien hingegangen wo ich gefunden habe dass wir eine Ritter Ritterwappen hatten als ich mal mal ein bisschen Familienforschung gemacht habe die haben mir geschrieben das steht da drin das ist deine DNA geht bis Aserbaidschan hinein siehst du Pharao gehen Alex I don't know I don't know hast du Ansprüche auf irgendwie Herrschaft Alex as ich mal arbeite das in dir das gehen will das nicht so ausdrücken Frank als ich mal diese Quiz bei Facebook genommen haben die haben gesagt dass ich ich werde mal die nächste Bundeskanzler sein Frank so irgendwas liegt in der Luft wenn es Facebook schon prophezeit hat oh man Alex hat das am nächsten Tag kamen mal diese Dings wo die gesagt haben dass er schon dreht zurück und ich habe gesagt komisch ich habe noch keine Anrufe vom Bundestag gekriegt Gottkönig Alexis I don't know Frank I have no fucking idea aber es ist schon krass also das das haut mir mal die Socken weg mich hat es auch wirklich ungehauen als ich den Link angeklickt habe ich mir auch gedacht das gibt es doch gar nicht oder auch jetzt ich meine was machen wir daraus ich auch für die Schweizer selber interessante Connection du kannst mittlerweile bietet hier der Artikel auch an natürlich wird aus einem Geschäft gemacht wenn du jetzt wissen willst als Schweizer ob du zu den 50% gehörst als Mann der dieses Pharo-Gen trägt kannst du natürlich auch gegen eine kleine Gebühr von ein paar hundert Franken kannst du einen Test machen dann sagen sie dir auch ob du Pharo-Gen hast kannst du natürlich bei der Weibchensuche dann auch gewinnbringend einsetzen Pharo-Gen nicht schlecht das ist ein Bonus naja Frank I mean come on man das ist ziemlich interessant aber hier ist noch einer Hammerding lass uns mal kurz mal was die Schweiz betrifft und das KKK oh fuck das ist auch zu krass wait a second da gibt es eine Organisation da gibt es mal diesen Spruch die Schweiz hat die KKK in einem Parlament haben die das nochmal hast du es aufgeschrieben ich habe es nicht mehr es ist so ähnlich wie dieser französische Ausdruck Justiz Liberté und Justiz drei Schlagworte ich glaube es ist eines Konsens wir haben doch paar Schweizer Hörer die müssen mal wir brauchen mal ein bisschen Hilfe diese KKK in dem Schweizer Parlament wie heißt das das wäre sehr interessant zu wissen aber dann gehen wir weiter nach Amerika und wir haben die sogenannte Ku Klux Klan Tja ok was soll jetzt der Ku Klux Klan mit den Schweizer zu tun haben das ist wirklich arg warte mal wir nehmen diese drei Worte in Kontext ok weil das angeblich stammt aus der aus der Schweiz so Kuh ohne den H ist klar was das bedeutet ist die Kuh das klux oder Klock Glock ist das Glocke die Glocke die Glocke weil lass uns mal wenn wir gucken mal die Schweiz an jeder weiß dass die Milkenkuh sogar eine Glocke auf ihrem Hals hat die lila Kuh die rumläuft und sowas sodass die wissen können hey da ist meine Kuh was treibt sie und sowas so die Ku Klux Klan heißt nichts anderes als die Ku Glocken Klan ganz genau so und was wollte die Ku Klux Klan machen die haben ihre Glocke auf die Schwarzen auf die Juden und alle diese Leute mal herangesetzt zu viel machen so sieht es aus und interessant ist hier ich habe jetzt mal kurz schaue ich auch in meinen Chat rein ich kann echt leider nicht alles verfolgen was ich hier schreibe weil ich ja auch mich hier konzentrieren muss aber hier die Ela vom Stamme der Pack hat jetzt gerade was geschrieben sie dacht sich schon die ganze Zeit dass sich die templer und die KKK Typen sich ziemlich ähnlich sehen ja ganz genau guck mal schauen an was Ku Klux Klan tippt es ein wenn ihr es nicht habt tippt doch mal ein Ku Klux Klan Code of Arms so heißt es auf Englisch Wappen oder Logo auch nur und dann surprise surprise dann siehst du wieder das Schweizer Kreuz dort auftauchen im Wappen von Ku Klux Klan es ist wieder dieselbe Verbindung dieses Schweizer Kreuz als ein Hinweis auf dieses Templer Kreuz tatsächlich KKK die beziehen sich auch darauf oh absolutely und also das ist ich weiß das ist wahrscheinlich mal für euch alle die 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 gehören brennen langsam durch denke ich mal die zellen aber es ging Frank und mir auch nichts anderes als wir das gesehen haben das hat mich völlig weggehauen es ist auch noch 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 dazu ja natürlich hier eins bevor ich das vergesse weil wir hatten vorher schon mal von von Baphomet gesprochen erinnert euch Baphomet war also dieses Idol dieser Schädel den die Tempelritter vermeintlich angebetet haben und der vielleicht hin zu Skull and Bones führt Baphomet dieser Jean Ross von der Pharaonshow ich habe euch ja gesagt der Mann hat viele Infos die auch interessant sind er sagt er gibt zum Beispiel auch eine Definition was eigentlich Baphomet ist und er leitet das ab auf die alte ägyptische Sprache Baphomet Bar Bar ist die Seele Bar es gibt sowieso bei den Ägyptern gibt es Bar und Car beides ist die Seele Bar ist glaube ich die Seele im Jenseits und Car ist die Seele hier inkarniert by the way deswegen gibt es auch das in ganz vielen Ländernamen taucht es auf Car Canada America Kansas California ja ja das als in Amerika ja auch da das sind eben schon Hinweise darauf eben eben auch bei den Ortsnamen schon dass eben da diese alte Templar Connection wenn nicht sogar tatsächlich die Connection Emission zurückgeht in die wirklich in die alte Zeiten dass eben schon die Ägypter die Pharaonen schon in Amerika Kaba Kaba die Kaba ja die Kaba und dann gib mal die Name Allah dazu Kabala ja Siehst du wo das hier alles kommt ja das zeigt eben auch schon oder deutet in die Richtung dass auch schon Amerika eben schon zu Pharaonischer Zeit da gab schon Kontakte dahin und wir haben auch irgendwann schon mal über verbotene Archäologien in Amerika gesprochen das ist da tatsächlich auch Gerüchte von so seltsamen Funden mit Hieroglyphen drauf und so weit ist auch ein Riesenthema wobei auch schwierig weil auch viele Fälschungen dabei sind diese Collection kommen wir zurück zu Baphomet also Ba die Seele dann Pa soll so viel heißen wie Ankommen Vieh Fliegen Me oder auch Meru ist Pyramide und wenn du aus diesen Säulen kannst du zusammen eben dieses Ba Fo Met zusammen basteln und könnte man dann so frei übersetzen so macht das Jean Ross ich selber kann kein hieroglyphisch die Seele kommt fliegend in der Pyramide also es geht um die Inkarnation des Menschen die fliegt in die Pyramide rein und dann wirst du geboren also auch eine extrem okkulte Bedeutung dahinter die eben auf das ägyptische zeigt das ist das entscheidende die Tempel haben so was angebetet was ägyptischen ursprungs ist auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt das verstehen kann also ich ich weiß nicht ob du das mal mit gekriegt hast die machen jetzt thermales scanning von die pyramid von gysi ja habe ich gehört dass thermal scanning um zu sehen ob die irgendwelche versteckte zugänge oder gänge finden können und das witzige dabei ist dass obwohl die eine thermale messung gemacht haben was dabei rausgekommen ist ist dass die thermale zeichnungen von das pyramid hat den völlig weg gehauen weil das was auf die erde der basis von der ist normalerweise die wo die sonnenstrahlen abkriegt und so weiter und das ist komplett anderes das ist alles kühl oben an die spitze das ist die heißeste punkt sehr interessant das ist ein großes thema mal wir haben über die pyramide auch mal über resonanz karma und die möglichkeit mal dass das mal irgendwelche wie war das ähm äh Punkte sind wo man mit ähm 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 telepathie sich unterhalten kann so channeling channeling und so was und wir haben darüber gesprochen dass die dass die äh pyramide selbst als resonanz karma sind dass die mal gewisse ertönungen von von chanting und 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 irgendwelche äh sachen das die benutzt haben das die benutzt haben also you know es geht alles darum es ist schon interessant da gehen wir mal dann schon wieder in 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 alien shit man das ist das ist das nächste ding was auch die schweiz was besonderes machte also auch in der heutigen zeit die die schweiz ist auch also da gibt es ganz viele so 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 geheimnisse leute sprechen so auch von von black projects von schwarzen projekten so es gibt gerüchte das ist natürlich dann eben alles schwierig aber aber das ist schon lange kursieren diese dinge hartnäckig dass in der schweiz eben eben in den bergen auch auch große unterirdische anlagen gibt in den bergen drinnen die in verbindung gebracht werden mit ufo phänomen die in verbindung gebracht werden eben mit irgendeiner seltsamen high tech und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe ich habe einmal in meinem leben ufos gesehen und das war in der schweiz da war ich in zürich mitten in der stadt und da kann ich vielleicht mal erzählen also weil es passt auch hier rein so dass ich gibt es ganz viele solche berichte und tatsächlich ich habe in zürich auch mein mein einziges ufo sichtung gehabt da kann man kurz erzählen es war in zürich auf dem auf dem auf dem auf dem auf dem dach von dem gebäude aber das war mir da wo ich erst zur absteige war für ein paar tage und und da oben ist was eine art jugendherberge oder so und oben hatten sie so eine dachterrasse und aber dann mehrere leute abends ich war noch nicht allein das war so am am im sommer abends vielleicht vielleicht 19 20 uhr oder so und da konnte man auf einmal habe ich halt gesehen haben am horizont vier fünf bunte leuchtende lichter so die die in so einer art formation am himmel waren und sich das phänomen war auch lange zu sehen also nicht so ein augenblick so es ging bestimmt über eine halbe stunde ist aber auch alle anderen auch gesehen also nicht nur ich nicht dass es gab frank stoner war da irgendwo mit dem schweizer ganja so am trippen nein nein völlig nüchter anders auch gesehen es sind auch leute ausgeflippt es war auch so eine frau die ja total panik gehabt dann davor so und weil ja bist du sicher bist du sicher dass das war nicht der schweizer kräutle der kräutle nein was bestimmt nicht haben wir alle gesehen haben wir alle gesehen und es war auch also aus meiner sicht ist es halt ein ufo wo heißt erst mal unbekanntes flugobjekt ich sage jetzt ja nicht dass das irgendwelche aliens waren ich habe auch jetzt nichts gesehen was jetzt wie eine fliegende untertaste aussieht sondern ich sage euch lichter im himmel und mittlerweile wenn auf youtube koks ufo sichtungen tauchen ganz viele so dinge auf sowas habe ich dort auch gesehen die anderen um mich herum haben es auch gesehen das konnte man eine halbe stunde beobachten hat sich auch manchmal die formation ein bisschen geändert manchmal hat man das eindruck gehabt dass es würde näher kommen also ein bisschen größer dann wieder weiter weg und das hat auf jeden fall nichts zu tun gehabt mit mit flugzeugen oder hubschraubern oder sonst wie ja das ging eine ganze weile so wie gesagt da hat es leute die hat das richtig ausgefreakt so hey boah fuck ufo und so angst panik und naja aber es ist dann wie so ein regenbogen weißt du nach ein paar minuten ist es dann gar nicht mehr so spannend ist aber es ist halt dann einfach da ja ja auf jeden fall gibt es viel von dieser geheimniskrämerei eben eben viele gerüchte über über black projects in den schweizer bergen das hält sich auch schon hartnäckig es geht auch zurück in zeiten zweiter weltkrieg dass da auch schon solche dinger gab und so ja ja was haben wir noch noch einmal noch mal so ganz grundsätzliche nur so stichpunktartig so die line ziehen von der wir hier reden also templerschatz den die templer wo auch vielleicht in jerusalem bekommen haben grundstock für das bankwesen genau und dann sind sie eben lombardische banker die mit den templern zusammen das durchgezogen haben aus venezien venedig templer ist eine connection da gibt es auch eine connection dann zu den katarern und waldensern das haben wir auch noch gar nicht erwähnt katara waldensers führt uns jetzt wieder in die zeit vor der schweiz also hin zu in die templer zeit katara und waldenser waren so die das waren gruppen die haben die den katholischen glauben abgelehnt das waren so es war im grunde um die vorläufer von von reformation kirchenspaltung abspaltung also was neues machen die hatten auch schon connection zu den templern und ihr erinnert euch wie die venezianer diese reformationen angeschoben haben also das ist so die line die gehören auch rein das geht aber weiterhin dann auch zu jesuiten jesuiten ist zwar wieder die katholische seite aber die jesuiten wurden auch von den medizianern gegründet genau das ist was unser papst ist die templer waren die verteidiger von den katholiken dann waren es die jesuiten schweizer garde lässt sich da auch direkt einordnen und das das geht dann noch weiter dann eben eben east india company von den lombardischen bankern angeschoben wird dann weiter aus der east india company direkt raus entwickelt hat sich das komitee der 300 da sind wir dann schon in der neuzeit angekommen bei den geheimen gesellschaften und daraus folgend dann council on foreign relations nato haben wir vorher schon bei helmut schmidt gehört das ist so die line die die dieser rote faden und all diese dinge sind miteinander verwoben und verbunden das ist was was hier zum zum vorschein kommt die schweiz steht da im zentrum davon von all diesen dinge interessant ist wir hatten auch auch also es gibt leute die 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 sagen förmlich so der geflügelte löwe hat die templer finanziert der geflügelte löwe was ist das haben wir schon mal gehabt das ist venedig venedig ist der geflügelte löwe venedig ist ist wobei englund mittlerweile hat auch mal die löwe als wappel überall wo der löwe auftaucht hast du dir die spuren von venedig und da ist eben auch die frage gibt es noch mit venedig löwen sind über löwen rumgerannt das ist eben noch weiter zurück auf eben in den nahen osten so das sind diese diese bloodlines nach zwei strom land für babylon und so ja und der geflügelte löwe finanziert die die templer finanziert die schweiz jetzt bin ich da im zuge meiner recherchen auch auf was ganz bizarres gestoßen das könnt ihr vielleicht auch googeln wenn ihr wollt das monument brunswick heißt das das brunswick monument das steht in genf in genf und das ist ein ein bizarrer okkulter okkultes monument und die story geht das ist das wurde das wurde in auftrag gegeben von herzog karl dem zweiten von braunschweig braunschweiger das war ein herzog und zwar noch recht lange her 1900 war das war waren waren ein herzog in braunschweig und der hat dann so dekadent regiert dass sie in braunschweig dann vertrieben haben und der muss dann ins exil gehen ist in die schweiz gegangen und das führt uns wieder hin heinrich der löwe ja das führt uns wieder hin ich meine diese diese braunschweiger herzöge das sind das sind nachfahren von den welfen die welfen wiederum haben auch den italienischen familienzweig die gelfi und da sind wir wieder bei venedig und das ist der grund wie wie eben eben dieses ganze löwen bild nach deutschland kam heinrich der löwe in braunschweig ein anderer von den welfen bei braunschweig ist brunswick in english ja genau brunswick ein anderer anderer von den welfen hat bayern gegründet deswegen hat bayern diesen löwen und 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 das ist ja und es gibt es zu inso family ja genau und geht hin nach engländer aber jetzt hier dieses brunswick monument da hat sich eben dieser dieser karl der zweite der 19 des 100 der da so ganz exaltierten lebensstil gehabt hat so in geld verprasst hat der dann der hat dann in gemf seine partys und okkulten dinge so weiter gefeiert und als er dann als es dann ans sterben ging da hat er hat er dann vorher schon schon eine stiftung ins leben gerufen die sollte ihm ein monument dort bauen mit seinem sarg der so in der luft hängen schweben sollte so und ganz so haben sie es nicht geschafft aber sie haben dann eben so ein teil gebaut ihr könnt euch das mal angucken müsst ihr da fotos sehen dieses brunswick monument das ist wirklich spooky da ist eben auch überall diese flügelnden löwen so diese diese chimären ja und 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 überall löwen so und das ist was dieses ding dort hilft steht heute in der schweiz kann man sich anschauen in 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 genf sei ja auch nur so 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 ein kleines ding was ich fand das so ziemlich ziemlich interessant deswegen bring ich das mal weiter und wo wir schon bei so komischen monumenten so habe ich noch ein anderes gefunden und wer weiß wie viele es gibt da by the way das ist auch liebe schweizer natürlich findet man solche dinge nicht nur in der schweiz ist klar also es ist so okkulte monumenten finden wir auch in ganz europa so aber heute reden wir über schweiz und was mir das andere noch eingefallen das ist auch richtig derb hier in bern gibt es den kindliefresser brunnen das müsst ihr euch mal reinziehen der kindliefresser brunnen kinderfresser aus dem 16 jahrhundert ist das also schon historisch und das ist auch ein übles bild ihr müsst euch das mal angucken also da kannst du deinen kindern darfst du da gar nicht vorbeigehen so das ist vielleicht so eine böse artige art riese so der der gerade so so ein kind sich ins maul schiebt da so ein nacktes kleines kleinkind so und anders haben das unter dem arm werden frisst du die kinder das ist richtig derb und ich meine ich weiß nicht was da was da alles für assoziationen drin sind also auch hin zu den verdient kindern und diesen geschichten so aber aber manche manche erkennen darin auch eine connection ebenso eine okkulte connection hin zu zu chronos also mal wieder griechische mythologie chronos weil das hat sich mal alles gewandert erst mal fing das an mal in ägypten dann ging das mal irgendwie zu griechenland denn die römer haben dass das alles mal umgebaut und und restrukturiert für ihre gefolge und so weiter weil die haben auch so zum beispiel diese doppel kopfige adler gehabt und sowas als wappen und sowas löwen waren auch mal ganz groß in rom gewesen so die haben diese sachen auch mal adaptiert in ihrer kultur und 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 kronos das ist echt mythologischer interessant ich meine kronos war eben einer von den göttern der hat seine kinder gefressen hat der gott frisst seine kinder und im in der lateinischen version ist dann kronos heißt dann saturn das ist der gott saturn und wo wir wieder denn bei saturn mal zur kultige dinge dann sind wir da wieder ganz schnell bei dem bei den saturn kulten saturnalien saturn death cult könnte man ein bisschen gehen zu zu saturn ist auch der saturday der saturn tag ist es der samstag das ist der der sabbatag also ich meine wieder hast du diese komischen seltsamen alten connections so wie ich wie wir immer sagen aber schmeißen mal die die punkte dort raus und du verbindest die alle zusammen um deine eigene bild zu schmeißen habe ich schon mal das ist damals hört auch nicht auf hier hier das noch noch zu diesem kindliefresser brunnen das ist so da gibt es dann auch noch so so legenden der der volksmund in bern spricht davon dass dieser kindliefresser brunnen dass diese figur dort ein ein judenhut trägt ein judenhut und das soll das soll eine anspielung sein auf einen berühmten ritual mord den es in bern gegeben haben soll jahrhunderte vor diesem brunnen nämlich 1294 auch interessante zeit wieder so in dieser heißen zeit 1291 ist das templatings und dann haben wir vorher über diese geheimtags in der kirche gesagt wo wir dieses blut ritualen angeblich stattgefunden haben okay da gibt es eben eben diese legende in bern dass 1294 soll soll ein kind namens rudolf von bern das soll dort von den juden in einem ritual mord irgendwie halt getötet worden sein und dann auf ganz krasse art und weise so und das hat dann eben nachdem das damals war wir wissen nicht ob das stimmt also das aber es gibt diese legenden und dann dann war direkt im anschluss darauf hat man dann auch gab es dann eben in genf dann auch pogrome und enteignung von juden und ganz viele juden wurden dann auch auch umgebracht und hat den alles weggenommen und die wurden angeklagt wegen diesem vermeintlichen ritual mord an rudolf von bern ich sage vermeintlich weil es gibt natürlich keine beweise ob das genau ist oder ob das nicht eben sozusagen auch wieder nur so wie es öfter gab in europa so eine anti jüdische projektion war so die kinder fressen die juden fressen kleine kinder oder sowas jedenfalls gibt es diesen mythos in bern diesen rudolf von bern und angeblich waren er dann jahrhundertelang am grab von diesem kind sind da noch wunder geschehen und leute sind dahin gepilgert haben es ist wie seine mehrtüre figur geworden diese kleine junge der rudolf von bern den dort eben angeblich juden in einem ritual mord niedergemacht hat und darauf soll wohl auch dieser kindlich fresser brunnen noch anspielen ich bin auch auch das ist ein krass das ding ist ich kann mir nicht vorstellen dass so was in deutschland stehen würde so ein so ein denkmal ja komisches zeug ich weiß es nicht gibt es mal mal eine eine denkmal an diese diese typ die rattenfänger von hameln gibt es mit hameln bestimmten denkmal geben schätze sicher ja aber das ist auch so ein ding der rattenfänger von hameln das ist eine andere geschichte hat ja nicht gefressen so ne 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 aber der hat mal irgendwie kinder ausgelockt aus der stadt ja aber erst nachdem als racheaktion nachdem ihn ja die 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 bürger von hameln verarscht haben okay weil zuerst hat er die stadt von der rattenplage befreit und dann haben die ihm seinen lohn verweigert okay 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 dann zeige ich euch mal meine wirkliche macht als spielmann nach meiner pfeife tanzen alle nicht nur die ratten sondern auch die kinder so weil ihr mich so verarscht habt ja okay hier bei schweiz noch ein anderes ding was auch interessant ist kennt ihr ihr kennt doch bestimmt das buch frankenstein ja mary shelly ja mary shelly und das ist auch die meisten leute glauben das ist eine billige horror geschichte oder sowas aber es ist überhaupt nicht wer es noch nicht gelesen hat kann ich nur empfehlen lest mal frankenstein das ist original von mary shelly frankenstein oder der neue prometheus so ist der untertitel von der buch frankenstein oder der neue prometheus ist ein hoch interessantes buch spannend auch es ist schon diese frankenstein geschichte aber aber es ist viel mehr das ist eine das ist eine große literatur mary shelly die die waren intellektuellen war zusammen mit anderen englischen intellektuellen und literaten dort in der schweiz am genfer see dort haben die ja so ihre zeit verbracht das upper class und dann war das in in einem jahr ich bringe es mir genau in 18 noch was in dem jahr ist irgendwo auf der welt ein großer vulkan ausgebrochen und das ging halt dann als das ja ein ohne sommer aber das war das war java java gewesen das kann gut sein krakatau oder pinatobu ja genau das war java gewesen weil das ist die was wo diese die ganze welt hat es gespürt war durch diese vulkan ausbruch das ist eine ganz große geschichte darüber okay ja und so gab es dann diesen diesen dieses jahr ohne sommer das muss eben dann ein sommer gewesen sein der sau kalt war und nur regen die ganze sehr schlechtes jahre mies und dort haben dann diese englischen intellektuellen sich hat die zeit vertrieben und kurzgeschichten geschrieben oder oder geschichten geschrieben mary shelley ist mit dieser frankenstein story gekommen und die frankenstein story die spielt eben zum teil in genf und zum teil in ingolstadt und da geht es eben um ein 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 schweizer frankenstein das ist eine genfer familie die jetzt die story in dem buch der der frankenstein eine genfer familie die den menschen neu erfindet und zwar durch durch wissenschaft durch 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 die die durch aufklärung und wissenschaft und das ist was da hinter steht ist dieses bild von menschlicher hybris also ja genau das was heute auch ist wissenschaft die da anfängt somit mit mit genetik irgendwie menschen neu zu machen ja transhumanism oder du hast mal von dieser komischen firma gesprochen die auch irgendwie genogen die innereien züchten und so weiter der spirit das genau der spirit den hat mary shelley damals schon aufgegriffen das ist das ist was sich hinter dem frankenstein verbirgt hinter dieser ganzen geschichte und super interessant ist natürlich dass sie diese familie frankenstein in genf besiedelt so so das bild die allegorie die sie darauf zeigt ist also dass diese diese man kann schon sagen diese illuminaten diese geheimgesellschaften den menschen neu machen ja und dass sie als als künstlerin empfindet das auch eben als als hybris total überheblichkeit du kannst den menschen nicht mehr machen aber das ist der anspruch den die haben ja den menschen neu zu machen so entfernt auch von der natur also diese diese totale fräfellei wenn ich jetzt christin wäre würde ich sagen diese höchste aller gotteslästerung der mensch macht jetzt den menschen der mensch verdrängt gott oder oder so als den schöpfer ich bin jetzt kein christ aber tauschen wir gott und natur dann sehe ich es auch so also der mensch drängt die natur weg und macht sich selbst zum herrn und zum schöpfer vielleicht auch ein thema was durchaus auch unsere letzte woche betrifft wo wir über die hebam geredet haben und so genau diese unterschied zwischen weiblichkeit und und eben der männliche wissenschaftliche klinische geist oder sowas kommt dann auch zum vorschein sehr interessant auch also das auch auch mary shelley hat sich da diese inspiration geholt ja und die haben bestimmt auch dinge gewusst die damals nicht jeder gewusst hat ja sicherlich heimgesellschaften damals mal halt die hochzeit auch von freimauerei und so und das waren englische upper class people die mussten halte bescheid da deswegen waren die da auch in genf unten und da haben die diese diese infos auch erfahren so ganz schön krass by the way weil ich auch schon gesagt habe illuminaten ich möchte nur mal darauf darauf hinweisen so die die diese illuminaten orden die bayerischen illuminaten die wurden ja gegründet von adam weißhaupt in welcher stadt ingolstadt ja ingolstadt mary sherry frankenstein die wussten das schon die wusste ganz genau diese connection illuminaten nennen sie illuminaten oder geben ihnen anderen namen wir reden von von diesen von diesen ideologisch hat das zu tun mit sir dieses die schwestern die schwestern isis swiss sir dieses schwitzerland schwesterland schwesterland genau das ist das ist was manche leute sagen manche die das ist das ist die 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 connection das ist aber das ist das gleiche mit paris paris paraises paraises na by the way wo schon bei isis sind es gibt natürlich jetzt eigentlich hervor entschuldigung kommen zurück auf diesen namens sörde is paraises das ist ja aber frank das ist die thema das wir das das ist dann wieder eine zeichnung zeichnung dafür was wir darüber gesprochen haben über diese buch was barbara g walker geschrieben hat das encyclopedia die frauen das ist das wissen der frauen die geheime wissen der frauen wo frauen tatsächlich zu der zeit mal als götter gesehen waren und ich so mama materiell ich glaube ich heißt das deutsch wo sie der führer der familie gewesen war und so was man spricht auch darüber weil das ist das ist diese weibliche account mal wieder diese weibliche linie dieser dies immer was es geht also das interessante wir reden ja oft darüber wie das männliche das weibchen dominiert aber in den entscheidenden bloodlines scheint so zu sein dass die die mutterlinie entscheidend ist ja wie bei dem bei den hebräern by the way ich meine du brauchst mal nur die klopotten zu sehen dass die man damals gesagt hast du war sehr 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 weiblich mal angestanden auch heute noch die priester ja komischen gewändern und so ja in der tat und und es ist ja auch auch heute noch so bei den bei den juden da geht es auch um es geht um die mutter so du bist du bist jüdisch also du bist von einem rabbi als 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 jüdisch anerkannt wenn du eine jüdische mutter hast ja egal was dann der vater ist egal wenn du eine jüdische mutter hast bist du jüdisch ja bist du hundertprozentig und da sind wir wieder bei dieser weibliche das ist um was es dort geht da geht es eben auch um genetik warte mal ich höre mal kurz mal an die mikrofon oder den lautsprecher ob ich höre mal irgendwelche gehören knistern da draußen ich glaube dass wir haben die leute gefasst zieh mal noch mal so ein paar noch jetzt wo wir schon so so wirklich rausgehauen haben was es uns eigentlich ja hier auch geht aber schauen wir mal ob wir noch so ein paar verbindungen finden zwischen zwischen templern und und schweizer wir haben euch erzählt die templer haben das bankwesen erfunden in europa bargeldloser zahlungsverkehr schecks und da sehen wir heute an das ist ganz offensichtlich der finanzplatz schweiz ist einer der wichtigsten wenn nicht die wichtigste der wichtigste und zwar seit langer zeit also alle leute die geld haben unglaubliche souveränität alle leute in dieser welt die geld haben haben irgendwo eine platz in die schweiz das war früher buchstäblich das schweizer nummernkonto so und da reden eben auch von den schurken aller welt also auch von den diktatoren so über die generationen hinweg jeder hatte da so seine connection in die schweiz man könnte dann fast sogar sagen von von der schweiz aus wurde wurde so diese welt dominiert also das ist so weit könnte man gehen dazu sehen wir heute auch auch wie wie die schweiz ja auch ein ein zentrum der internationalen diplomatie ist ja genf diese diese stadt genf ist 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 zu hause von so vielen internationalen organisationen es ist einer der der uno hauptstädten ngos also diese non government organizations nicht regierungsorganisationen das klingt auch mal so schön aber dahinter verbirgt sich nichts anderes als als netzwerke internationale netzwerke die 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 von von eliten gemacht werden um einfluss zu nehmen auf der wicklung ja also das sind so dermaßen viele die welt who welthandelsorganisationen und so weiter die alle dort in in genf ihren ihr zuhause haben ja ich meine um um nur ein kleines beispiel um zu geben in wie weit das geht das muss man mal vorstellen ist das diese zeichen der ritterkreuz und auch mal dieses so genannte wie weil was die freimaurer und die tempelritter mal zu sagen dass eine eine verbindung mit denen zusammen na und diese zeichnungen was du siehst du kannst mal an jeder hubschrauber jeder panzer in afghanistan in irak von die us-militär von die israelische militär und alles drum und dran alle ihre fahrzeuge flugzeuge und so was haben die selbe zeichen wie diese was die tempelritter und die freimauern haben und das kannst du das ist eindeutig zu sehen ja da geht es um diesen winkel also das was auch so amerikaner so auf der auf der uniform drauf haben genau diese wie es ist eine wie zeichen es ist eine wie zeichen und das sind solche dinge wo man sagt okay was hat sich schweiz tatsächlich für eine einfluss was geschieht in der welt heutzutage und das ist das ist ziemlich ziemlich interessante sache ich habe jetzt einfach mal auf blöd nebenbei so wikipedia aufgemacht da nur mal genf eingetippt und dann siehst du da hat ja internationale organisationen die in genbs sind und nur mal so ein paar zu nennen so also vereinte nationen völkerbund eben auch schon historisch völkerbund das ist ja noch vor vor dem zweiten weltkrieg gewesen so nach dem ersten weltkrieg gegründet welthandelsorganisationen wto handelentwicklung internationale arbeitsorganisation weltgesundheitsorganisationen flüchtlingskommissar der vereinten nationen internationale organisation der normung und lass uns nicht sagen endlos viel elektrotechnical commission geistiges eigentum fernmeldeunion meteorologie das ist auch ganz wichtig hier guck mal europäische organisation für kernforschung das ist zern da haben wir auch schon mal intensiver drüber gesprochen was zern bedeutet allein dieses zern was ist das weltorganisation für geistiges eigentum ja geistiges eigentum europäisches rundfunkunion selbst die freaking partfinder ja weltpartfinder organisation fernleid wieselschweif you know international rotkreuz und rothalbmond bewegung ja das ist auch ein ding rotes kreuz ein riesenthema für sich das ist auch so eine ngo die kommt natürlich in dem gewand her wie das immer bei den bei diesen ritter orden ist die barmherzigkeit ja wir sind gegründet wir schützen die pülger wir wir bauen krankenhäuser und so rotes kreuz malteser hilfsdienst johanniter und so weiter sich über auf den krankenbägen ist es drauf aber hier rotes kreuz das ist wenn du wenn du guckst dann dann entdeckst du diese selben elitär netze dahinter sind die da drin stecken das das ist ja der letzte ist auch mal interessant internationale organisation für migration ja im moment ganz interessant ja ich behaupte das ist mal im moment ganz interessant aber auch nicht zu unterschätzen diese beiden dinge hier lutherischer weltbund und auch ökumenischer rat der kirchen das führt uns wieder zu dem dem wir vorher erwähnt haben ja dieser typ mit dem der helmut schmidt so 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 gut auch war hieße hans hans küng ja und und sein welt ethos ist auch das dieses über die welt dominieren das ist eine 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 globale herrschaft das ist was dort dort so zum ausdruck kommt ja und da gibt es noch mehr krasse sachen bei genf ich habe da mal mal rumrecherchiert was was alles kommt da gibt es mal suchen wo ich das gerade finde ja genau hier in genf ist auch beheimatet der ordo supremus militares templi hiero sylin mita tani das ist der größte internationale templer orden so nennen sie sich auch selber templer sind nicht geschützt alex immer auch wir zwei wir könnten jetzt eine band gründen und sagen was sich schucks schucks revenge oder sowas templer sound ist ja nicht geschützt das wort deswegen gibt es viele gruppen die sich so nennen vielleicht auch einfach nur irgendwelche nicht wirklich eine connection dazu haben aber dieser orden der sagt wir sind der größte international templer orden die haben ein special consultive consultative status bei der uno also also haben dort extra platze auch um zumindest rat geben dabei sein und die sind ganz stolz auf ihre homepage das heben die sogar vor registriert in genf das ist nur wieder weiteres beispiel also heute die die headquarters von den von den templern die sich heute als solche bezeichnen natürlich auch in genf zu hause ja das ist jetzt das ist eben eben die frage ich meine ist das alles zufall ja wohl zufall das ist jetzt die nächste frage in die ort spiers glaube ich heißt das spiers in der schweiz in der nähe von bern der gibt es doch dieses burg diese templer burg und auch ihre tempel nahe dort und das ich glaube dass das interessanteste an die ganze geschichte ist was dort zu sehen ist allein in diesem burg und in die verschiedenen städte in 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 schweiz was keine man läuft jeden tag daran vorbei und man sieht das nicht zum beispiel in diese tempel in diese burg in spiers in der nähe von bern du hast wie sagt man obelisks obelisken stehen überall und interessanterweise du kommst mal an diese burg hier rein und da steht eine obelisk auf die linke seite bei den eingang und diese obelisks steht auf zwei kugeln was als die vier erd beziehungsweise die 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 wie sagt man die die wahrzeichen wasser feuer erde elemente elemente und und wind bezeichnen na und obendrauf ist wie eine samen obendrauf die haben das ok dass das obelisk ist das phallus symbol und natürlich das obere keystone je nachdem wie das geschnitten ist bezeichnet das war auf das beschneidung der beschnittene phallus der beschnittene phallus aber denn die haben welche die eine kugel obendrauf sind was eine zeichnung auf das welt beherrschung ist aber gleichzeitig eine samen drauf wo man sagt dass es wo wir hier stammen das ist der samen wo der mensch her kam als symbol so unser symbol ist hier also besser wir sind jetzt hier unsere genetik ist jetzt hier ja genau ist ein wechsel des imperiums gewesen von aus aus einer anderen region aus aus ägypten ist es erst mal nach rom gegangen und das aus aus rom dann via venedig dann in die schweiz also wir reden von derselben herrschaft sozusagen die einfach nur ihre hauptquartiere so ein bisschen wechselt so im laufe der jahrhunderte und dieser diese obelisk ist offensichtlich wenn du mal zurückschaust das ist einer zeichen des gott osiris na und wo dieses diese obelisk steht das wasser fontan darunter ist eine zeichen für die götten isis na weil wasser war ihr zeichen gewesen na und das witzige dabei ist dass wenn du in dieses burg eingang gehst der ist eine tafel und da steht da namen von die baronen die diese burg unter ihrer leitung gehabt haben so jetzt wenn du mal nimmst dass wenn die schweiz tatsächlich im ersten august in 1291 gegründet worden ist diese burg wurde geleitet von einer so genannten von stratenberg bis 1338 kommt hin oder ja kommt gut hin kommt gut hin und da gibt es eine zeichen unter anderem gehe ich davon aus na ua heißt das unter anderem na da gibt es mal einen name hier mini sänger heinrich der dritte ok und dann von 1338 bis 1506 hast du die familie von bubenberg unter anderem adrian von bubenberg gehabt als baron und dann von 1516 bis 1878 der baron von dieses burg und tempel war war von erlach von erlach unter anderem franz ludwig von erlach und die haben schon dieses tempel zeichen im familien wappen drin ja ja genau genau im familien wappen und nicht nur das 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 zeichen von was wir kennen als die freimaurer mit diese w na sondern auch mal mit dieser stern von david an eine blaue hintergrund ja und unter diese verschiedene familie und das ist hier bezeichnet dass in diese kirche das ding ist full gemauert egal wo du guckst da seine zeichen überall vom templar auf die kleinste stelle bis auf die gittern was an die fenstern stehen und freimaurer und das witzige das interessante dabei ist ist dass jeder erste august oder jedes jahr in august treffen sich die freimaurer dort und die sammeln sich in august um die geburtstag von osiris und isis in die kirche zu feiern das ist eine schöne christliche geschichte und das witzige dabei ist ist dass wenn du guckst mal in diese tempel hinein und da dieser abgerundete tempel weil das ist eine zeichen für tempel wo die geprägt wo die gebeten haben und ihre sachen ausgeführt haben wenn du guckst genau dahinter auf der orgel ist die selbe zeichen wie auf der dollar bill das dreieck mit der augen in der mitte und die sonnenstrahlen die rauskommen genau die selbe zeichen und wenn wir reden von 12 91 alter hier kann man mehr gib mir fucking break und überlegt doch mal was auf die dollar zeichen ist wenn das nicht eine zeichen dafür ist und dann es geht einen schritt weiter die haben eine abgesperrte sicherheitsraum dort wo man rangegangen ist mit einer taschenlampe und der hat dort reingeschienen und auf diese plack oder diese diese kopfstein was die da drin haben weißt du was da drin ist nein der zeichen from skull and bones from jale university war george bush und alle diese fucking typen mal dort in diese geheim organisation mal zusammen waren das ist ja vielleicht sogar der baphomet also der baphomet ist ja was als man die tempel dann so 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 verfolgt hat da war einer der vorwürfe die man ihn gemacht hat war ein ganz fieses zeug vorgeworfen sodomi und so weil einer männerbund und so weiter aber unter anderem hat man ihnen eben vorgeworfen sie würden eine eine art idol als eine götze anbeten die baphomet hieß und baphomet in den in den original akten von den templern ist auch die rede von kaput kaput das ist lateinisch für kopf also ein skull der kopf deswegen da ist auch eine connection das ist kein zufall also wenn du sagst skull and bones das ist könnte das ist wirklich diese dinge sind es ihr versteht schon das ist ja aber das könnte genau dasselbe sein also das skull and bones schädel ist ist baphomet frank du jeder look ich erzähle keine scheiße jeder von euch kann dort in die schweiz man als spiel zu dieser templer burg hingehen und das ding besuchen und du wirst das sehen und den rest von dieser seite ist eine zugesperrte tour wo keine zutritt hat und es wird gesagt dass hinter dieser tour wurde blutrituale gehalten ob bestimmt nur früher oder heute nicht mehr frank man weiß nicht weil es geht darum ist das die haben es wird gesagt ist dass die haben die 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 damals mal bei die 30 jährige kriege und sowas dass die viele kinder mal dort abgeschleppt haben und angeblich mal von blutrituale benutzt haben und sogar die schweizer haben mal ihre eigene kinder das wird gesagt das wird gesagt ob das offiziell ist oder nicht das kann ich nicht sagen aber es wird erzählt dass bei diesen sachen ist das so wenn du guckst mal heutzutage wenn du guckst mal heutzutage was da alles abläuft mit können die ganze politiker in usa und alles drum und dran und in england was mit die pädophilen wie 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 und da sind wir wieder bei england da sind wir wieder bei ja wie und direkt kann das davon mal liegen so richtig weil du musst nichts neues es geht lange zurück diese diese blutigen kulte auch das ist das ist genau das von wir reden frank das steht hier dass das unter anderem die schweizer haben eine lange geschichte von kindemissbrauch da gibt es mal einen name dass die schweizer gehabt haben bis 1989 die verdienstkinder die verdinken das ist auch eine wirklich eine horrorgeschichte an sich die die verdinkt kinder hießen die verdinkt kinder das ist ein komisches schweizer terminus verdinkt kinder kurz erklären was das ist das wort ist schon so fies da werden also kinder zu dingen gemacht ja die verdinkt kinder das ist im grunde haben wurden wurden in der schweiz und es geht bis ins zwanzigste jahrhundert das leben heute noch leute 1989 angeblich ist das wenn du das mal mal erst mal aufgehört hat die menschen die da noch berichten können dieses selber erlebt haben ja also verdinkt kinder war kinder aus armen familien kinder die die nicht ernährt werden konnten auch befelderungsexplosion und so diese kinder hat man im rahmen von einer pflege oder sowas in eine in eine andere familie gesteckt so dass die sich soll eine andere familie sich darum kümmern sowas ist so die idee dahinter der faktor ist es aber so gewesen dass diese kinder einfach nur billige arbeitssklaven waren die gar keine pflege bekommen haben sondern bauern konnten sich im zwanzigsten jahrhundert gab es noch märkte da konnten sich die die bauern kinder offen auf dem markt kaufen wie auf dem sklavenmarkt die zähne angeguckt und mal ein bisschen reingepiekt okay der passt und zack da hast du den gekauft offiziell warst du dann dem sein oheim das waren alles entmündigte menschen so und die sind dann als 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 sklaven dann da mitgegangen zum teil auch in in gegenden was was heute baden-württemberg ist also dass das ging weit ist es war ein riesen system von von menschenhandel sklavenhandel bis in wirklich ein 1989 steht hier die verdinkt kinder und ich meine da reden wir auch dann ganz viel natürlich auch boah da könnte man so weitergehen die richtig düsteren dinge rein also sexueller missbrauch ritueller ja aber das sind die kindern da genau jetzt jetzt wenn ich mal hier über blutrituale mal damals und jetzt heutzutage mit diese ganze freimauer und sowas und das was die tempelritter betrifft also so fast kann das mal gar nicht liegen wenn es mal auch hier bewiesen oder unter unter punkte das bis 1989 war das mit den verdinkt kindern das ist auch ganz klar also das ist alles belegt und fakt so dass das weiß man heute das ist jetzt keine keine geschichten also das ist wie gesagt es gibt heute noch menschen die leben die können davon erzählen wie das denn das kind ergangen ist so dieses ganze system von verdinkt kindern das ging lange das ging über jahrhunderte hinweg und das ist richtig richtig düster auch so richtig düster was ich da abgetan werde ja letztendlich mal so wie diese leute die die geschichte über diese sache schreiben von die schweiz zum beispiel da gibt es mal hier auch eine eine inschrift über die tür wenn man reingeht das steht ihs über die tour na und die haben das mal interpretiert als isis horis und satan seht 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 ist sozusagen das ägyptische aus dem dann später dann andere satan gemacht haben ja roos isis seht ja krass krass i hs also isis seht ja 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 in in hoxigno sagt man heißt es dann also in diesem zeichen also so christlich aber hey wo wir schon bei so dingen sind es gibt in der schweiz eine stadt die heißt sittern aber auf französisch heißt sie sion sion ja sion geschrieben mit s aber s und z sind sowieso austauschbar wenn du wenn du dir die herkunft von schriften anschaust s und z das ist das gleiche so by the way wo wir schon drauf sind das ist ja auch interessanter diese diese buchstaben sind direkt phonetisch ist das geräusch der schlange sieht auch das s auch so aus wie eine schlange das ist so 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 sind schriften entstanden weil tatsächlich auch unser alphabet schweifen wir ein bisschen ab aber vielleicht auch nicht auch unser alphabet wie wir das heute kennen geht direkt zurück auf ihre ägyptische hieroglyphen ja ja klar alpha alep alep war die kuh und 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 bet also es sind ägyptische worte so aus den hieroglyphen haben sich als hier auch unser alphabet entwickelt über phönizia und so weiter also interessant diese stadt zion zion für was steht zion zion das ist wieder dasselbe ja also genau da geht es dann eben um dieses zion um den berg zion wir reden hier von wirklich dann auch wieder die connection hin altes testament und versteht zion manche leute sagen zion das ist zed isis osiris neftes und da sind wir genau in diesem ägyptischen panthenon wieder diese ägyptische götterwelt so das ist für was zion steht jetzt zieht euch das mal rein ich meine nur mal nur mal wenn wir das mal ein bisschen sacken lassen ich meine jeder von euch der hier zuhört weiß so viel auch über zionismus und und all diese dinge wie sich da in den letzten jahrhunderten oder in der moderne so verbreiten was wenn das stimmt wenn zion zion direkt ein 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 code ist ein anagramm ist für sag mal anagramm weiß nicht also so eine abkürzung für seht isis osiris neftes da hast du direkt die connection eben in die antike rein ja bei der way ist so witzig ich habe so auf der recherche habe ich dann mal mal zion eben diese stadt auf wikipedia getippt und das erste was mir aufgefallen ist ist so da stand der der aktuelle stadtpräsident so heißen die glaube ich also bürgermeister ja der heißt maurer also brauchen wir mehr darüber zu diskutieren dass die schweiz ist eigentlich mal freimaurer und templar land deswegen waren die niemals in krieg gewesen die leute die das war alles steuern ich es sind tatsächlich aber eben dort familien die über jahrhunderte immer freig die immer noch immer noch also es ist vielleicht kein zufall dass der maurer heißt nein immer noch der gibt es mal planherrschaften pass auf der gibt es mal eine 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 richter der heißt jean pierre vikar in emmental da gibt es mal der gibt es mal eine eine hochsicherheitstracht gefängnis in emmental wo die schwarze käse hier kommt na und diese gefängnis da gibt es zwei gebäuden und der typ der diese recherche teilweise gemacht hat in die schweiz wurde dort für ein jahr weggesperrt der wurde weg weggesperrt die andere gebäude wenn du dort drin bist da kommst du nicht mehr raus und jetzt das ding ist ist dass der sein richter damals der ihm verurteilt hat für ein jahr hieß jean pierre vikar und nicht zu verleggen mit jean-luc picard nein nein wie vikar vikar und dann wurde über eine vikar alforney damals gesprochen die frauen verbrannt hat das waren diese der französische name dafür ich weiß es nicht ob ich das richtig war herausbringe wie karl alforney frauen die haben frauen verbrannt und dann du guckst mal wie karl alforney für die richter champier wk also inkquisition der ihr go und du siehst dass allein diese eliter familien kommen mal von diesen sachen an die kontrolle nie mehr raus und das sind diese eliter blutlinien wo du ja schon gerade die hexenverbrennung ansprichst das ist auch auch so ein ding die schweiz hat eine ganz entscheidende rolle gespielt bei bei der bei der hexenverfolgung ja 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 und das ist das hier was ich gerade gesagt habe ich glaube sowohl die erste aber aber ganz sicher also ganz sicher bin ich mir dass die die letzte hexe die je in europa verbrannt wurde dass das war das war in der schweiz das war die anna göldi 1782 die letzte hexe verbrannt by the way das ist auch danach fängt auch wieder wieder ein großer wechsel an in europa wenn ihr so die timeline im kopf hatte 1782 letzte hexe verbrannt und noch im selben jahrzehnt hat das sondern die französische revolution da startet dann wieder so eine ganz neue ära für europa es geht ja nicht um franken wieder was neues folgt direkt aufeinander so ja und die haben die haben eine große rolle gespielt in der hexenverbrennung die der berühmte hexenhammer dieses schreckliches buch das 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 maleus maleficarum das war so die die anleitung so wie man wie man hexen foltert und quält das ist wirklich perverses buch ein kranker krankes werk dieser hexenhammer der wurde geschrieben von von zwei ellsässern heinrich kramer und jakob spengler und da muss man auch sagen ellsass das ist eine connection von zur schweiz aus die ellsässer sind sozusagen kreuze mich immer nicht falsch also so eine art exil schweizer so also die die haben connection eben zu den zu den schweizern ist auch kannst du heute noch an der sprache hören das ist auch so ein so ein ding die ellsässer sind nie wirklich franzosen gewesen auch nie wirklich deutsche so und von dort kommt kommt auch dieser hexen diese hexen waren und dort auch das ist jetzt kein zufall so es wurde nirgends wurden so viele hexen also frauen als hexen verbrannt wie in der schweiz gerade in diesem in diesem reformatorischen kalvinistischen umfeld also das war wo es so richtig krass abging am schlimmsten war gar nicht die katholische kirche das ist das deuten als heute mal gerne hin ja also ihr papst und inquisition aber aber die 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 wildesten hexen verfolger waren die protestantischen kirchen das waren die die reformatoren das waren unter zeiten von kalwin und so weiter kalwin natürlich auch schweiz wo kommt das alles her wenn wir das fast jetzt schon aufmachen dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen auf die connection zu venedig wir haben damals drüber gesprochen in der ausgabe 32 welche rolle auch venedig spielt bei der bei bei überhaupt dieser ganzen reformationsbewegung die europa ausgelöst wurde um eben europa zu zu spalten zu zu schwächen in 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 religionskriege zu verwickeln und und stellvertretend von waren eben venezianer und eben auch auch schweiz die schweiz gilt bis heute und ist ganz stolz darauf auf ihre tradition von religiöser freiheit so nennt man das dann dort durften eben auch all diese diese reformatoren wirken und die sind die sind angeschoben finanziert worden letzten endes von von venedig ja das auch wir auch wieder diese diese connection und dann wenn wir schon bei den religionskriegen sind dann sind wir eben beim 30 jährigen ja hunderttausend über hunderttausend schweizer söldner haben erst mal attacke an europa gemacht und die haben alles ausgebeutet und sich wie viele menschen mal umgebracht na und witzigerweise ist dass das ist auch mal zu beweisen frank das ist auch schrift schriftlich dargestellt dass die schweizer söldner unterwegs waren in europa damals die haben geplundert die haben die leute mal umgebracht und so weiter und was ist passiert die sind am 1 august zurück in die schweiz gekommen die haben mal ihre horner getütet da die ganze bergleute sind runter von den bergen gekommen und die haben gefeiert über die ganze zeug und alles was die geplündert haben und weißt du was 1 august ist eine national feiertag in der schweiz ja und sind ja damals zurückgekommen weil damals war doch jeder jeder war auch irgendwo noch bauer und das ist halt die erntezeit und da musstest du dann in der zeit ist halt wirklich da ist der bauer nach hause gekommen und danach ging es dann wieder nächste plündersaison genau und zwischen 1 august und ende oktober war in europa immer frieden aber nach oktober na die sind wieder dann nach europa gegangen und die haben gesagt okay lass uns mal unsere taschen wieder vollstoffen und nie sind diese diese kriege in der schweiz stattgefunden nein aber aber es gibt ja dieses wort aus dem aus dem dreißigjährigen krieg auch der krieg ernährt den krieg wallenstein hat das gesagt der krieg ernährt den krieg und ich meine das ist genau genau das war die idee wir die diese schweizer söldner die waren über jahrhunderte gefürchtet weil die eben eine sehr sehr gute kämpfer waren also die waren exzellent auch hier wieder die connection zur templar wir reden von militärischen schweizer söldner waren über jahrhunderte die besten kämpfer die du in europa bekommen konntest na die sind 500 übrig geblieben auch die 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 berühmten schweizer pikiniere musketiere also die waren gefürchtet und sie waren eben söldner und die idee im dreißigjährigen krieg wie sie auch wallenstein eben formuliert hat ist weil wie bezahle ich meine söldner ja der der krieg ernährt den krieg die söldner sollen sich ihre beute selber machen die sollen sich ihren sollt erbeuten und so ist es ist das land und und die die zivilbevölkerung dort in diesem dreißigjährigen krieg unglaublich gelitten das ganze landstriche wurden dort entleert von menschen so ich meine deutschland schon viele viele schlimme zeiten erlebt so aber aber ich glaube kein krieg hat so ein ein schlimmen impact gab wie der dreißiger krieg das war aber freig guck mal das wie weit das heute mal zu tage ausbreitet deswegen hat jeder schweizer zu hause eine m16 oder irgendwelche kanonen mal der in seine dings steht ja auch ein interessanter weil guck mal hier von 1 august bis ende oktober da war kein krieg weil das war die 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 erntedankfestzeit oder das oktoberfestzeit wie auch immer das man nennen will was haben die gemacht die haben ihre waffen genommen die haben die eingeölt und die haben die in 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 ihre irgendwo unter das bett oder sowas weggesteckt und im oktober haben die wieder rausgeholt und das idee ist mal bis zur heutige datum dass jede schweizer seine eigene waffe hat und so weiter falls das die mal wieder zusammenkommen müssen dass dann man die jede ist bewaffnet und man kann die wieder aufrufen richtig auf jeden fall nehme ich das auch wieder als ein 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 deutlichen hinweis darauf schweiz templar connection diese diese militarismus diese militärische elite über jahrhunderte hinweg und du sagst es völlig richtig bis in unsere jetzige zeit rein ich glaube es gibt 500 übrig 500 übrig von diese elite soldaten und wo sind die wem schützen die du meinst die schweizer gade ja das ist das ist das ist die 500 die übrig nur schweizer nur schweizer dürfen den papst verteidigen wer war vorher der verteidiger des papstes die templar ja das ist direkt in den übergang und und hier es ist tatsächlich so bis vor wenigen jahren das ist wirklich erst wahrscheinlich innerhalb der letzten zehn jahre oder so wenn ich mir jetzt nicht vertue hatte die die schweizer ein ein absolutes eine absolute wehrpflicht das heißt du konntest als mann nicht den wehrdienst verweigern es gab nur wehrdienst oder gefängnis es gab keinen zivildienst glaube ich jetzt erst in den letzten jahren gibt es überhaupt erst die möglichkeit der schweizer sagen ich mache zivildienst gibt es glaube ich erst ein paar jahre so und jeder schweizer hat also über über viele generationen wehrdienst geleistet und am ende seiner seiner wehrpflicht dann auch eine waffe mitbekommen nach hause die hat ihm dann gehört und die sind auch immer wieder dann als reservisten einbezogen worden also tatsächlich kann man sagen es gibt glaube ich in der in der in der westlichen welt gibt es kein land vielleicht mit ausnahme von israel aber es ist ein spezialfall aber es gibt kein land was eine so hohe pro kopf bewaffnung hat wie die schweiz auch nicht die usa schweizer noch es gibt kein land was was mehr unter waffen ist also auch die zivilbevölkerung wirklich waffen hat und den umgang mit der waffe auch kennt bis bis in unsere jetzige zeit rein gerade so oft es vielleicht in den städten nicht so auffällig aber in den in den dörfern auf dem land in der schweiz in den bergen oben das ist wirklich so habe ich auch selber schon gesehen ist es wirklich die die leute haben dort auch ein ganz starkes selbstbewusstsein die das ist mit mit die schubs keiner rum da oben ja das sind viele dinge dass man auch mal verstehen muss ist das so krass wie das ist und ich habe mal gesagt ich habe mal vorher spiel genannt wo diese burg von den templern steht und und die die freimauer diese diese kirche wo die mal dort am 1 august immer ihre oder in august die 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 geburtstag von orisis und isis und isis mal dort feiern interessanterweise ist das in anderen städten sowie tun direkt am die auffluss da wir haben heutzutage internet wo man kommunizieren kann damals gab es sowas natürlich nicht aber da gab es mal immer geheime symbole wo man gesehen hat okay das sind meine leute und so weiter und so fort zum beispiel unter anderem in der stadt tun am auffluss gibt es häuser mit sonnen hieroglyphen nah an verschiedene häuser da gibt es das zeichen äh das templar sowie die freimauer diese dreieck hat absolut keine bausubstanz oder was auch immer keine tragende funktion keine tragende funktion zum beispiel da hast man acht fenster acht fenster und zwei dreieck hängen inzwischen zwei wo das eine zeichen war wo leute wussten okay sonnen hieroglyphen diese dreieck freimauer dass wenn die dort gemeldet haben und durch ihre geheimsprache können dort sich sammeln arrangieren und regruppieren und so weiter und so fort und ton am auffluss wenn du über die brücken gehst da stehen mal zeichen von den templar diese auf die brücke zwei obelisks jeder mit 33 steine gebaut durchgezählt das keystone obendrauf na und das ganze bezieht sich auf die fach hohen wieder komme ich mal zurück zu ägypten denn in der bibel steht alle fach hohen haben sich mit ihrer armee ins meer zurückgezogen na und was wird davon übersetzt in das meer des menschens zurückgezogen so keine die see der völker so also undercover gegangen vielleicht so ähnlich wie um dasselbe bild hat er hat der mao zetung genutzt ja genau der hat doch auch gesagt so maca valley wie war es von mao zetung der hat doch irgendwas gesagt wie der revolutionär taucht ab ins volk wie der fisch in den ozean das ist genau dieses bild so ist auch der fahrer und seine armee sozusagen abgetaucht in die diaspora gegangen in in nach europa gegangen raus aus egypten weg von dort die macht hat sich verschoben so ja und und haben dort ihr ihr macht sind neu wieder wieder geschaffen so das ist so die die vielleicht die these da da gibt es ja vielleicht können wir das jetzt ja auch mal erwähnen hier diese diese doku oder ja 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 the pharaoh show haben wir noch gar nicht erwähnt nein es gibt auf youtube ne doku die pharaon show heißt die und auch auf englisch aber es ist im original in deutsch gemacht the pharaoh show von einem gewissen dr john ross und südafrikaner der südafrikaner der der in der schweiz lebt und also bei der doku ich muss sagen es ist es ist ein bisschen schwierig mit dem genre also ich muss ganz ehrlich sagen macht euch ein eigenes bild schaut euch das an wenn ihr so nicht gemacht habt da da kommen unglaublich viele informationen das ist ein sehr gebildeter mann das ist ein mann der ziemlich viel weiß und gleichzeitig aber das ist jetzt echt nur mein persönlicher eindruck ja in vielen weiß ich nicht kratzt er auch an seiner glaubwürdigkeit weil er doch den eindruck macht als ob er echt auf einer persönlichen vendetta auch ist und und sehr emotional auch involviert und und bei manchen weiß ich nicht ob das da nicht irgendwie haben wir haben auch darüber übertreibung sind so ja es ist wirklich schwierig aber die doku ist absolut interessant aber ich ich sage aus meiner sicht sage ich ich kann ihm auch so nicht alles glauben ja aber es trotzdem sehenswert und da kommt wobei andererseits du sagst es ja auf eine persönliche vendetta durch mein du musst mal überlegen da gab es mal die situation wo er für ein jahr weggesperrt worden ist nur weil der mal informationen gesammelt hat über diese ganze geschichte na ja das sagt er ich meine wie die ganze geschichte das wissen wir nicht das wissen wir nicht du hast ja irgendwas auch erwähnt über seinen sohn ja das ist er doch sein sohn er selber sagt sein sohn wurde ihm entführt von diesem eigentlich heißt ja es ist ein lateinisches wort tolerare und das ist kein angenehmes wort das heißt was ertragen das heißt was notdürftig noch irgendwie gerade hinnehmen es ist kein gutes wort und da das nächste wort compassion ist auch so ein ding da habe ich mich schon in meiner zeit dass ich in indien war ist mir das schon klar geworden weil das eben so der typische guru talk ist so compassion das ist auch was ich was heißt denn eigentlich compassion alex englisches wort compassion ist mitgefühl zu haben oder mitleid oder tiefsinnig mal irgendwas mal zu mitnehmen das ist ja das ist ja wir haben da schon mal drüber gesprochen engel alex das ist im englischen die englische sprache hat ja viele von ihren von ihren es rein sprachlich gesehen von diesen alten germanischen wurzeln sage ich jetzt mal aber viele viele von diesen alten wurzeln abgeschnitten deswegen hast du im englischen viel viel mehr lateinische worte also lateinisch basierende worte als im deutschen und und im englischen gibt eben das wort compassion und compassion heißt mitleid passion ist ist das leid da gibt ja alles passion bei den christen ist es immer passion leiden das ist um was es geht und compassion ist dann mitleid mitleid und mitleid ist auch kein gutes wort mitleid ist auch nichts gutes mitleid ist wenn ich jetzt sage selbst mitleid versinkt man nicht in selbst mitleid dann weiß jeder was gemein das ist kein so gutes wort mitleid ist ist nichts was man braucht auf dieser welt das ist mitleid ist ist was leid verstärkt wenn einer mitleid hat dann wird noch mehr leid das doppelt leid das ist nichts was man sagt ich leide mit dir ja genau das ist das ist das ist das ist keine heilung ja das verstärktes leid noch was es braucht und von was glaube ich auch dann die die inder wahrscheinlich in sanskrit reden und was in unserer deutschen sprache eben auch möglich ist ist eben nicht mit leid sondern mit gefühl mit gefühl ist was ganz anderes mit gefühl ist eben das immer wieder bei dem was man vorhin hatten wir es wieder offen bist wenn du mit deinem eigenen herzen in kontakt ist fühlst du auch die anderen lebendigen wesen du fühlst die du kannst fühlen ob jemand gerade in euphorie ist du kannst fühlen ob jemand in schmerz hat oder in trauer ist dann kannst du auch dann dementsprechend dich auch einfühlen und und auch auch helfen und 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 heilen und solche dinge mit gefühl ist ein starkes wort mitleid ist es negatives wort mitleid ist nicht was wir brauchen heute wir brauchen keine toller tolerance und auch kein mitleid das sind das sind die falschen dinge so und dann davon redet er aber die ganze zeit und dann von von integration natürlich ja und was was für mich einfach so auffällt ist der so ein erfolgreicher guru und bestimmt wird er auch dass seine stärken haben in seinen spirituellen wirken oder so max mag er sein aber offensichtlich hat der mann überhaupt keine ahnung von diesen weltlichen dingen er kennt nicht die wirkliche bedeutung von worten wie tolerance und compassion das weiß er einfach nicht er weiß nicht was integration ist er redet dann auch so so ein komisches geschichtsbild was er dann auch so anführt er sagt dann so er sagt dann so irgendwie syrien irak und afghanistan das sind auch auch ältere kulturen als europa und da denke ich mir auch also das ist auch so ein weltbild geschichtsbild das ist doch völlig überkommen ich meine also wir wissen im syrien irak gibt es alte kulturen sprechen oft drüber ja babylon land und und überhaupt das ist hochspannend natürlich ja da spreche ich mir immer wieder drüber aber ist ist das wirklich wahnsinnig ältere kulturen als europa ich meine denk mal an 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 beispielsweise himmelsscheibe von nebra das ist die älteste darstellung des himmels sind aber auf der ganzen welt denken wir an die die großen steinkreise in england und 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 hier hat in mitte europa hat man die nicht aus stein gebaut sondern aus holz haben wir euch mal berichtet in dresden worden so ein riesen ding gefunden das sind alles kalender die haben kosmische ausrichtung dass das sind über generationen haben haben die leute damals den himmel beobachtet dass das alte druidische wissen und so weiter das ist ein ein völlig antiquiertes weltbild zu glauben dass früher hier die leute mit der mit mit feld und keule durch den wald gerannt sind dass irgendwelche primitiven während dann da schon die die hochkulturen waren dass das da stimmt es einfach nicht da merkt man auch der mann ist überhaupt nicht up to date also das ist irgendwie schulwissen aus aus also früher in der schule gelernte was dazu vorschein gekommen ist einfach peinlich genauso geht es dann weiter dann redet über das mittelalter und sagt ja im mittelalter war der der islam weiterentwickelt als das christliche europa und ich meine in der tat im mittelalter hatte der islam der blühte zeit naja natürlich mathematik mathematik auch architektur genau anschauen großartig ich liebe auch so orientalische architektur wissenschaften auch ähm ähm poesie feine künste ähm die die ganzen gedichte hier von den ähm von 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 den sufis auch war zu fitum mystik war eine zeit wo das alles auch erlaubt war und wurde relativ locker war auch in der in der arabischen islamischen welt also auch auch viele verschiedene strömungen gab ja und ja das war im mittelalter das in der tat aber aber kann man sagen das war weiterentwickelt irgendwie ich meine in europa im mittelalter da da gab es auch großartige zeiten aber eben auch leonardo da vinci ja das ist aber nicht mehr mittelalter sondern später aber aber wir reden zum beispiel von den großen kathedralen ja heute von die von die architektur ja wir sprechen nachher noch von den von den tempelrittern und so weiter und was da zum vorschein kommt ist halt auch einfach ein geschichtsbild was total antiquiert ist der der weiß nicht mehr als was er in der schule gelernt hat das ist einfach nur peinlich und dann vergleicht er das ganze auch noch er sagt so was jetzt da passiert ist eine art schicksalshafte herausforderung für europa also die irgendwie wie von gott geschickt kommt oder oder vom großen geist an der wir lernen können und und er sagt die letzte große herausforderung für europa war dann schon griechenland und so und da denke ich mir helfen ich will griechenland und das was jetzt passiert ich meine das sind so unterschiedliche sachen so ja aber und dann geht das sogar noch so weiter sagt es gibt da manche länder und gegenden in europa die die haben noch das gleiche mindset wie das wie mittelalter er sagt nicht genau wie er meint ich schätze mal als wahrscheinlich osteuropa die halt dann total nein sagen zu flüchtlingen die sagen wir nehmen niemanden auf den wirft er vor die werden auch wie mittelalter während während wir deutsche da schon ganz hoch in der gunst sind von eckhart tolle also wir wir zeigen weil wir so viel tolerance und compassion haben zeigen wir schon ein erhöhtes bewusstsein und der sagt dann echt so wer halt nicht tolerance und compassion zeigt hat eben ein niedriges bewusstsein das hat er mittlerweile hat er mittlerweile mal die nachrichten von heute gehört was mal in deutschland und österreich abgeht also was ist das ding ja das fucking geil warum klärt er nicht ich meine besser warum klärt er nicht auf über über was passiert das ist das ist wieder wieder das wieder das gleiche bild was wir haben ja den großen guru und so und ich meine wenn er wirklich den anspruch hat wenn er wirklich den anspruch hat zu sagen ich bin als guru als lehrer da um das bewusstsein der menschen zu heben um dazu helfen dass es steigt also zur heilung beizutragen für den menschen dann dann soll er doch mal aufklärend wirken da muss man doch auch auf die kräfte zeigen die die moment destruktiv am wirken sind das ist ungefähr so wenn du wenn dann wenn es ein kind gibt was die ganze zeit in kreisen ist vielleicht in einer kaputten familie wenn ein kind die ganze zeit misshandelt und missbraucht wird dann kannst du brauchst du nicht zu dem kind gehen und dem irgendwas über ethik beibringen da musst du als allererstes musst du dafür sorgen dass die zustände sich ändern und dass das nächste tag nicht wieder missbraucht wird das ist um was es geht und das wäre die aufgabe von 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 wirklichen lehrern heute darauf hinzuweisen so und ich meine diese 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 sonntagspredigten von tolerance und compassion hätte er lieber da hätte er lieber geschwiegen für den trifft wirklich dieser spruch zu hier aus dem lateinischen vorsicht jetzt habe ich ein lateinisches zitat raus ich bin gespannt ob ich das versauere sieht ich habe es mir extra aufgeschrieben sie taku ist es philosophus man sie ist es wenn du geschwiegen hättest wärst du philosoph geblieben äußere dich lieber nicht zu dem thema wenn du wenn der so ignorant ist und so wenig ahnung hat über die über die weltlichen dinge keine ahnung hat über die kräfte die den die geradezu dass die entwicklung vom bewusstsein deckeln permanent drauf haben den daumen damit sich die menschen nicht entwickeln sondern die menschen sogar noch niedriger drücken und drücken in diesen minien film in diesen low life skam film da muss man hin wenn es dir wirklich wichtig ist um um das bewusstsein der menschen dann weist doch mal da drauf hin und nicht dann hier die tolerance und compassion da kann es sich auch gleich einreihen dann in den in den wie ist es vorher diesen welt ethos da von diesem schweizer genau das ist dann eine schöne schöne wo unser herr schmidt mal da als 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 hohe hohe politiker gesessen hat und aktivist aber interessant frank ich habe mal jetzt gerade wenn du darüber sprichst ich habe mal jetzt heute in verschiedenen nachrichten gesehen und ich korrigiere mich mal fast dass ich das falsch verstanden habe hast du das mal mitgekriegt dass jetzt irgendwie die leute die hier aus flüchtlinge auftauchen dass die dürfen ihre familien nicht mehr ruhe bringen und jetzt da gibt es mal eine ganze große menge von leute die versuchen man nach griechenland wieder zurückzukommen so dass die nicht ausgewiesen werden würden oder sowas und die versuchen alle mal jetzt auf diese insel kurs wieder zurückzugehen und sowas ja das ging darum ist dass ich habe mal irgendwie auch was gesehen dass deutschland reicht die hände zu österreich jetzt und dass die gemeinsam dieses problem irgendwie angehen wollen und so weiter und jetzt dass der wird mal abschiebungen von leute die keine familien hier sind und ihre familien zurück gelassen haben in syrien und so weiter und so fort oder es irgendwie so eine strömung von menschen dass die mittlerweile jetzt selber mal zurück abgehauen sind oder sowas hast du das mal mitgekriegt das ist heute mal so viele verschiedene dinge also was ich so in der letzten zeit mitbekommen habe ist dass es ja um die frage geht familienachzug also dass leute aus aus syrien die jetzt schon hier sind da geht es um die frage dürfen die ihre familien hinterher holen die ja in syrien da noch irgendwo sind oder irgendwo zwischen syrien und 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 mitteleuropa siehst du und das was ich gehört habe ist dass man jetzt heute über über geflogen dass die haben jetzt irgendwie eine gesetz herausgebracht dass das jetzt nicht geht und deswegen viele von denen hauen jetzt zurück aber nach nach griechenland soll es die nicht ausgewiesen werden oder sowas so ist es nicht alex also im gegenteil also die kanzlerin hat ja ganz deutlich jetzt gesagt die 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 syrische syrische flüchtlinge dürfen ihre familie nachholen das 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 hat sie ganz klar gesagt und da hat er dann ihr ihr parteisoldat diese 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 alpmaier dieser alpmaier der der ist auch gleich nach vorne gebroschen gebrecht hat gesagt ja die 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 diskussion darum ist beendet ja und so das ist jetzt der stand und es gibt natürlich so kreise das ist ja das ich mit diese parteien cdu und so ich meine da kracht es natürlich intern ja leute wahrscheinlich repräsentiert ist dann dieser 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 de maizière der 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 kritisiert ist er möchte da weil er ist innenminister und er sieht halt dann vielleicht noch direkter die die probleme die daraus entstehen weil was was heißt es denn überhaupt wenn wenn die merkel sagt die syrer dürfen ihre ihre familienmitglieder nachholen da reden wir ich meine wir reden von arabischen familien das sind große familien das ist auch einfach mal ganz normal also ich war öfter in der arabischen welt das sind halt andere länder die haben nicht vater mutter kind ja die haben das sind klans das ist in arabischen ländern so in vielen ländern auf der welt so wo einfach klaren strukturen noch viel größer sind das heißt die familien sind groß das ist anders als in deutschland die haben eine andere geburtenrate auch und familie hört dann nicht auf bei den kindern da geht es auch um um oma und opa und onkel und tante und ich meine sind wir mal konservativ sagen mal auf auf jeden flüchtling wenn er seine familie herholt kommen dann noch mal fünf sechs leute und und jetzt ist es ja so es gilt nur für die syrer es gilt also jetzt nicht für amerikanische flüchtlinge oder sonst wo es gilt nur für die syrer aber jetzt ist es ja so alex du hast es ja auch erzählt dass das immer mehr so so stories auch hochkommt wie wie syrische pässe also so so in in massen und das volk gebracht werden das ist vielleicht fast schon so ähnlich wie früher so als travelers alter reisender da konntest du dir konntest du dir eigentlich eigentlich in den meisten städten der welt konntest du dir einen studentenausweis einfach auf der straße kaufen habe ich in kairo habe ich mir einen gekauft oder in bangkok oder in den das ist völlig egal kannst du immer egal ob du student bist du nicht egal wie alt du bist du kaufst du so studentenausweis ja den kriegst du offen auf dem markt und mit dem studentenausweis kannst du dann halt bei den sehenswürdigkeiten da zahlst du nur die hälfte oder sowas das lohnt sich also das zeug ist zum teil ganz schön teuer auf der welt und und so habe ich hat man den eindruck dass syrische pässe jetzt halt verhökert werden weil die die migranten natürlich wissen mit einem syrischen pass hast du bekommst du definitiv aufenthaltsrecht in deutschland und sogar noch das recht auf familienzuzug das heißt wir im moment wissen wir gar nicht wie viele syrer eigentlich eigentlich hier sind oder welche die mit mit syrischen pass hier sind wie viele sind echte syrer im land wissen wir nicht wie viel sind zusätzlich noch mit die als syrer gelten weil sie einen pass haben obwohl sie gar keine syre sind es gibt syrer die die sprechen ein paar stunden das ist die sprache aus pakistan gibt es syrer die sprechen nur ein paar stunden ja ja was ist es elfter elfter karnevalszeit der große narren tanz auf dem narrenschiff und okay ich meine jetzt berechnen wir mal hoch lass es 500.000 sein 600.000 ich meine dann müsstest du das dann konservativ gesehen mal multipliziert ist mal nur mal mit fünf oder so dann kommst du darauf zahlen dann 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 und das geht alles zeitnah also der 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 zug zug von familien da soll zeitnah erfolgen da werden die 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 probleme die die vor der wir stehen also infrastrukturell die werden auch viel größer ist jetzt schon so die leute haben gar keine richtigen unterkünfte der winter steht vor der tür jetzt 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 hol doch mal zwei drei millionen noch dazu ja oder oder lass es lass es anderthalb da ich diese zahlen sind sowieso alle schwierig aber ja versteht die die logik dahinter ja klar ja da sind wir doch noch weniger darauf vorbereitet da müssten wir jetzt so eine so eine großstadt wie berlin aus dem boden stampfen so und ich meine wie soll das gehen wie es wie realistisch ist das denn und das krasse eigentlich daran ist doch egal wie man jetzt dazu steht also ob du jetzt sagst okay aber aus humanistischen gründen müssen wir es doch machen ich meine ja lass die flüchtlinge ihre familien zusammenbringen also wenn du wenn du so siehst oder ob du da dagegen bist was was doch das schockierende daran ist alex wie wir werden denn da die entscheidungen eigentlich getroffen ja das ist die frage also keiner fragt mich keiner fragt mich keiner fragt dich keiner fragt jemand anders das wird einfach gemacht und wir reden ja hier von weitreichenden entscheidungen also wie sei egal wie du dazu stehst fakt ist doch dass die dass diese frage zuzug von von familienmitgliedern von von syrischen kriegsflüchtlingen eine weitreichende weitreichende frage ist ja und es es ist einfach für mich ja nichts neues aber trotzdem immer wieder doch erschreckend dass leute immer noch glauben wir hätten sowas wie demokratie in deutschland wir haben doch noch nicht mal gucken guck doch mal an wie 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 das dort läuft die merkel bestimmt es und ihr parteisoldat altmaier bügelt alles nieder der minister für besondere aufgaben und selbst in der regierung wird nicht wirklich darüber diskutiert das ist die regierung diskutiert und die merkel entscheidet das und dann noch noch eine instanz drunter das das parlament das das die diskutieren da gar nicht mehr drüber solche solche weitreichenden entscheidungen werden in deutschland nicht im parlament diskutiert so dass man erst mal sagt komm lass uns mal wirklich mal nehmen wir uns doch die zeit wenigstens eine woche lang oder sowas mal in ruhe zu erwägen so was sind die pro und kontra argumente und dann mal drüber sich austauschen und das alles mal angucken das passiert nicht mehr wir haben wir haben überhaupt keine keine demokratie also gelebte demokratie mehr und ganz unten ist das volk also uns war überhaupt keiner mehr das parlament wird er nicht gefragt wird noch nicht mal die regierung gefragt es kommt von von oben und dann von von oben nach unten werden einfach befehle weitergegeben so und die werden umgesetzt weißt du wie man das nennt alex ich nenne das ich nenne das führerprinzip das genau das ist führerprinzip so so hat auch ein ein hitler oder oder im faschismus wird so regiert und da sagt man ja die faschisten sage führerprinzip feine sache ja weil das ist effektiv du wenn du den richtigen mann an der spitze hast ebenso ein dutsche ein führer ist auch wieder auch wieder dasselbe ding wie da irgendein übermensch weißt du so das ist genau das gleiche was wir vorher über den schmidt gesprochen haben dass die leute wollen da sowas haben so faschisten die wollte so ein ein oberführer haben und wenn der dann gut ist oder vielleicht vielleicht von gott geleitet kannst du sagen so wie früher die könige in gottes gnaden wenn der von gott geleitet ist oder von der vorsehung wie es beim hitler war oder so ja der der entscheidet dann und dann geht es von oben nach unten einfach runter und widerspruch gibt es nicht es gibt keine diskussion darüber das ist was was wir jetzt sehen ja aber das sehen wir nicht nur bei dieser krise das sieht man auch mal bei ttip und ceter ja das ist genau das gleiche genau das sind auch große dinge gibt es keine diskussion es gibt ja auch nicht da ist es auch so es gibt ja nichts zu diskutieren es gibt auch keine grundlage der diskussion weil wir keine daten haben weil die dürfen wir die die auch auch hochrangige parlamentarier ja nicht einsehen ist eine geheimverhandlung das gibt es auch nicht zu diskutieren weil du nicht weißt was da verhandelt wird so läuft es ab das ist das ist führer prinzip ja ich also ich würde das finde es hart ich rede hier in der sendung nie eigentlich nicht so viel über tagespolitik aber da muss ich jetzt sagen dass mir in den letzten tagen aufgefallen und wenn man anschaut also diese diese merkel die die ich glaube man kann es echt so aussprechen also die 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 zerstört die die rechtsstaatlichkeit ganz bewusst es sind auch permanente rechtsbrüche permanent also jeden tag wird recht gebrochen europäisches recht deutsches recht die die faked einfach als als nummer eins da oben so als 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 ducer fegt die alles andere hinweg ja und ich meine jetzt ist natürlich die frage ob sie ob sie dann auch nur jemand anders dient das habe ich jetzt habe ich ja gar nicht angesprochen ja also aus unserer sicht aus deutschland steht die oben ob sie dann jemand anders dient halte ich für wahrscheinlich ja aber vielleicht ist sie auch tatsächlich nur so so wie es hier hier die 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 leute von vom kompaktmagazin der elsässer hat die haben echt einen guten guten term geprägt die haben gesagt das ist eine manchurische kanzlerin den fand ich richtig gut manchurische kanzlerin manchurier ja du kennst du den film manchurian candidate ja die film ich kenne die film aber das ist schon lange her das ist ein älterer film um jemanden fernsteuer mit mit mind control und sowas und du bringst den in eine position bei manchurischen manchurian kandidat was jemand kandidat für eine präsidentschaft in irgendeinem in irgendeinem drittwelt land oder sowas und wenn sie den dann dann dort reingebracht haben ab danach greift dann ja mk ultra und der macht halt nur noch das was was der mann am choice so ähnlich wie bei barack obama ich ja ja so zu sagen und so sieht das fast ein bisschen bei der merkel aus weil in der tat also was 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 ist da noch los mit der frau ich meine die scheint wie wie fremdgesteuert aber so oder so für uns ist es führerprinzip von oben kommen einfach diese entscheidung weitreichend und wir haben keine diskussion nix die sagt einfach so wird es gemacht fertig aber die tatsache ist ist dass sie verliert mächtig an popularität in deutschland jetzt langsam aber aber ich wird ich weiß gar nicht man planmäßig diese nächsten wahlen werden und ich meine wahlen ändern eh nix aber aber ich meine die es geht ja jetzt um 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 jeden tag jede woche jeden monat ja ich meine die 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 reißt ja hier die die rechtsstaatlichen und auch die demokratischen obwohl ich erzähle ich schon lange nicht mehr demokratie glaubt aber aber was da noch übrig ist ja das das reißt die jetzt ein ich habe eine frage ist der jemals eine situation in deutschland in in die bundesrepublik geschichte stattgefunden so wie damals in amerika mit nixen dass die im impeachment rauswirft ja helmut schmidt zum beispiel echt ja klar helmut schmidt wurde ausgeschmissen so ist seine karriere geändert da ist er sechs jahre kanzler gewesen das heißt in seiner zweiten wahl periode war dann nur zwei jahre am start und dann gab es ein konstruktives misstrauensvotum ja ja okay abgewählt worden auch eher nicht so ehrvoll also es war auch nicht begeistert davon und danke ist dann direkt danach dann helmut kohl gekommen okay das das wusste ich nicht aber das das geht wieder auf seine aktien warum der so beliebt ist von den deutschen die leute als ich habe mich abgewählt aber jetzt ist er ganz traurig alle sind ganz traurig interessant mehr also wow naja dann meinst du dass das könnte so was mal kommen mal mit mit merkel nein weil ich glaube das ist vorbei ich glaube auch dass 1934 das deutsche parlament hitler auch nicht mehr hätte abwählen können also das parlament existiert doch es existiert die treffen sich aber die diskutieren doch gar nicht mehr die entscheidenden themen die sind völlig entmachtet und sie merken es gar nicht selber das ist vielleicht wirklich vergleichbar auch mit der situation so diese transformation weimarer republik dann hin zu dem hitlerstaat diese entmachtung auch des parlaments und die machen das einfach mit also ich meine hier werden die größten entscheidungen werden getroffen und 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 gesetze werden gebrochen ohne dass irgendwie diese diese wie man es in amerika sagen würde so diese diese checks and balances das funktioniert ja einfach nicht mehr ich meine die wir von unserer regierung werden gesetze gebrochen und es kommt aber eben kein keine staatsanwaltschaft keine keine richter keine keine freie justiz die wir auch nicht haben die jetzt da reingrescht und sagt stopp also das das geht nicht wir haben der verfassung und oder oder das grundgesetz also wie auch immer ihr es nennen wollte da werden gesetze die die diese die 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 muss an die muss sich der staat erhalten aber die die merkel bügel die einfach weg und das ist auch nichts neues jetzt das ist das ist ein führungsstil von der merkel den dem man schon in den letzten jahren sehen konnte aber jetzt kommt es halt alles dramatisch zur geltung also wie in so einem großen finale das ist die ihr werk läuft schon eine weile erinnert euch zurück vielleicht an die an die die diese ganze euro krise finanzkrise griechenland und so weiter auch da da hat er die die merkel gesetze massivs gebrochen ja ich meine es gab den maastricht vertrag wo sowas geregelt wurde wie kein staat auf die schulden von einem anderen staat übernehmen das ist ein vertrag der gilt das ist ein wichtiger vertrag und da hat sich einfach drüber weggesetzt genauso wie du bist ja noch andere regeln ich will jetzt auch keine juristen und so da könnte man doch viel mehr aufführen also leute die juristen die sich noch besser auskennen können viel mehr beispiel anführen aber auch so hier die 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 europäische zentralbank die die dürfen eigentlich keine keine staatsanleihen kaufen aber das machen die die ganze zeit weil nur nur so könnten konnten sie auch griechenland und und andere von diesen wackelkandidaten überhaupt stützen so das sind permanente rechtsbrüche so einfach so zack und noch ein beispiel kann man anführen hier was unter merkel war die die energiewende oder hieß es so die hier in deutschland ich glaube als energiewende genannt wo das so nach fukushima hier die die nuklearkatastrophe da in japan wo alle den mal gesagt haben ist das eine unbedingte ausstieg aus die atom genau da war so eine stimmung dann auch da im volk und ja wir haben das wir haben das vielleicht nicht so sehr bemerkt weil die meisten von uns also ich ja auch sind auch kritisch gegenüber dieser atomenergie so ja deswegen aber wird da vielleicht nicht das große augenmerk drauf gelegt aber auch diese energiewende wie die vonstatten gegen da wurden auch eben eben verträge bestehende verträge bestehendes recht wurde einfach einfach gebrochen ja im federstrich in einem federstrich vom führer also von von oben einfach zack und weg wir machen das so und wie war das da bei der energiekrise da hat sich diese merkel ja auch so so seltsam geäußert da hat sie doch irgendwas gesagt damals wie da hat sie sowas gesagt nach nach also bei diesem fukushima nach fukushima also ein paar wochen oder monat danach da hat sie dann danach dann irgendwann hat sie so einen satz von sich gegeben wie es hat sich in mir was verändert in ihrer sicht auf die atomkraft es hat sich in mir was verändert und zack machen wir 80 million deutsche manenergiewende weil sich in frau merkel was verändert hat das ist keine demokratie also so kann man nicht zu entscheidungsfindungen kommen bloß weil sich in ihr was verändert hat und zack jetzt machen wir es ganz anders alles was vor an verträgen war so ist es gilt einfach nicht das ist was was die merkel schon die ganze zeit macht die zerstört rechtsstaatliche strukturen und und jetzt ist es halt die die entscheidung werden immer noch eine größere tragweite egal wie ihr das politisch seht es ist es ist egal aber das ist doch die art von entscheidungsfindung ist doch das ist doch für mich ist das also so eine so eine führer mentalität da kannst du mal sehen dass es mal sehr sehr naheliegend an die amerikanische regierung wie das funktioniert ja in der tat ehrlich wir sehen das ist ja überall also ich meine auch amerika hat auch viel mehr diese idee gehabt mit checks und balances und senat und kongress aber wir sehen auch auch immer mehr in amerika sehen wir das bestimmt schon wenn man zurück in der geschichte seit dem dem sezessionskrieg wie wie einfach washington als zentrale hauptstadt und dann dort der präsident immer mehr machts anzieht so also jetzt ob der dann wirklich so mächtig ist ist wieder die andere frage genauso bei der merkel ob die dann nicht eben gesteuert werden ob es nicht mit manchurien kanzler und präsidenten sind oder oder halt eingebunden wie wie helmut schmidt wie es vorgelesen haben so ja aber das würden wir mal heute eventuell herausfinden wir würden mal das heute eventuell herausfinden wenn wir mal über unsere thema mal in die schweiz mal hereinsteigen weil das ist das ist dann sehr sehr interessant weil das begreift sich mal das auch mal die oberfläche ein bisschen und wo das mal alles hingeht aber lass uns das mal zusammenfassen was wir so in der ersten guten stunde jetzt hier hatten ich meine wir haben wir haben drei beispiele von 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 autoritäten wir haben wir haben helmut schmidt und und angela merkel also so so führungsmehr autoritäten denen wir folgen und damit auch rein projiziert mutter mama merkel und dieser so das ist alles nur bullshit die projizieren da was rein so weißt du als freier mensch brauchst du nicht denen dass die dir sagen was richtig ist und was falsch was wir können das selber machen ja und 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 die die gleichen diese dieses dieses gleiche problem haben wir aber auch durchaus aus meiner sicht so so in der spirituellen welt da ist dann so einer da gibt es halt gurus und dann wird blind gefolgt was was der sagt das gilt auch wenn es der größte bullshit ist und du erkennst da hat er überhaupt keine ahnung muss da auch nicht jeder aber dann soll er halt schweigen weißt du soll er halt seine philosophie weiter lernen aber ich meine der äußert sich da zu den weltlichen dingen und zeigt überhaupt keine ahnung die haben nie recherchiert immer und und immer sehen wir das sehen wir dieses gleiche prinzip da ist halt so 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 ein 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 ober mod zu dem wir halt folgen ja das ist ob das ob das dann der könig ist der präsident oder früher war es der gottkönig der pharao oder der scarlet overkill jetzt folgen ihrem führer du hast immer ein 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 es gab eben zeiten wo das wo dann auch das spirituelle und das weltliche eine macht war ja dann hast du den den priesterkönig gehabt den gottkönig der von der ziggurat oder von der pyramide herab so gesagt hat was sache ist das ist genau das gleiche ja und 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 heute haben wir haben wir immer noch diese figuren und ich kann euch nur aufrufen leute macht euch frei davon so weißt du das ist das heißt nicht dass wir die jetzt als feind sehen müssen wir brauchen die einfach nicht ja ja auch durch freiheit wenn vertrauen wir uns selber so das ist das ist um was es doch heute geht tja ganz schön interessante sache frank ganz schön interessante sache wir haben uns fast in rage geredet na ja hey nun also das hat mich eigentlich bewegt letzte woche na ja klar das kann ich mir mal vor dem freund sehen genau und ich denke das bewegt mal genauso unsere hörer das zu hören und ich denke mal ein bisschen emotionen muss dabei sein weil ja meistens unsere leute wissen wie wir drauf sind das ist halt echt und ich meine okay wenn jetzt da der eine oder andere sich fällt ähm ein bisschen drüber ärgert weil es vielleicht an vielleicht an an seinem symbol ähm idol auch ein bisschen rumgekratzt habe hey so ich meine so ist es nun mal ja dann da muss man nachfragen ob man nicht zu sehr an diesen idolen halt festhält wenn man das nicht verträgt well that's that's the way it goes man und auf jeden fall wir haben mal dieses äh denkst du mal ähm das mit helmut schmidt jetzt abgedeckt ich denke dass wir machen mal kurz mal eine musikpause und dann kommen wir dazu und äh äh gleich zurück frank und dann greifen wir mal zu diesen neuen ereignissen naja nicht so ganz neu aber was die schweiz eventuell mal mit alles äh hier zu tun hat und ich denke dass das wird interessant weil ich weiß dass wir auch mal paar hörer haben aus der schweiz heute und die haben gesagt okay diesen gespannt selber aus schweizer ob die irgendwas neues mal über ihr land lernen na und wenn die herausfinden dass die ddna wahrscheinlich tragen von eine gewisse menschliche stammung da würden dann erst mal erst mal die augen mal ganz breit aufgemacht wurden das ist freaky stuff absolutely so 21 uhr 10 ist das an die 11.11.2015 mittwochabend hier in good old seatown im ok alex und frank stoner an den start hier auf radio emergency wir machen mal eine kurze musikpause und kommen gleich zurück und dann geht's los mal mit schwitzaria und schwitzaria und ja ich dachte jetzt ich dachte jetzt mal ich kurz auf meinen eigenen schlauch gestanden dachte ich schon du kündigst eine band an die schwitzaria nein nein was ich habe es gibt ja gute bands aus der schweiz ja 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 crocus zum beispiel können wir spielen crocus gotthard gotthard also you know das sind auch mehr oder mein gott sogar viele musiker jetzt mittlerweile die ehemaligen schlagzeuge von scorpion und auch in der schweiz und ich frage mich wieso wieso aber dazu kommen wir gleich erst mal ein bisschen music von morrissey and the smiths von the queen is dead album here is big mouth strikes again das hast du hier in die amok alex und frank stoner show gehört so schön dass ihr an bord seid mein don't touch that dial we'll be right back for you stay tuned ein alter klassiker von the luftschmidt aerosmith right there von der gleichnamige album toys in the attic davor little nazareth with the changing times was wir natürlich erleben heutzutage und die music partie haben wir angefangen mit the smiths and morrissey from the queen is dead album and big mouth strikes again schön dass ihr an bord seid es ist 21 uhr 23 an dieser 11.11.2015 die amok alex und frank stoner show hier auf radio emergency willkommen an bord everybody yeah und boah guck mal den chat alex ich seh das das ist wirklich großartig es sind so viele Leute im chat und einer hat es auch irgendwo gerade geschrieben so vorhin es ist seit der Kollaboration das ist kein blödes Wort seit der Zusammenarbeit mit dem kulturstudio so viel mehr Leute auch hier am starten das freut uns also wir grüßen hier wirklich alle neuen Hörer aber auch natürlich alle Stammhörer alle alten Hörer und es ist großartig dass ihr dabei seid und das fühlt sich gut an das motiviert und gibt uns auf jeden Fall auch Schub und guck mal die Leute im chat hier vielen dank dafür wir haben meine full house wir können auch mal die Leute grüßen die jetzt gerade im chat sind das ist auch ein bisschen so ein kommen und gehen manchmal gibt es auch manche Leute haben auch ein bisschen Probleme mit der Software hier im chat manchmal fliegt man da doch raus es geht uns auch manchmal so es hat alles nur seine es ist Zeit für unsere Technik eine größere Server zu bekommen ja aber das ist immer die Frage mit dem Geld was wir alles zahlen Deggel hat sie gehört hier grüße hauen wir mal raus an alle die jetzt im chat sind Chief Barituz Dehes Deggel El Grande Ela vom Stamme der Pack Emmi Frei Heinzel Hua JinxOne L34D Linux Jodele MrDNA NeedToKnow Rocco Sophie Soundy Swizer Teja Tobi Schabernack Templer Tomcat und und da kommen immer mehr noch Leute hier rein die gibt es sogar eine Switzer ist auch mal jetzt an Bord und der Q2 ist wieder da Good stuff dass ihr an Bord seid schön wirklich das tut uns gut ja super geil super geil jetzt kommen wir mal zu unser Hauptthema wir würden gerne hier ein bisschen unterhalten über ein Nachbarland von Deutschland es geht um die Schweiz und wir wollen erstmal ein bisschen Geschichte über die Schweiz mal hier vorbringen was die Schweiz ist und wie alles zustande kam und da wird ihr dann mal langsam merken wo wir in diese Gespräche bitte ein bisschen weiter hineingehen paar interessante Sachen die viele Leute wahrscheinlich nicht vermutet haben über die Schweiz und Franky ich würde das dir überleiten jetzt im Moment die Einstieg mal zu greifen ja mal gucken wie wir reinkommen das Thema es gibt viel zu sagen es gibt ganz viele Informationen und wie es halt immer so ist in den Kaninchenbau so mal gucken wie man reinkommt und dann gibt es immer ganz viele Kreuze mal sehen wo wir am Ende rauskommen ja also ganz allgemein ich meine es ist wenn wir so die Schweiz anschauen dann fällt uns doch sofort auf dass die irgendwie durch so eine Sonderstellung einnehmen oder ich meine es gibt diese berühmte Schweizer Neutralität und in all den großen Kriegen die in den letzten Jahrhunderten in Mitteleuropa getobt haben die Schweiz war irgendwie immer außen vor dieses Ding mit der Neutralität jetzt mal in Anführungszeichen das ist doch schon mit so das Erste was uns auffällt irgendwie ist doch die Schweiz anders als alle anderen europäischen Länder oder? Well andererseits müssen wir auch mal dazu sagen ist das Schweiz ist ein Geldland ja die ganz großen Banken und so weiter und so fort und witzigerweise ist das wenn man das betrachtet wie viele Kriege in Europa stattgefunden haben ist dass die Schweiz es niemals angegriffen haben obwohl die die meisten Geld gehabt haben ja das ist sehr interessant genau und warum die nicht überfallen wurden um das Geld herauszunehmen sodass derjenige Inversionsland daraus einen finanziellen Vorteil bekommt ja richtig und das Ding mit der Schweizer Neutralität das können wir vielleicht gleich am Anfang schon ein bisschen bashen denn das ist jetzt für die meisten von euch wahrscheinlich auch nichts Neues dass natürlich die Schweizer Banken in den Kriegen keineswegs neutral waren sondern in diesen Kriegen auch eben weiterhin die Bankiers auch für die Kriegsführenden waren also auch zum Teil von Gegnern also die Schweiz war halt immer der Bankier für alle und das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen wie im Monopoly oder überhaupt im Geldspiel am Ende gewinnt man die Bank es gibt verschiedene Mitspieler und die spielen so gegeneinander aber die beste Position hat man die Bank ich meine ein kleines Beispiel damals dass wenn wir über Shell Oil sprechen damals allein zum Zweiten Weltkrieg das ist Shell Oil ist von Rockefeller Family Shell ist eigentlich ein britisches Königshaus Royal Dutch Shell heißt das eigentlich Royal Dutch Shell ist von der holländischen ja aber das holländische und das britische Königshaus sind eigentlich da oben ich meine natürlich sind die dann auch verwoben in der Ölindustrie jetzt heutzutage auch eben mit diesen Rockefeller-Klafen ja, well das Ding war ist dass zu zweiter Weltkriegszeit Adolf Hitler für seine Messerschmitts hat eine bestimmte Mischung von Petrol gebraucht ja so ein Additiv ja so ein Additiv und Shell Oil war die einzige der das mal zur Verfügung gestellt hat und die Rockefellers haben das an die Schweiz verkauft und die Schweiz hat das weiter an Adolf Hitler gegeben wobei du siehst hier wenn wir reden über Neutralität dass die waren eine Mittelmann zu Vermittlungen von verschiedenen Sachen und man fragt sich okay wie kommt das mal denn in dieses Spiel hier richtig ich finde du hast jetzt schon was gesagt was vielleicht ganz wichtig ist Mittelmann oder nehmen wir das Wort Strohmann die Schweiz ist wie ein Strohmann also die steht wie als Vermittler für noch ganz andere Kräfte die da im Spiel sind und darauf wollen wir heute so ein bisschen hinweisen ich habe es noch vorhin schon gesagt das Thema hat so irgendwie so ein Untertitel wie wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet das ist jetzt mal so eine These die wir jetzt mal raus haben von der starten wir dann mal so und erstmal muss man wissen wer die Tempelritter überhaupt waren genau das muss man auf jeden Fall mal sagen Tempelritter weiß vielleicht auch nicht jeder wir machen jetzt keine tiefe Einführung weil allein das Thema Tempelritter das ist eines der großen europäischen Mysterien da gibt es wirklich so viele Bücher auch drüber genau aber jetzt nochmal so ganz grob der Templerorden das ist ein im Mittelalter ein Ritterorden gewesen und gleichzeitig ein Mönchsorden und damit was ganz besonderes ein Tempelritter war Mönch das heißt er hat ein Gelübde abgelegt Keuschheit keine Familie und so weiter und gleichzeitig war es ein Ritterorden das waren also Kämpfer die haben also nicht nur gebetet und gearbeitet sondern die haben gekämpft das waren Ritter das waren Elite-Kämpfer du konntest auch nur Mitglied im Tempelritter werden wenn du wenn du adlige Herkunft hast also wenn du schon ein Ritter bist die haben jetzt nicht irgendwelche Leute genommen was bei andererseits mal die Tempelritter die waren auch die sogenannte Elite die das Schatz von das sogenannte Christus schützen sollte und das ganze Geheimnis es geht schon eben zurück auf ihre Gründung die wurden gegründet im frühen 12. Jahrhundert 1116 ist so eine Zahl die mir jetzt im Kopf rum geistert ich weiß nicht ob sie genau stimmt aber so in den Dreh rum das war die Zeit wo das mit den Kreuzzügen schon los ging richtig und offiziell wurden die gegründet in Jerusalem als und die Auftrag den sie sich gegeben haben war Pilger zu schützen christliche Pilger die nach Jerusalem pilgern um dort zu beten so an der Grabeskirche die wollten die Templer schützen vor Übergriffen von Räubern oder in der Kriegszeit vor den Muselmanen oder wie auch immer so und am Anfang war das auch nur eine Handvoll Leute es waren nur 6-7 Ritter die alle aus dem kommen was heute Frankreich ist also fränkische Ritter Gottfried von Bouillon ist wieder der wichtigste den man da nennen muss und ja sie heißen Tempelritter weil sie eben in Jerusalem gegründet wurden und weil sie dann sofort und das ist das Interessante am Tempelorden sofort von allerhöchster Stelle protegiert wurden und schon in Jerusalem dann einen exquisiten Platz bekommen haben um ihr erstes Gebäude zu bauen wo sie halt ihr Hauptquartier hatten nämlich direkt am Tempelberg oder sogar obendrauf aber ich glaube obendrauf nicht das weiß ich aber jetzt nicht genau ich glaube eher am Tempelberg aber obendrauf wüsste ich jetzt nicht ne obendrauf nicht weil da gab es mal so diese Gerüchte noch dass wo die zurückgegangen sind und haben unter den Tempelberg gegraben um die Schätze rauszuholen das kommt dann zu also die haben auf jeden Fall da am Tempelberg von Jerusalem residiert genau und ihr wisst das ist ein Hotspot wir haben es auch schon ein paar mal behandelt diese Tempelritter ist absolut heiß und in der Tat es gibt dort ich denke es ist mehr als Gerüchte halt berichte dass von Anfang an also wie von Anfang an gleich nach der Gründung mit die ersten Aktivitäten der Tempelritter war eben unter dem Tempelberg dort ein bisschen zu graben ja wir haben euch das ja mal erzählt der Tempelberg ist auch unterhöhlt da gibt es ganz viele Gänge ja die älzen weil zurückgehen und heute ist es ja absolut Hotspot und wer dort so wenn dort so einer von den den unterirdischen Gängen dort aufgemacht wird dann gibt es gleich Intifada also das ist absolut tabu da gibt es keine wissenschaftliche Forschung oder sowas ja und ja die Tempelritter haben sich eben dort bedient und was ihr was ob und was sie gefunden haben weiß man natürlich nicht ja das ist nie rausgekommen da gibt es verschiedene Mutmaßungen manche sagen dass ähm der Tempelberg war ja laut der der hebräischen Tradition auch der Ort wo die Bundeslade aufbewahrt wurde genau wo wo was von Gott gegeben wurde und äh und manche von mit die zehn Zehn Geboten genau die da drin waren und die Bundeslade ist so so ein ganz besonderer heiliger Gegenstand der soll eben dort aufbewahrt worden sein und ähm ähm die Frage ist so ob es dann nicht andere Artefakte gab eben aus die die zurückgehen in die Zeit des alten Testaments eben zu diesen ganzen Geschichten von Moses du hast selber diese Zehn Geote genannt vielleicht diese Steintafeln oder aber es können auch jede Menge andere Dinge gewesen sein wir reden hier von von äh vielleicht alte altes Seekarten altes Kartenmaterial überhaupt alte äh überhaupt ähm 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 Berichte also geistiges Wissen über Ereignisse aus äh der 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 Zeit von von Moses oder aus weit zurückreichend in der Antike lauter solche Dinge was sie wirklich dort gefunden haben wissen wir nicht sie waren auch ja nicht die Ersten die dort äh sich ein bisschen äh ungebeten dort ähm bedient haben sondern schon die Römer haben ja schon als äh in der Zeit so 80 90 nach äh äh Christus haben die ja dort schon diesen ähm ähm Tempel eben niedergemacht und die haben da auch schon 90 ordentlich bedient ja also als allzu viel Gold werden sie vielleicht dann nicht mehr gefunden haben sondern weil das haben schon die Römer dann mitgenommen das ist eine andere Geschichte kann man auch erzählen ja aber ja sowas mit den Tempel und ähm 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 die sind dann innerhalb äh äh von kürzester Zeit äh 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 sind sie sehr sehr mächtig geworden am Anfang waren es echt nur 6-7 Leute aber die hatten von Anfang an eine super Connection nach oben die waren protegiert ähm sie waren nur dem Papst Rechenschaft schuldig niemand anders ja das heißt egal wo in Europa sie haben dann sehr schnell ähm 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 durch Spenden durchs Schenkungen und so weiter ähm 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 ganz viele Länder rein Ich glaube die haben auch ihre eigene eigene Münzen gehabt ne für Tempelritter ja die haben auch eine eine gewisse Münze Wenn die das zum Kaufen oder irgendwas zum Handeln benutzt haben, das war so eine sehr, sehr wertvolle Münze, wenn du eine Rittermünze gekriegt hast. Oh ja, da kommen wir noch mehr dazu, so dieses ganze Finanzwesen von den Templern. Sie wurden ja sehr schnell groß, überall in Europa und innerhalb von wirklich wenigen Jahren, Jahrzehnten sind sie dann vielleicht mit die mächtigste Organisation Europa geworden. Und man muss sich das so vorstellen, das ist wie ein Staat ohne Land. Also die hatten zwar schon ihre Basen überall, aber sie hatten kein Reich jetzt in dem Sinne. Aber sie sind, und das gilt bis zum heutigen Tag, sie sind ein Souverän. Sie sind nur dem Papst Rechenschaft schuldig und sonst niemanden. Das heißt in Frankreich, wenn die in Paris ihren Tempel hatten, waren die nicht dem französischen König Rechenschaft schuldig. Der konnte nicht Gericht halten über die. Was wir auf unserem Grundstück machen, ist unser Ding. Da sind wir nur dem Papst Rechenschaft schuldig. Aber dann, weil die so mächtig geworden sind, Frank, deswegen ist das, der König, damals mal in Frankreich, hat mal Angst von denen gehabt und am Freitag, der 13. war das. Ja, die Geschichte vom Heuwagen, ja. Aber lass uns, sie sind also super groß geworden, haben in ganz Europa so ein Netzwerk gehabt. Wie gesagt, die hatten kein Land an sich, vielleicht könnte man auch nennen dann später, zumindest Malta oder so, also diese kleine Insel. Aber im Grunde hatten sie Basen, ja, ein Netz von Basen. Tempels und Burgen und sowas. Genau, über die Hafenanlagen, also es ist eine Seemacht, das ist ganz wichtig, das auch zu verstehen, die Templer sind eine Seemacht, das ist keine Landmacht, die hatten kein Land, aber sie hatten ein Netz. Und das hat sich hingezogen über das ganze christliche Land, also zur Darmeng-Zeit Kreuzzüge von Jerusalem, also Palästina bis, boah, was weiß ich, Nordeuropa, England, Schottland, Skandinavien, also ganz, ganz Europa. Überall waren die Templer. Und dann haben die Templer angefangen, hier, 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 als Erste so eine Art vorkapitalistisches Bankensystem zu entwickeln. Sie waren die Ersten, die ein bargeldloses Zahlungssystem entwickelt haben. Und das war eine Revolution, sowas, die Idee von einem Scheck, ein Scheck. Das ist das erste Mal von den Templern gekommen, die Templer waren Banker. Ja, die Idee war auch für die Templer halt gut durchführbar. Du konntest also, wenn du, wenn du jetzt als Händler, sagen wir mal, du bist Händler aus London oder aus Amsterdam und du wolltest dann gerne mal runterfahren nach, was heute Libanon ist, um dort Handel zu treiben. Aber dann ist es halt eine gefährliche Reise gewesen, eine weitere Reise. Da können Räuber kommen, da kann ein Schiff sinken und so weiter. Was die Templer den Geschäftsleuten ermöglicht haben, die haben gesagt, komm, du kannst, in London zahlst du uns Gold ein. Ja, meinetwegen hier, hier, 500 Gramm, haben die nicht gemessen, aber was auch immer so. Kriegst du eine gewisse Menge Gold, zahlst du dort ein, in London, und dafür kriegst du einen Scheck. Und mit dem Scheck konntest du dann irgendwo anders in Europa, bei den Templer-Bastionen wieder, mit dem Scheck konntest du dein Gold wieder abholen. Gegen eine kleine Gebühr, natürlich. Ja, das war logisch. Und das hat natürlich enormen Machtzuwachs auch gebracht, weil das war natürlich für die Kaufleute genau, was du willst. Ja, genau. Und so kann man sagen, dass die Templer am Anfang schon standen von diesem Bankersystem. Die Templer waren auch die einzigen, waren ja Christen, für die aber das christliche Zinsverbot nicht galt. Im Mittelalter, da war ja das Gebot der Kirche, Christen dürfen keine Zinsen verlangen. Deswegen sagt man ja auch, dass dann eben viele Juden dann dieses Geld wechseln. Ja, genau. Weil Christen durften das nicht. Aber die Templer schon. Das waren die Einzigen, die das durften. Das haben die auch gemacht. Und so sind die im Banking richtig groß geworden. Interessant wäre natürlich auch schon die Frage, woher haben die auf einmal diese ganzen Banking-Ideen? Und da möchte ich auch jetzt schon eine kleine Connection bringen zu Venedig. Die Templer waren über lange Zeit, vielleicht sogar von Anfang an, vielleicht, so genau weiß ich es nicht, aber über lange Zeit waren die Templer eng verbunden auch mit Venedig. Und wieder haben wir diesen Gedanken Seemacht. Es geht nicht so sehr um Land, es geht um Seemacht, es geht auch um Seerecht, es geht um Seehandel. Und die Templer, das kann man tatsächlich sagen, waren in gewisser Hinsicht der militärische Arm von Venedig. Ob das von Anfang an so schon geplant war von Venedig, weiß ich nicht. Aber da gibt es enge Verbindungen. Und von den Venezianern, von diesen lombardischen Bankern, haben die Templer eben auch den Drill in die Richtung bekommen. Also eben Finanzmacht zu werden. Und das ist was, was die Templer innerhalb von kürzester Zeit geworden sind. Finanzmacht, Banker, Seemacht. Und gleichzeitig aber eben noch militärische Macht. Weil sie waren Elitekämpfer. Es waren alles super ausgebildet. Dadurch, dass sie auch gleichzeitig ja Mönche waren und Gelübde abgelegt haben, waren die auch bereit halt auch für ihre Sache zu sterben. Also die Berichte sind zahlreich von Schlachten, wo die auch wirklich Todesverachten oder lebensmüde in die Kämpfe gegangen sind. Man könnte den als Söldner sehen, fast. Ah, nee. Nicht so richtig. Nee, ja, ich meine, der Orn hat sich schon kaufen lassen, natürlich so von Venedig. Aber ein Tempelritter ist kein Söldner, weil er, ganz im Gegenteil, ein Söldner kämpft er für Geld. Der Tempelritter kämpft für Gott. Der ist ein Mönch. Er ist ein Mönch und jederzeit bereit auch zu sterben so. Also so eine Elite, eine militärische Elite. Eine militärische Elite und eine Bankerelite. Und eine Seemacht. Das sind vielleicht so die wichtigsten Dinge so von den Templern. Die waren eben, Seemacht muss man heute auch noch dazu sagen, die waren auch sehr, sehr führend damals im Mittelalter, was auch Schiffsbau angeht. Die hatten die größte Flotte, sie hatten die besten Schiffe. Es gibt da, früher waren es Gerüchte, aber mittlerweile würde ich das auch als Fakt sehen. Die Templer sind nach Amerika gefahren. Ja, ja, klar. Also wir brauchen nur die Pinte, die Nina und die Santa Maria, die drei Schiffe von Christopher Columbus sehen. Und da siehst du allein an die Segeln, dass die diese Malteserkreuz beziehungsweise die Templerkreuz gehabt haben auf ihren Schiffer. Das ist auch ein ganz heißes Ding. Ja, ja, aber das ist, das ist, ich wollte aber mal einfach das nur erwähnen. In der Tat. Da müssen, genau, das ist echt die Frage, für wen hat eigentlich damals dieser Christoph Kolumbus oder Kolumbo, wie er ist, für wen hat er denn eigentlich gelohnt? Laut unseren Geschichtsbüchern in Amerika war das für die Königin von Spanien gewesen. Isabella. Die Isabella. Aber er hat keine spanische Familie gehört. Nein, 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 der ist mal von Venezien da abgelaufen, der ist von Italien mal losgelaufen, nicht von Spanien. Nein, 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 eigentlich kam er von dort. Und vor allem ist er für alle, alle gut sichtbar, hat er eben das Templerkreuz auf seinem Zeichen gegeben. Ja, ja, klar. Interessanterweise hat er zu einer Zeit, wo es den Templerorden schon seit über, was weiß ich, 200 Jahren schon nicht mehr gegeben hat. Ja. Und in your face. Ja, absolut. Das ist es. Wer hat wirklich Anspruch auf Amerika? Ey, das ist mir schon fast ein bisschen vorausgehalten. Aber das ist wichtig. Fakt ist aber auch schon, dass damals, als die Templer wirklich noch offen, also bevor sie dann da offiziell vernichtet wurden, dass die da auch schon nach Amerika gefahren sind, also zu Zeiten vom Mittelalter. Es gibt in Amerika, gibt es archäologische Fundorte, wo eindeutig solche Dinge zu sehen sind. Also so Tempelritter, das ist einer, das ist so ein Grabstein auch, da ist ein Ritter mit Schwert. Ja, ja, klar. Das hat nichts mit Indianern zu tun. Also mit Schwert und das ist sogar das Kreuz und die Rüstung und hellen Eisen alles. Und ja, interessant auch hier, wo wir schon von Seefahrt sprechen, die Templer haben ja auch hier La Rochelle gegründet. Diesen großen Hafen am Atlantik. La Rochelle, riesen Atlantikhafen. Das war damals einer der größten Militärhäfen überhaupt. Und wie es im zweiten Weltkrieg immer noch so war. Wir kennen alle das Boot hier, haben wir gesehen. Ja, klar. Den Film von Petersen, Buch von Buchholz, glaube ich, hieß der. Herbert Gronomeier hat mich gespielt. La Rochelle, ganz wichtig. Und zwar eben damals auch schon, die Templer haben La Rochelle gegründet. Ganz ehrlich, ich erwähne es mit dem Film, weil ich mir auch manchmal so denke, ob der Autor von dem Film nicht auch das eine oder andere weiß von dem, was wir sagen. Und das halt auch noch bewusst reingebracht hat. Diese Connection hier Templer hin zu Wehrmacht sind auch immer noch dieselben Symbole. So Kreuz und so. Ja, egal. Sei es drum, weil es ist auch ein Zufall. Aber die haben La Rochelle gegründet. Ja. Und das ist auch schon so ein Ding. La Rochelle ist ein Atlantikhafen. Und du konntest damals, als La Rochelle gegründet wurde, konntest du ja nicht mit dem Boot von La Rochelle über ins Heilige Land fahren. Weil das, was heute Gibraltar ist, diese Meerenge von Gibraltar, die war in maurischer Hand. Ja. Also da konntest du nicht mit irgendwelchen Kriegsschiffen da durchfahren. Das ging nicht. Da stellt sich eh schon die Frage, warum haben die diesen riesen Atlantikhafen gebaut? Und ja, es gibt mehr als nur Gerüchte. Also es sieht wirklich so aus, dass die Templer damals schon Connection hatten nach Amerika. Wo man sich eben auch fragt, vielleicht verrennen wir uns jetzt so tief, weil wir kommen dann auch wieder raus, weil letztens gehört es alles zusammen. Wo man sich auch fragt, vielleicht hatten die eben auch Kartenmaterial. Ja, was denen darauf hingewiesen hat, dass es da dieses Amerika gibt. Ja, aber das geht auch mal zurück an die älteste Landkarte, die man jemals so festgeschrieben worden ist. Das kam damals mal aus dem Nahosten, oder? Meinst du wahrscheinlich die Piri-Reis-Karte? Die Piri-Reis-Karte, genau. Ja, das ist von den Osmanen. Osmanen. Ja, ja, aber das ist ja dann auch später. Das ist ja dann der Piri-Reis, das ist auch dann so 15. Jahrhundert. Das war dann in der Zeit, nachdem dann die Osmanen Konstantinopel eingenommen haben. Weil Konstantinopel, eben früher Byzanz, das ist ja der Hauptstadt von Rom gewesen, die haben halt eben auch wohl noch viel von diesem antiken Wissen gehabt, eben auch noch bis in die Bibliothek von Alexandria. Ja, ja, klar. Diese Piri-Reis-Karte, die basiert wohl auch eben auf älteren Kartenmaterial. Aber die Frage ist, ob die Templer nicht schon wirklich, wir reden so um 1200, nicht auch schon so ein Kartenmaterial. Ja, das ist das 13. Jahrhundert. Und das ist auch sehr gut möglich, dass die schon nicht einfach eine Blindfahrt gemacht haben hier im Atlantik, wir fangen einfach mal los, sondern dass die schon wussten, dass da was gibt. Ja, aber wenn du überlegst mal 100 Jahre später, dass die Piri-Reis-Karte oder 150 Jahre später die Piri-Reis-Karte da, der musste mal irgendwelche Informationen von irgendwo gehabt haben. Und die Templer haben eben, das vermute man eben auch, durch ihre Aktionen im Orient, eben gerade in Jerusalem, vielleicht auch so Zugang zu so Kartenmaterial bekommen. Und so haben diese Amerika-Geschichte halt schon im Mittelalter für sich klar gemacht. Und dass dann der Kolumbus 200 Jahre später auf seiner Santa Maria und den anderen zwei Boten dann das Tatzenkreuz, das Templerkreuz drauf hatte, ist nur so wie, ja, uns schickt jetzt zwar die spanische Königin, aber wir machen nur offiziell was schon längst. Und was schon längst seit 200 Jahren gilt, das ist Templer-Land, denn die Templer sind schon seit 200 Jahren dort. In Connection auch mit den Venezianern. Mit den Venezianern. Und man hat das nur nicht öffentlich gemacht, das war geheimes Wissen. Hey, wir wissen was, was ihr nicht wisst, wir sagen es euch auch nicht. Ja, das gibt ja einen riesen Vorteil. In Amerika war, es ist ein reicher Kontinent und wir kannst gut Handel treiben und Gold und Silber hat man vielleicht schon 200 Jahre lang geholt vor Kolumbus. Da gab es immer wieder schon Schiffe von Templern und Venezianern, wie gesagt, die waren eng zusammen, die da die Amerika-Connection hatten. Also sie waren eben große Seefahrer, das ist wichtig. Das ist eine Seemacht gewesen, diese Templer. Na, die sind so mächtig geworden, dass der König von Frankreich dann am Freitag der 13. aufgerufen hat, dass alle Templer Ritter umzubringen. Ja genau, die Geschichte geht dann so, dass eben der französische König, es war dann Philipp der Schöne, hieß der, und gemeinsam mit dem Papst Clemens der Zweite, die haben dann zusammen so einen Komplott geschmiedet. Und warum die offizielle Geschichtsschreibung ist halt, in der Tat, die Templer sind denen zu mächtig geworden. Und die französischen Könige wollten auch, waren auch auf so einem Expansionstrip, die Templer hatten immer noch viel Einfluss in Südfrankreich, das geht auch zurück auf diese Katarer Kreuzzüge und so. Und der König von Frankreich wollte die halt aus dem Weg haben. Und gleichzeitig natürlich war der Tempel in Paris, war mit der wichtigste in Europa. Und da hat man dann auch gedacht, dass da auch ordentlich dann Schätze sind. Weil es war ein Banker. Es war ein Banker, richtig reich. Und ja, das wollte der sich gerne einverleiben. Und dann der Papst hatte dann wohl auch seine eigenen Gründe dafür, warum die dem zu mächtig geworden sind. Und ja, offiziell war es eben dann so, dass die sich verschworen haben und dann zu einem, ein Datum festgelegt haben, also wirklich schon gut geplante Operation, wo dann in ganz Europa oder zumindest in dem Herrschaftsbereich des Papstes, das hat die Ränder noch ein bisschen ausgefranst, sollten dann an einem zum gleichen Tag, zur gleichen, in den frühen Morgenstunden, alle Tempel in Europa sollten dann gestürmt werden, alles beschlagnahmen und alle verhaften. Es hat natürlich nicht überall gleich geklappt, weil es gab dann Länder, auch christliche Länder, wo die Tempel auch stark waren, wo das nicht passiert ist. Portugal zum Beispiel oder in Teilen von Spanien, da wurden die jetzt dann nicht verfolgt. Aber eben in Frankreich, also wirklich Mitteleuropa, so lief das dann. Und ja, wenn wir da schon sind, da gibt es diese krasse Legende vom Heuwagen, diese berühmte Legende vom Heuwagen, nach der sollen in der Nacht, bevor diese Verhaftungen gekommen sind, soll die Tempel schon davon gewusst haben. Was auch eh wahrscheinlich ist, ich meine, wenn die Böcke so eine Einfluss... Ja, mächtig. Und dann hatten die auch ihre Spitzel überall. Wir haben schon über die venezianischen Spitzel... Na klar. Das waren die Meister der Bespitzelung. Das haben die bestimmt schon mitbekommen. Und hatten aber, so ist jetzt das eine Narrativ, hatten aber wohl erkannt, okay, sie können sich dem nicht mehr entziehen. Also konnten nicht alle fliehen, aber lassen uns dann wenigstens die wirklich wichtigen Dinge vorher rausschaffen. Ja, genau. Und dann wird Tempelführer, auch Jacques de Molay, der Großmeister, ist dann auch bereit, sich dann auch zu opfern oder so. Hauptsache das wichtige Zeug fällt nicht in die Hände von diesem Philipp. Und da gibt es die Legende vom Heuwagen, nach der in der Nacht vor dieser Aktion dann eben den Tempel von Paris ein oder mehrere Heuwagen verlassen haben. Mit die ganzen Schätze. Mit den ganzen Schätzen. Und wir reden eben, auch da, wir wissen nicht was, also materielle Schätze auf jeden Fall, die waren steinreich, Gold und so. Aber auch da reden wir eben von immateriellen Schätzen. Auch da reden wir eben von dem, was vielleicht seine Ursprünge hatte in diesem Jerusalemer Tempelberg. Genau. Also wir reden vielleicht eben von Kartenmaterial, von Artefakten aus mosaischer Zeit. Schriftstücke. Schriftstücke, die vielleicht auch ein ganz anderes Licht werfen auf die antike Geschichte, auch auf die Religion, auf Jesus, lauter solche Dinge. Da wird ganz viel Gemut gemacht. Hey, auch da, boah, da gibt es Bücher drüber, endlos so. Und ja, diese Heuwagen-Legende heißt halt, dass die das über Nacht rausgeschafft haben aus dem Tempel von Paris. Und dieser Heuwagen, von denen hat man dann nie mehr wieder was gehört, wo die gewesen sind. Manche sagen, die sind direkt einfach nach Westen gezogen, nach La Rochelle. Und haben alle Schätze dann auf Schiffe verladen. Und die Schiffe sind dann in den See gestochen und man hat nie mehr wieder von ihnen gehört. Das ist ja so ein Link. Wir haben doch mal, Alex, wenn du dich erinnerst, wir haben doch mal über die, über Oak Island gesprochen. Ja. Wenn du dich erinnerst. dass die haben teilweise ihre Schätze dort vergraben. Ja. Und das sind Leute, die immer noch heutzutage, die am Graben sind und suchen dieses Zeug. Genau. Oak Island, wenn ihr es noch nicht gehört habt, das könnt ihr euch auch mal raussuchen, so eine Schatzinsel, wo auf unglaublich geschickte Weise, bergbautechnisch, also mit Fallen, mit irgendwas vergraben wurde. Mittlerweile sind sie, glaube ich, schon bei 100 Metern. Da haben wir noch nichts gefunden. Und das ist mit Flutungskanälen und so weiter. Und manche Leute sagen, das haben vielleicht die Templer gebaut. Weil die eben zum einen Schiff Seefahrer waren und nicht nur Seefahrer, haben wir vorhin noch nicht erwähnt, sie hatten überhaupt so, das waren so Technikfreaks. Also die waren in ihrer Zeit halt technisch mit am besten. Die hatten auch Bergbauspezialisten und solche Sachen. Das ist auch so eine Sache, was auch wieder diese Amerika-Connection ist. Viele sagen, die Templer waren deshalb so gut im Bergbau, weil die in Amerika haben die schon, seit 1200 haben die schon Goldminen abgebaut. Ja. Gold und Silber. 200 Jahre vor Kolumbus. Soll die dort schon gewesen sein. Und deswegen war das denen wohl auch wichtig, Bergbau eben, um an schöne Gold und Silber zu kommen. Was sie dann wieder mit den Venezianern zusammen, wo sie dann immer mehr Dominanz aufgebaut haben, als Banker und auch andere dann verdrängt haben und dann irgendwann so eine Art Monopolstellung so in Europa entwickelt haben. Ich glaube mal was sehr, sehr interessant ist und so ruckst du nach uns in die Schweiz mal mit den Templern, ist, bevor dieser Freitag der 13. stattgefunden hat durch diese französische König, man muss mal auch dazu erklären, ist, dass die Tempelritter, ihr letzter Kreuzzug hat damals in Jahr 1291 stattgefunden haben. Schlacht von Akon. Schlacht von Akon, was heutzutage Israel ist. Ja, Akon ist Israel, oder? Ja, ja. Ich habe das mal nachgeguckt. Das ist jetzt mal Israel gewesen und das krasse dabei ist, ist Akon ist am 18. Mai 1291 gefallen und das krasse dabei ist, ist das zweieinhalb Monate später, na, und jetzt wenn man das kalkuliert und wir reden jetzt von Zeiten, wo keine Fahrzeuge gab und sowas, dass der Ritt von Jerusalem beziehungsweise Israel bis nach Europa circa zweieinhalb Monate später. Ja, wobei ich glaube, die sind da nicht geritten, weil, also Akon war der letzte, die letzte Hochburg, die letzte Burg, also maßensmotten. Die letzte Stronghold sozusagen, letzte Festung. Von den Kreuzrittern, den Tempelrittern, von christlichen Rittern überhaupt. Genau. Im Heiligen Land. Das war das allerletzte. Genau. Jerusalem ist schon vorher gefallen, Akon war das allerletzte. Dass das gefallen ist, ja, ich glaube nicht, die sind mit dem Pferd nach Hause geritten, weil dann hätten sie ja durch die ganzen feindlichen Linien reiten müssen, aber sie sind mit dem Boot gefahren. So war Seefahrt. Okay, die haben gesagt, auf jeden Fall, zweieinhalb Monate danach, was war zweieinhalb Monate danach? Danach am 1. August 1291 ist die Schweiz gegründet worden. Haha, der Rüttlischwur, diese Geschichte so mit Wilhelm Tell und so. Am 1. August 1291 ist die Schweiz gegründet worden, zweieinhalb Monate später, nachdem Akon am 18. Mai 1291 gefallen ist. Ja, so sieht's aus. Das ist eine ganz entscheidende Timeline, die wir hier vorfinden. Jetzt muss man auch dazu sagen, über diese frühe Geschichte der Schweiz, also diese Zeit 1291, der Rüttlischwur, Wilhelm Tell und der Eidbund, also dieses Treffen an dem einen See dort in der Schweiz, das ist alles auch schwierig, jetzt historisch so genau festzulegen. Das ist viel Mythen auch. Sagen auch die Schweizer selber, so genau weiß man's nicht. Das ist, da ist Geschichte und Mythen überlagern sich da, also gerade mit den Zeiten haut's nicht ganz hin. 1291 ist offiziell der Tag, wie die Schweizer es sagen, das ist ihr Gründungstag. Aber auch Schweizer Historiker sagen, es könnte auch durchaus 15 Jahre später gewesen sein. Und das könnte zum Beispiel auch, wenn du von 1291 ein paar Jahre hochziehst, es könnte auch 1307 gewesen sein. Und 1307, das ist wiederum genau die Zeit, Schwarzer Freitag, wo eben all die Templer verhaftet wurden. Okay. Beides ist möglich, wie es genau ist, wissen wir nicht. Also beides ist möglich, manche sagen eben auch, diese ganze Geschichte der Rüttlischwur und so, das war eben dann vielleicht 1307. Und diese Heuwagen-Geschichte, also die Schätze werden aus Paris rausgebracht, die sind dann eben in die Schweizer Berge gegangen. Was auch jetzt nicht so weit weg ist, so von Frankreich und durchaus eine mögliche Fluchtroute wäre. Sei es drum. Wie jetzt da genau die Geschichte ist, wissen wir nicht. Aber was wir auf jeden Fall sicher sagen können ist, die Schweiz wurde gegründet mit dem Ende der Kreuzfahrerjahre. Das ist mein Fingst. Ja, ja. Die Templer, Kreuzfahrer, die Geschichte war vorbei und die wussten auch, die können es jetzt nicht wiedererobern oder so. Das war so ein stetiger militärischer Niedergang und nach Akon, das war klar, du kannst jetzt da nicht wieder ein neues Kreuzfahrerherr aufstellen. Das war vorbei. Also die Ära ist vorbei und definitiv direkt danach wurde die Schweiz gegründet. Das ist sicher zu sagen. Ein Jahr hin oder her, welche Variante wir da wählen würden, ist egal. Ja. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass wenn du durch verschiedene Städte in die Schweiz durchgehst, überall an die Häuser und verschiedene, da gibt es natürlich Burge oder Burgen, wie sagt man, eine Burg, eine Burg, ein Castle. Eine Burg, ja. die die Templer gehört hat. Weil du siehst die Insignia von ihrer Kreuz überall. Und das sind richtig abgefahrene aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mal jetzt zu schnell... Vielleicht kommt man schon zu schnell. Lass uns noch mal kurz in dieser Frühzeit der Schweiz bleiben. Weil das ist auch, wollte ich unbedingt erwähnen auch, es ist ja so, in der Schweiz, die Leute, die dort gelebt haben, das waren Helvetier oder auch Alemannen, sagt man. Ja, ja. Helvetiker, deswegen ist das die... Helvetische Alemannen. Das sind im Grunde auch so relativ einfache Leute. Also das waren Berge, also das waren im Grunde und Bauern so, die dort oben gelebt haben und die haben sich, das ist so der Gründungsmythos der Schweiz, die haben einen Bund geschlossen, eine Eidgenossenschaft gegründet, um sich dann gemeinsam gegen eindringende Machthaber zu wehren, die halt dieses Land dort oben auch haben wollten. Und interessanterweise kommen jetzt hier wieder welche ins Spiel, die wir auch schon intensiver hier in unserer Show besprochen haben, nämlich die Habsburger. Ja, genau. Ja, da sind sie wieder, 1291. Da war diese berühmte, diese berühmte Schlacht am Moorgarten hieß das und dort haben eben die Schweizer, und das ist so ein Mythos, weil im Grunde, die Schweizer waren eben einfache Bauern, die hatten jetzt gar keine richtigen Waffen und sowas, die haben Bauernwaffen gehabt, also aus den Werkzeugen, was sie am Acker hatten, Waffen gemacht, die Sense und dann irgendwie, so, die waren im Grunde eine einfache Armee, die Habsburger, das waren halt dann Ritter und die hatten halt die Hightech aus ihrer Zeit, also Kriegswaffen, also auch Geschütze oder sowas, also Katapulte, Schießpulver gab es noch nicht. Das war der Unterschied. Und es ist eben so der Mythos, die glorreichen Schweizer haben die halt vertrieben, diese ganzen Ritter aus den Bergen vertrieben. Aber es gibt heute noch in manchen Kantonen eben so Legenden, wenn die über diese Zeit reden, dass da die helvetischen Bauern eben Hilfe bekommen hätten von so ominösen weißen Rittern. Die weißen Ritter sind zur Hilfe gekommen und haben denen entscheidende Hilfe gegeben, um diese Habsburger Armee loszuwerden. Und ich meine da, naja gut, weiße Ritter, die Templer sind immer in weiß aufgetreten. Man braucht mal nur die Schweizer Fahne anzugucken. Oh yeah! Das geht darum, ist, dass die Schweizer Fahne, solange das Land existiert, ist eine inwörtete Zeichen, ein vereinfachter Kreuz von das, was die Tempelritter getragen haben. Weil du hast eine weiße Kreuz auf einer roten Hintergrund und die Tempelritter war genau umgekehrt, eine rote Kreuz auf einer weißen Hintergrund. Und somit ist diese Zeichen immer noch aktuell und bezieht sich mal das auf die Tempelritter, die dann dort in die Schweiz niedergelassen haben. Sehr richtig. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir müssen uns diese Flaggen anschauen. Das gilt nicht nur für die Schweiz, das gilt überall. Flaggen können einem ganz viel sagen über Hoheiten und Herrschaften und so. Und in der Tat, diese Schweizer Flagge ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, auf diese Tempel-Collection. By the way, Alex, wo wir schon bei Flaggen sind, sollten wir dann vielleicht auch mal die englische Flagge erwähnen. Nicht der Union Jack, weil der Union Jack ist ja von UK, United Kingdom. Nur die St. George Flagge auf die englischen Fußballfans und so wehen. Wie sieht denn die aus? Die ist nur weißer Untergrund und ein rotes Kreuz. Das ist die Flagge von St. George, die englische Flagge. St. George sind wir auch schon Georg Ritter, Drachentöter. Das ist genau das Gleiche. Wir haben das auch schon mal ausgeführt in dieser langen Sendung, wo wir viel über auch Venedig gesprochen haben. Vielleicht könnt ihr euch das nochmal anhören, wenn ihr wollt. Ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben. Das ist Nummer 32, Ausgabe Nummer 32. Da haben wir lange über Venedig gesprochen und haben ja ausgeführt, wie so diese lombardischen Banker sich ausgebreitet haben. Schweiz, Norddeutschland und dann aber auch eben Holland und England. City of London. Und das ist genau dieselbe Connection. Eben diese Templer, die sind natürlich jetzt nicht nur in ein Land geflohen, sondern die sind untergetaucht und in mehreren Ländern haben die dann Zuflucht gefunden. Wir wissen es zum Beispiel auch in Spanien, Portugal waren die Templer auch nach dieser 1307-Geschichte noch stark. Wir wissen, andererseits sind die eben auch viel nach England geflogen. Schottland. Da kommt dann später dann dieser ganze schottische Freimaurer- Ritus und diese ganzen Geschichten her. Es kommt auch Schottland, weil die Templer haben dort ein Refugio gefunden. Aber eben auch, es ist auch der Wechsel hier in diese City of London rein. Und dort kommt diese St. George-Flagge her. Es ist auch direkt, das ist Templer-Connection. Und City of London, habt ihr da euch mal das Wappen angeschaut? Der Code of Arms oder einfach Logo kann man heute sagen. City of London, und das ist es auch. Das genau, auch wieder dieses rote Kreuz auf weißem Grund, das ist die Connection. Ja, aber das ist hier eine Sache, das viele Leute mal nicht verstanden haben. Und einfach mal, die sehen diese Kreuz, diese Matthäsekreuz, was die Ritter getragen haben. was sehr, sehr interessant ist, was keiner das betrachtet hat, ist, dass diese Kreuz, wenn du die zusammenfaltest in ein dreidimensionales Bild, was bildet die? Ja, was bildet die? Kann jemand das sagen? Also ich weiß es, wer einfach wird das sagen. Naja, ich stelle mal die Frage. Wir müssen uns vorstellen, wir hätten das aus Papier, also so. Diese Malteserkreuz. Wir würden das jetzt basteln, es ist aber in Weihnachtszeit, wir basteln, wir haben so, also wir basteln uns so ein rotes Malteserkreuz, so aus Pappe so, ja. Und jetzt, das haben wir so vor uns liegen, als Pappe, und jetzt falten wir das so zusammen, so nach oben so. Genau. Und was kriegen wir dann? Wir kriegen eine Pyramide. Eine Pyramide. Vielleicht nur Zufall. Wir kriegen eine Pyramide. Weil wenn du das siehst, der Malteserkreuz, das sind, das sind vier Punkte, die gehen in Dreizack, beziehungsweise in Dreieck, in der Mitte, na? Und mit die kleine untere Seite ausgeschnitten. Wenn du diese vier Teile zusammenstellst, das bildet sich eine Pyramide. Siehst du, der Huhr hat es schon geschrieben, wahrscheinlich, bevor wir es gesagt haben. Ja, sehr gut. Ja. Hast du das Quiz gewonnen? Wenn wir jetzt irgendwelche Promo-Artikel hätten, dann würden wir sie rausfragen hier, Huhr. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist jetzt, okay, jetzt können wir sagen, es fällt ja so Zufall, aber das ist interessant, und das wird der Tenor auch, von dem, was wir jetzt hier reden, und vielleicht können wir langsam diese Connection aufmachen, die Tempelritter, wir haben es ja schon gesagt, die waren interessiert an diesen noch älteren Sachen, die haben rumgegraben dort. Ja. Und es ist so, sowohl die Templer, als auch dann später die Freimaurer, die sich ja wieder auf die Templer beziehen. All dieses ganze Logentum, Freimaurer und vorher auch vielleicht noch die Rosenkreuze, all die beziehen sich ja auf diese Templer. Und was die alle gemein haben, das ist auch diese Faszination von wirklich antiker Esoterik, von ägyptischer Esoterik, von ägyptischen Kulten so, die vielleicht, das ist jetzt auch wirklich schwer, jetzt wirklich 100% so zu belegen, aber das ist was, was die Templer auf jeden Fall mindestens mal inspiriert hat, mental. Sie haben sich ja ständig damit beschäftigt, mit diesen Geschichten. Und die Frage ist, ob eben es nicht sogar noch weiter geht und wir bei den Templern den Ausdruck haben von einer von diesen antiken Bloodlines. Dass die Templer also direkt gegründet wurden von diesen Bloodlines. In eben einer anderen Zeit. Und sie laufen jetzt nicht mehr rum. Weil die mussten mal Elite sein. Die mussten mal Elite sein damals. Und deswegen, der musste mal... Und von Anfang an Protection hat das oben. Vakitkan, also so Kirche, Papst und über allen anderen Königen, allen anderen Souveränen, allen Kaisern. Nur nicht mal der Kaiser konnte denen irgendwas sagen. Die haben ihr eigenes Ding gemacht. Und die Frage ist eben, ob das nicht eben ein Ausdruck ist von so einer alten Bloodline. Eine alte ägyptische Bloodline, die zurückgeht auf Zeiten von Amun-Ra-Priestern, Pharaonen, Gottkönigen. Diese totalen Diktaturen möchtest du schon fast sagen. Und das ist auch so Teil von dieser These eben, dass sich diese Clans, diese Clans, dass die irgendwann abgetaucht sind aus der Geschichte. Ägyptisches Reich ist irgendwann untergegangen. Interessant, die Bibel spricht auch davon so, der Pharao und seine Armeen versanken im Meer. Ist doch da diese Story, wo das rote Meer so aufgeht und so und dann versanken die da drin. Das könnte aber auch so ein Symbol sein für das Meer der Völker. Also die sind untergetaucht. Die sind in eine Diaspora gegangen. Ein ägyptisches Wort dafür ist Golut, by the way. Golut. Ja. Und Golut, das ist dieses G, was überall bei den Freimauern auftaucht. Von den Freimauern. Ja, genau. Uns erzählt man, das steht für Gnosis oder Gott oder sowas. Aber das ist Gnosis, ja. Aber es könnte auch für Golut stehen. Das ist das alte für Diaspora. Und zwar nicht die Diaspora der Juden, sondern die Diaspora dieser Priesterkönige, dieser pharaonischen, ägyptischen. Das ist die Amon-Ra nennt sich das. Die Priester der Amon-Ra nennt sich das. Und Amon-Ra übersetzt, das waren die Priester des Pharaons, und Amon-Ra übersetzt heißt einfach Money People. Geld Menschen. Das ist auch interessant. Geld Menschen, das ist das Krasse dabei. Amen. Wenn es in der Kasse klingelt so. Amon-Ra Priester. Also das ist eben die Frage, ob wir hier, das ist wirklich Hot Stuff, Leute. Das ist die Frage, ob das ist, was wir hier sehen, diese Connection. Well, die Connection, Frank, da können wir das mal ein bisschen weiternehmen. Wir haben heute was mal in dieser Schweizer Zeitung mal gesehen. Da kommen wir noch zu. Das ist immer noch nicht tief genug, Alex. Lass uns mal über den Namen auch reden. Schweiz. Schweiz, es kommt eigentlich aus dem Französischen, weil Französisch war früher, also auch zu Zeiten der Tempelritter, eben die Sprache, die man spricht. Und Schweiz ist Swiss. Swiss. Und es gibt Leute, die sagen, Swiss ist Etui. Yeah, 5 to 1, Baby, 1 to 5. Und es ist genau 5 Minuten nach 8 hier an dieser 11. der 11. 2015. Hello. Hello. Oh nein, Karne. Hello. Ich schmeiße ein bisschen Konfetti durch den Raum hier. Nee, es ist eine gute Zeit wieder eine Bier aufzumachen. Nee, das machen wir auch nicht. Aber ihr seid eingetunt zu der Ammo Galaxy Frank Stoner Show an diesem Mittwochabend. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, denn wir sind, wir haben das Grill an und wir würden mal auch mal wieder eure Gehirn mal hier ein bisschen mal vorbraten, denn wir haben mal ganz, ganz heftige Themen an den Start wieder. Erstmal guten Abend, Frank, schön, dass du auch hier bist. guten Abend, Alex und guten Abend, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Und boah, Junge, was haben wir für eine Show hier heute am Start? Also wirklich einige interessante Themen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nachrichten vor allem, wir würden mal auch, haben wir schon angekündigt, bei uns in unserer Facebook-Seite von der Ammo Galaxy Frank Stoner Show und auch auf meiner private, dass heute würden wir mal ein bisschen über die Schweiz unterhalten. Und es geht nicht nur um das Käse oder Lila Kuh, nicht weil es ist cool, Mann. Ja, wir werden so ein paar von den Klischees so mal beiseite schieben. Und die Schweiz hat immer so ein ganz sauberes Image, also die saubere Schweiz und so. Und wenn man da so dahinter guckt, dann kommen da dann ein paar ganz seltsame und auch kultige Dinge so zum Vorschein. Das wird uns auch wieder reinführen in ein Thema, was wir eigentlich schon öfter in unseren Sendungen haben, so das große Thema alternative Geschichte und wie wirklich Weltgeschichte gelaufen ist. Und die Schweiz ist da so ein weiteres Steinchen, was man da einfügen kann, auch so ein Bindeglied zwischen der Gegenwart und älteren Zeiten. Es geht halt letztens auch um Bloodlines, also Connections, die bis zurückgehen in die Antike. So interesting stuff. Interesting stuff, ja. Und da wird er mal erstmal mal in Ohr da sitzen. Ohr heißt auf Deutsch in Staunen da sitzen, wenn wir das vorlegen, weil wir haben mal Orten beziehungsweise Orte in die Schweiz, wo man dasselbe alles besichtigen kann und für sich selber angucken. Und da wird man dann plötzlich erstaunen, dass man an diese Dinge immer vorbeigelaufen ist, ohne darauf irgendwie ein Auge zu verlieren, oder? Ja, und das kann uns dann das Auge eröffnen für andere Orte auch. Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur so ein Einstieg in ein Thema, das hört dann da nicht auf. Und vielleicht können wir das auch so das Thema Schweiz ja auch unter den Untertitel, den Untertitel noch drunter setzen, so wurde die Schweiz von Tempelrittern gegründet? Ja. Das ist so eine Frage, der wir heute Abend auch mal nachgehen. Ja. Da spricht einiges dafür. Dann schauen wir uns ein bisschen an, wer die Tempelritter sind und ja, interessant. Genau. Und nicht nur, dass eine andere Sache ist, ist, dass ich auch so Amerikaner möchte, halt erwähnen, dass heute in Amerika ist Veterans Day. Das ist... Ein Karneval, oder was? Das ist... Hast du eine Connection? Das ist immer Hälfte, Hälfte. Naja. Nee, nee, das ist ein bisschen anders. Heute ist Veterans Day. Heute ist der Tag, wo alle gefallenen Soldaten und Veteranen aus dem Meer oder der Kriege, die heute, wie sagt man, anerkannt sein werden. Ich habe mal auch eine Meinung dazu, nachdem ich ein Video gepostet habe und das möchte ich mal gleich danach darüber sprechen. Das ist nicht ein langes Thema, aber einfach mal meine Meinung als Amerikaner dazu geben, was für mich eigentlich wichtig ist, vielleicht für die Deutschen und diejenigen, die uns zuhören, die sagen, naja, äh... Was will er uns mal davon erzählen? Aber ich habe mal eine Meinung. Das ist auch nicht nur für Amerikaner wichtig, sondern wir haben das auch schon öfter auch hier thematisiert. Wir haben doch auch, das ist noch nicht so lange her, haben wir doch auch so gesprochen, so wie wird in verschiedenen Ländern die Vergangenheit bewältigt. Und dann haben wir darauf hingewiesen, auf den, auf die, die Statue hier von dem, na wie sage ich nochmal, der ukrainische Freiheit zählt dort, dessen Grab in München ist hier. Ach, da meinst du, der Bandera? Genau, Stepan Bandera, das haben wir als Beispiel genommen und dann noch das Beispiel gehabt von dem, dem Denkmal für die Trümmerfrauen, wo sich dann gleich die Leute aufregen, bis hin zum, zu Japan, den, wie hieß der, Jutsukuni-Schrein, genau, wo, wie die Japaner, als eine ganz andere Kultur und so, die haben auch eben so ein altes Kriegervolk, den Samuels. Für alle gefallenes Soldaten. Genau, wie die so dem, dem Gedenken und deswegen finde ich das absolut richtig, weil ich habe mir schon an dem Abend, Alex, das war aber so, wir hatten da nicht mehr richtig Zeit, aber schon am Abend lag mir auch die Frage natürlich auf den Lippen, Mensch Alex, wie ist denn das in Amerika? Weißt du, wie wird dort mit den Veteranen umgegangen und welche, wie sieht das dort aus? Zumindest hat, weiß man ja, da gibt es auch diese riesengroßen Militärfriedhöfe und es gibt überall so Monumente auch, während das in Deutschland Das ist auch sehr interessant, weil die haben jetzt gerade mal ein neues Denkmal in Washington für diese Holder Mauer oder Holer Mauer Das war doch der Völkermord an den Ukrainen in der Sowjetunion? Ja, ja, ja. Aber was hat das mit Amerika zu tun? Ja, die haben das jetzt in Washington, die haben das neben die fucking Vietnam-Veteranen-Denkmal mal da hingestellt, dass die Leute sollen mal an die sowjetische Mord mal an die Ukraine mal nicht vergessen jetzt Aber es hat doch nichts mit Amerika zu tun. Ja, aber das ist jetzt in Washington, D.C. Oder sind auch die schuld dran? Ich habe keine Ahnung. Frank, aber die haben eine Denkmal dafür gesetzt in Washington, D.C. Echt, das ist interessant. Ja, ja, und das ist auch so ein Ding, dass ich versuche Das müssen wir mal genau schauen, wozu überhaupt? Ich meine, mit welchen Begründungen haben die das gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist das auch wieder so, dass da so der Schuldfilm noch reinkommen will? You know something? Wenn du... Verhindert oder so? Wir haben darüber gesprochen. Wenn du nimmst mal solche Organisationen wie The Ukrainian National Front oder The Ukrainian Council Committee of America oder You know The Ukrainian National Association Alles national, alles national und teilweise wie meine ehemaligen Leute mit denen, dass ich groß geworden bin. Ich habe mal mit denen mal Freundschaften mittlerweile an Facebook gecancelt oder blockiert, weil die sind tatsächlich rechts. Die sind voll rechts. Und das kann ich nicht in meinem Freundeskreis haben. Das geht nicht. Naja, auf jeden Fall auch was sehr, sehr wichtig ist und denn Deutschland laut was ich gelesen habe eine große Ereignis beziehungsweise was heißt ein Ereignis? Große Trauer in Deutschland. Denn ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt ist diese Woche verstorben im Alter von 96 Jahre alt. Ja, er konnte halt das Rauchen nicht sein lassen. Ja, Frank, also der Punkt ist, dass verschiedene Randgruppen habe ich mal gesehen. Wenn ich sage Randgruppen, das geht auch von Ecker von Biker zu konservativen Leute und so weiter. Jeder spricht von einer der letzten größten Politiker Deutschlands gewesen, die wirklich ihre Meinung gesagt haben und wenn die auf den Tisch gekloppt haben, die haben das durchgebracht, was die gemeint haben und was man sieht überall gepostet ist, dass in Memoir und Ruhe und Frieden Helmut Schmidt, dass er einen von den letzten Politiker fiel, das deutsche Volk und das Land da gewesen war, Frank. Und okay, ich kenne mal ein paar von seinen Dingen. Der war bis 82, glaube ich, Bundeskanzler, ich bin 85 gekommen, als Helmut Kohl gerade in seiner Startphase war und Helmut Schmidt habe ich nicht erlebt, aber ein bisschen geschichtliche Sachen, was mal mit RAF damals passiert ist in Mogadischu und solche Dinge. Das Ding ist, dass für mich als Amerikaner, wie würde man es, was sind die Dinge, warum Helmut Schmidt so eine angesehen politische Figur? Also was liegt daran? Das ist für mich sehr interessant zu finden, was die deutsche Volkmann hinter diesem Mann so stark gefunden haben. Ja, eine sehr gute Frage, Alex, weil sein politisches Wirken kann es ja nicht sein. Also ganz ehrlich, mich hat das heute auch fast schon ein bisschen schockiert, auch heute in Facebook eben und überhaupt diese öffentliche Meinung wahrzunehmen, wie viele Leute genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, so sind und das traurig und ich vermisse ihn schon jetzt und ich denke mir immer nur, warum? Warum? Ich meine, wer war Helmut Schmidt? Hat der jetzt irgendwas Gutes bewirkt jetzt für Deutschland? Ich meine, okay, jetzt sind vielleicht die einen oder anderen Hörer von euch, wollen es nicht hören, aber ich meine, es ist mir egal, wir sagen so unsere Sicht der Dinge hier an dieser Show und Helmut Schmidt, also für mich ist Helmut Schmidt einfach auch nur ein BRD-Parteibonze gewesen, ein kalter Krieger, ein Bohemian Grover, ein Typ, der zumindest in seiner Kanzlerschaft kann ich nicht erkennen, wo der für das Volk oder für die Menschen oder so stand und warum der dann so beliebt ist, naja, weil er halt in den letzten 20 Jahren diese bequeme Rolle auch des Altkanzlers, des Elder Statesman so ausgefüllt hat, da hat er dann halt viele schöne Bonbons mal so von sich gegeben in Talkshows und der ist ja auch cool, mit dem Rauchen auch, weißt du, so unangepasst und so und manchmal auch mit der Fuck-You-Einstellung, ich zünde mir jetzt trotzdem eine Kippe an, weil euer ganze Regulierungswut ist ja eh nur albern, ja klar, das fand ich auch cool, aber letzten Endes darf man sich nicht von so Äußerlichkeiten blenden lassen, man muss mal gucken, was hat der Mann für eine Karriere gemacht, und da muss man noch nicht mal so richtig in tiefe Recherche reingehen, es reicht tatsächlich schon, wenn wir Tante Vicky dort mal konsultieren, so, um dann mal so einfach nur mal ein paar Dinge so über Helmut Schmidt mal rauszufinden, so. 74 bis 82 war er Kanzler, ja und das erste, was wahrscheinlich die meisten Leute sich erinnern mit Helmut Schmidt, das war der deutsche Herbst, 77, RAF-Terror, Bader-Meinhof, Schleier-Entfahrung, genau, wobei es war, Bader-Meinhof war da schon eingesessen, aber die wollte man eben rauspressen, dann bis hin zur Entführung der Landshut, der Lufthansa-Maschine, Mogadischu und DSG-9 und so weiter. Und da sagt man immer, ja da war ja so eiskalt, so ein toller Krisenmanager und ich meine, okay, mag sein, aber was ich auch mich eben gut erinnern kann, das ist auch genau die Zeit, dieser deutsche Herbst, das ist genau die Zeit, wo dann einfach der Staat extrem aufgerüstet hat, wo dann auf einmal alles, was Bespitzelungen geht, Rasterfahndung, das ist eh so ein Begriff, so mit Haare wie ich und so, das ist immer ganz nervös, Rasterfahndung. Oh, echt? Nein, nein, Quatsch. Nein, das Raster, am Computer, also einfach so grob, massenweise Daten, alles Dinge, die wir, heute ja klar, heute regen wir uns gar nicht mehr auf drüber, das ist völlig normal, aber damals kam das eben neu, all diese Dinge, also Polizeiapparate aufbauen, Innenministerium, GSG-9, Sondereinsätze und so weiter, das ist alles so auch in dem seine Zeit gefallen, also der starke Staat. war Helmut Schmidt, der auch ein Atomlobbyist, und in seiner Zeit ist es auch gewesen, dass man in Gorleben, was heute noch ein Standort ist, in Niedersachsen, wo es immer wieder Probleme gibt, und das ist da, wo wir diese Atomlobbyist, diese Atomlobbyist, diese Atomlobbyablageung von Frankreich und so. Das geht schon auf die Zeit von Helmut Schmidt zurück, der wollte damals sogar in Gorleben noch viel größere Dinge bauen, eine Wiederaufarbeitungsanlage und diese ganze Atomenergie-Wahnsinn, der dann in den 70ern so ganz groß war, das war auch dann die Nachzeit nach dieser Ölkrise in den 70ern, und da waren alle so halbe Atomenergie und so Technikbesessen auch und so, ja, und er war halt einfach dort Lobbyist und hat diese Dinge auch durchgepeitscht, da, dann, was haben wir noch? Wir haben den Europapolitiker Helmut Schmidt, der Europapolitiker, der mit seinem Kumpel Valéry Giscard d'Estaing, das sage ich so gern, weil ich das so, ja, Alex, ich bin da so Frankreich-Fan, ich bin da so Frankreich-Fan, darf ich es nochmal sagen, Valéry Giscard d'Estaing, und die beiden haben zusammen den Europäischen Rat gegründet und unter den beiden, also sie haben so richtig Zug reingebracht in diese europäische Unionsgeschichte, Einführung des Europäischen Währungssystems, was der Vorstieg für die Euro war. Genau, das war damals noch dieser EQ, könnt ihr euch noch erinnern, ECQ, ich sag's, ich sag's wie Giscard d'Estaing, EQ, kannst du EQ sagen, egal. Also Euro, das ist Euro-Einführung, das ist so der Vorläufer, das ist ja auch unser Helmut Schmidt, aber er hat in Europa nicht Halt gemacht, ich meine, Helmut Schmidt war auch, war auch ein großer Globalisierer, Globalisierung, das ist so einer, wie Helmut Schmidt vorangetrieben hat, der zusammen mit seinem Kumpel D'Estaing, zusammen haben sie gegründet, die G7, Weltwirtschaftsgipfel. Das wurden die ganzen Leute mal demonstriert, wo wir den letzten Sommer noch drüber geredet haben, ganz genau. In Bayern, gerade eine Woche vor der Bilderberg. Wer hat's erfunden? Helmut Schmidt. Und das ist auch, kann man auch sagen, Dankeschön, das hat uns auch viel gebracht als Volk, dieses G7, Dankeschön. Aber das ist auch noch nicht alles, ich meine, aber auch Kalter Krieger, in seiner Zeit, also er galt ja, er galt ja in seiner Zeit auch unter Politikern, so als, als geradezu als Nuklearstratege, ja, einer, einer der, der ganz viel davon hell mit Atomwaffen, irgendwie die, die bösen Sowjets da in Schach zu halten. In seine Zeit ist dieser NATO-Doppelbeschluss gefallen und wo man gesagt hat, jetzt eben lauter neue Pershing-Raketen in Deutschland stationieren. Ach so? Damals sind Millionen von Leuten auf die, in Friedensdemos auf die Straße gegangen, Ostermärsche, 1980 vielleicht oder so, um diese Zeit, ja, das war riesig und Schmidt war derjenige, der diesen, diesen NATO-Doppelbeschluss nicht nur irgendwie Folge geleistet hat, weil er von Amerika Druck kommt, ja, nein, der hat diese Dinge sogar vorangetrieben, also der war ein, der wollte diese Atomwaffen unbedingt in Deutschland haben, so auch, auch, letztens ist es auch das eins von den Dingen, über die dann seine Karriere dann gestolpert ist, weil dann irgendwann in seiner eigenen Partei die Leute es nicht mehr wollten, so, der hat es dann immer durchgepusht, der war ein kalter Krieger, der Schmidt. Ja, sag mal, ich habe mal vorher mal in den Chat kurz mal reingeblickt und jemand hat gesagt, der war mal doch Mitglieder von Bilderberg Group, ist das stimmt? Ja, klar, Bilderberg, das ist ja noch, ha, ja, klar, auf jeden Fall, der war Bilderberger, wir müssen uns nur mal angucken und selbst das, Leute, ihr braucht noch nicht mal, ihr braucht noch nicht mal tief recherchieren, das kann man noch in Ruhe machen, so, es reicht schon, wenn er einfach nur mal bei der Tante Wiki, auf der deutschen Wikipedia Helmut Schmidt, seinen Eintrag anschaut, dann stößt er auch, da gibt es einen eigenen Absatz, einen eigenen Unterpunkt, nur Freunde, Freunde von Helmut Schmidt, hier zieht er das rein, wer waren seine Kumpel, Valerie Giscard des Degg, haben wir schon erwähnt, aber, das ist zum Beispiel einer seiner engsten Buddies, war ein gewisser Eric Warburg, Warburg Family, na die kennen wir doch, die haben wir da schon öfter gehört, ne? Ja, die Warburgs, von denen haben wir da schon öfter gesprochen, das sind die Typen hier, die bei der FED am Start sind, damals schon Jekyll Island waren die Warburgs, die Warburgs gehen zurück auf die deutschen Banker Warburg, wir haben es euch erzählt, bevor sie Warburg hießen, hießen sie Del Banco, das sind die venezianische Banker, und auch da war nicht der Anfang, irgendwann früher hießen sie nochmal anders, ja, aber diese Warburg Del Banco, das ist einer seiner engsten Kumpels gewesen, dieser Eric M. Warburg, aus diesem Warburg-Clan, der, by the way, auch dann diese Atlantikbrücke mit aufgebaut hat, Atlantikbrücke, diesen Think Tank, naja, Think Tank ist ein Meer noch, das ist so ein Netz, wo europäische Eliten im Sinne der Amerikaner erzogen werden und dann auch gefördert werden, Eliten in Politik, Eliten in Wirtschaft, Eliten in Medien und so weiter, Atlantikbrücke, der Schmidt war nicht nur Mitglied in der Atlantikbrücke, der hat da an höchster Stelle mitgearbeitet, diese Eliten dort, wie Warburg, das waren eben seine engsten Freunde, genauso hier Paul Volker, kennt ihr vielleicht auch noch Paul Volker, der war Direktor vom American Council on Germany, zieht ihr das rein, glaubst du, das war gut jetzt für Deutschland, die Vorschläge des American Council for Germany, das war so eine Untergruppe von dem Council on Foreign Relations, gegründet von Rockefeller, und da war er, das sind die Connections, die Helmut Schmidt hatte, das waren seine Best Buddies, Paul Volker, trilaterale Kommission hat er vorher gestanden, dieser Volker, der war US-Notenbank-Chef, ein weiterer enger Buddy von Helmut Schmidt ist John McCloy gewesen, Präsident von der Weltbank, auch mal Direktor vom Council on Foreign Relations, aber auch mal Vorstandsvorsitzender von Chase Manhattan Bank, Wall Street, also Atlantikbrücke, war da auch irgendwann Chef, und wenn ihr meint, das war schon genug, dann zieht euch den nächsten Namen noch rein, Henry Kissinger. Ach, nö. Ja, das war der Typ hier. Unser Onkel, der wir mal alle ins Gefängnis setzen wollen, wegen mal Kriegsverbrechen. Der Typ, der wirklich Kriege vom Zaun gebrochen hatte, ich weiß nicht, ob Europa in den Schienen und so weiter. Und die Petrodollar in den Schwung gebracht hat, und sowas. Kissinger. Das heißt, der Samuel Schmidt in allen, der hat man natürlich mit den Elitenfamilien zusammengearbeitet. Der hat eben, der hat mit denen nicht nur gearbeitet, der war eng befreundet mit dem. Wir reden von einer lebenslangen Freundschaft. Der Kissinger und der Schmidt, das war nicht nur, weil die halt dann in ihrer politischen Zeit auch miteinander zu tun hatten, und mit dem einen kannst du vielleicht ein bisschen besser ist, mit dem anderen. Nee, wir reden hier wirklich von Freundschaften, die lebenslängig gehen. Und ich meine, bitte solche Freunde hast du. Also Kissinger. Hallo. Ja, ich meine, da brauche ich jetzt hier, glaube ich, bei uns dann höre nicht, wie sagen. Das ist wo bei diesen Friedenaktivisten, da wo John McCain, wo die mal ihm Henry Kissinger dieses Medaille verliehen haben für seine guten Tate in der Regierung, wo diese Aktivisten wurden mal von John McCain als Lowlife Scum genannt. das ist genau, ganz genau. Das sind die Buddies vom Helmut Schmidt. Und ich glaube, ich meine, ich wüsste es nicht unterstellen, aber ich glaube, im Grunde um dieselbe Einstellung hat er uns auch gegenüber gehabt. Ich meine, der war auch in Bohemian Grove. Bohemian Grove, ja, also das ist auch kein Scheiß, hat er selber in seinen Memoiren, Helmut Schmidt, in einem von seinen Memoiren, ich weiß nicht, gibt es mehr Bücher, ich habe auch das Buch nicht gelesen, aber das ist dort drin, hat er das ja selber erwähnt, wie er auch mal in Bohemian Grove war. Und Bohemian Grove kennt ihr auch. Naja, klar, da brauchen wir mal gar nicht. Ich meine, da laufen wirklich so so okkulte, okkulte Geschichten ab. Da war der dabei, weißt du. Helmut Schmidt, das ist ja, ein weiterer Kumpel war Anwar Sadat. Anwar Sadat, das ist die ehemalige Ministerpräsident, Präsidentminister oder Diktator von Ägypten. du sagst das Gute, weil genau, der nennt sich dann, hat sich vielleicht Präsident genannt, aber im Grunde genommen war er ein Militärdiktator. Ja, ja. Ich kann mich mal noch erinnern an diesen Typen, 70er Jahre. Hier reden wir nicht von Leuten, mit denen er eine Beziehung hat, hier reden wir von Freundschaften. Also so steht es auch extra in Wikipedia, Freundschaften, nicht jetzt Staatsbeziehungen. Also klar, dass du mit allen möglichen auch Gangstertypen zu tun hast, wenn du jetzt mal Minister bist oder so. Ja. Ne, wir reden hier von Freundschaften. und dann auch interessant, dann auch in seiner ganzen Zeit nach der Kanzlerschaft, wo er sich alles engagiert hat und jetzt zuletzt, das ist auch eine interessante Sache, zuletzt bei einer Veranstaltung, Gruppe, das nennt sich, oder Projekt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das nennt sich Weltethos. Weltethos. Und für mich sieht es aus wie so eine Art NWO-Ethik, Globalisierungsethik. Das ist gegründet worden von einem Schweizer Theologen, wir passen da, wir werden später noch, kommen wir auf die Schweizer. Die Schweizer Theologe hat das gegründet, Hans Küng, hat seinen Sitz in Tübingen, in Deutschland und diese, dieser Weltethos, das versucht sozusagen, ein Weltethos wollen die definieren und das ist auch sowas, wo halt dann alle Religionen irgendwie dann unter einen großen Hut gesteckt werden und dann, dass es da keine Differenzierung mehr gibt, alles so ein Einheitsbrei, so eine NWO-Ethik oder sowas. Hans Küng, der ist Theologe, ich meine, selbst wenn du weiterguckst, weil es dann auch wieder eben Buddies sind, Hans Küng, der war schon, der ist schon aufgefallen im Zweiten Vatikanischen Konzil, das war Anfang der 60er Jahre, das Zweite Vatikanische Konzil und dort ging es darum, ich bin ja kein Katholik und auch kein Christ, deswegen kann ich da relativ locker über diese Dinge sprechen, so, aber dort wurde sozusagen die katholische Kirche modernisiert, reformatiert oder so ähnlich, der Moderne angepasst und für viele konservative Katholiken ist dort endgültig so die katholische Kirche vor die Hunde gegangen und manche sprechen dann sogar, dass da seit diesem Vatikanischen Konzil so wirklich dann der Pakt mit dem Teufel auch eingegangen wurde, weil man eben einfach so die Seele, das sagen so manche Kritiker von dem, die Seele der katholischen Kirche geraubt hat, die man sich einfach auch auf diesem Altar der Moderne dann so halt verbrannt hat und jetzt ist sie halt auch nur noch Schablone so und ein Schritt weiter ist dann eben dieses Weltethos, da kann dann auch die katholische Kirche mitmachen, aber dann hat die de facto nichts mehr zu sagen, diese ganzen Kirchen, egal ob dann Hindus oder Muslims, das wird alles unter einen Hut dann gepackt und dann können wir alle zusammen Kumbaya singen oder so und keine Vielfalt mehr und Ja, da haben wir mal da haben wir mal ein bisschen letzte Woche darüber gesprochen, wo diese Bild von der Papst, wo der der Hand geküsst hat, der Papst hat der Hand geküsst, von, von wem war das, Rockefeller, nein, Rothschild war der, der ist ein Rothschild, der ist ein Rothschild-Clan und ich frage mich, was, der Papst beugt sich und küsst mal der Hand von dem fucking Rothschild, was soll das denn? Nochmal alles mal andersrum, oder? Ja, aber nochmal anderes rum, war ziemlich krass. Ich würde aber seinen Ring auch nicht küssen, seid ihr ganz ehrlich, lass mal stecken, oder geh ich lieber mit. Ja, Helmut Schmidt, weißt du, was soll man sagen? Und ich meine, da könnte man jetzt immer noch weitergehen, das ist jetzt nur, wirklich, ich hab da nicht viel Zeit investiert, das ist, da guck dir nur mal auf Wikipedia. Wenn wir weiter recherchieren würden, zu Helmut Schmidt, dann würden wir da noch bestimmt tiefer reinkommen, aber allein schon die ganzen Verbindungen, die wir ja genannt haben, ey, da kann ich einfach, ich kann's nicht verstehen, warum bei uns aufgeträgte Leute da sagen, ey, Helmut Schmidt, der war der letzte Politiker fürs Volk, der war ehrlich, das war so ein toller Staatsmann, ey, what? Ey, what? Was ist denn mit euch los? Das haut mich mal jetzt persönlich weg, weil ich kann das mal jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Weil das, was wir gerade mal durchgegangen sind, und ich hab das selber in Wikipedia gesehen, ich frage mich mal dann, wo ist der Haken? Tja, wo ist der Haken? Die Leute brauchen einfach diese Vaterfiguren, das ist das Traurige. Schau, ich find's wirklich manchmal traurig, weil, um was es geht, also was wirklich auch so ein Kern ist von unserer Sendung, oder so, so ein Antrieb, den wir auch haben, ist ja, Leute, macht euch frei, so weißt du, vertraut dir selbst, denk selber nach, fühl mal selber, du hast ein Herz, du hast da eine Seele drin, einen Spirit, du brauchst keine Autoritäten, die dich irgendwie, die dir sagen, was richtig und was falsch ist, wir brauchen diese großen Staatsmänner nicht, wir brauchen keine, keine Gurus und all diese Geschichten. ich mein, wenn wir freie Menschen sind, ich mein, brauchen wir das nicht, aber scheinbar ist es so, dass viele in Deutschland, wahrscheinlich ist es überhaupt der Welt so, aber jetzt geht es halt hier um Helmut Schmidt und wie eben die deutsche Öffentlichkeit reagiert heute, deswegen, scheinbar ist es so, dass in Deutschland da ganz viele diese Projektionsfläche brauchen, weißt du, ah, der gute Vater, der irgendwie uns führt, so weißt du, aber ich mein, was ist das für ein Denken so, ja, von dem müssen wir uns freimachen, so, wir brauchen nicht diese Führer, das heißt nicht, dass man Leute respektiert und auch von Leuten was lernen kann, wenn einem einer was erklärt und vielleicht auch jemand sagt, hey komm, ich zeige euch jetzt mal den Weg, dann kannst du auch mitgehen, davon rede ich ja gar nicht, aber dieses Projizieren auf einen Helmut Schmidt, wo du ganz schnell rausfinden kannst, dass der genau der gleiche Typ ist, wie die anderen auch und dort wird was rein projiziert, ah, der war aber so väterlich, weißt du, der war so gut und der war so anders als die Politiker, die wir heute haben, aber hey, Alex, letzten Endes ist es nur das guter Bulle, schlechter Bulle, böser Bulle Spiel, das ist nichts anderes und der Schmidt ist halt der gute Bulle, dem kannst du vertrauen und so, der war halt noch echt, aber ich mein, wenn du, brauchst du wirklich nur bei Wikipedia gucken und dann siehst du da die selben Geschichten aufkommen, wie bei allen anderen auch, vielleicht sogar noch schlimmer, weil der eben tatsächlich sogar noch, nicht nur bei diesen Dingen, wie Atlantikbrücke mitgemacht hat, sondern dort, also in höherer Position war, ja, und aktiv dort, das war ein mächtiger Mann, dieser Schmidt, der hat mächtige Freunde gehabt, wirklich Freunde, auch nicht nur ein bisschen von unseren Freunden. Well, you know something, das ist interessant, weil wir haben schon mehr oder mal darüber gesprochen, dass alle diese Leute, unter anderem so wie Nixon und alle Leute, die Präsident geworden sind, alle, die dort in Bohemian Grove aufgetaucht sind oder in Bilderberg Group dort zu erscheinen gekommen sind, sind irgendwie alle in mächtige Positionen gekommen, oder? Ja, die sind in mächtige Positionen bekommen, beziehungsweise waren eben schon vormächtig, das sind halt Kreise, so Elitenkreise, und ich meine, der Schmidt selber kommt jetzt nicht aus so einer elitären Familie, also der ist auch, er war ganz bürgerlich geboren, hat als junger Mann noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft, und du kommst sozusagen, hat er schon eine wahnsinns Karriere gemacht, aber in diese allerhöchsten Bloodlines rein kommst du natürlich nicht, aber du kommst eben auf so ein Level in der Pyramide schon ziemlich weit oben, wenn du so dort enge Beziehungen hast, zu diesen Geschichten, Bohemian Grove, trilaterale Kommission, Bilderberg, also dort schon an hoher Stelle so, also ich würde mal sagen, so von den, von den Nicht-Bloodliners ist der schon ganz schön weit hochgekommen, der Schmidt, und davor kann man natürlich dann Respekt haben oder sowas, das war bestimmt kein Volkforsten so, klar, aber wir sollten uns da nicht täuschen lassen, das ist ja kein, keiner, der dem Volk oder dem Menschen oder dem Leben hier auf der Erde gedient hätte, das ist für mich, für mich ziemlich heftig, es ist wirklich traurig, dass wir immer diese Führerfiguren brauchen so, und das war echt, you know, this is interessant, Kill Your Idols kann ich da nur sagen, ja, aber you know something, this is interessant, dass du das sagst, weil wir haben für mehrere Shows, ich glaube, das ist drei, vier Stück hier gewesen, wo wir deine Kinder, beziehungsweise dein Söhnemann mit seinen Schulkinder, mit seinen Klassenkameraden, die sind an ihrer freien Tagsstadt wandern gegangen ins Kino, und die haben diese Filminions angeguckt. Ja, scheiße, und ich habe diese Filme gestern angeguckt, und, hast du das denn angeguckt? Ja, ich habe die angeguckt, ich habe die geliehen, und ich musste das mal einfach mal anschauen, na, und natürlich, ähm, durch die, äh, Aktionen von diesen Minions teilweise, ich, ich musste mich mal richtig lachen, na, weil ich fand das lustig, aber wenn du mal zwischen die Seilen liest, ey, das ist, das ist eine Film, die gar nichts für Kinder ist, na, das, das, Das ist definitiv eine Brainwashing, vor allem, vor allem, vor allem, die, die Name, die das Film produziert hat, die Illumination Enterprise, Illumination Enterprise, Illumination Enterprise, proudly presents, proudly presents, for your flow life scum, und das Witzige dabei ist, in der, der Film, wenn das anfängt, die, die sagen, Minions gab das immer, ein Erfolg, die einfach auf der Suche war, nach der richtigen, äh, Führer, und witzigerweise, ist das, allein dieser Satz sagt alles, allein dieser Satz sagt alles, ne, und das, das ist, die, 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 die Tatsache ist, dass man spricht über, einfach wir Menschen, dass wir mal scharfer geworden sind, und wir auf der Suche sind, nach derjenige, der mal uns den Weg zeigt, ja, und der Führer muss aber eben sein, ein, 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 ein dunkler Hirte, der eben nicht die Menschen führt, zu den, Leute zu berauben, das ist alles okay, das ist gut, und so wird das dargestellt in die Firma. Die totale Umkehrung so, ja, ich meine, im Sommer, da haben wir da mal intensiver diesen Film mal vorgestellt, und, könnt ihr vielleicht mal im Archiv noch kramen, ob ihr da das noch findet, ich weiß, das ist aus dem Kopf heraus nicht mehr. Aber hier, wo ich gesagt habe, jetzt vorhin Kill Your Idols, muss ich vielleicht nur dazu sagen heute, das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, ja, also jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern das ist, wie, ja, wie es auch Teil der, beim Rock'n'Roll ist, Kill Your Idols im Sinne von, im Kopf, mach dich frei davon, ich meine, mach dein eigenes Zeug, und, und, diese, diese Projektion im Kopf, da, das Idol, ja, das ist gut, und das ist mein Vorbild, das musst du irgendwann mal wegnehmen, als Kind, ich habe ja selber Kinder, und klar, Kinder brauchen diese Führung, und, ich nehme die Verantwortung voll an, ja, ich bin Vater, und, ich, ich führe dann auch meine Kinder, so, und ich mache dann auch nicht immer das, was die vielleicht gerade in dem Augenblick wollen, sondern, das ist einfach Vater, oder überhaupt, Familie, Alter, als Eltern, das ist klar, aber, wenn die erwachsen werden, dann, dann, dann würde es mich freuen, wenn, wenn sie so weit wären, dass sie dann eben ihre eigenen Entscheidungen treffen, und das ist genau, was du dann als Teenager auch irgendwann machen musst, eben rebellieren, das ist auch eben was, so eine Energie ist vom Rock'n'Roll, und das ist, was ich meine mit Kill Your Idols, also, ab einem gewissen Punkt musst du dann dich da loslösen, und dann einfach mal deinen eigenen Weg gehen, weil, weil jeder Mensch hat, hat einen Kopf zum Denken, und jeder Mensch hat, was noch viel wichtiger ist, ein Herz, das ist, das ist ein beseeltes Wesen, und folg deinem Herzen, dann machst du schon das Richtige, und dann brauchst du keinen Guru mehr, und dann brauchst du keinen Führer mehr, und dann brauchst du keinen Richter, oder Lehrer, oder Professor, oder Experte, oder was auch immer, überall hast du diese autoritären Pyramidenstrukturen, und die brauchst du dann nicht mehr, während bei der Familie, das unterscheidet uns jetzt vielleicht, also ich bin jetzt kein anti-autoritärer Erzieher, bei der Familie ist es ganz anders, da ist es ganz klar, da musst du die, die Kinder musst du so eine führende Hand geben, und, aber als erwachsener Mensch, gut, da können wir hier drüber streiten, vielleicht gibt es viele erwachsene Menschen, die das halt auch brauchen, so einen Führer oder so, mag sein, vielleicht gilt es auch nicht für jedermann, das wäre jetzt noch eine ganz grundsätzliche Diskussion, über die wir hier sprechen könnten, auch im Sinne von Dostoyevskin, so mal auch schon mal angesprochen, aber, aus meiner Sicht, Leute, die jetzt auch hier zuhören, von was wir reden, für uns geht es darum, doch freie, aufrechte Menschen zu sein, ja so wie, mein Kollege, oder ein Freund von mir, mal diese schwedische Gitarist, Matthias Ecklund, sehr, sehr, sehr bekannt, unter die Gitareros, so wie er mal gesagt hat, allein mal an die Musik ranzugehen, ist, dass jeder muss seine eigene Schnurrbart für sich wachsen lassen, deine eigene Design, man muss mal sagen, go your way, das ist alles Rock'n'Roll, das ist genau dieses Ding, das ist so die Idee, wo man sagt, oder wo viele Rockerl sagen, und wir sind ja Musiksender auch, Rock'n'Roll macht dich frei, es sprengt halt Ketten, so dieses, ey, du musst es jetzt nicht mehr so machen, wie die Vorbilder, oder gerade, weil es auch eben eine Teenager-Musik war, anfangs eben, wie auch dieses Aufbegehren gegen den Lifestyle von den Eltern, komm, wir machen es mal anders so, ja, das ist, und die Punker haben es halt dann noch mehr auf den Punkt gebracht, Punk-Rock damals, und dann eben kill your idols, in diesem Sinne meine ich das, und by the way, das ist nicht sehr viel anders, als was auch große Lehrer, also wirklich Lehrer, die für die Menschen da sind, auch schon immer gesagt haben, so auch in Indien oder sowas, ich meine, irgendwann musst du dich verabschieden von diesen ganzen Gugu-Gedanken, und du musst eben diese Idols also auch mal dann loswerden, so Osho hat sehr oft in dieser Richtung zum Beispiel auch gesprochen, kill your idols, also auch das Idol-Worship, irgendwann brauchst du da auch nicht mehr irgendwas anbeten, oder irgendwelche, wir brauchen auch gar keinen Tempel mehr, einen Priester und all diese Dinge, sondern wirklich, alles, was wichtig ist, ist in dir selbst, be your own idol, glaub an dich selbst, und vertrau dir selbst, und fühl dich selbst, und dadurch merkst du ja dann, dass du dann schon in Verbindung kommst mit allen anderen, und dann kommt man in, ja, dann harmoniert man, dann schwingt man mit den anderen zusammen, das ist, um was es geht, und nicht, dass man irgendjemandem hinterher rennt, der sagt, hier müssen wir jetzt alle lang gehen, und dann im Hintergrund, siehst du dann bei Helmut Schmidt, ich meine, wem dient der denn, Atlantikbrücke, venezianischen Bankern, Warburg, also hallo, ich meine, wenn der uns dann sagt, ja Leute, wir gehen jetzt hier lang, wir machen jetzt hier Globalisierung, Europa, der hat da alles die Grundlagen gelegt, dann verstehe ich einfach nicht, wieso heute viele aufgeklärte Leute auch so auf Facebook da dem Schmidt hinterher trauern, also wenn du persönlich kennst, noch was anderes, aber wenn es dein Opa war, oder so, aber ich kann das einfach kaum verstehen. Sehr interessant, auf jeden Fall, ich bin, jetzt muss ich mal Chatschal oder Balle schimpfen, nee, nee, also, viele Leute haben auch mal das zum großen Teil zugestimmt, die haben gesagt, hey, der war Bilderberger, und der war mal bei Bohemian Grove gewesen, und, 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 und es scheint, dass die Leute tatsächlich auch wissen, was teilweise seine Hintergrund waren, na, ich dachte, da gibt es doch immer so diese, diese Ausgleich, you know what I mean, jeder Politiker hat irgendwelche Scheiße am Backen, und der andererseits hat ja auch mal was Gutes getan, und ich dachte, dass da mal eventuell ein Ausgleich ist, und, äh, es scheint in diesem Moment, dass er eher mehr für das Globalisierung, was getan hat, mit, äh, weniger Hintergedanken, und was hier in Deutschland passiert, ähm, als das, äh, äh, diese Globalisierung hervoranzutreiben. Ja, der hat, äh, anderen Herren gedient, ja, deswegen, und das hat er gut gemacht, deswegen ist er auch so unglaublich hoch gestiegen, weil seine Plattleine hat das nicht zu verdanken, also zumindest weiß ich das nicht mehr, ich mag es einer, das mag gerne auch sein, so tief habe ich es noch nicht recherchiert, so, ja, ja, aber hey, hier, wo wir schon dabei sind, da können wir vielleicht das gleich auch reinbringen, was ich, was ich eh heute, auch mal noch, noch erwähnen wollte, so, äh, weil wir schon dabei sind, so diese, ähm, Autoritäten oder, 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 oder Figuren, auf die wir da irgendwas rein, äh, projizieren, weil, weil das auch wirklich Teil ist unserer Sendung, diese Mythen einmal wegzunehmen, so, ja, ja, und, und, und selber zu stärken, deswegen, äh, mir ist die Woche auch, äh, habe ich auch was gesehen, auch, auch via Facebook, äh, äh, von, von Eckart Tolle. Kennt ihr Eckart Tolle? Nee, nee. Eckart Tolle ist, äh, ein, ein, ein Guru, ein, ein spiritueller Lehrer. Okay. Und der ist, äh, geboren in, in Deutschland, ursprünglich hieß er eigentlich Ulrich, Ulrich Tolle, aber dann hat er sich wahrscheinlich um, auf, auf, auf Meister Eckart hier, so, so, so mittelalterlicher Mystiker aus Deutschland, hat sich wahrscheinlich auf dem berufen und nennt sich dann jetzt Eckart Tolle. Und er ist geboren in Deutschland, aber schon als Kind nach, mit seiner Familie nach Kanada ausgewandert und, äh, ist jetzt Kanadier und er lehrt auch in Englisch und so. Und, ähm, ja, Eckart Tolle hat sich jetzt, letzte Woche oder vor zwei Wochen, aber ziemlich zeitnah, ähm, ähm, in, einer von seinen Lectures, die er so gibt, äh, der, der, der ist groß, der hat viele Anhänger, ja, heißt du, der schreibt Bücher, das ist ein Bestseller, ist ein reicher Mann auch, der hat bestimmt Millionen von Anhängern weltweit, Eckart Tolle, auch in Deutschland sehr bekannt, viele Follower, so, viele, viele Freunde. Und auch, wer jetzt von euch Eckart Tolle-Fan ist, auch nicht persönlich nehmen, weil ich, ich sehe das jetzt auch ein bisschen kritisch, ich, ich, ich web den jetzt hier rein, so im Moment. Ja, Eckart Tolle, also der, der hat sich eben jetzt vor kurzem Zeit nahe zu dem Thema, ähm, Refugee Crisis, wie er es nennt, also, also die, 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 die große Krise, die jetzt in Europa ist, was in aller Munde ist, äh, dazu hat er sich geäußert, und ich hab zuerst, und auf Facebook hat das jemand so, so verlinkt, ich hab mich zuerst gefreut, und hab mir gedacht, hey, cool, weißt du, das ist auch einer von den Gurus mal, was zu dem Thema sagt, was, halt ja, was Weltliches, was alle hier beschäftigt und so, finde ich gut, ja, wow, hab mich drauf, höre ich mir das so an, und, also, ich muss sagen, dass ich, ich hab mich sehr enttäuscht, er hat mich sehr, sehr enttäuscht, was er gesagt hat, ich muss sogar sagen, es hat mich, und vielleicht kommt's auch hier rüber, weil ich, ich spreche ehrlich zu euch, es hat mich in gewisser Hinsicht sogar erzürnt, okay, egal, hast du eine Zitate, ein paar Zitaten von ihm, ja, Zitate, schwierig, es ist, das Filmchen ging zwar nur eine Viertelstunde, aber es ist auch, aber gut, es ist persönlich so, also, ich find's halt auch unglaublich langweilig, dem zuzuhören, ich muss mir das echt dreimal anhören, damit ich das dann wirklich irgendwie, was hat er gesagt, weil der redet so langsam, also so Google Talk, naja, aber, was er, was er so sagt ist, wir müssen dem begegnen, und das benutzt er die ganze Zeit, Tolerance and Compassion, die ganze Zeit, Tolerance and Compassion, das ist das Einzige, was wir dem jetzt bringen können, und da geht's schon los, was mich einfach nervt, weil das sind schon diese Worte, wir haben's ja, wir haben's ja hier schon, schon gehabt, und die meisten von euch werden's auch wissen, was Toleranz ist,